Die Forderung von Leopard-Kampfpanzern ging Scholz nicht ein. Nur so viel, es werde weiter keine deutschen Alleingänge geben. Kaum ist der Schützenpanzer Marder. Vom SPD-Kanzler zugesagt kommen die Forderungen nach dem schweren Kampfpanzer Leopard 2. Von seinen Koalitionspartnern, die sich diese Waffenhilfe vorstellen können, aber auch aus der Union. Auf einer Wahlkampfveranstaltung erläutert der Kanzler seine Zurückhaltung. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten und ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und alle können sich darauf verlassen, dass nicht die öffentliche Aufregung, sondern das, was richtig ist in der Sache und gut ist für die Ukraine und den Frieden in Europa, dass das von uns getan wird. Doch auch von außen wächst der Druck. Laut Medienberichten will Großbritannien 10 Challenger 2 nach Kiew liefern. Er ist vergleichbar mit dem Leo 2. Polen fordert gar eine europäische Panzerkoalition. Der Wald toben weiter heftige Kämpfe im Donbass. Diese Bilder sollen Frontabschnitte bei Bachmut zeigen, wo Ukrainer russische Angriffswellen zurückschlagen. Der ukrainische Präsident lobt seine Soldaten, erklärt die Russen für wahnsinnig. Und was wollte Russland dort gewinnen? Alles ist völlig zerstört. Es gibt fast kein Leben mehr und tausende ihrer Leute sind verloren. Das ganze Land in der Nähe von Soledar ist mit Leichen der Eindringlinge bedeckt und von den Schlägen gezeichnet. So sieht Wahnsinn aus. Und das sollen diese Bilder aus Twitter unterstreichen. Russische Wagner-Söldner werden geortet und dann von präzisen Schlägen des US-Raketenwerfers HIMARS ausgelöscht. Zurück bleiben Felder mit Leichen. Es sollen russische Soldaten sein. Er bleibt bei seinem Hauptargument. Dieser Krieg dürfe nicht zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO werden. Wir haben es im Beitrag ja auch gerade schon gehört. Nicht die öffentliche Aufregung dürfe entscheidend sein, sondern das, was richtig sei in der Sache und keine Alleingänge. Und dabei beruft er sich vor allen Dingen auf die USA als wichtigsten Bündnispartner. Aber von anderen Bündnispartnern wird jetzt eben der Druck erhöht. Auf der einen Seite Polen, was erwägt Kampfpanzer auch zu liefern vom Typ Leopard 2. Vor allen Dingen aber Großbritannien. Da scheint man ja Medienberichten zufolge schon sehr weit vorangeschritten sein. Offenbar hat London bereits westliche Alliierte informiert, westliche Bündnispartner informiert darüber, dass man der Ukraine die Lieferung von Kampfpanzern anbieten möchte. Offiziell eben noch nicht. Aber das Ganze könnte offiziell gemacht werden beim nächsten Treffen der sogenannten Rammstein-Gruppe im rheinland-pfälzischen Rammstein auf der US-amerikanischen Airbase. Da beraten ja seit Kriegsausbruch immer wieder westliche Bündnispartner miteinander, wie man die Ukraine unterstützen könne. Und da könnte das Ganze offiziell gemacht werden. Das ist angeblich der Plan, den London da hat. Und das würde natürlich deutlich den Druck erhöhen auf Deutschland, das dann auch entsprechend von Deutschland hier mitgezogen werden müsste. Lena, Olaf Scholz hat natürlich in der Ampel als Kanzler die Richtlinienkompetenz. Aber wird er noch lange dem Druck seiner Koalitionspartner von SPD und Grünen in dieser Kampfpanzerfrage standhalten können? Ja, du sagst es schon, es sind nicht alle Koalitionspartner. Das heißt, noch hat er ja auch Unterstützung. Das hat die SPD beispielsweise gerade am Wochenende bei ihrer Klausur noch ganz deutlich gemacht. Man stehe da hinter dem Kurs, den Olaf Scholz fährt. Aber in der FDP und bei den Grünen klingt das in der Tat schon deutlich anders. Noch relativ diplomatisch, wenn man aufs Kabinett schaut. Aber in den Reihen der Parteien, da wird schon ganz, ganz deutlich der Leopard bzw. der Leopard 2 gefordert als nächster Schritt. Katrin Göring-Eckardt, Anton Hofreiter bei den Grünen haben das sehr deutlich gemacht. Bei der FDP beispielsweise auch Wolfgang Kubicki, der gesagt hat, das könne jetzt verantwortungsvoll sein, der richtige nächste Schritt den Leopard auch zu liefern. Und auch Robert Habeck als Vizekanzler hat sich zwar sehr diplomatisch geäußert, er hat es aber zumindest nicht ausgeschlossen. Er hat explizit gesagt, nein, ausgeschlossen ist es nicht, dass der Leopard auch geliefert werden könnte. Man sei da weiterhin quasi in den Gesprächen. Das sei dynamisch. Man habe jetzt diesen Schritt beschlossen für die Marder, aber man sei weiterhin in Abstimmungen. Das heißt, wer weiß, am 20. Januar, wenn sich die Rammstein-Gruppe trifft, vielleicht sind die Gespräche dann bis dorthin auch so weit vorangeschritten, dass auch Deutschland sich doch noch weiter bewegen wird. Lena, danke schön für den Moment fürs Kanzleramt. Dann blicken wir damit nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Guten Morgen, Christoph. In der Solidar gerät die Ukraine ja zunehmend unter Druck. Wie ist die aktuelle Lage? Was würde denn ein Fall Solidars für den Kampf um Bachmut im Osten der Ukraine bedeuten? Also russische Analytiker und Kriegsblogger, allen voran der wohl bekannteste russische Blogger, Jury Padalyaka, die sprechen da von einer Agonie der Ukrainer in Solidar. Und es sind da tatsächlich wohl heftige Kämpfe, auch schon im Zentrum dieses Ortes. Das ist eine Kleinstadt mit rund 10.000 Einwohnern gewesen. Vor dem Krieg liegt in unmittelbarer Nähe zu Bachmut. Also die Russen nennen Bachmut ja Artyomovsk. Diese Stadt ist ja seit Monaten umkämpft. Und jetzt eben sozusagen der neue Brennpunkt, der neue Hotspot Solidar. Und da sieht es tatsächlich so aus, dass die ukrainischen Kräfte äußerst unter Druck sind. Eine äußerst prekäre Situation. Und wie gesagt, die russische Seite reklamiert da für sich einen baldigen Sieg. Und das wird hier jetzt auch zunehmend unter den Kriegsreportern, den Kriegsbloggern gefeiert. Die russischen Militärs ihrerseits halten sich noch relativ bedeckt. Und auch der Chef der Wagner-Söldner, Yevgeny Prigozhin, hat eigentlich die Militärblogger angewiesen oder gebeten, noch Stillschweigen zu bewahren. Denn noch habe man Solidar, so Prigozhin, nicht zu 100 Prozent unter Kontrolle. Aber so wie sich das Ganze über die letzten Tage entwickelt und auch die Reaktionen der Ukrainer, also von offizieller Seite, auch von Anna Malyar, der Vize-Verteidigungsministerin, sieht das Ganze nach einer sich abzeichnenden Teilschlappe für die ukrainischen Streitkräfte aus. Noch einmal bitte ich da um Nachsicht, dass wir aus Moskau jetzt da keine 1 zu 1 Einblicke haben. In Echtzeit das Ganze kriegen wir auch mit Verzögerung. Aber gut sieht es im Augenblick im Donbass rund um diese beiden Städte, Bachmut, Solidar im Bereich Danetzk für die Ukraine nicht aus. Christoph, du hast es ja eben angesprochen. Moskau und Kiew halten sich ja beide mit Informationen zurück. Also wie zuverlässig sind tatsächlich die öffentlich zugänglichen Informationen durch Medien, Blogger und andere Möglichkeiten? Also man muss da extrem vorsichtig sein mit all den Informationen, die man da sich zusammensucht über die verschiedensten Quellen, wie das russische Verteidigungsministerium, wie über das ukrainische Verteidigungsministerium, dann diese ganzen Blogger. Da weiß man auch manchmal nicht so wirklich die Zugehörigkeit. Da gibt es Portale wie Legitimny, das ordnen die Ukrainer dem russischen Geheimdienst zu, dann Greyzone, das gehört wohl eher zur Söldnergruppe Wagner. Dann gibt es einigermaßen gemäßigte Männer, die auch offiziell auftreten, also ihre Identität bekannt geben, wie zum Beispiel Yuri Padalaka. Und aus diesem ganzen Mix, möchte ich sagen, versucht man sich dann einen Reim drauf zu machen. Und das, was ich eben die ganzen Tage über schon immer wieder erwähne, ist der Blick auf die Frontverläufe. Und wenn dann da tatsächlich Fakten geschaffen werden, dann verstehen wir das auch, dann kriegen wir das auch mit. Und dann weiß man auch, wer welche Niederlage erlitten hat oder wer welchen Erfolg erzielt hat. Und wenn wir jetzt eben auf die Frontverläufe gucken, dann sehen wir, dass eben Solidar ganz stark unter Druck ist, auch Bachmut unter Druck ist. Und dass da auch die Einkesselung der Ukrainer in Bachmut, Artyomovsk, droht. Das alles kann man nachvollziehen. Aber Details, wie das jetzt direkt im Zentrum aussieht, wer da jetzt die Oberhand hat, das können wir natürlich, wenn man seriös darüber berichten will, nicht sagen. Da braucht man immer einige Stunden, vielleicht sogar Tage, um festzustellen, wo jetzt tatsächlich die Erfolge oder die Misserfolge gezielt oder wo die stattgefunden haben. Christoph, danke für deine Einordnungen nach Moskau. Die Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen steht unmittelbar bevor. Aber die Sorge vor Krawallen und heftigen Zusammenstößen ist groß. Denn der Verfassungsschutz geht nicht nur von gewaltbereiten Klimaschützern aus, sondern auch von radikalen Linksextremisten. Ja, nach Schätzungen haben sich 300 Menschen dort ja verbarrikadiert. Über 1000 Polizisten werden im Einsatz sein. Die Räumung könnte sich bis zu vier Wochen hinziehen, so die Sicherheitskräfte. Und im Laufe des Tages wird es ja weitere Informationen der Polizei geben. Gräben werden ausgehoben, Baumhäuser gebaut, Straßenblockaden errichtet. Selbst von Tunnelanlagen ist die Rede. Der kleine und verlassene Weiler-Lützerath an der Abbruchkante zum Tagebau Garzweiler ist zur Festung geworden. Die Aktivisten sind fest davon überzeugt, dass sie ihr Ziel erreichen. Wir glauben, dass wir das mehrere Wochen, sechs Wochen halten können. Wir glauben auch, dass wir das auch noch verhindern können. Also dass, wenn viele Menschen sagen, hey, das kann hier nicht sein, hier 2023 noch ein Dorf für Braunkohle abzubaggern, dass wir das noch verhindern können. Auch die Polizei geht von einem mehrwöchigen Einsatz aus. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnt jetzt, dass es zu Krawallen kommen könnte. Auch gewaltbereite Linksextremisten könnten sich gegen die Räumung mobilisieren. Deshalb plant die Polizei mit tausenden Beamten, die aus dem ganzen Bundesgebiet herbeigezogen werden. Und da, wo eine Räumung mit entsprechender Ansprache nicht möglich ist, wird es auch nötig sein, dann gegebenenfalls mit Zwangsmitteln die entsprechenden Menschen aus der Ortslage heraus zu begleiten. Bereits vergangene Woche hatten die Besetzer brennende Barrikaden errichtet. Am Sonntag kam es dann zu Rangeleien, nachdem einige der Protestler Steine auf Einsatzkräfte geworfen hatten. Am Mittwoch kommt es dann zum endgültigen Showdown. Die Polizei hat für diesen Tag die Räumung angekündigt. Und dann wird sich zeigen, ob die Polizeikräfte auf friedliche oder doch gewaltbereite Besetzer treffen werden. Bis zum Jahre 2030, Fanny, soll ja die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil, weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Naja, zurzeit sind es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem, der Ausbau der Ladeinfrastruktur, der kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Und bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen jetzt die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Aber Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht mal eingeladen. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskosten, Erhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und Allgemein- und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für E-Autos ab diesem Jahr stufenweise ausläuft. Damit wird die künftige Anschaffung deutlich teurer. Wie trotzdem eine Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte heute Bundeskanzler Scholz beraten und lädt Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu einem Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Dabei werde sich zu sehr aufs Auto konzentriert, kritisiert unter anderem das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. Ja, Mobilität ist eben mehr als Automobilität. Und beim Kanzler sind vorwiegend Vertreter und Vertreterinnen der Automobilwirtschaft und die Zulieferer. Und das ist ein völlig veralteter Mobilitätsbegriff. So kann man die Verkehrswende nicht gestalten, wenn man jeden Verkehrsträger isoliert betrachtet. Hier im Autohaus hofft man trotzdem auf Lösungen. Damit der Verkauf der E-Autos bei Wolf-Warnke auch in diesem Jahr so erfolgreich weitergeht wie in den vorigen. Aktuell sind laut ADAC rund 48,54 Millionen Autos zugelassen. In Deutschland so viele wie noch nie die meisten Pkw, aber immer noch Benziner oder Diesel. Aber der Anteil von Plug-in, ich habe mir auch einen gekauft und Reihen E-Fahrzeugen nimmt bei den Neuzulastungen seit Jahren jedoch zu. Und deshalb wollten wir Ihre Stimme hören, für welches Fahrzeug Sie sich eigentlich entscheiden würden. Im Augenblick könnte ich mir nicht vorstellen, ein E-Auto anzuschaffen, weil ich glaube, es gibt zu viele offene Fragen im Bereich Batterien. Wo kommen die Rohstoffe her? Wie werden sie gefördert? Ich habe kein E-Auto und kann mir im Moment insofern nicht vorstellen, eines anzuschaffen, weil ich kein Auto benötige und es mir auch nicht leisten kann. Sehen Sie, da wo ich wohne, hier mitten in Berlin, gibt es zwei Zapfsäulen oder zwei Stellen, wo man ein E-Auto tanken kann. Wenn in dem Hochhaus, in dem ich wohne, wenn nur 10 Prozent, sprich 20 Parteien ein E-Auto haben, wann sollen die das Fahrzeug voll tanken? Also ich habe ein Auto, allerdings ein Benziner und ich könnte mir gut vorstellen, zukünftig ein E-Auto mir anzuschaffen. Zurzeit würde ich es nicht tun, weil in dem Mehrfamilienhaus, in dem ich wohne, es zurzeit keine Möglichkeit des Ladens gibt. Ich habe kein E-Auto, aber irgendwann sicherlich schafft man sich ein E-Auto an, weil es daran keinen Weg vorbei gibt. Es ist nur eine Frage der Zeit, weil es nur eine Frage der Lage der Stationen und der Infrastruktur, dann kann man letztendlich auch E-Autos problemlos fahren. Nein, im Moment nicht. Äh, weil ich ein schickes Auto habe, ein SUV und deswegen möchte ich im Moment auch nicht, ne? Äh, also vielleicht ein Tesla, aber ist halt teuer. Ich habe kein E-Auto und momentan kann ich es mir auch noch nicht vorstellen, einfach weil ich dem ganzen System noch nicht vertraue, aber sobald das vorangeht, auf jeden Fall. Aufatmen in Regensburg, denn die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwischt. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin ermordet. In einem privaten Büro von US-Präsident Joe Biden sind geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt worden. Dem Weißen Haus zufolge sind die Dokumente in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt worden. Die Unterlagen seien umgehend dem Nationalarchiv übergeben worden. CNN berichtet, dass es sich um etwa ein Dutzend Dokumente handelt, darunter wohl auch Papiere mit höchster Geheimhaltungsstufe. Das Justizministerium überprüft jetzt den Vorfall. Besonders brisant gegen Ex-Präsident Trump laufen Ermittlungen wegen der Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in sein privates Anwesen in Florida. Biden selbst hatte dies als unverantwortlich bezeichnet. Trump reagierte natürlich sofort und forderte das FBI auf, alle Wohnorte Bidens zu durchsuchen. Zugeschaltet ist uns jetzt unser US-Korrespondent Michael Willenweber. Michael, guten Morgen. Wie gefährlich kann dieser Dokumentenfund denn für den US-Präsidenten werden? Also für den US-Präsidenten wird dieser Dokumentenfund, glaube ich, nicht mehr so gefährlich. Aber es ist natürlich extrem unangenehm. Aber für den vielleicht Kandidaten für die nächste Präsidentschaft, Joe Biden, strebt das ja offensichtlich an. Das heißt ja, in den nächsten Tagen würde er vielleicht das auch offiziell verkünden. Könnte das natürlich dann zur Belastung werden. Das werden natürlich die Republikaner ausschlachten. Wir haben es ja schon gehört von Donald Trump, dass der das natürlich jetzt fordert. Man möge doch bitte jetzt auch die anderen Wohnsätze untersuchen. Vielleicht liegt da ja auch noch etwas einfach so rum. Das ist natürlich hochnotpeinlich eigentlich für Joe Biden. Ups, wir haben da noch etwas gefunden. Das kommt überhaupt nicht gut an. Aber die beiden Fälle sind tatsächlich nicht so wirklich zu vergleichen. Man versucht das im Weißen Haus natürlich runterzuspielen. Joe Biden hat hier in Mexiko auf die Fragen, die ihm zugerufen wurden, nicht reagiert. Aber heute an eurem frühen Abend gibt es ja eine Pressekonferenz. Da wird er sich dazu äußern müssen. Gehe ich auch mal einfach davon aus. Aber die beiden Fälle sind wirklich nicht zu vergleichen aus dem einfachen Grund. Zum einen handelt es sich, es ist präzisiert worden, jetzt wohl um zehn Dokumente. Ja, teils tatsächlich höchste Geheimhaltungsstufe. Aber sie sind ja freiwillig ausgeliefert worden von den Anwälten von Joe Biden. Ohne dass man wusste, dass sie überhaupt vorhanden sind, diese Dokumente. Und Joe Biden hatte sich ja mit Händen und Füßen gewehrt, Dokumente herauszurücken. Da ging es ja auch um deutlich mehr, um Hunderte. Und der Vorwurf lautet ja auch, der untersucht wird, dass diese Dokumente bei Joe Biden ja zum Teil verfälscht worden sind, um Untersuchungen zu behindern. Das sind also ganz andere Vorwürfe, die da im Moment im Raum stehen, als was man jetzt Joe Biden vorwerfen kann. Der Justizminister, der hat ja ein Verfahren einleiten lassen, beziehungsweise hat einen Staatsanwalt beauftragt, der von Trump ernannt worden ist, um da in irgendeiner Weise dann auch sauber zu bleiben, um den Fall jetzt zu untersuchen. Aber eine Belastung ist das natürlich schon dann am Ende für Joe Biden. Michael, du bist im Moment in Mexico City und heute findet der Nordamerikagipfel zwischen den USA, Mexiko und Kanada statt. Im Mittelpunkt Migration und Drogen. Sind konkrete Ergebnisse zu erwarten? Also zuerst einmal will man da ja wieder zusammenrücken. Nordamerika, die drei Amigos, wie es dann tatsächlich heißt, nach den Trump-Jahren jetzt wieder mehr Kooperation. Ja, vielleicht. Das heißt hinter den Kulissen, dass da etwas mehr zu erwarten sei, als einfach nur ein paar Deklarationen. Zum Beispiel der Sicherheitsberater hoffte das, machte darauf zumindest Hoffnung, dass das so sein könnte. Beim Thema Migration vielleicht, und da hofft man als Amerikaner dann, dass die Mexikaner da einen schärferen Kurs sicherlich dann einlegen, dass sie besser die Südgrenze vielleicht sichern, dass sie mehr unternehmen, dass nicht Flüchtlinge zur amerikanischen Grenze kommen. Dann das Thema Fentanyl, also die Drogenproblematik, dass die Mexikaner mehr tun, vor allen Dingen gegen die Kartelle, die USA überschwemmen mit Fentanyl, die hunderttausende Tote letztendlich verursacht. Allein im vergangenen Jahr 70.000 in den USA. Das sind die Themen, die hier besprochen werden. Und da hofft man weiter zu kommen. Aber das ganz große Thema, was dann zu dritt besprochen werden wird, das ist tatsächlich die Wirtschaft. Die Wirtschaft, Joe Biden mit seiner American-by-first-Politik, hat ja durchaus für Kritik gesorgt. Das macht Probleme, das macht Sorgen. In Mexiko, allerdings auch in Kanada. Auch da hofft man dann ein bisschen auf mexikanischer und kanadischer Seite, dass man da eher zusammenrückt, mehr Zugeständnisse vielleicht noch von der amerikanischen Seite da bekommt. Also das sind die Themen, die hier diskutiert werden. Also unter Umständen ein Versuch, wo vielleicht ein bisschen Substantielles bei herauskommt. Aber das Entscheidende ist, dass vielleicht, dass man wieder enger zusammenrückt. Du wirst uns auf dem Laufenden halten. Dankeschön, Michael. Nach dem Chaos und dem Gewaltausbruch im Regierungsviertel der brasilianischen Hauptstadt Brasilia sagte US-Präsident Biden Präsident Lula die unerschützliche Unterstützung der USA zu. Am vergangenen Sonntag hatten Anhänger von Ex-Präsident Bolsonaro den Kongress, den obersten Gerichtshof und den Regierungssitz gestürmt. Den Sicherheitskräften gelang es erst nach Stunden, die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Inzwischen wurden rund 1500 Personen vorläufig festgenommen. Bolsonaro selbst, er wurde kurz nach den Krawallen wegen starker Bauchschmerzen in den USA medizinisch behandelt. Inzwischen hat er das Krankenhaus in Florida aber wieder verlassen. Eine historische britische Weltraummission ist gescheitert. Gestern Abend startete eine umgebaute Boeing 747 in Cornwall und unter der Tragfläche die erste Rakete, die von britischem Boden aus ins All gebracht werden sollte. Bestückt mit neuen Satelliten, die für die Entdeckung von Schleusern und der Wetterbeobachtung geplant waren. Gut 10.600 Meter über dem Atlantik löste sich dann die Rakete von dem Jumbo. Doch bevor sie die Erdumlaufbahn erreichen konnte, gab es technische Probleme und die Rakete, sie stürzte ab. Die Boeing 747, die kehrte wie geplant dann nach Cornwall zurück. Seit Tagen hat der britische Prinz Harry ja mit Interviews das Interesse an seinen Memoiren geschürt, die in Deutschland heute unter dem Titel Reserve erscheinen. Ab heute ist also das Buch auch weltweit zu kaufen. In Großbritannien öffneten einzelne Buchläden schon um Mitternacht, um die Royalisten mit dem Lesestoff zu versorgen. Unterdessen ist aber in Harrys Wahlheimat Kalifornien Land unter der Promi-Ort Montecito, wo der Prinz mit seiner Familie lebt, wurde vollständig evakuiert. Schwere Regenfälle haben entlang der Westküste der USA Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. 14 Menschen kamen bisher in dem Unwetter ums Leben. Bäume knickten um. Zehntausende Menschen waren vorübergehend ohne Strom. Und an zahlreichen Schulen fällt der Unterricht daher auch aus. Und damit blicken wir nach Frankfurt an die Börse zu Patrick DeWayne. Guten Morgen. Gestern ja ein guter Wochenauftakt für den DAX. Werden wir diesen Kurs heute auch fortsetzen? Das ist eine sehr spannende Frage. Und damit guten Morgen, Fanny, nach Berlin. Denn die Vorgaben in Asien sind zumindest für den Moment uneindeutig. Es gibt da keine klare Richtung heute am Dienstag. Wenngleich man erwähnen muss, dass die Chinesen jetzt am 22. Januar das Neujahrsfest begehen und dann viel reisen werden. Die Grenzen zwischen China und Hongkong sind offen. Und nicht nur, um seine Familie wiederzusehen, sondern auch, um sich die europäischen und amerikanischen mRNA-Impfstoffe zu sichern, reist wohl der ein oder der andere Chinese dort nach Hongkong. Die Aktienkurse können davon nicht profitieren. Der Nikke jetzt den ersten Tag wieder im neuen Jahr sozusagen diese Woche dabei. Und wenn wir nach Amerika gucken, der Dow zunächst einmal knapp 1% zulegen können, konnte dann aber am Ende die Gewinne nicht halten und schloss im Minus der S&P ebenso. Die Technologiebörse, die war gefragt, die Nasdaq und dementsprechend auch die Titel Microsoft, Salesforce und Intel, die auch im Dow zu finden sind. Und beim DAX, da ging es gestern kräftig nach oben im Tageshoch, sogar bis auf 14.833 Zähler. Er schloss unter der 14.800-Punkte-Marke, aber aufgrund der etwas schwächelnden Wallstreet ist es klar, dass der DAX im Laufe des heutigen Tages eher mal zurückkommen wird. Dankeschön nach Frankfurt. Sehr gerne. Und damit sind wir bei Maira und dem Wetter. Guten Morgen. Same procedure as yesterday. Nein, nein, ich muss dazu sagen, gestern war es eigentlich noch ganz schön nachmittags. Erst nachmittags, aber nicht morgens. Ja, aber es wurde bei Regen angesagt und nachmittags sind wir ja frei. Ja, und der Regen, der war vormittags für uns angesagt. Nachmittags dann wieder trocken, insbesondere im Osten. Also wir sind derzeit auf der Sonnenseite. Ansonsten, ja, es sieht eher mehr so aus. Überwiegend. Ja, aber zumindest in unseren Mittelgebirgen muss man auch leider sagen, wird der Schnee wieder schnell Geschichte sein. Denn also mit milder Luft, die dominiert, außer halt eben in den Alpen kommen, verbreitet wieder Plusgrade auf. Guten Morgen. Durch die Tiefdruckgebiete auf dem Ostatlantik gelangt nämlich milde Luft aus südwestlichen Richtungen wieder zu uns. Ja, und sorgt halt eben dann noch das schwache Hoch dazu, dass die Niederschläge hier in diesem Bereich dann auch mehr und mehr nachlassen werden. Aber trotzdem schneit es hier und in den höheren Mittelgebirgen anfangs noch etwas, also leicht immerhin. Ungefähr so von Niedersachsen bis in den Süden zieht dagegen leichter Regen durch oder zumindest kurze Schauer. Ja, im Laufe des Tages wird es dann aber immer trockener bis zum Abend. Dann erreicht uns von Westen her wieder ein neues Regengebiet. Also der heutige Tag wird wieder eine ziemlich trübe Angelegenheit. Meist bleibt der Himmel wieder grau. Am ehesten, wie auch gestern schon, kann man dann im Osten auf einige Auflockerungen und somit auf etwas Sonnenschein hoffen. Hier wird es dann auch stundenlang immerhin komplett trocken bleiben. Doch durch die nasskalte Witterung fühlen sich dann diese Höchstwerte auch noch ein bisschen frischer an. Am Alpenrand zwei Grad maximal heute. Rauf geht es bis hin auf zehn Grad in Köln. Ja, der Regen vom Abend wird uns dann auch morgen flächendeckend überqueren. Allerdings geht es dann mit den Temperaturen in der Spitze wieder aufwärts mit ordentlich Wind auf bis zu 14 Grad. Ja, und auch danach bleibt es bei diesem windigen und eher unwinterlichen Schauerwetter regional mit zweistelligen Temperaturen. Die sind für Januar dann auch wirklich völlig untypisch. Ja, und zusätzlich droht dann im Südwesten durch heftigen Dauerregen dann auch noch oder drohen lokal dann auch Überschwemmungen. Also eine ziemlich ungemütliche Angelegenheit das Wetter derzeit gerade. Dankeschön, Maire. Gerne. Wir sind gleich zurück hier bei Welt und wir blicken nochmal auf die Diskussion um Waffenlieferungen. Kanzler Scholz sagt weiter keine Alleingänge und er will keine Leopardpanzer in die Ukraine liefern und weist auch den Vorwurf zurück, er sei zu zögerlich. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung. Das sind alles Einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten bewegen. Kanzler Scholz plant weiter keine Leopard-Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine. Den Vorwurf, er sei zu zögerlich, wies der Regierungschef zurück. Großbritannien dagegen plant offenbar die Lieferung schwerer Panzer vom Typ Challenger. Der Verfassungsschutz warnt vor einer Radikalisierung der Klimaproteste in Lützerath. Es werden auch gewaltbereite Linksextremisten erwartet. Ab morgen kann die Räumung beginnen. Das Oberverwaltungsgericht Münster lehnte einen Eilantrag der Klimaaktivisten ab. Mobilitätsgipfel im Kanzleramt. Früher nannte man das Autogipfel. Bahn- und Radfahrerverbände üben Kritik, denn es gehe weiter nur ums Auto. Diesmal allerdings um den Umstieg vom Verbrenner auf die E-Fahrzeuge. Und damit guten Morgen und herzlich willkommen mich hier bei Welt. Guten Morgen in die Welt am Morgen. Der Bundeskanzler geht in die Offensive. Olaf Scholz verteidigte seinen Kurs bei den Waffendieferungen an die Ukraine und wies Kritik zurück, dass er zu zögerlich sei. Tja, die war ja nicht zum ersten Mal diese Kritik. Beim Wahlkampfauftakt der Berliner SPD betonte er weiter, dass Deutschland inzwischen mit den USA und Großbritannien der wichtigste Waffenlieferant sei. Und auf die Forderungen nach der Lieferung von Leopard-Kampfpanzern ging Scholz nicht ein. Nur so viel Alleingänge, die wird es mit ihm nicht geben. Der aktuelle politische Stand zusammengefasst von Matthias Heinrich. Kaum ist der Schützenpanzer Marder. Vom SPD-Kanzler zugesagt kommen die Forderungen nach dem schweren Kampfpanzer Leopard 2. Von seinen Koalitionspartnern, die sich diese Waffenhilfe vorstellen können, aber auch aus der Union. Auf einer Wahlkampfveranstaltung erläutert der Kanzler seine Zurückhaltung. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten. Und ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und alle können sich darauf verlassen, dass nicht die öffentliche Aufregung, sondern das, was richtig ist in der Sache und gut ist für die Ukraine und den Frieden in Europa, dass das von uns getan wird. Doch auch von außen wächst der Druck. Laut Medienberichten will Großbritannien 10 Challenger 2 nach Kiew liefern. Er ist vergleichbar mit dem Leo 2. Polen fordert gar eine europäische Panzerkoalition. Der Wald toben weiter heftige Kämpfe im Donbass. Diese Bilder sollen Frontabstücke bei Bachmut zeigen, wo Ukrainer russische Angriffswellen zurückschlagen. Der ukrainische Präsident lobt seine Soldaten, erklärt die Russen für wahnsinnig. Und was wollte Russland dort gewinnen? Alles ist völlig zerstört. Es gibt fast kein Leben mehr und tausende ihrer Leute sind verloren. Das ganze Land in der Nähe von Soledar ist mit Leichen der Eindringlinge bedeckt und von den Schlägen gezeichnet. So sieht Wahnsinn aus. Und das sollen diese Bilder aus Twitter unterstreichen. Russische Wagner-Söldner werden geortet und dann von präzisen Schlägen des US-Raketenwerfers Haimars ausgelöscht. Zurück bleiben Felder mit Leichen. Es sollen russische Soldaten sein. Ja, damit schauen wir vor das Kanzleramt zu Lena Mosel. Lena, ja trotz des Drucks muss man ja sagen, mehrerer europäischer Verbündete westliche Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Bleibt der Kanzler weiterhin bei seinem Credo? Nein, keine Alleingrünge. Wie begründet er tatsächlich seine Entscheidung weiterführend? Auch da muss man sagen, bleibt alles beim Alten. Er argumentiert weiterhin, der Krieg in der Ukraine dürfe nicht zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO werden. Und deswegen müsse man verantwortungsvoll handeln. Es sind keine Alleingänge, immer in Abstimmung mit den Bündnispartnern und dabei sich nicht treiben lassen. Das haben wir gerade noch im Beitrag gehört von der öffentlichen Aufregung. Aber der Druck seitens der Bündnispartner, der wird eben jetzt auch größer. Polen auf der einen Seite, das in Erwägung zieht, Leopard 2-Panzer zu liefern. Da klingt das Ganze auch noch ein bisschen zurückhaltend, wenn wir nach Großbritannien schauen. Die scheinen schon ein gutes Stück weiter zu sein. Medienberichten zufolge hat London bereits die Bündnispartner darüber informiert, dass es ein Angebot geben könne. Ein inoffizielles aktuell noch an die Ukraine, den Challenger 2, also das Vergleichsmodell quasi in Großbritannien, Vergleichsmodell mit dem Leopard 2 hier in Deutschland zu liefern. Rund ein Dutzend könnte da zur Verfügung gestellt werden. Offiziell wolle man das, heißt es, machen. In Rammstein am 20. Januar, da trifft sich wieder die Rammstein-Gruppe, diese Kontaktgruppe von Unterstützerländern der Ukraine auf der US-Airbase im rheinland-pfälzischen Rammstein. Da will man also mutmaßlich das Ganze offiziell machen. Und dann wird es in der Tat auch für Deutschland schwer, noch zu argumentieren, warum Deutschland keine Kampfpanzer liefern möchte. Lena, danke für den Moment vor das Kanzleramt. Auch zehn Tage nach Silvester reden wir weiter um über die Silvesterkrawalle hier in Berlin. Und heute beschäftigt sich auch die Landesregierung damit. Der rot-grüne Rote Senat wird über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren beide von der SPD eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich die Grünen und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in der bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in NRW warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarrikadierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter mit Blockaden und auch Fallen sowie besetzten Dächern und auch dem Sturm auf Kohle-Großbagger, die dort in der Region stehen. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der allerdings bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Wir blicken gleich aufs Thema Gendern. Die Grünen sind ja eigentlich ein Befürworter des Genderns, aber ein sehr prominenter Kopf der Partei, der sagt jetzt, nein, das soll es nicht geben. Mehr dazu gleich. Man muss auch sagen, er ist ja schließlich früher Lehrer gewesen. Der kennt die deutsche Sprache, der weiß, wovon er redet. Bleiben Sie dran. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung. Das sind alles Einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn nicht, aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in der bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschaffen werden. 7.45 Uhr vor 8 Uhr. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Köln und Düsseldorf eingerichtet worden, sind von der Polizei seitdem unter anderem rund 350 Messer sichergestellt worden. Das bedeutet, dass bei jeder 50. Kontrolle eine Waffe ans Licht kam. Messer sind vor allem bei Jugendlichen beliebt und es zeigt sich die Regeln und Gesetze um den Messerkult. Die sind komplex, wie Max Möbius zeigt. Einhandmesser, Zweihandmesser, Stilett, Kampfmesser, Fallmesser und auch das scheinbar brave und überall bekannte Taschenmesser. Vieles von dem, was hier liegt, kann eine tödliche Waffe sein, ist aber frei verkäuflich. Dieses Waffengeschäft in Bochum gehört Wolfgang Stabe. Er bestätigt uns, dass Messer gerade bei Jugendlichen enorm begehrt sind. Und dann lerne ich gleich die wichtigste Lektion des Tages, die vielleicht auch ein Teil dieses Problems ist. Denn viele dieser Messer darf man gar nicht bei sich tragen, aber dennoch kaufen. Kann ich ein Klappmesser mit nur einer Hand öffnen, ist es in der Öffentlichkeit für mich tabu. Kannst dir vorstellen, dieses Messer darfst du frei kaufen, aber darfst du gar nicht führen. Dieses kleine Ding? Ja, da würdest du Riesenprobleme kriegen. Das ist also eine Strafhanddrohung bis zu 5000 Euro. Welche Messer sind denn aktuell bei den Jugendlichen? Ja, gerade im Trend. Welche werden gekauft? Ja, der Trend ist ganz klar Einhandmesser. Das ist also das. Ich kann sie frei kaufen, aber darf ich natürlich nicht führen. An unter 18-Jährige rückt Stabe nichts raus. Minderjährige Messerfans, erklärt er uns, finden andere Wege. Im Internet prüft niemand das Alter der Käufer. Das sieht nach so einem typischen, wie nennt man das, Straßenkampfmesser aus. Ja, richtig. Ursprung aus Italien, also das sogenannte Stilett ist das. Dieses ist jetzt ein Automatikmesser laut Waffengesetz. Kann ich frei im 18-Jährigen kaufen, aber nicht führen. Messer mit einer festen Klinge unterliegen ebenfalls einer Regel. Ist die Klinge länger als 12 Zentimeter, kann das Messer zwar gekauft werden, das Mitführen ist aber tabu. Bei diesem Exemplar mit kürzerer Klinge ist dem Gesetzgeber mulmig geworden. Es gehört zu den wenigen Messerarten, die erst seit kurzem verboten sind. Ja, weil die Verwundung so groß ist. Wenn die eingesetzt werden, dann hat man ganz böse Wunden. Also das ist nicht so ganz ohne. Der Tag heute hat mir gezeigt, wie gefährlich eine so einfache Waffe sein kann und die gleichzeitig so leicht zu kaufen ist. Gendern, ja oder nein? Nein, sagt jetzt ausgerechnet Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Und zur Erinnerung, er ist grüner. Und die Grünen, die setzen sich ja normalerweise stark fürs Gendern ein. Es ist ein Thema, was weiterhin extrem polarisiert, muss man einfach so formulieren. Aber Kretschmann, der sorgt sich tatsächlich um die Entwicklung der deutschen Sprache. Denn er hält nichts von Gendern, zum Beispiel in Klassenzimmern. Er war selbst Lehrer. Im Mittelpunkt müsse stehen, Kindern grammatikalisch korrekte Sprache beizubringen. Und das heißt, Sternchen und Doppelpunkte, die seien da kontraproduktiv. Gendern, jetzt auch auf Schultafeln? Darüber wird diskutiert. Sollen schon Kinder geschlechtergerechte Sprache lernen? Ein klares Nein kommt vom grünen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Die Schulen müssen sich an das halten, was der Rat für deutsche Rechtschreibung vorgibt. Sonst haben wir am Ende keine einheitliche Rechtschreibung mehr. Es ist schon schlimm genug, dass so viele unserer Grundschüler nicht lesen können. Man muss es denen nicht noch erschweren, indem man in der Schule Dinge schreibt, die man gar nicht spricht. Der grünen Politiker ist selbst ehemaliger Lehrer. Mit seinem Nein zum Gendern im Klassenzimmer stellt sich Kretschmann gegen seine eigene Partei. Denn die Gendersprache ist Teil des grünen Selbstverständnisses. Geschlechtergerechte Sprache in der Schule, für viele unnötig. Völliger Schwachsinn, wir haben ganz andere Probleme in unserem Land. Weil ich es generell sinnlos finde, finde ich es auch sinnlos, dass man es den Kindern schon beibringt. Ich finde, da haben wir viel wichtigere Sachen, die man angehen müsste. Also das Gendern ist etwas, was die Bürger eigentlich gar nicht wollen. Der Landesschülerbeirat appelliert für ein freiwilliges Gendern an Schulen. Betont aber auch, es gibt wichtigere Themen, wie zum Beispiel die Digitalisierung im Klassenzimmer. Wir haben jetzt Klassenzimmer, die noch mit Tageslichtprojektoren ausgestattet sind. Das bedeutet, auf der einen Seite haben wir natürlich das Gendern, auf der anderen Seite nicht ausgestattete Klassenzimmer. Wo natürlich die Schülerinnen und Schüler auch betrifft, wo ich fast sagen würde, schon die Ausstattung der Klassenzimmer ist weitaus gravierender als die Frage nach dem Gendern. Also lieber mehr Geld als Sprachregelungen. Und auch an die Politik appelliert Gretschmann so zu sprechen, dass es auch jeder versteht. Und damit ist es Zeit, um an die Frankfurter Börse zu schauen, zu Patrick, die Wellen von DAG. Nein, Patrick, unser Börsenkorrespondent, machen sich das jetzt, jetzt hast du dich so aus dem Konzert gebracht. Gender doch mal, Gender doch mal im Börsenbericht jetzt. Das mache ich vom Taxi leid. Nein, aber die Sache ist, der Satz der letzte Mal so lustig, die sollen mal so sprechen, dass das jeder versteht. Das hat doch mit Gender nichts zu tun, das geht doch weich vorne los. Aber Gott. Da hast du vollkommen recht, Patrick. So, pass auf, Carsten, wir machen die Börse. Ich versuche mal zu erzählen. In Asien, da hat der Nicky heute den ersten Tag der Woche mitgemacht. Und das kann sich sogar ganz gut sehen lassen, was man da in Japan tatsächlich vom... Darfst du gleich fahren, die darfst gleich mitlachen. So, aber der Hang Seng oder Shanghai Composite, die sind ein bisschen schwächer. Die waren jetzt zu Beginn der Woche gut gelaufen und da sieht man jetzt ein paar Gewinnmitnahmen. Augenmerklich ist es interessant, dass die Chinesen nach Hongkong reisen, um tatsächlich sich auch die mRNA-Impfstoffe verabreichen zu lassen. Also nicht nur Urlaub, sondern auch tatsächlich Vakzintourismus. Können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Der Dow Jones gestern, tatsächlich, nachdem er zunächst einen Prozent im Plus war, nach Konjunkturdaten, die das ermöglicht haben, zum Schluss aber dann doch im Minus. Auffällig aber hier, dass die Tech-Aktien im Besonderen im Plus gewesen sind. Allen voran Microsoft, Intel und Salesforce ganz an der Spitze. Und beim DAX gestern ein kräftiger Schluck aus der Kurspulle. Es geht also erstmal weiter im Rally-Modus. Wir waren im Hoch bei 14.833. Schlussendlich haben wir da runtergeschlossen. Und aufgrund der Tatsache, dass die Wall Street sich dann am Ende so ein bisschen nach unten entwickelt hat, werden auch wir heute einen schweren Start ab 9 Uhr haben. So, jetzt darf ich auch mitlachen. Dankeschön, lieber Regie. Wir reden jetzt nur noch ganz leicht, genau. Ja, da haben wir vergessen, den Knopf zu drücken, weißt du. Aber das ist wunderbar. Kurz vor 8 Uhr und so eine Stimmung. Wenn ihr so viel Spaß habt, dann will ich auch teilhaben. Patrick, aber ich finde es sensationell, wie du dich noch gefangen hast. Weißt du, dass du das so professionell durchgekriegt hast. Bis später, danke. Bis später. So, wir fahren auf die Bilder des Tages. Das O in U-Bahn steht für unten ohne. Die drei Geschäftsmänner nehmen am No-Trousers-Tube-Ride in London teil, also der Ohne-Hosen-U-Bahn-Fahrt. Ob die Passagiere hier Hosen anhaben oder nicht, ist unklar. Dafür gibt die Straßenbahn in Frankfurt am Main, während sie an der Skyline der Stadt vorbeirauscht, eine besonders gute Figur ab. Mit ebenfalls hoher Geschwindigkeit fliegen hier Weihnachtsbäume durch die Luft. Bei der Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen in Rheinland-Pfalz werden die Reste der Weihnachtszeit aus dem alten Jahr einfach zum Sportequipment. Auch in China steht alles im Zeichen der Veränderung. Arbeiter dekorieren Straßen für das chinesische Neujahrsfest. Mit traditionellen Laternen wird das kommende Jahr begrüßt, in der Hoffnung, dass es ein Gutes wird. Auch hier hofft man auf eine gute Zukunft. Die Teilnehmer des LGBTQ-Marsches in Neu-Delhi gehen für Gleichberechtigung und Akzeptanz auf die Straße. Gleichgeschlechtliche Ehen sind in Indien auch heute noch nicht legal. Also als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin, um kurz nach drei, dann hat es mal wieder geregnet. Regnet es immer noch? Also wir sitzen ja jetzt hier und versuchen uns das heute schön zu reden. Schon als ich zur Arbeit gefahren bin, hat es nicht mehr geregnet. Und wir werden auch heute auf der Sonnenseite sein, also im öppsten Deutschlands. Also ansonsten bis zum Abend hin ist es so, la la, es wird immer wieder schauern, aber dann zum Abend hin kommt ein neues Regengebiet. Also eine positive Sache hat es ja, es ist derzeit nicht zu trocken. Es könnte aber auch ein bisschen kälter sein, dann wäre das alles Schnee. Aber nein, heute schneit es wirklich nur noch leicht in den Mittelgebirgen höher gelegen. Also in den höchsten Lagen der Alpen gibt es dagegen nochmals etwas mehr Neuschnee. Ansonsten hat sich der Winter weit in den Osten Europas zurückgezogen. Moskau bekommt heute minus 13 Grad maximal. Ja, im Süden Europas geht es dagegen in den zweistelligen Plusbereich. Lissabon heute 18 Grad, aber auch London und Paris schaffen immerhin 11 beziehungsweise 12 Grad. Ja, und auch bei uns sind die Temperaturen für Januar wirklich ungewöhnlich hoch. Nur am Alpenrand bleibt es mit 2 Grad maximal etwas frischer. Ja, das Wetter geschaltet sich dazu wieder einmal ziemlich trüb. Also meist bleibt der Himmel grau. Wie gerade schon gesagt, immer mal wieder gibt es einige Schauer. Im Osten kann man dagegen nicht nur darauf hoffen, dass es längere Zeit trocken bleibt, sondern hier kommt zum Teil dann auch ab und an mal die Sonne zum Zug. Ansonsten, wie angesprochen, bis zum Abend hin Schauer. Danach kommt dann ein relativ kräftiges Regengebiet auf uns zu. Wird uns dann morgen auch komplett, also flächendeckend überqueren. Allerdings geht es mit den Temperaturen dazu dann halt auch noch mal in der Spitze rauf auf bis zu 14 Grad. Dazu frischt der Wind auch ordentlich auf. Also es wird winteruntypisch weitergehen mit schaurigem Wetter. Und vor allem im Südwesten wird es ziemlich ungemütlich hier mit Wind. Und vor allem auch Dauerregen kann es dann örtlich auch zu Überschwemmungen kommen. Und die Temperaturen halten dabei ihr ungewöhnlich hohes Niveau. Ungemütlich. Also Christoph Wanner haben wir ja vorhin aus Moskau geschaltet. Das sah so aus, dass es nicht minus 13 Grad sind. Das sah auch so wie minus 30 Grad, ehrlich gesagt. Ich glaube, da hat ganz schön gefroren. Wahrscheinlich die gefühlte Temperatur noch mal ordentlich. Also sind wir dankbar, dass es nicht so kalt bei uns ist. Ganz genau. Genau, immerhin frieren müssen wir nicht. Sehen wir es noch mal positiv. Maira, danke. Gerne. Wir blicken gleich auf die Kampfpanzerdiskussion hier in Deutschland. Olaf Scholz sagt weiterhin, Leopardpanzer werden nicht geliefert. Es werde keine deutschen Alleingänge geben. Aber einige seiner Koalitionspartner sehen das anders. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um diese Westerkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung. Das sind alles Einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in der bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kanzler Scholz plant weiter keine Leopard-Panzer-Lieferungen an die Ukraine. Den Vorwurf, er sei zu zögerlich, wies er erneut zurück. Großbritannien dagegen plant offenbar die Lieferung schwerer Panzer vom Typ Challenger. Der Verfassungsschutz warnt vor einer Radikalisierung der Klimaproteste in Lützerath. Auch gewaltbereite Linksextremisten werden erwartet. Morgen soll die Räumung beginnen. Das Oberverwaltungsgericht Münster lehnte einen Eilantrag der Aktivisten ab. Am Nachmittag beginnt der Mobilitätsgipfel im Kanzleramt. Früher nannte man das Ganze Autogipfel. Bahn- und Radfahrerverbände üben aber Kritik, denn es gehe weiter nur ums Auto. Diesmal allerdings um den Umstieg vom Verbrenner auf E-Fahrzeuge. Dienstagmorgen, herzlich willkommen hier bei uns. Die Welt am Morgen und damit guten Morgen auch von mir. Der Kanzler geht in die Offensive. Olaf Scholz verteidigte seinen Kurs bei den Waffenlieferungen an die Ukraine und wies Kritik zurück. Er sei zu zögerlich. Beim Wahlkampfauftrag der Berliner SPD betonte er erneut, dass Deutschland inzwischen mit den USA und Großbritannien der wichtigste Waffenlieferant sei. Auf die Forderungen nach der Lieferung von Leopard-Kampfpanzern ging Scholz allerdings nicht direkt ein. Nur so viel, es werde weiter keine Alleingänge mit ihm geben. Der aktuelle politische Überblick von Matthias Heinrich. Kaum ist der Schützenpanzer Marder. Vom SPD-Kanzler zugesagt kommen die Forderungen nach dem schweren Kampfpanzer Leopard 2. Von seinen Koalitionspartnern, die sich diese Waffenhilfe vorstellen können, aber auch aus der Union. Auf einer Wahlkampfveranstaltung erläutert der Kanzler seine Zurückhaltung. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten. Und ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und alle können sich darauf verlassen, dass nicht die öffentliche Aufregung, sondern das, was richtig ist in der Sache und gut ist für die Ukraine und den Frieden in Europa, dass das von uns getan wird. Doch auch von außen wächst der Druck. Laut Medienberichten will Großbritannien zehn Challenger 2 nach Kiew liefern. Sollte London den Panzer freigeben, wäre dies eine nochmalige Qualitätssteigerung der Waffenlieferungen. Der Challenger 2 wurde 1998 ausgeliefert mit einer 120-mm-Kanone mit 9000 Metern Reichweite. Die Durchschlagskraft war allerdings gering. Deshalb wurde mit einer Rheinmetall-Kanone wie beim Leo II nachgerüstet. Der wurde 1978 ausgeliefert. Die 120-mm-Kanone hat einen Stabilisator aus der Fahrt treffsicher auf bis zu 4000 Metern mit hoher Durchschlagskraft. Derweil toben weiter heftige Kämpfe im Donbass. Diese Bilder sollen Frontabschnitte bei Bachmut zeigen, wo die Ukrainer russische Angriffswellen zurückschlagen. Der ukrainische Präsident lobt seine Soldaten, erklärt die Russen für wahnsinnig. Und was wollte Russland dort gewinnen? Alles ist völlig zerstört. Es gibt fast kein Leben mehr und tausende ihrer Leute sind verloren. Das ganze Land in der Nähe von Soledar ist mit Leichen der Eindringlinge bedeckt und von den Schlägen gezeichnet. So sieht Wahnsinn aus. Und das sollen diese Bilder aus Twitter unterstreichen. Russische Wagner-Söldner werden geortet und dann von präzisen Schlägen des US-Raketenwerfers Haimars ausgelöscht. Zurück bleiben Felder mit Leichen. Es sollen russische Soldaten sein. Lena Mosel ist für uns an diesem Dienstagmorgen vor dem Kanzleramt. Lena, der Kanzler bleibt unbeirrt bei seinem Weg. Wie rechtfertigt er denn weiter, dass er keine Alleingänge gehen will? Er sagt, es sei die verantwortungsvolle Art, in dieser Sache zu entscheiden. Und weiterhin sagt er, dass dieser Krieg in der Ukraine eben kein Krieg werden dürfe zwischen Russland und der NATO. Deswegen sei Vorsicht geboten. Deswegen die enge Abstimmung mit den Bündnispartnern. Aber jetzt, wo Bündnispartner eben selbst erwägen, tatsächlich Kampfpanzer, schwere Kampfpanzer auch zu schicken an die Ukraine, wird der Druck natürlich auf Olaf Scholz entsprechend größer. Einerseits aus Polen, wenngleich man sagen muss, da klingt das Ganze auch noch etwas zurückhaltender. Aber in Großbritannien ist man Medienberichten zufolge ja schon ein gutes Stück weiter. Da hat man offenbar schon die Bündnispartner informiert, die westlichen Partner, dass man der Ukraine Kampfpanzer anbieten möchte. Offiziell machen will man das angeblich beim nächsten Treffen der sogenannten Rammstein-Gruppe. Auf der Airbase in Rammstein in Rheinland-Pfalz treffen sich ja schon seit Kriegsausbruch Unterstützerländer der Ukraine und beraten, wie man vor allen Dingen militärisch weiter unterstützen kann. Und das nächste Treffen ist anberaumt am 20. Januar. Das heißt gut möglich, dass Olaf Scholz da dann entsprechend vielleicht doch in seinem Kurs einlenken muss. Der Druck wird ja auch größer innerhalb seiner eigenen Koalition. Die SPD zwar sagt weiterhin, sie steht hinter seinem Kurs. Das hat sie jetzt noch mal ganz deutlich gemacht am Wochenende bei der Klausur. Aber aus den Reihen der Grünen und FDP werden die Forderungen einfach lauter. Wir haben bei den Grünen Katrin Göring-Eckardt. Wir haben Anton Hofreiter, die ganz deutlich sagen, der Leopardpanzer muss geliefert werden. Bei der FDP beispielsweise Wolfgang Kubicki, der sagt, das sei jetzt ein vernünftiger weiterer Schritt. Also da ist der Druck schon größer geworden. Und selbst der Vizekanzler Robert Habeck hat ja zuletzt in einem Interview gesagt, nein, das sei nicht ausgeschlossen, dass auch der Leopardpanzer 1 oder 2 als nächstes geliefert werde. Das sei zwar aktuell eben noch nicht die Planung, aber man sei da weiterhin in der Abstimmung. Das heißt, dieses klare Nein des Kanzlers, was ja auch sein Sprecher Steffen Hebestreit noch einmal betont hat, es gäbe kein Bestreben derzeit, den Leopardpanzer zu schicken. Das könnte sich womöglich dann doch auch noch mal ändern in den nächsten Wochen. Tja, wir müssen natürlich auch auf den weiteren Kriegsverlauf schauen. Lena, danke erstmal für deine Einordnung und vor das Kanzleramt. Und damit blicken wir nach Moskau zu Christoph Wanner. Christoph, in Soledar gerät die Ukraine zunehmend unter Druck. Wie ist denn die aktuelle Lage? Was würde ein Fall Soledars für den Kampf um Bachmuth bedeuten? Wie sieht das für die Ukrainer in Soledar tatsächlich nicht gut auszusehen? Es scheint sich da eine Teilschlappe für die ukrainischen Streitkräfte anzubahnen. Der Druck der Russen ist enorm. In Soledar sind ja vor allem die Wagner-Söldner aktiv und sie reklamieren da für sich doch beträchtliche Erfolge. Es scheint weiterhin schwere Kämpfe im Zentrum dieses Ortes stattzufinden. Soledar ist eine kleine Stadt. Vor dem Krieg hatte dieser Ort 10.000 Einwohner rund und da ist kaum noch jemand jetzt da geblieben. Die Leute haben zu einem Großteil die Flucht ergriffen. Da ist auch kaum mehr ein Haus intakt. Das hat ja auch Präsident Zelensky gesagt. Alles zerschossen, alles zerstört. Und ja, wenn Soledar fällt, dann wäre das sicherlich ein Erfolg für die Wagner-Truppe, für die Söldner. Und dann ist natürlich auch die Befürchtung da, dass als nächstes Artyomovsk, die Ukrainer nennen, diese Stadt Bachmuth, fallen könnte. Da ist immer wieder die Rede auch davon, dass da auch eine Einkesselung der ukrainischen Truppen droht. Ja, und das wäre dann natürlich für Russland Erfolg Nummer zwei. Noch ist es nicht so weit, aber wenn erst mal diese beiden Orte gefallen sind, die ja sich in unmittelbarer Nähe befinden zu Kramatorsk und auch Slawensk, dann wäre das natürlich für die Ukraine im Donbass äußerst brenzlig. Anders kann man das nicht sagen. Das sind alles keine großen Distanzen. Von Soledar nach Kramatorsk sind es Luftlinie 30 Kilometer, nach Slawensk 35 Kilometer. Also das Ganze spielt sich da auf einem relativ überschaubaren Terrain ab. Christoph, ist das denn schon die befürchtete russische Winteroffensive? Also wie wir das hier von den russischen Militärbloggern erfahren, allen voran von Yuri Padalaka, den ich für den einflussreichsten Analytiker, Militärblogger hier halte, ist das nur sozusagen ein Vorspiel. Das hat er auch so artikuliert. Die große Offensive, die kommt wohl erst noch. Es ist ja auch so, dass wir in der Ukraine jetzt lange diese sogenannte Rasputica hatten. Das heißt, die Schlammphase, jetzt ist es dort auch kalt, Minusgrade, der Boden friert, die Kettenfahrzeuge können dann wieder eingesetzt werden. Und russische Militärblogger gehen eben davon aus, dass da auf der ganzen Front eine gewisse Aktivierung der Kämpfe stattfinden kann. Die Front ist momentan rund 815 Kilometer lang. Und mögliche Brennpunkte sind eben neben diesem Bachmut-Solidar in der Nähe von Danetz, geben dann auch noch Ugledar weiter im Süden und weiter im Norden, dann im Bereich Lugansk, da Svartowa, Krimenaya, überall wird es heftige Kämpfe geben in der nächsten Zeit. Also von einer Großoffensive kann jetzt noch nicht die Rede sein. Das ist alles sehr lokal, was wir da momentan sehen, gerade auch Solidar und Bachmut. Aber da wird wohl noch mehr kommen, wenn man den russischen Militärbloggern glauben darf. Christoph, danke für deine Einordnungen nach Moskau. Die Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen steht unmittelbar bevor. Aber die Sorge vor Krawallen und verheiftigen Zusammenstößen, die ist groß. Der Verfassungsschutz geht nicht nur von gewaltbereiten Klimaschützern aus, sondern auch von radikalen Linksextremisten. Nach Schätzungen haben sich dort ja bereits 300 Menschen verbarrikadiert. Aber sie könnten natürlich noch Zustrom bekommen. Über 1000 Polizisten werden mindestens im Einsatz sein. Die Räumung könnte sich bis zu vier Wochen hinziehen, so die Sicherheitskräfte. Und im Laufe des Tages wird es nun weitere Informationen geben. Der aktuelle Stand, Paul Klintzing. Gräben werden ausgehoben, Baumhäuser gebaut, Straßenblockaden errichtet. Selbst von Tunnelanlagen ist die Rede. Der kleine und verlassene Weiler-Lützerath an der Abbruchkante zum Tagebau Garzweiler ist zur Festung geworden. Die Aktivisten sind fest davon überzeugt, dass sie ihr Ziel erreichen. Wir glauben, dass wir das mehrere Wochen, sechs Wochen halten können. Wir glauben auch, dass wir das auch noch verhindern können. Also dass, wenn viele Menschen sagen, hey, das kann hier nicht sein, hier 2023 noch ein Dorf für Braunkohle abzubaggern, dass wir das noch verhindern können. Auch die Polizei geht von einem mehrwöchigen Einsatz aus. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnt jetzt, dass es zu Krawallen kommen könnte. Auch gewaltbereite Linksextremisten könnten sich gegen die Räumung mobilisieren. Deshalb plant die Polizei mit tausenden Beamten, die aus dem ganzen Bundesgebiet herbeigezogen werden. Und da, wo eine Räumung mit entsprechender Ansprache nicht möglich ist, wird es auch nötig sein, dann gegebenenfalls mit Zwangsmitteln die entsprechenden Menschen aus der Ortslage heraus zu begleiten. Bereits vergangene Woche hatten die Besetzer brennende Barrikaden errichtet. Am Sonntag kam es dann zu Rangeleien, nachdem einige der Protestler Steine auf Einsatzkräfte geworfen hatten. Am Mittwoch kommt es dann zum endgültigen Showdown. Die Polizei hat für diesen Tag die Räumung angekündigt. Und dann wird sich zeigen, ob die Polizeikräfte auch friedliche oder doch gewaltbereite Besetzer treffen werden. Und zugeschaltet aus Jakkerath, das ist in der Nähe von Lützerath, ist unser Kollege Jens Reupert. Jens, wie ist die aktuelle Lage? Die Nacht lief sehr ruhig ab in und um Lützerath. Es gab vereinzelt Lagerfeuer, es gab Mahnwachen, aber das ist nichts Neues. Das gab es auch schon in den vergangenen Tagen und Wochen. Und es ist auch nichts, was die Polizei stört, nichts, was die Einsatzkräfte unterbinden. In jedem Fall hatten die Aktivisten in der vergangenen Nacht erst einmal eine schmerzliche Niederlage zu verarbeiten, zu analysieren, juristischer Art. Denn das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat jetzt der geltenden Allgemeinverfügung Recht gegeben. Es dürfen sich demnach keine Menschen mehr in Lützerath aufhalten. Das ist das Eigentum von RWE, vom Betreiber des Braunkohletagebaus. Es dürfen keine Fahrzeuge mehr nach Lützerath hinein. Also all das ist juristisch jetzt noch einmal bestätigt worden von hoher Stelle. Hat zur Folge, dass die Polizei jetzt mehr denn je gefragt ist. Auch wir als Journalisten müssen uns hier in Jakkerath einfinden, jeden Morgen mit den entsprechenden Akkreditierungen. Und dann fährt uns die Polizei drei Kilometer weit in Richtung Lützerath. Also die Kontrollen werden noch einmal verschärft. Das ist deutlich spürbar. Wir haben heute Morgen auch schon gesehen, dass viele Einsatzkräfte der Polizei zusammengezogen werden. Also man mobilisiert auf beiden Seiten bei der Polizei genauso wie bei den Aktivisten. Jetzt was heißt das aber für die kommenden Tage? Der Verfassungsschutzchef, der warnt davor, dass auch Linksextremisten sich unter die gewaltbereiten Klimaaktivisten mischen könnten. Und mich erinnert das natürlich an Gorleben, 90er Jahre. Das waren schlimme Bilder, die wir da gesehen haben. Also stellt die Polizei, stellen die Sicherheitskräfte sich tatsächlich auf schwere Krawalle in den kommenden Tagen ein? Ja, es ist in der Tat zu befürchten, Carsten. Die Polizei setzt eben auf diese Checkpoints wie diesem hier in Jakkerath, dass man alles und alle im Blick behält, die hierher kommen. Darüber hinaus gibt es noch ein alternatives Camp in Kayenberg. Das ist ein Nachbarort von Lützerath. Auch da sind 250 Aktivisten schon jetzt und immer mehr strömen in die Region noch hinzu. Also man versucht alles im Blick zu haben, man stellt sich auf alles ein, will aber weiter deeskalierend auftreten. Das heißt, die Polizeifahrzeuge sind vor allem noch hier in und um Jakkerath, nicht so sehr in Lützerath. Man hat aber auch zum Beispiel Wasserwerfer in Bereitschaft. Das heißt, wenn man sie braucht, wenn es wirklich aggressiver, gewalttätiger wird, dann wird man alle diese Maßnahmen ziehen. Wenn Straftaten geschehen, wird man entsprechend reagieren. Das hat die zuständige Polizei in Aachen sehr, sehr deutlich gestern noch einmal wiederholt. Dankeschön, Jens. Du wirst uns auf dem Laufenden halten über die Krawalle in Lützerath. Vor drei Wochen wurde ein Teil der Beute aus dem Einbruch ins historische grüne Gewölbe in Dresden ja sichergestellt. Und heute Vormittag wird nun der Prozess gegen die Tatverdächtigen fortgesetzt. Und dabei werden auch Details zu den im November 2019 erbeuteten Juwelen erwartet. Etwa zum Zustand des Schmuckes und dem zu erwartenden Restaurierungsaufwand. Sechs Tatverdächtige aus dem Berliner Klarmilieu aus der Remmo-Familie müssen sich vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Ihnen werden unter anderem schwerer Banden, Stiebstahl und besonders schwere Bandstiftung vorgeworfen. Der Wert des damals erbeuteten Schmuckes beläuft sich auf fast 114 Millionen Euro. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst. Das hat das Polizeipräsidium Oberpfalz mitgeteilt. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg geflüchtet. Dort hätte er sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76-jährige Besitzerin getötet. Justizminister Marco Buschmann von der FDP und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen werben gemeinsam für eine Änderung zugunsten von Menschen, die noch genießbare Lebensmittel aus Abfallcontainern holen. Das geht aus einem gemeinsamen Schreiben an die Justizminister der Länder hervor. Das sogenannte Containern soll nur noch bestraft werden, wenn ein Hausfriedensbruch vorliegt. Nur wer beispielsweise bei der Suche nach Lebensmitteln ein Tor aufhebelt oder beschädigt, müsse dann mit einer Strafe rechnen. Bis zum Jahr 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrenner hin zum E-Auto. Und das sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge sein. Bisher sind es gerade mal knapp über eine Million. Aber das Hauptproblem, Fanny, das wir ja auch sehen, vor allen Dingen hier in Berlin und in anderen Großstädten, der Ausbau der Ladeinfrastruktur, der kommt einfach nicht voran. Von der Politik, tja, da kommen ja nur noch die Sonntagsreden dazu. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten ausgelotet werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind bei diesem Mobilitätsgipfel gar nicht erst eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskosten, Erhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und Allgemein- und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für E-Autos ab diesem Jahr stufenweise ausläuft. Damit wird die künftige Anschaffung deutlich teurer. Wie trotzdem eine Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte heute Bundeskanzler Scholz beraten und lädt Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu einem Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Dabei werde sich zu sehr aufs Auto konzentriert, kritisiert unter anderem das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. Ja, Mobilität ist eben mehr als Automobilität. Und beim Kanzler sind vorwiegend Vertreter und Vertreterinnen der Automobilwirtschaft und die Zulieferer. Und das ist ein völlig veralteter Mobilitätsbegriff. So kann man die Verkehrswende nicht gestalten, wenn man jeden Verkehrsträger isoliert betrachtet. Hier im Autohaus hofft man trotzdem auf Lösungen, damit der Verkauf der E-Autos bei Wolf Warnke auch in diesem Jahr so erfolgreich weitergeht wie in den vorigen. Ja, und laut ADAC sind im Moment etwas über 48 Millionen Autos zugelassen. So viele wie noch nie. Die meisten Pkw, wir haben es eben schon gesagt, sind aber nicht E-Autos, sondern eben Verbrenner. Und wir wollten daher Ihre Stimme hören. Wenn Sie sich jetzt ein neues Auto kaufen würden, was würden Sie nehmen? Den Verbrenner oder aber dann vielleicht doch ein Plug-in oder ein E-Auto? Im Augenblick könnte ich mir nicht vorstellen, ein E-Auto anzuschaffen, weil ich glaube, es gibt zu viele offene Fragen im Bereich Batterien. Wo kommen die Rohstoffe her? Wie werden sie gefördert? Ich habe kein E-Auto und kann mir im Moment insofern nicht vorstellen, eines anzuschaffen, weil ich kein Auto benötige und es mir auch nicht leisten kann. Sehen Sie, da wo ich wohne, hier mitten in Berlin, gibt es zwei Zapfsäulen oder zwei Stellen, wo man ein E-Auto tanken kann. Wenn in dem Hochhaus, in dem ich wohne, wenn nur 10 Prozent, sprich 20 Parteien, ein E-Auto haben, wann sollen die das Fahrzeug voll tanken? Also ich habe ein Auto, allerdings ein Benziner und ich könnte mir gut vorstellen, zukünftig ein E-Auto mir anzuschaffen. Zurzeit würde ich es nicht tun, weil in dem Mehrfamilienhaus, Entschuldigung, in dem ich wohne, es zurzeit keine Möglichkeit des Ladens gibt. Ich habe kein E-Auto, aber irgendwann sicherlich schafft man sich ein E-Auto an, weil es daran keinen Weg vorbeigibt. Das ist nur eine Frage der Zeit noch. Weil es nur eine Frage der Lage der Stationen und der Infrastruktur, dann kann man letztendlich auch E-Autos problemlos fahren. Nein, im Moment nicht. Äh, weil ich ein schickes Auto habe, ein SUV und deswegen möchte ich im Moment auch nicht, ne? Äh, also vielleicht ein Tesla, aber ist halt teuer. Ich habe kein E-Auto und momentan kann ich es mir auch noch nicht vorstellen, einfach weil ich dem ganzen System noch nicht vertraue. Aber sobald das vorangeht, auf jeden Fall. So, wir bleiben beim Thema Wirtschaft. Wir blicken nach Frankfurt an die Börse zu Patrick DeWayne. Guten Morgen an diesem Dienstag. Was erwarten wir für den DAX heute? Guten Morgen, liebe Fanny. Ja, im Grunde ist es so, dass dadurch, dass die Vorgaben nicht ganz so positiv sind, wie noch die letzten Tage über, wir einen gemischten Handel erwarten, vielleicht einen etwas schwächeren Auftakt. Die vorbörsliche Indikation heute Morgen ist zumindest so, dass die Freudensprünge etwas kleiner werden könnten, die wir so machen. Wir warten vor allen Dingen dann im Laufe der Woche noch auf wichtige Konjunkturdaten aus den USA. Aber der DAX hält sich über der 14.700er Marke im Moment zumindest und das ist doch mal eine gute Nachricht. Wir müssen überlegen, wo wir herkommen. Im letzten Jahr, am letzten Handelstag, waren wir bei 13.923 Zähler. Wenn wir uns die Entwicklungen angucken an den asiatischen Märkten, stellen wir fest, der Nikke hat das wettgemacht und aufgeholt, was er verpasst hat. Er ist nämlich etwas später in diese Woche gestartet. Am Montag war da noch Urlaub. Bei Hansen und Schein und Composite gibt es nach den guten Entwicklungen dort ein bisschen Gewinnmitnahmen. Der amerikanische DAO war zunächst im Plus gestartet, knapp ein Prozent fester, ist dann aber zum Handelsende hin ins Minus gedreht. Einzig die Tech-Aktien konnten sich weiter positiv entwickeln. Sie waren mit Intel, Microsoft und Salesforce beim DAO auch das Maß aller Dinge. Und man muss tatsächlich sagen, wir warten auf eine Rede von Fed-Chef Paul in Stockholm. Heute 15 Uhr ist es soweit und da erhoffen sich die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer weitere Aufschlüsse über die künftige Zinspolitik der Fed. Dankeschön, nach Frankfurt. Gerne. Und damit schauen wir nach Lateinamerika. In Peru sind bei Protesten mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Seit der Festnahme des ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo kommt es in diesem Land immer wieder zu Unruhen. Demonstranten liefern sich heftige Straßenschlachten mit der Polizei. Die Proteste richten sich gegen die Regierung von Übergangspräsident Dina Bulate. Die Demonstranten fordern den Rücktritt der Staatschefin, die Auflösung des Kongresses und die Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten. In die Vereinigten Staaten, in einem privaten Büro von Präsident Joe Biden, sind geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt worden. Im Weißen Haus zufolge sind die Dokumente in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt worden. Und die Unterlagen seien nun dem Nationalarchiv übergeben worden. CNN berichtet, es handele sich um etwa ein Dutzend Dokumente, darunter auch Papiere mit höchster Geheimhaltungsstufe. Das Justizministerium prüft jetzt den Vorfall. Brisant gegen Ex-Präsident Trump laufen derzeit Ermittlungen wegen der Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in sein privates Anwesen in Mar-a-Lago in Florida. Biden selbst hatte das als unverantwortlich bezeichnet. Natürlich reagierte jetzt auch Trump sofort und forderte das FBI, auf alle Wohnorte Bidens zu durchsuchen. Fanny, es sollte eine historische britische Weltraummission werden. Aber am Ende ist sie gescheitert. Gestern Abend startete nämlich eine umgebaute 747 in Cornwall und an der Unterseite untergemacht die erste Rakete, die vom britischen Boden aus ins All gebracht werden sollte. Bestückt mit neun Satelliten, die für die Entdeckung von Schleusern und der Wetterbeobachtung geplant waren. Gut 10.600 Meter über dem Atlantik löste sich die Rakete vom Jumbo. Aber bevor sie die Erdumlaufbahn erreichen konnte, gab es technische Probleme und die Rakete stürzte ab. Die Boeing 747 kehrte wie geplant zum Weltraumbahnhof zurück. Finde ich auch schön, dass die von einem Weltraumbahnhof in Großbritannien sprechen. Naja, gut, das Wetter. Ja, überlasst mir jetzt das Feld, um über das schlechte Wetter zu sprechen. War doch eine wunderbare Wetterübergabe. Ja, ganz toll. Ja? Ja. Habe ich den ganzen Morgen für geübt. Das glaube ich dir sehr gerne. Ja, was soll man sagen? Also zumindest in den Alpen ist derzeit Winter mit viel Schnee. Und in unseren Mittelgebirgen schneit es heute immerhin noch leicht. Ansonsten ist und bleibt es sehr mild, zu mild. Denn durch die Tiefdruckgebiete über dem Ostatlantik gelangt, milde Rift aus südwestlichen Richtungen zu uns. Und dazu sorgt dann auch noch dieses Hoch dafür, dass die Niederschläge in diesem Bereich dann im Laufe des Tages mehr und mehr nachlassen. Heißt also hier und, wie gesagt, in den höheren Mittelgebirgen flockt es anfangs noch. Ungefähr von Niedersachsen bis in den Süden zieht dagegen heute leichter Regen durch oder zumindest kurze Schauer. Im Laufe des Tages wird es dann allerdings immer trockener bis zum Abend. Dann erreicht uns halt eben ein neues Regengebiet und dieses wird uns dann auch weiterhin überqueren. Also auch der heutige Tag wird somit eine ziemlich trübe Angelegenheit. Es wird meist grau bleiben. Am ehesten kann man dann im Osten, so wie ja auch schon gestern, auf einige Auflockerungen und somit auf etwas Sonnenschein hoffen. Und vor allem hier wird es dann auch stundenweise komplett trocken sein. Durch die nasskalte Witterung fühlen sich dann allerdings auch diese Höchstwerte eher ungemütlich an. Also auch wenn es nur noch am Alpenrand mit zwei Grad maximal am frischesten ist. Ja und wie gesagt, der Regen vom Abend überquert uns morgen dann flächendeckend. Allerdings geht es mit den Temperaturen in der Spitze dann rauf auf bis zu 14 Grad. Und danach bleibt es dann auch ungemütlich heiß, also windig mit Niederschlägen. Regional mit zweistelligen Höchstwerten weiterhin. Und das ist für Januar wirklich auch völlig untypisch. Ja und im Südwesten drohen dann durch Dauerregen lokal auch Überschwemmungen. Also es ist und bleibt ziemlich ungemütlich und vor allem auch unwinterlich. Tja, es bleibt der Winter in weiter Ferne. Genau, hast du auch schön gesagt. Aira, danke. Gerne. Unsere nächste Sendung ist alles andere als in weiter Ferne. Wir sind in weniger als vier Minuten zurückblicken nochmal auf die Waffendiskussion. Kanzler Scholz hat sich jetzt erneut geäußert. Mehr dazu gleich. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der Rot-Grün-Rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvesterstraftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in der bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Kanzler Scholz plant weiter keine Leopard-Panzer-Lieferungen an die Ukraine. Den Vorwurf, er sei zu zögerlich, wies der Regierungschef zurück. Großbritannien dagegen plant offenbar die Lieferung schwerer Panzer vom Typ Challenger. Der Verfassungsschutz warnt vor einer Radikalisierung der Klimaproteste in Lützerath. Es werden auch gewaltbereite Linksextremisten erwartet. Ab morgen kann dann die Räumung beginnen. Das Oberverwaltungsgericht Münster lehnte einen Eilantrag der Klimaaktivisten ab. Und Mobilitätsgipfel im Kanzleramt. Das hieß früher Autogipfel. Bahn- und Radverbände üben. Aber Kritik, es gehe wieder nur ums Auto. Diesmal ums E-Auto. Und damit guten Morgen hier bei uns in Die Welt am Morgen. Guten Morgen auch von Ihnen. Olaf Scholz, der ist mal wieder in die Offensive gegangen. Der Kanzler verteidigte seinen Kurs bei den Waffenlieferungen an die Ukraine. Und er wies erneut die Kritik zurück, dass er zu zögerlich sei. Beim Wahlkampfauftakt der Berliner SPD betonte er weiter, dass Deutschland inzwischen mit den USA und Großbritannien der wichtigste Waffenlieferant für die Ukraine sei. Auf die Forderung nach der Lieferung von Leopardpanzern ging Scholz nicht ein. Nur so viel, es werde weiterhin keine deutschen Alleingänge geben. Kaum ist der Schützenpanzer Marder vom SPD-Kanzler zugesagt, kommen die Forderungen nach dem schweren Kampfpanzer Leopard 2. Von seinen Koalitionspartnern, die sich diese Waffenhilfe vorstellen können, aber auch aus der Union. Auf einer Wahlkampfveranstaltung erläutert der Kanzler seine Zurückhaltung. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten. Und ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und alle können sich darauf verlassen, dass nicht die öffentliche Aufregung, sondern das, was richtig ist in der Sache und gut ist für die Ukraine und den Frieden in Europa, dass das von uns getan wird. Doch auch von außen wächst der Druck. Laut Medienberichten will Großbritannien zehn Challenger 2 nach Kiew liefern. Sollte London den Panzer freigeben, wäre dies eine nochmalige Qualitätssteigerung der Waffenlieferungen. Der Challenger 2 wurde 1998 ausgeliefert mit einer 120-mm-Kanone mit 9000 Metern Reichweite. Die Durchschlagskraft war allerdings gering, deshalb wurde mit einer Rheinmetallkanone wie beim Leo 2 nachgerüstet. Der wurde 1978 ausgeliefert. Die 120-mm-Kanone hat einen Stabilisator aus der Fahrt treffsicher auf bis zu 4000 Metern mit hoher Durchschlagskraft. Derweil toben weiter heftige Kämpfe im Donbass. Diese Bilder sollen Frontabschnitte bei Bachmut zeigen, wo die Ukrainer russische Angriffswellen zurückschlagen. Der ukrainische Präsident lobt seine Soldaten, erklärt die Russen für wahnsinnig. Und was wollte Russland dort gewinnen? Alles ist völlig zerstört. Es gibt fast kein Leben mehr und tausende ihrer Leute sind verloren. Das ganze Land in der Nähe von Solidar ist mit Leichen der Eindringlinge bedeckt und von den Schlägen gezeichnet. So sieht Wahnsinn aus. Und das sollen diese Bilder aus Twitter unterstreichen. Russische Wagner-Söldner werden geortet und dann von präzisen Schlägen des US-Raketenwerfers Haimars ausgelöscht. Zurück bleiben Felder mit Leichen. Es sollen russische Soldaten sein. Damit vor das Kanzleramt zu Lena Mosel. Guten Morgen, Lena. Also Olaf Scholz bleibt seiner Linie treu. Was entgegnet er denn seinen Kritikern? Dass dieser Krieg in der Ukraine kein Krieg zwischen Russland und der NATO werden dürfe und deswegen müsse man verantwortungsvoll handeln. Und das bedeutet für ihn eben, so handeln wie er es tut, also noch keine Zusagen geben für einen Kampfpanzer, für den Leopard 1 oder 2. Er argumentiert auch damit, dass er damit die Mehrheit der Bevölkerung auf seiner Seite habe. In der Tat gab es zuletzt Umfragen, in denen die Mehrheit der Deutschen gesagt hat, ja, man würde diesen Kurs, den er fährt, für gut empfinden. Aber immerhin auch 25 Prozent hatten gesagt, sie wären für schwerere Waffenlieferungen. Der Druck kommt aber jetzt vor allen Dingen eben auch von den Verbündeten, mit denen er sich ja immer absprechen möchte, Olaf Scholz. Polen auf der einen Seite, wir haben es gehört im Beitrag, aber vor allen Dingen eben auch Großbritannien. Da ist man offenbar, zumindest was Medienberichte sagen, schon ein gutes Stück weiter als Deutschland, will rund ein Dutzend Kampfpanzer liefern. Das sei aber noch nicht offiziell. Offiziell machen wolle man das Ganze, aber möglicherweise bereits beim nächsten Treffen der Rammstein-Kontaktgruppe. Auf der US-amerikanischen Airbase in Rheinland-Pfalz in Rammstein, da trifft sich am 20. Januar. Zum nächsten Termin diese Gruppe und will weiter beraten. Und wenn da tatsächlich Großbritannien sagt, ja, an diesem Zeitpunkt machen wir das offiziell, dann wird es schwierig für Olaf Scholz zu argumentieren. Aber Lena, was heißt das denn tatsächlich jetzt auch für die Ampelkoalition? Natürlich hat der Kanzler seine Richtlinienkompetenz und da können FDP und Grüne immer wieder fordern, dass der Leo geliefert werden soll. Aber kann Olaf Scholz tatsächlich diesem Druck seiner Koalitionspartner ebenfalls noch lange standhalten, wenn auch die internationalen Verbündeten jetzt Druck ausüben? Es macht es auf jeden Fall schwerer und es ist ein gutes Argument auch für diejenigen innerhalb der Ampel, die Druck ausüben auf Olaf Scholz. Denn in der Tat, die Frage der Waffenlieferungen ist ein weiterer Punkt, wo die Ampel nicht wirklich einig ist. Die SPD, ja, die stärkt dem Kanzler den Rücken, das hat sie noch einmal betont, jetzt auch bei der Klausur am Wochenende. Aber in den Reihen der Grünen und in der Reihen der FDP, da klingt das anders. Bei den Grünen Anton Hofreiter, der sich jetzt ganz klar noch mal hingestellt hat und gesagt hat, ja, die Leopardpanzer, die müssen jetzt auch endlich folgen. Katrin Göring-Eckardt äußert sich ähnlich. Bei der FDP ist es Wolfgang Kubicki, der hier mehr Druck macht. Und im Kabinett selbst klingt das zwar insgesamt noch diplomatischer, aber auch da wächst der Druck. Robert Habeck als Vizekanzler hat sich geäußert und gesagt, nein, ausgeschlossen ist es auf gar keinen Fall, dass die Bundesregierung auch diesen nächsten Schritt gehen werde. Aktuell ist man eben noch nicht so weit, aber da würden entsprechend die Abstimmungen weiterlaufen, so wie man das in den vergangenen Wochen und Monaten auch getan habe. Die Situation sei dynamisch und entsprechend würden eben diese Gespräche weiterlaufen. Und möglicherweise führen diese Gespräche dann also am 20. Januar bei der Rammstein-Gruppe vielleicht dann doch zu einem weiteren Schritt, den Deutschland dann gehen kann. Lena, Lena, danke für deine Einordnungen. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in NRW warnt der Verfassungsschutzpräsident vor gewalttätigen Ausschreitungen durch Linksextremisten. In den verbarrikadierten Häusern, Baumhäusern und im Camp vermehrt sich weiter Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Es wird mit Blockaden, mit Fallen sowie dem Sturm auf Kohle-Großbagger gerechnet. Die Räumung, die könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant einen Großeinsatz. Er könnte bis zu vier Wochen andauern. FDP-Justizminister Marco Buschmann und der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir werben gemeinsam für eine Änderung zugunsten von Menschen, die noch genießbare Lebensmittel aus den Abfallcontainern zum Beispiel bei Supermärkten rausholen. Das geht aus einem gemeinsamen Schreiben an die Justizminister der Länder hervor. Das sogenannte Containern sollen nur noch bestraft werden, wenn ein Hausfriedensbruch vorliegt. Nur wer beispielsweise bei der Suche nach Lebensmitteln ein Tor aufhebelt oder beschädigt, müsse dann mit einer Strafe rechnen. Heute ist der 10. Januar. Allerdings sprechen wir immer noch über die Silvesterkrawalle aus der Silvesternacht in Berlin. Und das aus gutem Grund. Heute berät der rot-grün-rote Senat über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte. Ist das aber des Problems Lösung? Man weiß es nicht. Ja, zumal man auch in der rot-grün-roten Koalition auf erhebliche Meinungsverschiedenheiten trifft. Da will die SPD-Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey mit ihrer Innensenatorin mehr Bodycams, mehr Dashcams und eine bessere Ausstattung für Polizei und Feuerwehr. Und die Grünen und die Linkspartei, die sagen, nee, nicht mit uns. Und das zeigt, Berlin ist voll im Wahlkampf und deshalb wird nicht gehandelt. Neue, erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Hefei passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in der bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Und wir schauen gleich nach Dresden. Grünes Gewölbe, der große Prozess. Der kriminelle arabische Remmo-Clan hatte da seine Finger mit drin. Heute geht der Prozess in eine neue Runde und wir sprechen gleich mit unserem Reporter Lutz Stordl, der natürlich diesen Prozess beobachtet, denn es sind ja eine ganze Menge Juwelen wieder aufgetaucht. Unsere Zähne werden jeden Tag angegriffen. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir stellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in einer bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskosten, Erhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und allgemeinen und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für E-Autos ab diesem Jahr stufenweise ausläuft. Damit wird die künftige Anschaffung deutlich teurer. Wie trotzdem eine Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte heute Bundeskanzler Scholz beraten. Und lädt Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu einem Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Dabei werde sich zu sehr aufs Auto konzentriert. Und kritisiert unter anderem das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. Ja, Mobilität ist eben mehr als Automobilität. Und beim Kanzler sind vorwiegend Vertreter und Vertreterinnen der Automobilwirtschaft und die Zulieferer. Und das ist ein völlig veralteter Mobilitätsbegriff. So kann man die Verkehrswende nicht gestalten, wenn man jeden Verkehrsträger isoliert betrachtet. Hier im Autohaus hofft man trotzdem auf Lösungen. Damit der Verkauf der E-Autos bei Wolf Warnke auch in diesem Jahr so erfolgreich weitergeht wie in den vorigen. In einem privaten Büro von US-Präsident Joe Biden sind geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt worden. Im Weißen Haus zufolge sind die Dokumente in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt worden. Die Unterlagen seien umgehend dem Nationalarchiv übergeben worden. Das CNN berichtet, dass es sich um etwa ein Dutzend Dokumente, darunter auch Papiere, mit höchster Geheimhaltungsstufe handelt. Das Justizministerium prüfe nun den Vorfall. Besonders brisant gegen Ex-Präsident Trump laufen ja derzeit Ermittlungen wegen der Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in sein privates Anwesen in Mar-a-Lago in Florida. Biden selbst hatte dies als unverantwortlich bezeichnet. Trump reagierte sofort und forderte das FBI auf, alle Wohnorte Bidens nun zu durchsuchen. Nach dem Gewaltausbruch im Regierungsviertel der brasilianischen Hauptstadt Brasilia hat US-Präsident Biden, Präsidenten Lula, die, wie es heißt, unerschütterliche Unterstützung der USA zugesagt. Am vergangenen Sonntag hatten ja Anhänger des früheren brasilianischen Präsidenten Bolsonaro den Kongress, den obersten Gerichtshof und den Regierungssitz in Brasilia gestürmt. Den Sicherheitskräften gelang es erst nach Stunden die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Inzwischen wurden rund 1500 Personen vorläufig festgenommen. Bolsonaro wurde kurz nach den Krawallen wegen starker Bauchschmerzen medizinisch behandelt. Das hat das Krankenhaus aber inzwischen wieder verlassen. Eine historische britische Weltraummission, sie ist gescheitert. Gestern Abend startete eine umgebaute Boeing 747 in Cornwall auf dem Dach die erste Rakete, die von britischem Boden aus ins All gebracht werden sollte. Bestückt mit neun Satelliten, die für die Entdeckung von Schleusern und der Wetterbeobachtung geplant waren. Gut 10.600 Meter über dem Atlantik löste sich die Rakete von dem Jumbo. Doch bevor sie die Erdumlaufbahn erreichen konnte, gab es technische Probleme und dann stürzte sie ab. Die Boeing 747 kehrte wie geplant zum Weltraumbahnhof zurück. Nach vorübergehend etwas kühlerer Luft strömt auf der Vorderseite der Atlantiktiefs wieder deutlich mildere Luft zu uns. Ein Zwischenhoch kann unser Wetter aber nur kurz beruhigen. Im Norden ziehen zunächst noch einzelne Schauer ostwärts ab. Es lockert aber nur selten auf. Vom Westen her folgen auch schon bald neue Regenwolken, maximal 10 Grad. Im Süden sieht es ähnlich grau aus. Regen zieht ostwärts ab und es wird trockener. Aber die Sonne zeigt sich kaum. Leichter Frost in den Hochlagen und plus 9 Grad am Oberrhein. Die Temperaturen machen nochmal einen Sprung nach oben und pendeln sich bei Höchstwerten um 13 Grad ein. Dazu treibt Böger bis stürmischer Wind neue Regenwolken über uns hinweg. Hochwasser im Südwesten wird langsam ein Thema. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um diese Westerkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatorin, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Machen Sie mit und damit werden wir, wie Fanny es so schön gesagt hat, noch besser werden. So, jetzt interessiert uns natürlich auch das Wetter. Ob das Wetter besser wird. Oh ja, das glaube ich, da hilft keine Umfrage. Ne, also die würde, glaube ich, nicht gut ausfallen. Nein, definitiv nicht. Nein, wenig winterlich, dafür viel Regen, gut, auch nicht schlecht, aber ja, zu mild, viel zu mild für diese Jahreszeit. Heute schneit es wirklich nur noch in den Mittelgebirgen, leicht höher gelegen, also in den höchsten Lagen der Alpen gibt es dagegen nochmals etwas mehr Neuschnee. Also das zumindest zur Freude der Wintersportler. Ansonsten hat sich der Winter weit in den Osten Europas zurückgezogen. Moskau bekommt heute minus 13 Grad, aber Lissabon dagegen plus 18. Aber auch London und Paris schaffen 11 beziehungsweise 12 Grad. Ja, und auch bei uns sind die Temperaturen, wie ja schon angesprochen, für Januar wirklich ungewöhnlich hoch. Nur am Alpenrand bleibt es mit 2 Grad maximal etwas frischer. Das Wetter gestaltet sich dazu wieder ziemlich trüb. Meist bleibt der Himmel grau. Am ehesten kann man im Osten auf einige Auflockerungen hoffen. Hier kommt dann auch mal die Sonne zum Zug. Und vor allem hier wird es auch einige Stunden komplett trocken bleiben. Ansonsten sind immer wieder einige Schauer unterwegs. Und zum Abend hin kommt dann auch ein neues Regengebiet auf. Das wird uns morgen dann flächendeckend überqueren. Allerdings geht es mit den Temperaturen dann dazu noch weiter aufwärts. In der Spitze bis zu 14 Grad. Der Wind frischt ebenfalls dazu auf. Und es bleibt ungemütlich. Also windig mit Niederschlingen. Weiterhin sehr mild für Januar regional. zweistellige Werte. Und vor allem im Südwesten wird es dann doch ziemlich ungemütlich. Aufgrund von starkem Dauerregen kann es dann lokal auch zu Überschwemmungen kommen. Das ist natürlich überhaupt keine gute Nachricht, dass wir jetzt noch Überschwemmungen erwarten müssen. Hauptsache die Behörden sind diesmal darauf vorbereitet. Wir sind gleich zurück. Wir blicken unter anderem nach Lützerath. Denn dort rüstet sich die Polizei für die Räumung. Und es werden gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Aktivisten und auch Linksradikalen erwartet. Und außerdem blicken wir nach London. Denn dort, auf der ganzen Welt eigentlich. Nicht nur in London. Ich meine, du gehst ja heute auch in den Buchladen. Das wärst du, dass ich mache, wenn ich Feierabend habe, natürlich. Ich gehe in den Buchladen. Prinz Harry. Prinz Harrys Memoiren. Memoiren sind heute veröffentlicht worden. Und wir werden gleich mit Inga Griese, unsere Gesellschaftsexpertin, hier in unserer Weltgruppe intensiv über Harry sprechen. Da gibt es einiges zu besprechen. Vor allem, der wird richtig Kohle machen mit dem Buch. Das muss man auch sagen. Also, wir sind gleich zurück hier im Weltnewsroom. Bleiben Sie dran. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um diese Westerkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in einer bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil, weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskosten, Erhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und Allgemeinen und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung... Kanzler Scholz plant weiter keine Leopard-Panzer-Lieferungen an die Ukraine. Die Ukraine Großbritannien dagegen erwähnt, offenbar die Lieferung schwerer Panzer vom Typ Challenger. Die Räumung von Lützerath steht unmittelbar bevor der Verfassungsschutz warnt vor einer Radikalisierung der Klimaproteste in Nordrhein-Westfalen und vor gewaltbereitenden Linksextremisten. Mobilitätsgipfel im Kanzleramt, das hieß früher Autogipfel. Und es geht diesmal um den Umstieg vom Verbrenner auf E-Fahrzeuge. Es ist also nun im Handel und findet reißenden Absatz. Das Skandalbuch von Prinz Harry ist zu kaufen, damit auch in Deutschland. Seine Abrechnung mit der kündiglichen Familie sorgt in Großbritannien für eine heftige Debatte. Und der milde Winter macht Imkern Sorgen. Die Bienen erwachen zu früh, finden in der Natur aber keine Nahrung. Sie drohen zu verhungern mit fatalen Spätfolgen für die Obsternte. Kaum ist der Schützenpanzer Marder vom SPD-Kanzler zugesagt, kommen die Forderungen nach dem schweren Kampfpanzer Leopard 2. Von seinen Koalitionspartnern, die sich diese Waffenhilfe vorstellen können, aber auch aus der Union. Auf einer Wahlkampfveranstaltung erläutert der Kanzler seine Zurückhaltung. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten. Und ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und alle können sich darauf verlassen, dass nicht die öffentliche Aufregung, sondern das, was richtig ist in der Sache und gut ist für die Ukraine und den Frieden in Europa, dass das von uns getan wird. Doch auch von außen wächst der Druck. Laut Medienberichten will Großbritannien zehn Challenger 2 nach Kiew liefern. Sollte London den Panzer freigeben, wäre dies eine nochmalige Qualitätssteigerung der Waffenlieferungen. Der Challenger 2 wurde 1998 ausgeliefert mit einer 120-mm-Kanone mit 9000 Metern Reichweite. Die Durchschlagskraft war allerdings gering, deshalb wurde mit einer Rheinmetall-Kanone wie beim Leo II nachgerüstet. Der wurde 1978 ausgeliefert. Die 120-mm-Kanone hat einen Stabilisator aus der Fahrt treffsicher auf bis zu 4000 Metern mit hoher Durchschlagskraft. Derweil toben weiter heftige Kämpfe im Donbass. Diese Bilder sollen Frontabschnitte bei Bachmut zeigen, wo die Ukrainer russische Angriffswellen zurückschlagen. Der ukrainische Präsident lobt seine Soldaten, erklärt die Russen für wahnsinnig. Und was wollte Russland dort gewinnen? Alles ist völlig zerstört. Es gibt fast kein Leben mehr und tausende ihrer Leute sind verloren. Das ganze Land in der Nähe von Solidar ist mit Leichen der Eindringlinge bedeckt und von den Schlägen gezeichnet. So sieht Wahnsinn aus. Und das sollen diese Bilder aus Twitter unterstreichen. Russische Wagner-Söldner werden geortet und dann von präzisen Schlägen des US-Raketenwerfers Haimars ausgelöscht. Zurück bleiben Felder mit Leichen. Es sollen russische Soldaten sein. Für uns vor dem Kanzleramt ist Lena Mosel. Guten Morgen, Lena. Also Olaf Scholz, der bleibt seiner Linie treu entgegen aller Forderungen. Wie begründet er das? Er bleibt weiterhin dabei. Der Krieg in der Ukraine dürfe kein Krieg zwischen Russland und der NATO werden. Und deswegen müsse man verantwortungsvoll handeln. Und das bedeutet für ihn eben aktuell noch keine Kampfpanzer liefern. Auch sein Sprecher Steffen Hebelstreit hat nochmal gesagt, es gäbe aktuell kein Bestreben der Bundesregierung, das zu tun. Aber das könnte sich möglicherweise ändern durch den Druck der internationalen Partner. Denn darauf beruft sich Olaf Scholz ja immer. Keine Alleingänge. Man müsse sich abstimmen. Und diese Abstimmungen, ja, er sagt, am wichtigsten ist natürlich der Partner, die Vereinigten Staaten. Aber Polen macht jetzt Druck. Wir haben es gerade gehört im Beitrag. Polen erwägt, Kampfpanzer zu liefern. Und in Großbritannien ist man offenbar auch da schon relativ konkret bei den Beschreibungen, seinerseits Kampfpanzer zu liefern. Ein inoffizielles Angebot soll es da offenbar geben, dass man der Ukraine Challenger 2, also das vergleichbare Modell, was die Briten haben, das entspricht dem Leopard 2 hier in Deutschland, das zu liefern. Und das könnte offiziell gemacht werden beim nächsten Treffen der Verbündeten in Rammstein. Auf der US-Airbase im rheinland-pfälzischen Rammstein treffen sich ja seit Kriegsausbruch schon Unterstützerländer für die Ukraine beraten. Vor allen Dingen, was an militärischer Hilfe möglich sein kann, geliefert werden soll. Und da ist offensichtlich der Plan, dieses Thema voranzutreiben. Und wenn Großbritannien dann tatsächlich einen Schritt vorangeht, dann wird es wirklich schwer für Olaf Scholz noch zu argumentieren. Du hast es gesagt, Lena, wenn Großbritannien jetzt den Schritt voraus macht, wir haben es ja auch beim Schützenpanzer Marder gesehen, da gab es die Abstimmung mit Frankreich und den Vereinigten Staaten. Also wie wichtig ist auch diese Koordination, wenn Scholz jetzt auch nochmal betont, mit den USA und Großbritannien, sind wir halt die wichtigsten Waffenlieferanten. Also ist tatsächlich dann nicht nur Großbritannien, sondern US-Präsident Joe Biden der Ausschlaggebende, der sagen könnte, so, Herr deutscher Bundeskanzler, jetzt liefern wir die schweren Kampfpanzer? Also ich denke, dass die USA als stärkstes Land sicherlich und auch als stärkstes Unterstützerland der Ukraine, das muss man ja auch sagen, wir haben die USA ganz weit die Nase vorn, sicherlich auch am meisten Einfluss nehmen kann. Nichtsdestotrotz, das sagen auch Militärexperten, immer wieder ist die Situation natürlich auch eine andere für die USA aus rein geografischen Gründen. Wenn der Atlantik zwischen den USA und der Ukraine liegt, dann ist natürlich die Sicherheitsfrage eine andere für die USA. Nichtsdestotrotz, Olaf Scholz sagt das immer wieder, dass vor allen Dingen die Abstimmungen mit den USA wichtig seien. Aber wenn wir gerade auf die Lieferungen der Marder schauen, da waren ja offenbar Abstimmungen zwischen den USA, Frankreich und Deutschland schon über einige Wochen im Gange. Gut möglich also, dass das jetzt ähnlich läuft mit den Kampfpanzern, dass man das eben nur nicht in der Öffentlichkeit tun möchte. Der Vizekanzler jedenfalls, Robert Habeck, der hat ja bereits gesagt, die Abstimmungen, die laufen kontinuierlich. Die Situation sei eine dynamische und entsprechend würde man immer wieder agieren und reagieren. Und er hat auch ganz klar gesagt, ausgeschlossen ist es nicht, dass Leopardpanzer geliefert werden. Von daher ist da vielleicht auch im Hintergrund Bewegung drin, die wir jetzt so öffentlich noch nicht mitbekommen. Am 20. Januar, wenn dann in Rammstein das Treffen ist, wissen wir mehr. Also die Debatte um die Lieferung schwerer Kampfpanzer an die Ukraine geht in eine weitere Runde. Lena, danke für den Moment vor das Kanzleramt. So Karls, mit dem Jugendwort des Jahres kennst du dich ja bestens aus. Wir blicken jetzt allerdings nicht aufs Jugendwort, sondern auf das Unwort des Jahres 2022. Es ist Klimaterroristen. Das gab die Jury der sprachkritischen Unwortaktion am Dienstag in Marburg bekannt. Und ja, da muss man auch erst mal Jurymitglied werden. Ja, wir bleiben auf jeden Fall beim Thema rund um die Klimaaktivisten. Wir wissen, dass es auch Gewaltbereite in den Reihen gibt. Und deshalb wollen wir nach Lützerath schauen in Nordrhein-Westfalen. Von dort Live-Bilder. Dort haben ja Klimaaktivisten den Ort besetzt. Sie wollen ihn vor der Räumung halt beschützen. Und diese Räumung, die steht unmittelbar bevor. Sie kann ab heute beginnen. Wahrscheinlich wird es morgen losgehen. Und wie gesagt, die Situation dort ist angespannt. Denn sogar der Verfassungsschutzchef warnt jetzt vor den möglichen Folgen. Gräben werden ausgehoben, Baumhäuser gebaut, Straßenblockaden errichtet. Selbst von Tunnelanlagen ist die Rede. Der kleine und verlassene Weiler-Lützerath an der Abbruchkante zum Tagebau Garzweiler ist zur Festung geworden. Die Aktivisten sind fest davon überzeugt, dass sie ihr Ziel erreichen. Wir glauben, dass wir das mehrere Wochen, sechs Wochen halten können. Wir glauben auch, dass wir das auch noch verhindern können. Also dass, wenn viele Menschen sagen, hey, das kann hier nicht sein, hier 2023 noch ein Dorf für Braunkohle abzubaggern, dass wir das noch verhindern können. Auch die Polizei geht von einem mehrwöchigen Einsatz aus. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnt jetzt, dass es zu Krawallen kommen könnte. Auch gewaltbereite Linksextremisten könnten sich gegen die Räumung mobilisieren. Deshalb plant die Polizei mit tausenden Beamten, die aus dem ganzen Bundesgebiet herbeigezogen werden. Und da, wo eine Räumung mit entsprechender Ansprache nicht möglich ist, wird es auch nötig sein, dann gegebenenfalls mit Zwangsmitteln die entsprechenden Menschen aus der Ortslage heraus zu begleiten. Bereits vergangene Woche hatten die Besetzer brennende Barrikaden errichtet. Am Sonntag kam es dann zu Rangeleien, nachdem einige der Protestler Steine auf Einsatzkräfte geworfen hatten. Am Mittwoch kommt es dann zum endgültigen Showdown. Die Polizei hat für diesen Tag die Räumung angekündigt. Und dann wird sich zeigen, ob die Polizeikräfte auf friedliche oder doch gewaltbereite Besetzer treffen werden. Du hast es schon angekündigt, Carsten, wir wollen live nach Lützerath blicken. Diese Bilder erreichen uns und dort sehen wir also Aktivisten. Rund 300 Menschen befinden sich nach Einschätzung der Polizei im Camp. Und sie haben Häuser verbarrikadiert, Baumhäuser errichtet. Und jetzt steht eben die Räumung kurz bevor. Ja, wir sehen es ja hier auch. Also tatsächlich, die Klimaaktivisten sind bereits aktiv. Die Polizei geht ja sogar davon aus, dass diese Räumung bis zu vier Wochen andauern könnte. Vier Wochen. Und der Verfassungsschutzchef, er hat noch einmal betont, dass auch gewaltbereite Linksextremisten sich auf den Weg nach Lützerath machen könnten. Es sollen mindestens 1000 Polizisten eingesetzt werden. Wir sehen es also, die Situation, die spitzt sich langsam zu. Und natürlich, die Klimaaktivisten sind ja gestern auch vor dem Oberlandesgericht Münster mit ihrem Eilantrag gescheitert, dass die Räumung verschoben wird. Man muss an dieser Stelle ja auch sagen, Fanny, es gibt einen breiten politischen Kompromiss, dass Lützerath dem Erdboden gleichgemacht wird und den tragen auch die Grünen mit. Ganz genau, der Energiekonzern will Lützerath abreißen, um die darunter gelegene Kohle abzubauen. Und deshalb wird das Camp geräumt werden. Und damit schauen wir nach Regensburg, denn dort großes Aufatmen. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist nämlich beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht entwischt. Dort hätte er sich eigentlich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß dort nämlich eine lebenslange Haftstrafe ab. Ab 2011 hatte der Algerier einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76-jährige Besitzerin getötet. Vor drei Wochen wurde ein Teil der Beute aus dem Einbruch ins historische Grüne Gewelbe in Dresden sichergestellt. Heute Vormittag wird nun der Prozess gegen die Tatverdächtigen fortgesetzt. Im November 2019 wurden die Juwelen erbeutet. Und heute werden dann auch Details zum Zustand des Schmuckes erwartet, der zurückgegeben wurde. Die Tatverdächtige, alle aus dem Berliner Clan-Milieu, müssen sich vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Ihnen werden unter anderem schwerer Bandendiebstahl, besonders schwere Brandstiftungen vorgeworfen. Der Wert des erbeuteten Schmucks? 114 Millionen Euro. Aber offenbar scheint es schwierig gewesen zu sein, diesen Schmuck tatsächlich zu verkaufen. Deshalb brichten sich natürlich heute die Blicke auf den Prozess am Landgericht in Dresden. Und Lutz Storgl wird das Ganze für uns beobachten. Lutz, es sind alles Clan-Mitglieder der arabischstämmigen, berüchtigten Clan-Familie Remmo. Remmo, was weiß man denn? Geht es heute nur um den Schmuck? Oder werden wir vielleicht auch erfahren, ob die sechs Angeklagten tatsächlich einen Deal gemacht haben, um geringe Strafen zu erhalten? Im Grunde muss all das heute auf den Tisch. Also es muss erklärt werden, was ist eigentlich der Hintergrund dieses Deals? Was können die Clan-Mitglieder tatsächlich an Straferleichterung erwarten, weil sie die Schmuckstücke herausgegeben haben? Das wird heute erläutert werden. Das ist anders nicht vorstellbar. Und dann bleibt noch die große Frage, was kommt von den Angeklagten selbst? Bislang haben sie in diesem gesamten Verfahren eigentlich geschwiegen. Man kann aber davon ausgehen, dass sie sich heute eben einlassen, dass das Teil des Deals ist, dass sie genau erklären, wer war an welchen Taten beteiligt. Also eigentlich wollte der Richter ja jetzt schon in die Plädoyers gehen. Man hatte im Dezember die letzten Anträge nochmal zugelassen und wollte dann die Beweisaufnahme schließen. Dann kam von jedem Anwalt und jeder der Angeklagten hat einen eigenen Anwalt, kamen nochmal Anträge. Da ging es um solche Details, dass man infrage stellte, dass eine am Tatort gefundene DNA tatsächlich vom Täter dorthin gebracht wurde. Und man sagte, wir im Clan haben enge Kontakte miteinander. Das kann auch sein. Wir umarmen uns oft, dass ein anderes Clan-Mitglied nun die Fingerabdrücke dort dann hinterlassen hat vom eigentlichen Täter, der nicht vor Ort war. Also komplizierte Geschichten. Man dachte, es ist Schluss und dann plötzlich kam die Meldung, man hat einen Deal geschlossen, man hat diese Schmuckstücke rausgegeben. Wir wissen bis heute nicht, in welchem Zustand. Es gibt Differenzen zwischen der Anzahl der zurückgegebenen Fundstücke und denen, die eigentlich vermisst wurden. Also sind offenbar mehr Teile, so war es zumindest der Pressemitteilung zu entnehmen, zurückgegeben wurden, als gestohlen wurden. Was darauf hindeutet, dass eben Teile tatsächlich auseinandergenommen wurden, ob überhaupt Verkaufsabsichten bestanden. Also ob man jetzt Schmuckstücke so zerschlagen hat, dass man sie in einzelne Diamanten zerlegt hat. Auch das wird heute erläutert werden. Davon gehen wir aus. Und dann muss man abwarten, in welchem Zustand sind natürlich auch die Diamanten. Das ist sicherlich für die Öffentlichkeit. Das ist für die, die ins grüne Gewölbe dann irgendwann wieder gehen wollen und den Schmuck dort zu begutachten, zu betrachten. Das ist für die nicht ganz unwichtig. Es kann ja sein, es besteht ein erheblicher Restaurierungsbedarf. Wir warten ab, was passiert heute. Der Prozess kann sich ziehen. Man ging eigentlich davon aus, dass Ende des Monats schon das Urteil gehen könnte. Das hängt nun davon ab, wie ausführlich gehen die Angeklagten selber heute mit ihren Erklärungen um. Was kommt alles auf den Tisch? Es ist ein wirklich spannender Tag in Dresden. Und wir sehen es bei dir im Hintergrund, Lutz. Das Interesse ist riesengroß. Eine wirklich große Schlange dort vor dem Landgericht Dresden. Du wirst das alles für uns beobachten. Danke für den Moment in die sächsische Landeshauptstadt. Vor einem Jahr wurden in Köln und in Düsseldorf Waffenverbotszonen eingerichtet. Und dort gibt es Kontrollen. Immer wieder von der Polizei wurden seitdem rund 350 Messer sichergestellt. Tja, und das bedeutet, dass bei jeder 50. Kontrolle eine Waffe ans Licht kam. Messer sind vor allem ja bei Jugendlichen inzwischen beliebt. Und es zeigt sich, die Regeln und Gesetze um den Messerkult, die sind mehr als komplex, wie Max Möbius zeigt. Einhandmesser, Zweihandmesser, Stilett, Kampfmesser, Fallmesser und auch das scheinbar brave und überall bekannte Taschenmesser. Vieles von dem, was hier liegt, kann eine tödliche Waffe sein, ist aber frei verkäuflich. Dieses Waffengeschäft in Bochum gehört Wolfgang Stabe. Er bestätigt uns, dass Messer gerade bei Jugendlichen enorm begehrt sind. Messer ist das Urwerkzeug überhaupt von einem Menschen. Also Messer gehört eigentlich zum Leben. Die Jugendlichen, die Faszination Messer, die da so ein Messer kaufen, um gleich bewaffnet zu sein. Also wenn einer in dieser Gruppe ein Messer kauft, kaufen die anderen automatisch mit. Und dann lerne ich gleich die wichtigste Lektion des Tages, die vielleicht auch ein Teil dieses Problems ist. Denn viele dieser Messer darf man gar nicht bei sich tragen, aber dennoch kaufen. Kann ich ein Klappmesser mit nur einer Hand öffnen, ist es in der Öffentlichkeit für mich tabu. Kannst dir vorstellen, dieses Messer darfst du frei kaufen, aber darfst du gar nicht führen. Dieses kleine Ding? Ja, da würdest du Riesenprobleme kriegen. Das ist also eine Strafhandrohung bis zu 5000 Euro. Welche Messer sind denn aktuell bei den Jugendlichen? Ja, gerade im Trend. Welche werden gekauft? Ja, der Trend ist ganz klar Einhandmesser. Das ist also das. Ich kann sie frei kaufen, aber darf ich natürlich nicht führen. An unter 18-Jährige rückt Stabe nichts raus. Minderjährige Messerfans, erklärt er uns, finden andere Wege. Im Internet prüft niemand das Alter der Käufer. Das sieht nach so einem typischen, wie nennt man das, Straßenkampfmesser aus. Ja, Ursprung aus Italien, also das sogenannte Stilett ist das. Dieses ist jetzt ein Automatikmesser laut Waffengesetz. Kann mich frei um 18 Jahre kaufen, aber nicht führen. Messer mit einer festen Klinge unterliegen ebenfalls einer Regel. Ist die Klinge länger als 12 Zentimeter, kann das Messer zwar gekauft werden, das Mitführen ist aber tabu. Bei diesem Exemplar mit kürzerer Klinge ist dem Gesetzgeber mulmig geworden. Es gehört zu den wenigen Messerarten, die erst seit kurzem verboten sind. Ja, weil die Verwundung so groß ist. Wenn die eingesetzt werden, dann hat man ganz böse Wunden. Also das ist nicht so ganz ohne. Der Tag heute hat mir gezeigt, wie gefährlich eine so einfache Waffe sein kann und die gleichzeitig so leicht zu kaufen ist. In einem privaten Büro von US-Präsident Joe Biden sind geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt worden. Dem Weißen Haus zufolge wurden sie in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt. CNN berichtet, dass es sich um etwa ein Dutzend Dokumente handelt, darunter auch Papiere mit höchster Geheimhaltungsstufe. Das Justizministerium prüft jetzt den Vorfall. Besonders brisant gegen Ex-Präsident Trump laufen derzeit Ermittlungen wegen der Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in sein privates Anwesen. Biden selbst hatte dies als unverantwortlich bezeichnet. Jetzt wiederum reagierte Trump sofort, forderte das FBI auf, alle Wohnorte von Joe Biden zu durchsuchen. Eine historische britische Weltraummission ist gescheitert. Gestern Abend startete eine umgebaute Boeing 747 in Cornwall. Auf dem Dach die erste Rakete, die von britischem Boden aus ins All gebracht werden sollte. Bestückt mit neun Satelliten, die für die Entdeckung von Schleusern und der Wetterbeobachtung geplant waren. Gut 10.600 Meter über dem Atlantik löste sich die Rakete von dem Jumbo. Aber bevor sie die Erdumlaufbahn erreichen konnte, gab es technische Probleme und sie stürzte ab. Die Boeing 747 kehrte wie geplant zum Weltraumbahnhof zurück. So und wir wollen live nach London schauen, denn es ist das Buch des Jahres, das heute auf den Markt gekommen ist. Weltweit, also nicht nur in Großbritannien. Wir sehen die Filiale von Waterstones in der britischen Hauptstadt und Sie sehen das Bild Prinz Harry. Und natürlich reden wir über sein Buch. In Deutsch heißt es ja Reserve und da hat er ja wirklich in seinen Memoiren aber richtig ausgeteilt gegen die königliche Familie. Er hat nichts ausgelassen, Drogenkonsum, der Streit mit seinem Bruder Prinz William, aber auch wie er seine Unschuld verloren hat. Und das bedeutet natürlich, über dieses Buch müssen wir jetzt intensiv hier im Studio reden. Das wollen wir tun mit Inga Griese, sie ist Chefredakteurin von ICAN. Und Inga, du kennst dich bestens mit der Königsfamilie aus, kennst auch einige ihrer Mitglieder. Wir müssen reden über dieses Buch von Harry, das ja heute erscheint. Was will er bezwecken? Geht es ihm ums Geld machen? Was steckt hinter diesem Rundumschlag? Ja, manchmal fragt man sich ja, ob sein Therapeut ihm auch einfach geraten hat, raus mit allem. Dass er viel Geld macht, steht ja auf dem einen Blatt, das wäre mir einfach zu einfach. Natürlich braucht er Geld, das ist ja sein Job jetzt sozusagen ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das Interessante ist ja, dass er Geld damit macht, also quasi mit derselben Art, die er ja als Hauptvorwurf hat, nämlich die Presse. Also, dass die so interessiert waren an seinem Privatleben, jetzt erzählt er selber, lässt nichts aus. Da sind ja auch Dinge drin, wo man sich fragt, wollen wir wirklich wissen, ob da untenrum was abgefroren ist oder nicht? Also, ich meine, ist das jetzt von größerem Interesse? Und natürlich hat er dann auch wieder daneben gegriffen, weil ich meine, sich damit zu brüsten, ob man 25 Leute in Afghanistan ermordet hat und das nicht schön findet, aber auch nicht so schlimm. Das sind ja alles Sachen, wo man sich gefragt hat, berät den Mann gar keiner mehr? Also, das liest es mal jemand gegen. Auf der anderen Seite wird er natürlich, je mehr Themen raushaut, wie man so schön sagt, umso besser. Ich fand es, ich habe mir natürlich viele Sachen auch angeguckt und Reaktionen, weil es ja schon faszinierend ist, was das in uns triggert. Also, eigentlich ist Harry ja, ich will nicht sagen armes Schwein, aber es ist ja auch ein bisschen, es ist ja sehr viel Trash-TV, was wir da erleben. Das ist ja auch diese Netflix-Serie, ist ja eigentlich kaum auszuhalten, wenn man die anguckt. Aber es beschäftigt uns eben doch alle. Wir reden ja jetzt auch darüber. Und das, was mich irgendwie beeindruckt hat, war eine ältere britische Dame, die vor dem Buckingham-Palast gestern gefragt wurde, wie sie das denn jetzt alles so findet. Die sagte eben, also früher war Harry, wir haben ihn alle so geliebt, weil wir auch das Gefühl hatten, der ist anders, der tut dem Königshaus gut. Und dann sagte er, but now he's just a bit of a sad case. Und das ist, glaube ich, also es ist, er ist schon auch der Ritter von einer traurigen Gestalt jetzt. Aber Inga, wie würdest du das einschätzen? Also wir haben ja auch nach dem Tod von Queen Elizabeth II, da haben wir ja stundenlang hier im Studio gesessen, du hast das alles eingeordnet. Und du hast der Harry ja auch immer wieder in Schutz genommen und immer wieder auch die Beziehung zu Queen Elizabeth II damals beschrieben. Aber jetzt, nach ihrem Tod, ist er jetzt completely lost, also steht er jetzt tatsächlich unter dem totalen Einfluss seiner Frau Meghan? Weil diese Doku, die du angesprochen hast, also da freue ich mich ja schon, das ist ja inszeniert, da denkt man ja, die hat das Drehbuch schon vor 20 Jahren geschrieben. Ja, nein, also man kann davon ausgehen, dass der Einfluss von Meghan sehr groß ist. Ich möchte jetzt aber auch nicht in die Fernsehgeschichte eingehen, dass ich immer nur Meghan bashe, weil natürlich ein kleines bisschen verantwortlich für sein eigenes Leben ist Harry auch. Also dass ich von Meghan nichts halte, wie so viele andere Leute, ist, glaube ich, klar. Ich glaube, der Junge ist einfach, also es tut mir auch leid, wenn ich immer sage, der Junge, weil er ja eigentlich ein erwachsener Mann ist, aber er ist eben, er ist lost. Er war ja schon als kleiner Junge, wenn man diese Bilder sieht, wie er sich sozusagen immer an den Beinen seiner Mutter festhielt. Und der ist halt, der hat das viel weniger verarbeiten können, dieses Schicksal, dass seine Mutter so früh gestorben ist. Und William ist ja so ein bisschen ruhiger. Ich bin gerade gefragt worden, ob ich meinen Hund Harry jetzt eigentlich in William umnennen sollte. Nicht, dass Harry nach Harry heißt, nein. Jedenfalls ist es so, dass die Queen hat ihn ja sehr beschützt. Sie war ja nicht so eine gute Mutter, wie wir wissen, haben wir ja auch schon aufgearbeitet, aber sie war eine tolle Großmutter. Und er hat eben einfach keinen Halt. Und das ist ja wie so ein, was mich so ein bisschen traurig stimmt. Er hat doch einen Vater, der hätte ihm doch auch Halt geben können. Ja, vielleicht will er den auch gar nicht so. Ich meine, sein Vater geht doch eigentlich sehr anständig mit ihm um. Er hätte ihm doch, er hat ihm doch auch bei der Krönung, also was ja noch nicht die richtige Krönung war, gesagt, die Tür steht immer offen für Harry. Es ist aber so, zum Beispiel haben ja Kate, William und Harry so eine Organisation gegründet und zum ersten Mal überhaupt über Depressionen und also über dieses Thema geredet, was ja schon eine große Sache war. Und da waren die drei halt zusammen. Deswegen ist ja auch, wie soll ich das sagen, naheliegend. Und wenn man in diesen Interviews, dass Meghan da jetzt keine so ganz gesunde Rolle spielt. Und er hat ja auch in einem Interview nochmal versucht zu erklären, sie hat ja in diesem legendären Interview mit Oprah Winfrey gesagt, also die wären ihrem Sohn gegenüber rassistisch gewesen. Und Harry hat jetzt in einem Interview zu diesem Buch versucht zu erklären, dass sie das ja so nicht gemeint hat, also nicht die Familie meinte, sondern wieder die Presse meinte. Also man sieht schon, wie er rührend ja auch seine kleine Familie beschützen möchte. Und ich glaube, dieses Beschützen wollen und beschützt werden irgendwie spielt eine wichtige Rolle. Aber er ist eben einfach, er ist sozusagen ein bisschen lost. Und heute eben dann auch das Erscheinungsdatum seines Buches, seine Memoiren. Wir sind uns sicher, das wird ein Bestseller werden. Dankeschön, Inga, für den Besuch. Inga, danke für deine Einordnungen. So, gleich weiter an die Frankfurter Börse zu Patrick Devane. Ja, Patrick, bei Harry geht's ums Geld. Bei uns geht's natürlich auch ums Geld. Aber der Daxen, der pausiert heute so ein bisschen. Ja, leider, genau. Er legt eine kleine Gewinnmitnahme hin. Und die Analysten von morgen, Stanley, lieber Carsten, die hatten das auch nahegelegt. Nach dieser tatsächlich doch sehr fulminanten Rallye, die wir seit Jahresbeginn hier hingelegt haben bei den 40 DAX-Titeln, raten die nämlich dazu, tatsächlich mal ein paar Gewinne einzustreichen. Da ist noch niemand dran, sozusagen hat noch niemand Schaden genommen. Das Minus kann sich aber mit minus 0,3 Prozent dann doch tatsächlich, hält sich in Grenzen. Wir warten auf eine wichtige Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf einem Symposium in Stockholm, in Schweden. 15 Uhr unserer Zeit, wo er weitere Aufschlüsse über die Zinsentwicklung ab Februar geben wird. Auf der Verliererseite heute besonders gefragt und ein ziemlich gemischtes Bild, um ehrlich zu sein, sind die Aktien von Zalando. Auch da, die sind ja seit Jahresbeginn wirklich sehr stark gefragt gewesen, sehen wir Gewinnmitnahmen. Bei Henkel ist es ein negativer Analystenkommentar, so ein bisschen belastet, ähnlich wie bei Siemens Healthineers. Gucken wir auf die Gewinnerseite, stellen wir fest, dass die Versorger da heute so ein bisschen gefragt sind. Dann gibt es nach einem positiven Analystenkommentar gestern bei er und beispielsweise Anschlusskäufe. Bayer ist gefragt, weil da ein US-Kapitalinvestor sich beteiligt hat. Ansonsten, Porsche profitieren so ein bisschen von den besseren Pkw-Absatzzahlen in China. Patrick, danke für diese erste Übersicht nach dem Start des DAX in den Handel. Gerne. Damit sind wir beim Wetter, Maera. Gestern war es ja eigentlich auch ziemlich schlecht angesagt, aber abends wunderschöner Sonnenschein. Ich war nachmittags, ich war nach Feierabend spazieren. Traumhaft. Ja, genau. Allerdings halt eben leider nur wir im Ost, muss man sagen. Auch heute sind wir wieder auf der Sonnenseite, also soweit man davon sprechen kann. Doch, nein, aber wirklich, sie hat recht, ich war auch noch mal nachmittags draußen. Muss ich aber auch mal zu meiner Verteidigung sagen, wir haben es natürlich so angesagt. Du musst bei jedem Wetter raus mit deinem Hund. Das stimmt, auch bei Regenwetter. Aber bei Sonne macht es natürlich viel, viel mehr Spaß. Und ja, auch die werden wir zumindest gut in Ansätzen bekommen, wie gesagt, regional im Osten. Und Schnee ist natürlich im Winter auch noch ein Thema, den gibt es derzeit in den Alpen. Da gibt es auch einiges an Neuschnee noch. In den Mittelgebirgen bei uns schneit es heute ein bisschen noch. Ansonsten ist und bleibt es sehr mild, zu mild für Schnee und auch für diese Jahreszeit. Die Tiefdruckgebiete über dem Ostatlantik führen nämlich weiterhin milde Luftmassen zu uns. Und durch dieses Hoch, durch dieses Schwache werden dann die Niederschläge im Alpenraum auch mehr und mehr nachlassen. Heißt also dort und vor allem, wie gesagt, in den höheren Mittelgebirgslagen flockt es anfangs. Es ist ungefähr von Niedersachsen bis in den Süden, ziehen immer wieder einige Schauer durch, zumindest leichter Regen. Im Laufe des Tages wird es dann immer trockener bis zum Abend. Dann, wie man hier auch schön sehen kann, kommt so ein richtig schön großes Regengebiet auf, welches uns dann in der Nacht und am morgigen Tag überqueren wird. Aber heute also auch wieder ziemlich grau. Meist wirklich trüb, mit wenig Sonnenschein. Angesprochen im Osten hat man noch am ehesten die Chance darauf. Vor allem hier wird es dann auch zum Teil für einige Stunden komplett trocken sein. Abseits davon sind halt viele Schauer unterwegs. Ja, und durch diese nasskalte Witterung fühlen sich dann diese Höchstwerte, auch wenn sie doch ganz schön mild sind, dann eher ungemütlich an. Ja, am Alpenrand zwei Grad maximal. Das ist dann auch schon das Frischeste. Und wie angesprochen, der Regen überquert uns dann. Morgen flächendeckend. Dabei geht es mit den Temperaturen weiter rauf an der Spitze bis zu 14 Grad. Der Wind frischt dann auch noch auf. Heißt also, es bleibt ungemütlich windig mit Niederschlägen. Regional sehr mild mit zweistelligen Höchstwerten. Das ist für Januar wirklich völlig untypisch. Im Südwesten kommt es noch obendrauf zur Ungemütlichkeit, dass es dauerhaft wirklich richtig heftig regnen kann. Und somit drohen dann auch Überschwemmungen. Also ja, alles in allem nicht ganz so erfreulich das Wetter derzeit. Dankeschön, Maire. Gerne. Die Debatte um die Waffenlieferungen. Leopard-Kampfpanzer, ja oder nein? Der Kanzler sagt nein. Der Druck aus Großbritannien wird jetzt erhöht, weil die Briten offenbar einen schweren Kampfpanzer liefern wollen. Das wird unser Thema gleich sein. Bleiben Sie dran. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um diese Westerkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt. Kanzler Scholz plant weiter, keine Leopard-Panzer an die Ukraine liefern zu wollen. Den Vorwurf, er sei zu zögerlich, wies der Regierungschef zurück. Großbritannien dagegen plant offenbar die Lieferung schwerer Panzer vom Typ Challenger. Mobilitätsgipfel im Kanzleramt. Das hieß früher Autogipfel. Und so, da haben wir wohl ein kleines Problem zum Start in die Sendung. Ja, Sie sehen, Guido Schmidtke ist auch schon bei uns im Studio, unser... Guten Morgen jetzt erstmal von uns beiden. Ja, wir sagen jetzt guten Morgen, aber das ist ja das Schöne am Live-Fernsehen. Kann passieren, die Kameras machen auch was sie wollen, ab und zu mal. Ja, so schön war das jetzt aber nicht. Nein, war nicht so schlimm. So, wir blicken auf unser Thema. Wir blicken auf den Krieg in der Ukraine. Der Bundeskanzler Olaf Scholz, der verteidigte seinen Kurs bei den Waffenlieferungen in die Ukraine. Er sagte, Deutschland sei ganz weit vorne mit dabei. Und er verteidigte sich gegen den Vorwurf der Zögerlichkeit. Scholz hatte vergangene Woche ja erstmals in Absprache mit den USA-Lieferungen von Marder-Schützenpanzern angekündigt. Politiker von Grünen, der FDP und der Union fordern aber seit längerem, dass Deutschland auch Leopard-Kampfpanzer liefern müsse. Offenbar will London nun zehn Challenger-Kampfpanzer bereitstellen, die mit dem Leopard tatsächlich auch vergleichbar sind. Und bei uns im Studio ist jetzt unser Militär-Experte Guido Schmidtke. Guten Morgen, Guido. So, du stellst uns den Challenger jetzt mal vor. Ja, ist in der Tat vergleichbar mit dem Leopard 2 A7V. Das ist die neueste Variante, die die Bundeswehr momentan im Einsatz hat. Der Challenger 2, etwas jünger als der Leopard. Der wurde bereits Ende der 70er eingeführt. Der Challenger 2 ist praktisch eine Geburt der 90er Jahre. der britischen Armee ist ausgestattet in der Zweier-Version mit einer gezogenen Kanone, mit einem gezogenen Lauf. Im Gegensatz zum Leopard, der eine Glattrohrkanone hat. Wo ist da der Unterschied? Glattrohrkanone, da wird praktisch das Geschoss flügelstabilisiert. Stabilisiert bei einer gezogenen Kanone. Da wird praktisch das Geschoss im Rohr mit einem Drall versehen und so stabilisiert auf dem Weg zum Ziel. Wir konnten uns mal ein paar Fakten zum Challenger angucken. Wie der Leo 2 auch mit vier Crewmitgliedern. Sprich, die Kanone wird manuell beladen von einem Ladeschützen. Man hat da auf das automatische System, was auch bei Panzern möglich ist, verzichtet. Weil man sagt, das ist einfach ausfallsicherer und erhöht die Überlebensfähigkeit auf dem Gefechtsfeld. Verbundpanzerung streng geheim. Das heißt, da sind auch Keramik und Glasfaseranteile drin. Also man weiß nicht hundertprozentig, wie stark diese Panzerung letztendlich ist und was sie alles abhält. Streng geheim. Und wie gesagt, ausgestattet mit einer 120 Millimeter Kanone, die so eine Bekämpfungsreichweite hat von drei bis vier Kilometern. Das hängt immer von den Faktoren ab, wie optimal der Schusswinkel ist und wie optimal ich das Ziel treffen kann. Der Challenger 2 genauso wie der Leopard 2 auch mit einem modernen digitalen Feuerlight Rechner ausgestattet und mit einer Waffenstabilisierungsanlage. Was bedeutet das? Ich kann praktisch aus der Bewegung in der Fahrt mit einer sehr hohen Erstrefferwahrscheinlichkeit einen gegnerischen Panzer bekämpfen. Also im Prinzip bis auf kleine Unterschiede ist der Challenger 2 dem Leopard 2 ähnlich. Nicht zumindest der Version oder den Versionen, die dann möglicherweise an die Ukraine geliefert werden könnten. Denn die ganz neue Leopard-Version, die 2A7V, die wird die Bundeswehr sicherlich nicht abgeben. Davon hat man gar nicht genügend. Gilt ja auch als der modernste Kampfpanzer und beste Kampfpanzer der Welt. Das müssen wir an der Stelle ja auch mal sagen. Aber Guido, gib uns mal einen Überblick. Tag 319 des Ukraine-Krieges. Wie ist der aktuelle Frontverlauf? Ja, man muss sagen, der Blutzoll, den beide vor allem im Osten, im Donbass bezahlen, ist enorm hoch. Das betont vor allem Präsident Silensky, der ukrainische Präsident. Und am stärksten toben die Gefechte wirklich zwischen Soledar und Bachmut. Dort im Raum Soledar, da sagen die Russen, dass sie da weitere Geländefortschritte und Geländegewinne gemacht haben. Und das würde bedeuten, dass man, wenn man Soledar einnimmt, dass man dann möglicherweise Bachmut weiter im Süden einschließen könnte. Präsident Silensky hat gesagt, dieses Gebiet zwischen Bachmut und Soledar, das ist der blutigste Flecken Erde momentan in der Ukraine. Und da toben wirklich die schwersten Gefechte. Und da sterben jeden Tag vermutlich hunderte Soldaten auf beiden Seiten. Nichtsdestotrotz sehen wir aber auch weiterhin von russischer Seite Angriffe zum Beispiel auf Kramatorsk mit Raketen, mit Mehrfachraketenwerfern. Und auch Kherson ist weiter im Süden ein Angriffsziel. Dort ist ja auch relativ stark umkämpft die Halbinsel Kinnborn. Denn wenn man davon ausgeht, dass das Wetter jetzt nach der Schlampfphase der gefrorene Boden wieder die Möglichkeit bietet, dass man mit schwerem Gerät, also mit Kettenfahrzeugen auch abseits der Straße operieren kann, dann besteht natürlich östlich von Saporischia die Möglichkeit für die ukrainischen Armee, dort möglicherweise eine nächste Front aufzumachen und dann auch vom Westen her im Bereich Kherson auf die Halbinsel Kimbur vielleicht überzusetzen, um dort dann einen weiteren Keil zu öffnen. Also ganz blutige Gefechte, eine ganz entscheidende Phase und das, was die ukrainischen Verteidiger da jetzt machen in Bachmut und Solidar, ist natürlich elementar, um dann auch im weiteren Verlauf der Verteidigungsstellungen zu sichern auf ukrainischer Seite, damit dann es keinen Durchbruch auf breiter Front gibt von den russischen Truppen. Guido, danke schön. Und wir sind gleich wieder zurück hier im Welt-Newsroom und dann schauen wir nach Lützerath, Nordrhein-Westfalen. Räumung steht kurz bevor und Polizei und Klimaaktivisten, die stoßen inzwischen auch massiv aufeinander. Der aktuelle Stand, gleich bleiben Sie bei uns. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue, erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in der bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Herzlich willkommen zurück hier bei uns. Guten Tag. Wir starten die Sendung mit dem Blick nach Lützerath. Wir blicken in das Camp der Umweltaktivisten. Hier sehen wir ein Live-Bild, gerade hängt es. Jetzt ist es wieder da, beziehungsweise wir hoffen, dass es gleich wieder kommt. Unser Live-Bild aus dem Camp der Klimaaktivisten in Lützerath. Hunderte Aktivisten haben sich dort verbarrikadiert und sieben Häuser sind barrikadiert. Außerdem 27 Baumhäuser. Und die Polizei bereitet sich auf die Räumung dieses Camps vor. Und wir sehen auch Polizei und Klimaaktivisten stehen sich direkt gegenüber. Im Hintergrund ist ja so ein Fall aufgebaut worden. Dort sitzen übrigens zwei Klimaaktivisten drauf. Und sie haben ja angekündigt, großen Widerstand zu leisten. Der Verfassungsschutzchef, der hat sogar noch einmal betont, dass diese Räumung, die könnte sehr gewalttätig werden, weil man auch davon ausgeht, dass gewaltbereite Linksextremisten nach Lützerath kommen werden. Insgesamt sollen sich rund 300 Klimaaktivisten dort verschanzt haben. Und wann die Räumung beginnt, das ist noch offen. Wird es heute losgehen? Wird es morgen losgehen? Auf jeden Fall. Die Sicherheitskräfte stellen sich darauf ein, dass es zu Krawallen kommen könnte. Und in Lützerath ist auch unser Reporter Jens Reupert. Jens, die Polizei will das Camp also räumen. Und man hört, es könnte vier Wochen lang andauern. Also dieser Einsatz könnte vier Wochen lang andauern. Das ist ja eine extrem lange Zeit. Warum so lange? Es ist durchaus realistisch, dass dieser Einsatz mindestens vier Wochen andauert. Denn es gibt zum einen immer mehr Aktivisten, die nach Lützerath kommen. Und da geht es nicht um die Region, da geht es nicht um das Bundesland oder die Bundesrepublik oder Europa. Es geht schlicht um die ganze Welt. Australier, Mexikaner haben wir gestern schon gesehen. Immer mehr kommen hier in die Region rund um den Tagebau Garzweiler. Und die Polizei hat im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun, die Räumung weiter vorzubereiten. Heißt, weiter in Richtung Lützerath vorzudringen. Das ist nicht wirklich einfach. Wir können uns das anschauen, wie sich die Situation darstellt. Denn es gibt überall Aktivisten, die die Beamten aufhalten wollen. Das gelingt auch ziemlich gut. Wir sehen es hier hoch oben. Über uns sind zwei Aktivisten, die sich hier auf einem Baumstamm befinden. Man hat das Ganze gesichert von der Aktivistenseite. Und die Polizei muss sich jetzt überlegen, wie sie die zwei dort oben runter bekommt, ohne dass es zu einer Gefährdung kommt. Das dauert eine ganze Weile. Es sind auch jetzt Spezialkräfte schon angekommen, die sich dann gleich mit einer Hebebühne aufmachen werden, diese beiden dort herunterzuholen von diesem Baumstamm. Und zuvor waren es zehn bis 15, die unten drumherum saßen. Auch die mussten alle weggetragen werden. Das dauert natürlich sehr, sehr lange. Es ist eine große Aufgabe. Und immer wieder droht zumindest, dass die Situation kippen könnte. Zuletzt auch direkt hier an der Zufahrtsstraße in Richtung Lützerath. Wir können das sehen, während weitere Polizisten der BFE-Einheiten hier durchs Bild laufen, dass sich wirklich die Aktivisten Auge an Auge gegenüberstehen. Und mit den Polizisten, wir sehen die weißen Maleranzüge, die wir schon in den vergangenen Tagen gesehen haben. Wir sehen zahlreiche sogenannte Tree-Pots, die aufgebaut sind. Das sind drei Beine, wo sich jeweils eben auch Aktivisten hoch oben drin befinden. Es ist sehr schwer für die Polizei, dort heranzukommen, ohne dass alles in sich zusammenstürzt. Und dann gibt es, wie gesagt, wie gesehen, die Aktivisten hier auf der Straße stehen mit einer Menschenkette, die die Polizei daran hindern wollen, überhaupt in Richtung der Tree-Pots zu kommen. Das gelingt augenscheinlich und augenblicklich noch ganz gut. Es ist aber definitiv der Plan der Polizei, heute nach Lützerath vorzudringen. Wir zeigen auch das nochmal. Wir drehen uns mal nach links rüber. Da sehen wir die Wohngebäude von Lützerath. Das sind sieben Häuser, die noch stehen, 27 Baumhäuser und zahlreiche Zelte, die inmitten von Lützerath aufgebaut sind. Völlig unklar, wer und was sich dort versteckt. Deshalb sind die Einsatzkräfte sehr vorsichtig. Aber sie bleiben bei ihrem Ziel, morgen mit der Räumung von Lützerath zu beginnen. Jens, danke für den Moment nach Lützerath. Die Situation spitzt sich zu. Du wirst das Ganze für uns beobachten. Bundeskanzler Scholz lädt heute zu seinem ersten Mobilitätsgipfel im Kanzleramt. Dabei soll es nicht nur ums Auto gehen. Im Fokus steht die Verkehrswende. Autohändler, die haben allerdings ganz andere Sorgen. Im Moment die Konjunktur- und Energiekrise sowie der Ablauf der Förderung für E-Autos. Das bereitet ihnen Probleme. Wie trotzdem aber die Verkehrswende gelingen soll, darüber will der Bundeskanzler heute mit Vertretern aus Wirtschafts- und Politik- und den Gewerkschaften beraten. Aber von den Verbänden kommt Kritik, denn es wäre sich zu sehr aufs Auto konzentriert, kritisiert unter anderem das Verkehrsbündnis Allianz Prochine. So sind Fahrradverbände und Bahnverbände überhaupt nicht eingeladen. Damit blicken wir nach Frankfurt an die Börse zu Patrick DeWayne. Patrick, wie sind wir gestartet in diesem Dienstag? Liebe Fanny, mit Gewinnmitnahmen. Aber wir halten uns auf ziemlich hohem Niveau über der 14.700-Punkte-Marke. Das ist also die gute Nachricht. Morgen Stanley. Die Analysten raten ihren Kunden insgesamt mal zu Gewinnmitnahmen nach diesem fulminanten Börsenstart ins Jahr 2023. Wir erinnern uns, der letzte Handelstag des vergangenen Jahres endete bei 13.923 Zähler. Jetzt sind wir bei 14.733. Also das ist schon mal einen ordentlichen Schluck, den wir aus der Kurspulle genommen haben. Wir gucken jetzt zunächst mal auf die größten Verlierer und stellen da fest, dass da unter anderem Zalando zu finden sind. Auch hier hat Morgen Stanley gesagt, Gewinne mal mitnehmen. Die Aktie ist allerdings auch seit dem Jahresbeginn um 22 Prozent gestiegen. Also ist es nur logisch, dass man da auch mal Gewinne vom Tisch mitnimmt. Bei Siemens Healthineers sind es die Analysten von Barclays, die das Kursziel senken, dementsprechend die Aktie schwächer. Und wenn wir auf die Gewinnerseite gucken, stellen wir fest, ist, dass da vor allen Dingen die RWE zu finden sind nach 8,5 Prozent Minus. Dieses Jahr sind da jetzt Stabilisierungsversuche am Start. Und bei Bayer ist es ein amerikanischer Investor, der mit knapp einem Prozent einsteigt. Und das hilft der Aktie heute an die DAX-Spitze. Du musst uns auf dem Laufende halten. Dankeschön für den Moment nach Frankfurt. Mach ich gerne. Summ, summ, summ. Bienchen summ herum. Das ist mir eben eingefallen. Aber das ist gerade ein Problem, denn die viel zu warmen Temperaturen in diesem Winter haben bereits Konsequenzen für die Natur. So sorgen sich besonders die Imker nämlich im Moment. Viele Bienenvölker, die sind schon verstärkt in die Brut gegangen. Und deshalb gibt es schon jetzt herumfliegende Bienen das Problem. Aber es gibt nicht genug Pollen oder Nektar. Es summt. Und das Anfang Januar. Eigentlich wären diese Honigbienen hier noch mitten im Winterschlaf. Doch wegen der warmen Außentemperaturen ist der für viele jetzt vorbei. Arne Bruder arbeitet seit über 30 Jahren als Imker. Dass die Honigbienen so früh aus ihrem Winterschlaf gerissen werden, bereitet ihm Sorgen. Insofern gefährlich, dass je nachdem, wenn sie nicht genügend Futtervorräte drin haben, dass sie dann diese Futtervorräte jetzt schon verbrüten, weil es halt warm ist. Und dann natürlich eben hier zu wenig Futter noch haben. Und dann aufgrund des Futtermangels verhungern. Für den Imkermeister bedeutet das trotz Ruhestand viel Arbeit. Er muss die Bienen mit einer Art Futterteig füttern. Aber nicht nur die Honigbiene kommt durch die für Januar viel zu milden Temperaturen aus dem Rhythmus. Es trifft tatsächlich eine ganze Menge Insekten. Die können jetzt sozusagen kurzzeitig wach werden und sich mal etwas umschauen. In der Zeit können sie natürlich auch leichter irgendjemandem zum Opfer fallen. Ich denke so gerade auch an die Vogelwelt, die natürlich entsprechend aktiver wird und die Kleinsäuger. Wie gefährlich das für sie werden kann, hängt auch vom Verlauf des Winters ab. Denn jedes Aufwachen aus dem Winterschlaf kostet die Tiere viel Energie. Energie, die ihnen dann fehlt, wenn die Temperaturen wieder fallen. Wir haben heute eine gute Nachricht des Tages in eigener Sache. Denn das Jahr 2022, das war für uns bei Welt das stärkste Jahr in der Sendergeschichte. Nie zuvor war unsere Einschaltquote so hoch. Und deshalb haben wir zu danken. Dankeschön für das Interesse. Dankeschön für Ihr Vertrauen. Und natürlich Dankeschön fürs Einschalten. Wir wollen aber herausfinden, wie wir noch besser werden können, wie wir unser Programm besser und nach Ihren Wünschen gestalten können. Und dazu haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet. Ja, und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie daran teilnehmen würden. Rufen Sie bitte folgenden Link auf, den Sie hier eingeblendet sehen. Welt.de slash tv minus Umfrage. Oder scannen Sie einfach mit Ihrem Handy diesen QR-Code und dann werden Sie automatisch weitergeleitet. Und wir interessieren uns ganz ehrlich für Ihre Meinung. Ihre Antworten bleiben selbstverständlich anonym. Und für die Umfrage benötigen Sie maximal fünf Minuten. Wir freuen uns auf Ihre Meinung und Ihre Vorschläge. Denn wir wollen jeden Tag besser werden. Wir lernen jeden Tag dazu. So, und jetzt interessiert uns natürlich das Wetter. Ich glaube, die Meinung zum Wetter, die ist einhellig. Schwierig. Ja, es ist sehr schwierig. In der Tat, vor allem haben wir ja gerade gesehen im Beitrag, es wird auch weiterhin nicht kalt werden. Ganz im Gegenteil, noch wärmer. Zweistellige Plusgrade, das im Januar, das ist schon wirklich ungewöhnlich. Aber so geht es halt weiter. Aber immerhin schneit es heute nochmals leicht in den Mittelgebirgen höher gelegen. Also in den höchsten Lagen der Alpen gibt es dagegen nochmals etwas Neuschnee. Also sehr zur Freude der Wintersportler immerhin. Ansonsten, ja, hat sich der Winter weit in den Osten Europas zurückgezogen. In Moskau heute minus 13 Grad höchstens. Aber in Lissabon geht es schon wieder rauf auf bis zu 18 Grad plus. Aber auch London und Paris schaffen 11 beziehungsweise 12 Grad. Und auch bei uns, ja, wie gesagt, die Temperaturen für Januar wirklich ungewöhnlich hoch. Nur am Alpenrand bleibt es mit 2 Grad höchstens dann doch etwas frischer. Ja, das Wetter gestaltet sich wie in den vergangenen Tagen dazu auch wirklich überwiegend grau. Meist bleibt der Himmel wirklich dicht. Am ehesten kann man im Osten auf den ein oder anderen Sonnenstrahl hoffen, so wie ja auch schon an gestrigen Tagen. Hier bleibt es vor allem dann auch stundenweise komplett trocken. Ansonsten sind immer wieder einige Schauer unterwegs oder aber leichter Regen. Und abends kommt dann ein neues Regengebiet auf uns zu, zieht dann auch im Laufe des morgigen Tages flächendeckend über uns hinweg. Dabei geht es mit den Temperaturen nochmals rauf bis hin zu 14 Grad in der Spitze. Das alles bei auffrischendem Wind. Ja, und ähnlich geht es dann auch in den kommenden Tagen weiter. Es bleibt also windig, wechselhaft mit vielen Niederschlägen, viel zu mild. Und vor allem im Südwesten muss man sich auf zum Teil heftigen Dauerregen einstellen. Und somit kann es dann auch regional zu Überflutungen, also Überschwemmungen kommen. Ziemlich ungemütlich das Wetter derzeit. Was für ein Januarwetter. Kriegen wir am April Schnee, oder? Abwarten. Da gehe ich von außen. So, ich verabschiede mich jetzt. Wir sehen uns wie üblich ab morgen 6 Uhr die Welt am Morgen wieder. Fanny wird noch hierbleiben um 11 Uhr in der nächsten Sendung im Weltnewsroom. Und ihr habt eine ganze Menge zu berichten heute noch am Vormittag. Ganz genau. Wir berichten unter anderem über die Debatte um Waffenlieferungen. Olaf Scholz hat sein Vorgehen verteidigt, sagt weiter, es gibt keine deutschen Alleingänge. Außerdem blicken wir nach London, denn Prinz Harrys Memoiren erscheinen nicht nur dort heute, sondern auf der ganzen Welt. Da gibt es natürlich einiges zu besprechen, einiges an Enthüllungen. Also bleiben Sie dran. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung. Das sind alles Einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvesterstraftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in der bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsregen. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Verfassungsschutz warnt vor einer Radikalisierung der Proteste in Lützerath. Morgen kann die Räumung beginnen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat einen Eilantrag der Thema Aktivisten abgelehnt. Kanzler Scholz will der Ukraine weiter keine Leopardpanzer liefern. Den Vorwurf, er sei zu zögerlich, weist er entschlossen zurück. Anders Großbritannien. London erwägt die Lieferung schwerer Panzer vom Typ Challenger. Mobilitätsgipfel im Kanzleramt. Früher hieß der noch Autogipfel. Bahn- und Radfahrverbände sprechen von Etikettenschwindel. Es gehe nämlich trotzdem nur um Autos, inzwischen aber um elektrischen. Das Skandalbuch von Prinz Harry kommt heute in Deutschland in den Handel. Seine Abbrechen mit der königlichen Familie sorgt in Großbritannien für eine heftige Debatte. Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße Sie zu den Nachrichten. Und wir schauen einmal direkt nach Lützerath. Denn auch von dort haben wir aktuell Live-Bilder vorliegen. Ab morgen kann die Räumung ja beginnen. Aber Sie sehen es auch auf den Bildern. Bereits jetzt haben sich dort hunderte Klimaaktivisten eingefunden. Auch entsprechend viele Beamte, die die Situation dort im Blick behalten. Es werden weiterhin Barrikaden errichtet. Auch von Tunneln ist die Rede. Und auch der Verfassungsschutzchef Haldenwang warnt nun davor, dass sich auch Linksextremisten unter die Aktivisten mischen könnten. Wir werden gleich das Thema noch mal näher beleuchten. Denn mein Kollege Jens Räupert, der vor Ort ist, hat Janin Wissler, die Parteivorsitzende der Linken, auch bei sich. Wir machen erstmal weiter mit anderen Themen, denn auch die Waffenlieferung, über die wird weiter diskutiert. Nicht die öffentliche Aufregung, das Stimme sein Handeln, sondern was gut und richtig für die Ukraine und den Frieden in Europa ist. So beschrieb Olaf Scholz gestern Abend seine Leitlinien in der Ukraine-Hilfe. Die Forderung vom Koalitionspartner und der Union nach der schnellen Lieferung des Kampfpanzers Leopard erteilt der Kanzler also weiterhin, zumindest indirekt, eine Absage. Keine Alleingänge laut die Doktrin. Es bleibt also abzuwarten, ob die angekündigte Kampfpanzerlieferung der Briten daran etwas ändern wird. Matthias Heinrich mit den Hintergründen. Kaum ist der Schützenpanzer Marder. Vom SPD-Kanzler zugesagt kommen die Forderungen nach dem schweren Kampfpanzer Leopard 2. Von seinen Koalitionspartnern, die sich diese Waffenhilfe vorstellen können, aber auch aus der Union. Auf einer Wahlkampfveranstaltung erläutert der Kanzler seine Zurückhaltung. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten und ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und alle können sich darauf verlassen, dass nicht die öffentliche Aufregung, sondern das, was richtig ist in der Sache und gut ist für die Ukraine und den Frieden in Europa, dass das von uns getan wird. Doch auch von außen wächst der Druck. Laut Medienberichten will Großbritannien zehn Challenger 2 nach Kiew liefern. Sollte London den Panzer freigeben, wäre dies eine nochmalige Qualitätssteigerung der Waffenlieferungen. Der Challenger 2 wurde 1998 ausgeliefert und später mit einer 120-mm-Kanone von Rheinmetall mit 4000 Metern Reichweite nachgerüstet. Die Durchschlagskraft ist hoch. Der Challenger 2 ist mit dem Leo 2 durchaus vergleichbar. Der wurde 1978 ausgeliefert. Die 120-mm-Kanone hat einen Stabilisator. Aus der Fahrt treffsicher bis auf 4000 Metern mit hoher Durchschlagskraft. Derweil toben weiter heftige Kämpfe im Donbass. Diese Bilder sollen Frontabschnitte bei Bachmut zeigen, wo Ukrainer russische Angriffswellen zurückschlagen. Der ukrainische Präsident lobt seine Soldaten, erklärt die Russen für wahnsinnig. Und was wollte Russland dort gewinnen? Alles ist völlig zerstört. Es gibt fast kein Leben mehr und tausende ihrer Leute sind verloren. Das ganze Land in der Nähe von Soledar ist mit Leichen der Eindringlinge bedeckt und von den Schlägen gezeichnet. So sieht Wahnsinn aus. Und das sollen diese Bilder aus Twitter unterstreichen. Russische Wagner-Söldner werden geortet und dann von präzisen Schlägen des US-Raketenwerfers HIMARS ausgelöscht. Zurück bleiben Felder mit Leichen. Es sollen russische Soldaten sein. Und wir schauen vor das Kanzleramt zu Lena Mosel. Lena, kann man ja sagen, gut, der Druck von dem eigenen Koalitionspartner und auch aus der Union, der muss den Kanzler ja nicht unbedingt bewegen in der Frage der Kampfpanzer. Aber könnte es sein, dass gerade wenn die eigentlich ja Verbündeten Briten, wenn die nun sagen, wir werden Kampfpanzer liefern? Es kann ihn auf jeden Fall nicht kalt lassen, denn seine Argumentation ist ja in der Regel zum einen, ja, dieser Krieg, der dürfe kein Krieg zwischen Russland und der NATO werden. Aber eben auch keine Alleingänge, nur mit den Verbündeten in Abstimmung, mit denen wolle man weitere Schritte wagen oder eben nicht. Das ist immer sein Mantra gewesen. Das heißt, wenn jetzt eben diese weiteren Verbündeten sagen, sie sind bereit, dann wird es sehr schwer für Olaf Scholz hier zu argumentieren. Wir haben Polen auf der einen Seite. Wir haben es im Beitrag schon gehört. Da klingen die Töne aber doch noch zumindest ein bisschen zurückhaltender im Vergleich zu Großbritannien. Da scheint man zumindest im Medienberichten zufolge schon sehr, sehr weit zu sein. Hat da schon inoffiziell ein Angebot ausgesprochen, darüber auch die Bündnispartner in Kenntnis gesetzt, dass man rund ein Dutzend Kampfpanzer der Ukraine zur Verfügung stellen wolle. Und das Ganze könnte und soll demnach auch schon sehr bald offiziell gemacht werden, nämlich beim nächsten Treffen in Rammstein auf der US Airbase. Da treffen sich ja schon seit Kriegsausbruch Unterstützerländer der Ukraine regelmäßig, um sich darüber auszutauschen, was man an militärischer Unterstützung liefern kann. Und da soll das Ganze offiziell gemacht werden, womöglich. Das heißt, am 20. Januar, da ist das nächste Treffen anberaumt. Und wenn dann Großbritannien tatsächlich sagt, wir sind bereit, wir liefern Kampfpanzer, dann wird es für Olaf Scholz ganz schwer, dagegen zu argumentieren. Lena, lass uns nochmal auf ein anderes Thema schauen. Wir sehen schon bewegte Tage, die in Lützerath nun anbrechen. Ab morgen könnte die Räumung dort beginnen. Und muss man sagen, dass dieses Dorf abgebaggert wird, war ja eine Art Verfügungsmasse, die auch der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck ins Feld führen musste. Zwar früherer Kohleausstieg, aber Lützerath muss eben entsprechend noch fallen. Wie steht man denn aktuell in Berlin zu den anstehenden Protesten? Man hat ja ein bisschen das Gefühl, es wird sich leicht weggeduckt. Ja, und das kann man ein Stück weit auch nachvollziehen. Denn für die Grünen ist das natürlich eine Zerreißprobe. Wir sehen in Lützerath ganz viele Menschen, die sich den Grünen sicherlich parteilich am nächsten fühlen, auch Teile der grünen Basis. Wenn wir an den Oktober zurückdenken, beim Parteitag der Grünen, da gab es auch eine Forderung nach einem Moratorium für Lützerath durch die grüne Jugend. Das wurde beim Parteitag dann aber abgewiesen. Also da ist natürlich schon das Engagement dahinter, dass das so nicht geht. Und Robert Habeck, du sagst es schon, der hat diesen Deal mit RWE selbst mit ausgehandelt. Er und die Ministerin in Nordrhein-Westfalen, ebenfalls grün, Mona Neubauer. Das heißt, die beiden haben einen Deal geschlossen, versuchen natürlich, den zu verkaufen und zu sagen, okay, der Kohleausstieg im rheinischen Revier, der ist dafür schon vorgezogen auf 2030. Das sei ein großer Erfolg. Auch jetzt zum Jahresauftakt bei der Vorstandsklausur hat Ricarda Lang das noch einmal betont. Aber die Klimaaktivisten sagen, das ist eine falsche Rechnung. Denn dadurch, dass man jetzt aufgrund der Energiekrise eben auch zugesagt hat, mehr Braunkohle darf abgebaggert werden und auch verfeuert werden, käme man unterm Strich am Ende nicht bei einem Einsparen von Emissionen raus, sondern das lege quasi beim Gleichen. Und Ricarda Lang, um das vielleicht noch kurz hinzuzufügen, hat aber auch gesagt, Deeskalation sei jetzt das Wichtigste. Und sie betont noch einmal, für die Polizei zuständig sei in NRW ja der Innenminister. Und der käme ja schließlich von der CDU. Lena, vielen Dank. Und Sie sehen im Splitscreen direkt die Live-Bilder aus Lützerath im Nachbarort Jakkerath. Wollen wir nun mal nachfragen, denn Jens Räupert ist dort für uns. Jens, du hast die Vorsitzende der Linken bei dir. Genau so ist es. Wir sind jetzt nicht mehr in Jakkerath. Wir sind jetzt auch von der Polizei nach Lützerath gebracht worden. Und wir freuen uns sehr, dass die Vorsitzende der Partei Die Linke jetzt bei uns ist, Janine Wissler. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Es ist eine ganze Menge los um uns herum. Eine Polizeikette, gibt es Aktivisten. Die Auseinandersetzung haben jetzt begonnen. Diese Bilder, die Sie hier sehen, die Sie hier wahrnehmen, was machen die mit denen? Ja, ich bin hier, um die Solidarität zu zeigen mit den Menschen, die sich hier für Klimaschutz engagieren. Hier kämpfen Menschen für die Demokratie, dafür, dass es wichtiger ist, einen lebenswerten Planeten zu haben, als die Profitinteressen von RWE durchzusetzen. Ich finde es ein Wahnsinn, dass im Jahr 2023 noch ein Dorf abgebaggert wird, um die Frauenkohle darunter zu gewinnen. Dass hier sogar Windräder weichen müssen, um Kohle abzubaggern. Und deswegen bin ich hier und halte das für sehr, sehr notwendig, dass wir deutlich machen, wenn man die Klimaziele einhalten will, dann darf man nicht immer noch weiter auf Kohle setzen. Wir haben gestern ein Gespräch mitbekommen, genau hier an dieser Stelle, zwischen Aktivisten und Polizisten. Und da hieß es von der Polizeiseite, dass es ganz klare Beschlüsse gibt. Von der Politik, auch von Gerichten, also von der juristischen Seite. Und die muss man umsetzen. Was entgegnen Sie da? Wie gehen Sie um mit solchen Formulierungen? Ja, dazu sage ich, es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und das sagt, dass die Klimapolitik der Bundesregierung faktisch verfassungswidrig ist, weil sie eben nicht dazu geeignet ist, dass die Klimaziele eingehalten werden. Es gibt ein Pariser Abkommen. Es gibt eine 1,5-Grad-Grenze, die vereinbart wurde. Das kann man alles in die Tonne treten, wenn man zwar von Klimaschutz redet, aber gleichzeitig hier Dörfer wegbaggert und weiter Kohle gewinnt. Und deshalb, es geht darum, ob unsere Kinder und Kindeskinder noch eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten haben. Wir erleben Dürren, Überschwemmungen, Hungerkatastrophen. Die Existenz von Menschen ist gefährdet. Wir müssen jetzt umsteuern, dringend notwendig. Und das ist viel wichtiger als die Profitinteressen von RWE. Und deshalb finde ich, dass die Menschen, die hier aktiv sind, die kämpfen für Klimaschutz, die kämpfen mit Demokratie und deswegen haben sie alle Unterstützung verdient. Deswegen steht die Linke an ihrer Seite und deswegen sagen wir, Lützi bleibt. Die Linke ist hier. Sie sind hier. Die Grünen natürlich auch in aller Munde, insbesondere in Lützerath selbst. Wie bewerten Sie das Verhalten der Politikerinnen und Politiker auf Landesebene hier in Nordrhein-Westfalen? Schwarz-Grün regiert eben auch mit einer grünen Ministerin für Wirtschaft und Klima. Und auf Bundesebene eben auch Robert Habeck, vor allem als Bundeswirtschafts- und Klimaminister. Wie ist da Ihre Wertung? Ja, das ist das Problem, dass die Grünen sowohl hier im Land NRW als auch im Bund in Regierungsverantwortung sind. Und dass hier das jetzt stattfindet, das ist eben auch in der Verantwortung des Bundeswirtschaftsministers Habeck und der Landeswirtschaftsministerin hier in NRW, das jetzt hier abgebaggert wird. Und ich halte es für ein großes Problem, dass die Grünen hier ihre eigenen Ideale verraten, aber auch die Klimaschutzbewegung. Weil gerade von den Grünen hätte man doch erwartet, dass sie eben nicht 2023 weiter auf Braunkohle setzen, sondern deutlich machen, wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen. Und deswegen ist es dringend notwendig, hier Druck zu machen auf die schwarz-grüne Landesregierung und natürlich auch auf die Ampel im Bund. Wir brauchen eine Energiewende, wir brauchen eine Verkehrswende. Das muss das oberste Ziel sein, weil sonst führt man das Pariser Klimaschutzabkommen ad absurdum. Druck im körperlichen, also physischen Sinne gibt es gerade um uns herum an dieser Polizeikette. Das Thema, das Wort Gewalt, wie sehen Sie das? Befürchten Sie, dass es hier sehr, sehr aggressiv noch werden kann, heute und auch in den nächsten Tagen und Wochen? Also ich bin seit gestern hier, ich habe hier im Camp übernachtet und mein Eindruck ist, dass es hier friedliche Proteste sind. Es gibt Aktionen wie Sitzblockaden, Aktionen des zivilen Ungehorsams, aber es ist absolut friedlich. Und man sieht es ja auch hier um uns herum, die Menschen setzen sich hin, sie sagen, wir sind friedlich, wir wollen hier friedlich demonstrieren. Von daher habe ich das nicht beobachtet. Für mich ist vollkommen klar, Widerstand muss gewaltlos sein, er muss friedlich sein. Und mein Eindruck ist, dass wir hier sehr bunte und kreative Proteste erleben. Ich finde aber auch, wenn man sich anschaut, dieses große Polizeiaufgebot, dieser riesige Einsatz, alles dafür, um die Profitinteressen eines Konzerns durchzusetzen, das ist schon ziemlich absurd, was hier gerade an Kosten und an Aufwand betrieben wird. Herzlichen Dank, Janine Wissler, die Vorsitzende der Partei Die Linke. Und damit geben wir hier aus Lützerath zurück zu euch ins Studio nach Berlin. Als von der Linken können die Klimaaktivisten dort ja kaum erwarten. Dankeschön. Die Polizei hat einen geflohenen Messerstecher in Esslingen festgenommen. Der 21-Jährige war am Freitag aus dem Zentrum für Psychiatrie Weißenau in Ravensburg geflohen. Dort wurde er im Sommer eingewiesen, nachdem er einen Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt hatte. Der Straftäter nutzte einen begleiteten Spaziergang auf dem Gelände der Einrichtung zur Flucht und blieb verschwunden. Heute Morgen konnte die Polizei ihn vor seiner Wohnung in seinem Heimatort Esslingen festnehmen. Besonders brisant, der Mann ist seit November schon der vierte Strafgefangene, der aus der Psychiatrie in Ravensburg fliehen konnte. In Köln und Düsseldorf hatte man vor einem Jahr sogenannte Waffenverbotszonen eingerichtet. Die Polizei ist dort seither zu regelmäßigen Kontrollen ausgerückt und bei jeder 50. konnte sie Messer und ähnliche Gegenstände sicherstellen. Insbesondere bei Jugendlichen sind Messer sehr beliebt. Max Möbus hat sich für sie durch den entsprechenden Gesetz- und Regeldschungel gekämpft, der die Stichwaffen und ihre Träger regulieren soll. Einhandmesser, Zweihandmesser, Stilett, Kampfmesser, Fallmesser und auch das scheinbar brave und überall bekannte Taschenmesser. Vieles von dem, was hier liegt, kann eine tödliche Waffe sein, ist aber frei verkäuflich. Dieses Waffengeschäft in Bochum gehört Wolfgang Stabe. Er bestätigt uns, dass Messer gerade bei Jugendlichen enorm begehrt sind. Messer ist das Urwerkzeug überhaupt von einem Menschen. Also Messer gehört eigentlich zum Leben. Die Jugendlichen, die Faszination Messer, die ja so ein Messer kaufen, um gleich bewaffnet zu sein. Also wenn einer in dieser Gruppe ein Messer kauft, kaufen die anderen automatisch mit. Und dann lerne ich gleich die wichtigste Lektion des Tages, die vielleicht auch ein Teil dieses Problems ist. Denn viele dieser Messer darf man gar nicht bei sich tragen, aber dennoch kaufen. Kann ich ein Klappmesser mit nur einer Hand öffnen, ist es in der Öffentlichkeit für mich tabu. Kannst du dir vorstellen, dieses Messer darfst du frei kaufen, aber darfst du gar nicht führen. Dieses kleine Ding? Ja, da würdest du Riesenprobleme kriegen. Das ist also eine Strafhandrom bis zu 5000 Euro. Welche Messer sind denn aktuell bei den Jugendlichen? Gerade im Trend. Welche werden gekauft? Der Trend ist ganz klar Einhandmesser. Das ist also das. Ich kann sie frei kaufen, aber darf ich natürlich nicht führen. An unter 18-Jährige rückt Stabe nichts raus. Minderjährige Messerfans, erklärt er uns, finden andere Wege. Im Internet prüft niemand das Alter der Käufer. Das sieht nach so einem typischen, wie nennt man das, Straßenkampfmesser aus. Ja, Ursprung aus Italien, also das sogenannte Stilett ist das. Dieses ist jetzt ein Automatikmesser laut Waffengesetz. Kann ich frei im 18-Jährigen kaufen, aber nicht führen. Messer mit einer festen Klinge unterliegen ebenfalls einer Regel. Ist die Klinge länger als 12 Zentimeter, kann das Messer zwar gekauft werden, das Mitführen ist aber tabu. Bei diesem Exemplar mit kürzerer Klinge ist dem Gesetzgeber mulmig geworden. Es gehört zu den wenigen Messerarten, die erst seit kurzem verboten sind. Ja, weil die Verwundung so groß ist. Wenn die eingesetzt werden, dann hat man ganz böse Wunden. Also das ist nicht so ganz ohne. Der Tag heute hat mir gezeigt, wie gefährlich eine so einfache Waffe sein kann und die gleichzeitig so leicht zu kaufen ist. Vor drei Wochen wurde ein Teil der Beute aus dem Einbruch ins historische grüne Gewölbe Dresden sichergestellt. Heute Vormittag wird der Prozess gegen die Tatverdächtigen fortgesetzt. Dabei werden Details zu den im November 2019 erbeuteten Juwelen erwartet, etwa zum Zustand des Schmucks und dem zu erwartenden Restaurierungsaufwand. Sechs Tatverdächtige aus dem Berliner Clan-Milieu müssen sich vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Ihnen werden unter anderem schwerer Bandendiebstahl und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der Wert des damals erbeuteten Schmucks beläuft sich auf fast 114 Millionen Euro. Lutz Stordl heute für uns am Landgericht in Dresden beobachtet diesen Prozess. Lutz, der Prozess ist ja eigentlich schon relativ weit fortgeschritten. Es kam relativ überraschend, dass also plötzlich dieser Schmuck wieder aufgetaucht ist. Es wurde ja spekuliert, dass es sich dabei um einen Deal auch mit den Angeklagten handeln soll. Wird da heute ein bisschen Licht ins Dunkel kommen? Es muss heute Licht ins Dunkel kommen. Wenn heute nicht, dann wahrscheinlich nie mehr. Es ist ganz klar, ihr habt das richtig gesagt, der Prozess war eigentlich am Ende. Der Richter hatte Anfang Dezember gesagt, er würde die Beweisaufnahme schließen, wenn keine Anträge mehr kommen. Dann hat jeder der Anwälte, und das sind sechs an der Zahl, dann doch nochmal Beweisanträge gestellt, um nochmal das Verfahren wieder aus anderen Gesichtspunkten aufzurollen, neue Gutachter zu bestellen, nochmal DNA-Proben neu auszuwerten. Ja, und dann war die Entscheidung offen, ob der Richter das noch zulässt. Und dann kam die Meldung, die Juwelen sind übergeben worden. Und nun muss man abwarten heute, der Prozess hat wirklich gerade begonnen. Lassen sich die Angeklagten selber ein. Also gibt es heute Geständnisse, das gab es ja bislang nicht, weil es eigentlich überhaupt keine Wortmeldungen gab. Die haben bislang alle geschwiegen. Man wartet nun heute, dass sie sich einlassen. Und es gibt diesen Deal, dass sie also diese Beute herausgegeben haben und im Gegensatz Strafmilderung bekommen. Wie genau dieser Deal dann aber ausgeschmückt wird, das muss das Gericht heute auch erklären, weil davon hängt ja nun einfach mal eine ganze Menge auch für das Verfahren selber ab. Es ist auch noch offen, das wird heute sicherlich auch zur Sprache kommen, in welchem Zustand die Juwelen eigentlich sind. In der Meldung über das, was zurückgegeben wurde, tauchten plötzlich mehr Stücke auf, als gesucht oder entwendet worden waren. Was den Schluss zulässt, dass also Teile tatsächlich zerlegt wurden. Da muss man abwarten. Wir wissen bis jetzt auch nicht, das soll heute auch kommen, ob die Rückgabe erfolgte, weil ein Verkauf nicht möglich war, weil es einfach schwer war, diese nun, ja, diese bekannten Juwelen auf dem Markt irgendwie loszuwerden. Möglich, dass das auch ein Hintergrund sein könnte. So, es liegt wirklich heute eine große Entscheidung über diesen Prozess, wie es auch weitergeht. Eigentlich wollte der Richter Ende des Monats schon die Urteile sprechen. Jetzt muss man sehen, also, was gibt es konkret, was sagen die Angeklagten und wie erklärt der Richter selber den Inhalt dieses Deals. Ein sehr spannender Gerichtstag heute in Dresden. Und eine ganze Liste offener Fragen. Lutz, wir hoffen, am Ende des Tages können wir Sie beantworten. Vielen Dank. Die Stadt München bleibt laut Daten des Verkehrsdienstleisters Inrix die staugeplagteste Stadt Deutschlands. Im Schnitt standen Menschen dort im vergangenen Jahr ca. 74 Stunden im Stau. Auf Platz 2 im Ranking landet Berlin. Hier verbrachten Menschen 71 Stunden im Stau. In Hamburg waren es 56 Stunden. Das klingt zwar viel, allerdings sind wir in Deutschland im internationalen Vergleich noch ganz gut bedient. Am schlimmsten ist der Stau nämlich in London. Dort standen die Menschen im letzten Jahr 156 Stunden im Stau. Das sind umgerechnet ungefähr 6,5 Tage. Für die Studie wurden Stau- und Mobilitätsdaten in mehr als 1000 Städten in 50 Ländern ausgewertet. Und da sind wir auch fast schon beim Thema. Bundeskanzler Scholz lädt heute zu seinem ersten Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Dabei soll es nicht nur ums Auto gehen. Im Fokus steht insgesamt die Verkehrswende. Doch Autohändler haben momentan ganz andere Sorgen. Denn die Konjunktur- und Energiekrise und auch die Förderung für E-Autos läuft ab diesem Jahr aus. Wie trotzdem die Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte heute der Bundeskanzler im Kanzleramt mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik beraten. Aber von den Verbänden kommt bereits Kritik. Es werde sich dabei zu sehr aufs Auto konzentriert, kritisiert unter anderem das Verkehrsbündnis Allianz Puschine. Und wir schauen an die Frankfurter Börse an diesem Morgen. Patrick DeWayne. Ja, Patrick, an der Wall Street, muss man sagen, fehlte am Ende dann gestern etwas die Kauflaune. Drückt das heute auf die Stimmung beim DAX? Das tut es tatsächlich. Aber wir haben wirklich, Marie, und das muss man ganz klar sagen, einen tollen Börsenstart in dieses neue Jahr hingelegt. Dass er jetzt dann auch schon wieder eine gute Woche alt ist. Aber ja, heute sehen wir tatsächlich Gewinnmitnahmen. Und das ist auch das, was die Analysten von Morgan Stanley, ihren europäischen Kunden, hier geraten haben. Mal die Gewinne, die sich aufgehäuft haben, ruhig mal vom Tisch zu nehmen, zumindest in Teilen. Und Gewinne zu realisieren. Weil das ist das, was mancher so an der Börse vergisst. Das ist aber ganz wichtig, denn die Taube auf dem Dach ist schön, aber der Spatz in der Tasche ist auch manchmal viel sinnvoller. Gucken wir auf die größten Verlierer, stellen wir fest, dass da heute vor allen Dingen die Werte sind, die ansonsten sehr gut gelaufen sind. Nämlich beispielsweise Zalando ist unter den größten Verlierern zu finden. Die haben aber aufs Jahr gesehen eigentlich schon auch einen Plus von 22 Prozent hingelegt. Da ist das Minus mit 6,2 Prozent zwar heute deutlich, aber insgesamt relativiert sich das Ganze so ein bisschen über die vergangenen Tage. Covestro, Airbus Heidelberger Zement und in Finnien auch unter den Verlierern zu finden. Auf der Gewinnerseite, da sind es die Aktien von RWE, die heute zulegen können. Sie hatten zu Beginn des Jahres 8,5 Prozent verloren und können ähnlich wie er und heute mal ein bisschen was von diesen Verlusten wieder wettmachen. Und bei Bayer ist es ein aktivistischer Investor, der bekannt gegeben hat, dass er eingestiegen ist bei den Leverkusenern. Und das sorgt dafür, dass die Aktie heute weiter zulegen kann. Patrick, besten Dank. Gerne Marie. Seit Tagen hat der britische Prinz Harry mit Interviews das Interesse an seinen Memoiren geschürt, die in Deutschland unter dem Titel Reserve erscheinen. Ab heute ist das Buch dann weltweit erhältlich. In Großbritannien öffneten einzelne Buchläden schon um Mitternacht, um die Royalisten mit dem Lesestoff zu versorgen. Unterdessen ist in Harrys Wahlheimat, Kalifornien, Land unter. Der Promi-Ort Montecito, wo Harry mit seiner Familie lebt, wurde vollständig evakuiert. Schwere Regenfälle haben entlang der Westküste der USA Überschwemmungen und Erdrutscher ausgelöst. 14 Menschen kamen in dem Unwetter bislang ums Leben. Bäume knickten um, zehntausende Menschen waren vorübergehend ohne Strom. An zahlreichen Schulen fiel auch der Unterricht aus. Und damit schauen wir zum Wetter. So extrem ist es bei uns nicht. Zum Glück, aber es wird auch teilweise ganz schön turbulent, insbesondere im Südwesten in den kommenden Tagen. Also da droht heftiger Dauerregen und lokale Überschwemmungen und ansonsten ja viel zu mild. Ja, das stimmt. Und im Winter keine Spur. Also heute schneidet es wirklich nur noch in den höchsten Lagen. Also der Alpen, da gibt es einiges noch an Neuschnellungen. Bei uns ja in den höchsten Lagen der Mittelgebirge. Ansonsten hat sich der Winter wirklich weit in den Osten Europas zurückgezogen, wie man hier auch schön sehen kann. Minus 13 Grad heute in Moskau maximal, also mehr nicht. In der Nacht dann noch deutlich kälter. Aber in Lissabon 18 Grad plus und auch London und Paris 11 beziehungsweise 12 Grad. Ja, und auch bei uns sind die Temperaturen für Januar wirklich ungewöhnlich hoch. Am Alpenrhein bleibt es da noch am frischesten mit maximal 2 Grad. Das Wetter gestaltet sich dazu, wie auch in den vergangenen Tagen, ziemlich grau. Trüb bleibt der Himmel, meistens jedenfalls. Also am ehesten kann man im Osten dann noch auf einige Auflockerungen hoffen. Immerhin bleibt es hier dann auch für einige Stunden komplett trocken. Ansonsten sind immer wieder einige Niederschläge unterwegs. Nicht flächendeckend. Abends kommt dann aber ein Regengebiet auf. Und das wird dann quasi auch morgen uns flächendeckend einmal überqueren. Und dann geht es mit den Temperaturen zusätzlich mit Wind auch nochmals eine Ecke aufwärts auf bis zu 14 Grad. Ja, und auch danach bleibt es eher ungemütlich heiß, also windig mit Niederschlägen. Und weiterhin in der Spitze mit zweistelligen Höchstwerten. Also wirklich untypisch für Januar. Und wie ich es auch gerade schon angesprochen habe, im Südwesten kommt es dann zu heftigem Dauerregen und somit lokal zu Überschwemmungen. Es ist und bleibt ja wenig winterlich, allerdings aber auch dazu dann ganz schön ungemütlich. Drinnenbleiben. Genau, also gemütlich machen, wenigstens nicht frieren. Ja, das Motto hatten wir Weihnachten von Nimmer, Irak. Naja, ich danke trotzdem. Wir machen eine kurze Pause und schauen dann nochmal auf die Veröffentlichung von Harry. Ich weiß, die ganzen schmutzigen Details haben wir Ihnen schon erzählt. Aber ich will gleich mal mit Arndt Striegler besprechen, unserem Großbritannien-Korrespondenten, was das eigentlich mit der Monarchie macht und inwieweit das wirklich diese Familie unter Druck bringt. Also bleiben Sie bei uns. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um diese Westerkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch. Der Verfassungsschutz war vor einer Radikalisierung der Proteste in Lützerath. Morgen kann die Räumung also wie geplant beginnen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat einen Eilantrag der Klimaaktivisten abgelehnt. Kanzler Scholz will der Ukraine weiter keine Leopard-Panzer liefern. Den Vorwurf, er sei zu zögerlich, weist er entschlossen zurück. Anders Großbritannien. London erwägt die Lieferung schwerer Panzer vom Typ Challenger. Das Skandalbuch von Prinz Harry kommt heute in Deutschland in den Handel. Seine Abrechen mit der königlichen Familie sorgt in Großbritannien für eine heftige Debatte. Willkommen zurück. Nach einem gescheiterten Eilantrag der Klimaaktivisten kann die Räumung des Ortes Lützerath also morgen beginnen. Die am Rheinischen Tagebau Garzweiler gelegene Siedlung soll für den Abbau von Braunkohle weichen. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang warnt, dass sich bereits Linksextremisten unter die Demonstranten mischen. Militante Aktionen und Gewalt gegen Einsatzkräfte könnten die Folge sein. Paul Klintzeng über die letzten Vorbereitungen. Alle zusammen gegen der WL! Polizeikräfte und Umweltaktivisten stehen sich gegenüber. Auf diesen Moment haben die Besetzer hingearbeitet. In den letzten Tagen wurden Gräben ausgehoben, Baumhäuser gebaut, Straßenblockaden errichtet. Selbst von Tunnelanlagen ist die Rede. Der kleine und verlassene Weiler-Lützerath an der Abbruchkante zum Tagebau Garzweiler ist zur Festung geworden. Die Aktivisten sind fest davon überzeugt, dass sie ihr Ziel erreichen. Wir glauben, dass wir das mehrere Wochen, sechs Wochen halten können. Wir glauben auch, dass wir das auch noch verhindern können. Also dass, wenn viele Menschen sagen, hey, das kann hier nicht sein, hier 2023 noch ein Dorf für Braunkohle abzubaggern, dass wir das noch verhindern können. Auch die Polizei geht von einem mehrwöchigen Einsatz aus. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnt jetzt, dass es zu Krawallen kommen könnte. Auch gewaltbereite Linksextremisten könnten sich gegen die Räumung mobilisieren. Deshalb plant die Polizei mit tausenden Beamten, die aus dem ganzen Bundesgebiet herbeigezogen werden. Und da, wo eine Räumung mit entsprechender Ansprache nicht möglich ist, wird es auch nötig sein, dann gegebenenfalls mit Zwangsmitteln die entsprechenden Menschen aus der Ortslage heraus zu begleiten. Bereits vergangene Woche hatten die Besetzerbrände Barrikaden errichtet. Am Sonntag kam es dann zu Rangeleien, nachdem einige der Protestler Steine auf Einsatzkräfte geworfen hatten. Am Mittwoch könnte es dann zum endgültigen Showdown kommen. Die Polizei hat für diesen Tag die Räumung angekündigt. Und dann wird sich zeigen, ob die Polizeikräfte auch friedliche oder doch gewaltbereite Besetzer treffen werden. Bundeskanzler Scholz verteidigt seinen Kurs bei den Waffenlieferungen an die Ukraine. In Deutschland ist ganz vorne bei der Unterstützung der Ukraine, sagte Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung in Berlin und verteidigte sich gegen den Vorwurf der Zögerlichkeit. Scholz hatte vergangene Woche erstmals in Absprachen mit den USA Lieferungen von Marder-Schützenpanzern angekündigt. Politiker von Grünen, der FDP und der Union verlangen, dass Deutschland auch Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 liefern müsste. Offenbar will London nun Kampfpanzer liefern. Im Gespräch sind die zehn Challenger-Panzer, die mit dem Leopard 2 vergleichbar sind. Und genau auf diesem Panzer wollen wir mal schauen. Guido Schmidke ist bei mir im Studio. Was kann dieser Challenger, den die Briten überlegen, zu liefern? Er ist in gewisser Weise vergleichbar mit einem älteren Modell des Leopard 2-Kampfpanzers aus deutscher Produktion. Der Challenger ist allerdings ein bisschen später eingeführt worden in der britischen Armee. Erst Mitte der 90er Jahre gilt als einer der hochmodernen Kampfpanzer der Welt. Und ist so wie der Leopard ausgestattet mit modernen Optiken, mit einem Feuerleitrechner, mit einer Waffenstabilisierung. Und diese Waffenstabilisierung ermöglicht es der Besatzung, dass man selbst in der Fahrt, also in der Bewegung, eine sehr hohe Ersttrefferwahrscheinlichkeit hat. Mit der 120-Millimeter-Kanone. 63 Tonnen schwer, etwas leichter als das neueste Leopard-Modell. 1200 PS Motor, also sehr agil und beweglich und ausgestattet mit einer Verbundpanzerung. Was bedeutet das? Da sind unterschiedliche Materialien verbaut. Nicht nur Stahl, sondern auch Keramik und Glasfaserelemente. Und die sorgen dafür, dass die Besatzung einen sehr guten Schutz genießt durch diese spezielle Panzerung. Ausgestattet mit einer gezogenen Kanone anstatt mit einer Glattrohrkanone, wie der Leopard, den wir hier sehen. Gezogener Lauf. Was bedeutet das? Die Stabilisierung des Geschosses wird praktisch durch Rillen im Rohr erzeugt. Und nicht wie bei dem Leopard, den wir hier sehen. Der hat eine Glattrohrkanone und die Geschosse sind dann flügelstabilisiert, damit sie auf ihrer Flugbahn auch präzise bleiben. Der Leopard, so von den Grundkonfigurationen ähnlich, Bekämpfungsreichweite 3.000 bis 4.000 Meter, hat ein ähnliches Crewkonzept wie der Challenger. Auch vier Soldaten, unter anderem einen Ladeschütze, weil man halt die Philosophie vertritt, dass ein Ladeschütze effektiver ist und die Überlebenschance auf dem Gefechtsfeld erhöht. Im Vergleich zu einem automatischen Ladesystem, was bei Panzern auch durchaus im Einsatz ist. Der neueste Leo verschießt Wuchtgeschosse und Mehrzweckgeschosse bis auf eine Entfernung sogar von 5.000 Metern. Diese beiden Panzer würden praktisch der Ukraine sehr hohen Schutz, sehr große Beweglichkeit und vor allem eine extreme Feuerkraft bieten, egal in welchen Operationen ich diese Panzer einsetze. Das ist das, was kommen könnte, was wir momentan sehen, vor allem an der Ostfront im Donbass sind wirklich heftige Kämpfe, täglich mehrere hundert Soldaten, die offenbar wirklich auch ihr Leben deswegen verlieren. Wie ist da aktuell die Situation, Gido? Ja, es hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber man muss wirklich sagen, was da im Osten der Ukraine passiert, das ist eine wahre Knochenmühle und wir können uns das auf der Karte mal anschauen. Die Kämpfe konzentrieren sich da ganz speziell im Bereich Bachmut und Soledar. Die beiden Orte kommen gleich und es sieht ganz danach aus, dass die russischen Streitkräfte in Soledar Geländegewinne machen und weite Teile dieser Stadt schon eingenommen haben. Und das würde dann bedeuten, dass sie da so die Verbindungswege Richtung Bachmut ein wenig abschneiden könnten von den ukrainischen Truppen, die sich weiter nördlich in Krimina befinden. Allerdings muss man sagen, in Bachmut haben die ukrainischen Streitkräfte genug Zeit gehabt, um sich dort einzugraben. Und wenn die russischen Truppen gemeinsam mit Wagner-Söldner-Truppen dort versuchen, Bachmut komplett einzunehmen in einem Häuserkampf, dann würde das bedeuten, dass das extrem kostreich wäre für beide Parteien. Also das würde sehr hohe Verluste bedeuten. Ansonsten müssen wir sagen, dass wir wirklich entlang der gesamten Frontlinie vom Süden bis hoch in den Norden Artillerie, Gefechte der beiden Streitkräfte sehen. Und ein weiteres Zentrum ist sicherlich auch der Raum Kherson, wo sich beide Parteien weiterhin schwere Gefechte liefern, wo die Russen ja immer noch davon ausgehen, dass es möglicherweise eine Offensive geben könnte im Süden, wenn die Ukraine wieder über ausreichend Waffen und vor allem Munition verfügt. Ich war froh, dass du die Karte dabei hast. Die Bilder, die man da sieht teilweise in Social Media, sind ja wirklich heftig. Gito, vielen Dank. Mit stark im Regen, heftigem Wind und Überschwemmungen erlebt der US-Bundesstaat Kalifornien derzeit die dritte Woche schwerer Winterstürme. Die Behörden ordneten in mehreren Regionen Evakuierungen ganzer Ortschaften an. Bei dem Unwetter sind nach offiziellen Angaben bislang 14 Menschen ums Leben gekommen. Ein Fünfjähriger wurde von den Wassermassen aus dem Auto seiner Mutter fortgerissen. Sie haben das Schlimmste überstanden. Vorerst machen sich mit Schaufel und Gummischieber daran, die Schäden zu beseitigen. Überall an den Wänden, an den Türen ist noch zu sehen, wie hoch das Wasser stand. Das Wasser stieg unglaublich schnell. Als der Flutalarm ertönte, stieg der Pegel um etwa 60 Zentimeter pro Stunde. Ganze Städtchen versanken in den Fluten, wie hier in Montecito, dem Promiort nahe Santa Barbara. Hier, wo der britische Prinz Harry mit seiner Familie wohnt, ebenso wie Talkmasterin Oprah Winfrey, Schauspielerin Gwyneth Paltrow und Sängerin Katy Perry. Wie sie müssen zehntausende Menschen ihre Häuser verlassen. Die Ortschaften werden aus Sicherheitsgründen evakuiert. So viel Regen hatten wir noch nie. In diesem Bachlauf ist nie Wasser, nie. Jetzt strömt es fast drei Meter hoch hindurch. In San Bruno, südlich von San Francisco, hat der Sturm einen Baum umgerissen. Das Auto, auf das er stürzte, Totalschaden. Einsatzkräfte der Feuerwehr rücken an, um Stamm und Äste zu entfernen. Diese Anwohnerin trägt's mit Fassung. Sieht aus, als müsste ich im Garten mal wieder Ordnung schaffen. Ordnung schaffen auch diese Einsatzkräfte unermüdlich. Denn nach den schweren Regenfällen bietet das Erdreich keinen Halt mehr. Die Straßenbankkette rutschen ab und von oben rollen schwere Gesteinsbrocken die Hänge hinunter. Südlich von San Francisco stehen weite Landflächen komplett unter Wasser. In ganz Kalifornien waren vorübergehend 100.000 Haushalte ohne Strom. In zahlreichen Schulen fiel der Unterricht aus. Und die Meteorologen warnen, die Unwetterfront bringt weiter Sturm und Niederschläge. Ja, genau von diesem Unwetter betroffen ist auch Prinz Harry. Bewohnt er doch dort mit ihr Frau Meghan Immortezito ein Anwesend? Für dunkle Wolken sorgen unterdessen auch die prinzlichen Memoiren. Das Skandalbuch geht heute dann in den Verkauf. Mehr dazu gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt 50% auf viele Brillen und Sonnenbrillen in Sehstärke. Nur bis 15.01. bei Apollo. Fragt nicht wann die beste Zeit sein könnte. Sie ist jetzt. Liebt wie ihr es wollt. Kostenlos registrieren auf seedate.de Das ist Fort Kügler. Zu billigen Preisen auf Lager. Schnell und günstig. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um diese Westerkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig... Hallo und herzlich willkommen zu Welt Newsroom. Seit Tagen reden wir drüber. Seit heute ist Prinz Harrys Buchsbär zur deutsch Reserve in den Buchhandlungen erhältlich. Bereits im Vorfeld kursierten in den Medien Zitate, die für wirklich viel Aufregung sorgten. In mehreren TV-Unterviews erhebt er nun erneut schwere Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie. Dabei gerät insbesondere eine Person ins Visier. Svenne Sophie Homburg berichtet. Um Mitternacht öffneten einige Buchhandlungen bereits ihre Türen, um Prinz Harrys mit Spannung erwartete Memoiren direkt unter die Leute bringen zu können. Der große Ansturm blieb aus, das über 500 Seiten starke Buch wird außerdem direkt zum halben Preis verkauft. Ich bin einfach nur aufgeregt, von Prinz Harry etwas über sein Leben zu erfahren. Ich möchte mir selbst ein Bild machen können, es selbst sehen und dann sagen können, okay, ja, vielleicht haben sich die Dinge geändert oder vielleicht ist die Person reifer geworden. In mehreren Interviews hatte der 38-Jährige der Königsfamilie erneut schwere Vorwürfe gemacht. Es ging etwa um die Behauptung, die Royals hätten mit der britischen Boulevardpresse zusammengearbeitet und die Medien mit Lügen gefüttert. Alles um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken. Der einzige Weg, wie ich uns schützen kann, wie ich diese Unwahrheiten korrigieren kann, ist, dass ich die Wahrheit schreibe und ich akzeptiere voll und ganz, dass das Schreiben eines Buches ohnehin ein Füttern der Bestie ist. Besonders Stiefmutter Camilla gerät ins Visier. Sie soll Harry wörtlich auf ihrem persönlichen PR-Alltag geopfert haben und Informationen über ihn und seinen Bruder an die Presse gegeben haben, um ihr Image aufzubessern. Von der Hochzeit mit Camilla hätten William und er dem heutigen König damals abgeraten, berichtet Harry. Ihre Verbindungen zur britischen Presse haben sie gefährlich gemacht. Auf ihrem Weg zur Königsgemahlin ging sie über Leichen, sagt er. Für sein Buch soll Harry umgerechnet 37 Millionen Euro erhalten haben. Hinzu kommen Einnahmen aus den drei TV-Interviews, die er im Vorfeld gegeben hat. Einen Teil des Erlöses will er für wohltätige Zwecke spenden. Darüber sprechen wir, Arndt Strickler, mir nun aus London zugeschaltet. Ja, Arndt, da hatte man sich sicherlich einen größeren Run erhofft. Warum ist der ausgeblieben? Nun, ich glaube, viele Menschen haben das Buch mittlerweile im Internet bestellt. Ich habe mir gerade nochmal die Amazon-Hitlisten, also die Bestseller hier in Großbritannien angeguckt. Da steht das Buch mittlerweile auf Platz Nummer eins. Also die Vorbestellungen sind ganz enorm und man muss natürlich auch sagen, es ist ein normaler Arbeitstag hier in Großbritannien, genau wie in Deutschland. Dienstagmorgen, viele Menschen haben was anderes zu tun. Aber interessanterweise muss man sagen, der Hype, der Medienhype um dieses Buch. Also ich muss sagen, so etwas habe ich seit dem Tod von Prinzessin Diana vor 25 Jahren nicht mehr erlebt hier in Großbritannien. Seit Tagen, ach, was sage ich, seit Wochen sind die Zeitungen jeden Tag voll. Einige Tageszeitungen haben bis zu acht Seiten jeden Tag über dieses Buch berichtet. Also der Medienhype ist ganz enorm und man muss ja auch sagen, Prinz Harry hat alles dazu beigetragen, diesen Medienhype weiter anzufachen. Ich habe mittlerweile den Überblick verloren, muss ich sagen, wie viele Interviews er mittlerweile gegeben hat. Ich weiß, hier in Großbritannien hat er ein Interview gegeben am Sonntagabend und das schlug hier ein wie eine Bombe. Also für die eigentlich ja von Harry gehassten britischen Medien ein gefundenes Fressen. Aber wie gucken eigentlich die Briten auf diese ganze Thematik? Das ist ja alles höchst skandalös. Die Frage ist sowieso, ob man so viele private Details in die Öffentlichkeit zerren muss. Aber sind die Sympathien da eher bei dem angegriffenen Königshaus oder bei dem Ankläger Harry? Interessante Frage ist das. Die Sympathien hier in Großbritannien liegen ganz eindeutig auf den Seiten, auf der Seite der Königsfamilie. Das zeigen die aktuellen jüngsten Meinungsumfragen von heute Morgen. Da wird genau, wie du richtig gesagt hast, gesagt, Prinz Harry. Nun ja, er sollte zwar seine Sicht der Dinge darlegen, aber ob er in so viele Details reingehen sollte, das findet hier doch wirklich nicht große Zustimmung, muss man sagen. Also da hat er sich Prinz Harry hier, was die Engländer angeht, zumindest selber in Fuß geschossen, würde ich sagen. Seine Beliebtheit geht gegen null runter mittlerweile und die Beliebtheit des Königshauses, nun hier in Großbritannien zumindest, die scheint bislang keinen Schaden genommen zu haben. Interessant muss man dazu sagen, das Königshaus, König Charles hat ja bislang kein Wort über diesen Skandal und es ist der größte Skandal des Königshauses seit vielen, vielen Jahren. Der König hat bislang kein Wort darüber verloren. Ganz interessant, ich persönlich rechne nicht damit, dass der Palast überhaupt irgendetwas zu diesem ganzen Skandal sagen wird. Und never complain, never explain ist ja das Motto seit vielen, vielen Jahren der Winterfamilie. Also niemals etwas erklären, sich niemals entschuldigen. Und das scheint zumindest dem Ansehen der Königsfamilie im Moment sehr, sehr gut zu tun. Vielleicht auch ratsam bei all diesen Details. Das heißt tatsächlich, das Königshaus an sich, glaubst du, wird keinen Schaden nehmen, auch perspektivisch nicht, dass man sagt ja irgendwie, ist das ja auch würdelos, so viele private Sachen auszubreiten? Keine Frage, das ist würdelos, aber der Mann, der sich hier so ein bisschen daneben benommen hat, nämlich Prinz Harry, der gehört ja nicht mehr zum Königshaus dazu. Das muss man ja deutlich sagen, als er vor circa zwei Jahren mit Meghan gesagt hat, ich möchte nicht länger in Großbritannien sein, ich möchte nicht länger Teil der Königsfamilie sein und nach Kalifornien gezogen ist, da war er draußen hier aus der Monarchie. Die, der Kern der Monarchie und das ist vor allen Dingen König Charles III., seine Frau Camilla, dann Prinz William und seine Frau Kate, die halten zusammen derzeit gerade in diesen schweren Zeiten wie Pech und Schwefel und das ist sehr gut. Vielleicht nochmal ein Wort zum Ansehen der Monarchie. Hier in Großbritannien nimmt das Ansehen der Monarchie keinen Schaden. Da muss man aber dann auch noch den zweiten Aspekt dazu erwähnen, nämlich wie sieht es aus mit dem Ansehen der Monarchie im Ausland? Und da ergibt sich ein ganz anderes Bild. Es wird klar, dass zum Beispiel vor allen Dingen in Amerika, wo Harry und Meghan ja mittlerweile leben, dass gerade in Amerika das Ansehen des Hauses Windsor durch diese Enthüllung ganz eindeutig gelitten hat. Also das ist eine ganz interessante Beobachtung hier in Großbritannien. Die Briten stehen hinter ihrem Königshaus. Im Ausland ist der Imageschaden, den dieses Buch angerichtet hat und ich vermute mal weiter anrichten werde, noch gar nicht abzusehen. Interessante Aspekte. Arnd, ich danke dir für die Bewertung. Und wir wollen direkt zu unserem nächsten Reporter schauen, denn Jens Räupert ist für uns in Lützerath. Und auf den Live-Bildern, die wir aktuell sehen, die Räumung des Ortes steht ja eigentlich erst morgen an. Und dann sehen wir schon mehrere hundert Klimaaktivisten, in Teilen auch vermummt. Der Verfassungsschutz, der fürchtet ja bereits, dass es dort auch Linksextremisten geben könnte, die sich ganz bewusst unter diese Demonstranten mischen, um entsprechend Ärger zu machen und auch gewaltvolle Aktionen dort zu verführen. Deswegen wir fragen mal nach bei Jens. Jens, wie ist denn aktuell die Situation? Wie ist die Stimmung? Die Lage wird zunehmend unruhiger hier in Lützerath. Wir zeigen das mal mit unserer zweiten Live-Kamera. Unser Blick geht mal rechts rüber. Wir sind hier direkt am Ortseingang von Lützerath. Und es gibt zunehmend Rangeleien zwischen Aktivisten und der Polizei. Denn es gab soeben den Aufruf über Lautsprecher von den Einsatzkräften, dass man jetzt damit beginnt, die zentrale Zufahrtsstraße nach Lützerath zu räumen. Man hat auch schon angedroht, sollte es Widerstand geben, und den gibt es, dass man den Zwang einsetzt. Heißt, dass man möglicherweise, das wurde jetzt nicht gesagt, aber mit dem Schlagstock und Ähnlichem, dann agiert, um diese Straße frei zu bekommen. Das ist das wesentliche Ziel der Einsatzkräfte. Das ist die große Herausforderung auch für den Braunkohletagebaubetreiber RWE, der eben mit schwerem Gerät ran will nach Lützerath. Wir können das mal zeigen, um einen Eindruck zu geben, was eben die Entfernungen angeht. Jetzt gehen wir vielleicht doch nochmal direkt auf die Straße. Und da wird es jetzt wieder unruhiger. Wir sehen viele weiße Helme der Polizei, viele dunkle Helme noch dazu von speziellen Einsatzkräften, die jetzt doch wirklich alle Hände voll zu tun haben, die Aktivisten zurückzudrängen auf die angrenzende Wiese. Ein paar Meter sind da jetzt schon absolviert worden. Das heißt, die Polizei hat es jetzt schon geschafft, die Aktivisten etwas zurückzudrängen. Aber es ist eben das Ziel, diese ganze Straße frei zu bekommen. Die große Herausforderung dabei sind die sogenannten Tree Pots. Das sind drei Beine, die installiert sind. Da wurden allein gestern noch zahlreiche weitere aufgebaut. Und in jedem davon hängt ein Aktivist, der sich meistens mit Händen und Füßen dagegen wehrt, nach unten gebracht zu werden. Man hat da auch spezielle Hubwagen mit entsprechendem Bergpersonal jetzt organisiert, die in der Bergrettung normalerweise aktiv sind. Und wir sehen es ja auch, dass die Rangeleien dann doch immer wieder zunehmen. Die Polizei versucht jetzt, die Aktivisten auf die angrenzende Wiese zu drängen. Und es werden immer wieder Aktivisten weggetragen. Die kommen nicht in Gewahrsam, habe ich hier schon gehört. Das heißt, die werden weggetragen aus der entsprechenden Lage, aus der entsprechenden Situation. Und dann werden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie gehen dann zurück ins Camp nach Lützerath oder setzen sich direkt wieder hin. Also viel Bewegung an dieser Stelle. Ich wiederhole es nochmal, das ist noch nicht die Räumung von Lützerath. Wir zeigen den Ort noch einmal. Das sind insgesamt sieben Häuser, die noch stehen. Einstige Wohngebäude eines Bauernhofs, auch Scheunen gehören mit dazu. Und die sind alle besetzt von den Aktivisten. Das heißt, die Bewohner, die hier über Jahrzehnte gewohnt haben, sind längst umgesiedelt worden von RWE. Die haben Geld dafür bekommen, dass sie erstens hier ausziehen. Und zweitens an anderer Stelle in Neu-Immerath vor allem dann ein neues Haus bauen und beziehen. Das heißt, die Gebäude standen leer. Die sind jetzt besetzt worden von den Aktivisten. Und sie haben es schon angekündigt, die Aktivisten werden wirklich jedes Haus, nahezu jeden Baum verteidigen gegen die Räumung. Das ist die Situation. Jetzt wird es links wieder etwas ruhiger. Wir stehen ja hier auch direkt an einer Barrikade. Auch hier ist ein Graben ausgehoben. Hier gibt es viele Aktivisten. Die seit Stunden hier drinnen sitzen in diesem Graben. Und auf der Wiese gibt es dann auch immer wieder Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und denjenigen, die versuchen, die Einsatzkräfte von Lützerath selbst abzuhalten. Also, die Bewegung ist spürbar. Die ist sichtbar. Die Räumung steht kurz bevor. Heute sicherlich nicht mehr, denn es gibt um 17 Uhr im benachbarten Erkelenz noch eine Pressekonferenz der örtlichen Politik. Der Landrat des Kreises Heinsberg wird dort unter anderem noch Informationen an die Bevölkerung herausgeben, wie man sich diesen Einsatz weiter vorstellt. Also, morgen höchstwahrscheinlich Beginn der Räumung. Dann wird die Polizei nach Lützerath eindringen. Das ist zumindest der Plan, um dann dort mit der Räumung zu beginnen. Was wir hier sehen auf unseren Live-Bildern, das ist die Situation direkt im Umfeld von Lützerath. Wir zeigen das noch einmal etwas genauer. Zoomen heran mit den entsprechenden Kameras. Da sehen wir die Rangeleien. Also, es ist der Ortseingang von Lützerath. Und morgen, wie gesagt, werden die Bilder sicherlich sich fortsetzen. Höchstwahrscheinlich auch noch mal dramatischer, heißt aggressiver werden. Ja, man muss sagen, das sind ja erst die Vorbereitungen für die eigentliche Räumung. Jens, vielen Dank für diesen detaillierten Überblick, den wir da bekommen haben. Wir gucken uns das auch noch mal an. Die Polizei hat also entsprechend schon jetzt alle Hände voll zu tun, dort zumindest die Zufahrtsstraßen zum Ort Lützerath freizubekommen. Da schauen wir gleich auch noch mal detailliert hin, aber gucken auch noch mal auf die Panzerlieferungen. Denn die Diskussion geht ja weiter. Bundeskanzler Scholz gilt als zu zögerlich, denn vor allem die Briten preschen nun vor und wollen Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Mehr dazu gleich bei Fanny Philwerter in der Sendung. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbaggetierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen. Und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatorin, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in der bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil, weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt? Der Verfassungsschutz warnt vor einer Radikalisierung der Klimaprotest in Lützerath. Und vor gewaltbereiten Linksextremisten. Ab morgen kann die Räumung beginnen. Ein Eilantrag der Klimaaktivisten wurde abgelehnt. Kanzler Scholz plant weiter, keine Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern. Großbritannien dagegen plant offenbar die Lieferung schwerer Panzer vom Typ Challenger. Und Mobilitätsgipfel im Kanzleramt. Das ist früher Autogipfel. Diesmal allerdings geht es um den Umstieg vom Verbrenner aufs E-Fahrzeug. Damit hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wir beginnen die Sendung mit dem Blick live nach Lützerath in Nordrhein-Westfalen. Dort bereitet sich die Polizei auf die Räumung des Protestcamps vor. So, wir sehen hier das Live-Bild. Es ist ziemlich laut. Wir haben hier eine Dame, die etwas hysterisch rumschreit. Und die Stimmung ist auf jeden Fall sehr, sehr aufgeheizt. Das kann man sehen. Viele Polizisten sind vor Ort. Und ungefähr 300 Klimaaktivisten haben sich verbarrikadiert in diesem Camp. Haben Häuser verbarrikadiert. Außerdem auch Baumhäuser. Und ein Eilantrag der Klimaaktivisten, der wurde abgelehnt. Wir sehen, wenn dann morgen die Räumung beginnt, dann könnte es durchaus wirklich heftige, hässliche Szenen geben. Der Verfassungsschutz warnt vor Linksextremisten, die durchaus gewaltbereit sind. Und ein Teil dieser Klimaaktivisten, die sind ebenfalls gewaltbereit. Das haben die vergangenen Tage dort schon gezeigt. Vor Ort mein Kollege Jens Reupert. Jens, wir sehen schon jetzt, ist die Stimmung wirklich aufgeheizt. Wie soll das erst werden, wenn die offizielle Räumung beginnt? Das ist die große Frage, Fanny Feder. Da wird sicherlich noch einiges nachkommen. Denn es sind auch immer mehr Aktivisten, die übrigens aus weiten Teilen der Welt jetzt Richtung Lützerath unterwegs sind und demnächst ankommen werden. Aktuell die Lage sehr, sehr unruhig. Wir können uns das mal anschauen. Wir sehen direkt hinter mir zahlreiche Aktivisten, die jetzt kurz ihre Position in einem Graben, den sie geschaufelt haben, aufgelöst haben, um all das zu verfolgen, was ein paar Meter weiter rechts passiert. Wir schwenken rüber, wir zeigen das live, sehen das ja auch auf unserer anderen Live-Kamera, wie die Situation sich weiter entwickelt. Die Polizei hat es soeben zu Beginn dieser Live-Schalte noch einmal per Lautsprecher durchgesagt in Richtung der Aktivisten, dass sie die Straße jetzt räumen wollen, räumen müssen und dass sie Zwang anwenden, wenn es Widerstand gibt. Diesen Widerstand gibt es. Es gibt immer wieder Schubsereien, Rangeleien, immer wieder werden auch Gegenstände auf die Polizisten geworfen und die haben wirklich im Wortsinne alle Hände voll zu tun, die Demonstranten weiter zurückzudrängen. Das ist erst einmal die große Herausforderung des Tages, dass man diese Zufahrtsstraße frei bekommt, dass RWE mit schwerem Gerät anrücken kann in Richtung Lützerath. Wir sehen ja auch die letzten verbliebenen Gebäude noch im Hintergrund und die Aktivisten haben es angekündigt, sie wollen und werden jeden Baum, jedes Haus, auch jedes Baumhaus und Zelt verteidigen. Sie wollen die Räumung von Lützerath nicht nur verlangsamen, nein, sie wollen sie komplett verhindern. Ob das gelingt, natürlich mehr als fraglich. Die Polizei will morgen mit der Räumung von Lützerath beginnen und man rechnet damit, dass das bis zu vier Wochen dauern könnte. Warum so lange? Ja, das ist die große Herausforderung, weil man eben nicht weiß, was genau in den Häusern vor allem ist von Lützerath. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz einfangen hinter mir. Das ist ein größerer Bauernhof, der dort zu sehen ist und da sind Aktivisten wirklich schon seit Monaten drin. Ich selbst hatte vor einigen Wochen die Gelegenheit reinzugehen nach Lützerath. Da wurden wir von einer Aktivistin durchgeführt und die hat uns genau das gezeigt, was dort stattfindet. Eben das, was sie der Öffentlichkeit, heißt der Presse, zeigen wollte und konnte. Ich kann so viel verraten. Das waren in jedem Fall massive Barrikaden, die dort schon jetzt stehen. Viel Beton, hat er noch mal aufgerufen, Beton geliefert zu bekommen von umliegenden Bewohnerinnen und Bewohnern hier in dieser Region. Dass man alles zubetoniert. Es gibt große Löcher, die man gegraben hat. Da sind Stelen einbetoniert. Das ist wirklich sehr, sehr massiv, was sich dort fortfindet, was man dort gebaut hat und errichtet hat. Und es ist eben die Sorge der Polizei, das wurde gestern eine Pressekonferenz in Aachen auch noch mal betont, dass es vielleicht sogar Fallen geben könnte in den einzelnen Häusern. Da weiß man nicht, was einen da erwartet, wie böse und gefährlich die Überraschung sein kann. Deshalb ist man mit Spezialkräften vor Ort. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass Sprengstoffspürhunde sicherlich auch in den nächsten Tagen dann hier zu sehen sein werden, um eben nichts im Zufall zu überlassen, was die riskante Situation angeht, insbesondere in den Häusern. Deshalb stellt man sich erst einmal auf diese vier Wochen ein, was diese materiellen Vorrichtungen angeht. Und dann eben, ich habe es schon angedeutet, natürlich auch der Zuzug, die Mobilisierung von anderen Aktivisten, die mehr und mehr hier in Lützerath ankommen. Also da kann man sich auf einiges einstellen, insbesondere auch am nächsten Wochenende. Da wird es nämlich eine Großdemonstration geben. Da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, wie sich die Bilder, die wir jetzt hier live zeigen, weiter dann entwickeln werden. Dankeschön, Jens, für diese Eindrücke aus Lützerath. Du hast schon von Fallen gesprochen und die Polizei bereitet sich natürlich bestmöglich auf diesen Einsatz vor. Es werden Einsatzkräfte aus ganz Deutschland zugezogen. Man kennt diese Szenen, gerade wenn auch gewarnt wird vor Linksextremisten, ja auch aus der Hauptstadt, aus Berlin, von den Häuserbesetzungen. Und da wird es sicherlich auch gefährliche Szenen für die Einsatzkräfte geben. Und das ist natürlich besonders dramatisch, vor allem, wenn man daran denkt, dass es auch viele verletzte Polizisten gab in der Silvesternacht hier in Berlin. Also hier eine weitere Probe, eine weitere Herausforderung für die Polizeibeamten. Dankeschön, Jens. Matthias Heinrich berichtet. Baum ist der Schützenpanzer-Marder. Vom SPD-Kanzler zugesagt kommen die Forderungen nach dem schweren Kampfpanzer Leopard 2. Von seinen Koalitionspartnern, die sich diese Waffenhilfe vorstellen können, aber auch aus der Union. Auf einer Wahlkampfveranstaltung erläutert der Kanzler seine Zurückhaltung. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten. Und ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und alle können sich darauf verlassen, dass nicht die öffentliche Aufregung, sondern das, was richtig ist in der Sache und gut ist für die Ukraine und den Frieden in Europa, dass das von uns getan wird. Doch auch von außen wächst der Druck. Laut Medienberichten will Großbritannien zehn Challenger 2 nach Kiew liefern. Sollte London den Panzer freigeben, wäre dies eine nochmalige Qualitätssteigerung der Waffenlieferungen. Der Challenger 2 wurde 1998 ausgeliefert und später mit einer 120-mm-Kanone von Rheinmetall mit 4000 Metern Reichweite nachgerüstet. Die Durchschlagskraft ist hoch. Der Challenger 2 ist mit dem Leo 2 durchaus vergleichbar. Der wurde 1978 ausgeliefert. Die 120-mm-Kanone hat einen Stabilisator aus der Fahrt treffsicher bis auf 4000 Metern mit hoher Durchschlagskraft. Derweil toben weiter heftige Kämpfe im Donbass. Diese Bilder sollen Frontabschnitte bei Bachmut zeigen, wo Ukrainer russische Angriffswellen zurückschlagen. Der ukrainische Präsident lobt seine Soldaten, erklärt die Russen für wahnsinnig. Und was wollte Russland dort gewinnen? Alles ist völlig zerstört. Es gibt fast kein Leben mehr und tausende ihrer Leute sind verloren. Das ganze Land in der Nähe von Solidar ist mit Leichen der Eindringlinge bedeckt und von den Schlägen gezeichnet. So sieht Wahnsinn aus. Und das sollen diese Bilder aus Twitter unterstreichen. Russische Wagner-Söldner werden geortet und dann von präzisen Schlägen des US-Raketenwerfers HIMARS ausgelöscht. Zurück bleiben Felder mit Leichen. Es sollen russische Soldaten sein. Zugeschaltet vom Kanzleramt ist mir jetzt Lena Mosel. Lena, der Kanzler, bleibt seiner Linie treu. Trotzdem auch Mitglieder der Koalitionspartner FDP und Grüne, die fordern jetzt die Lieferung von schweren Kampfpanzern des Typs Leopard. Also wird das möglicherweise nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Deutschland auch diese Panzer liefert? Möglicherweise, denn auch der Vizekanzler Robert Habeck sagt, ausgeschlossen ist das nicht. Die Abstimmungen, die würden da weiterlaufen. Die Lage würde weiter dynamisch sich entwickeln und entsprechend würde man weiter auch diese Lage immer wieder aufs Neue bewerten. Also Robert Habeck, der Vizekanzler, schließt es nicht aus. Du hast es gerade schon gesagt, aus der Partei selbst von den Grünen und auch von der FDP kommt ja ohnehin schon seit geraumer Zeit Druck. Sei das Anton Hofreiter, Katrin Göring-Eckardt, die ganz explizit auch sagen, der Leopard muss jetzt geliefert werden. Bei der FDP ist es Wolfgang Kubicki, der sich in diese Richtung geäußert hat. Das hat bislang Olaf Scholz offensichtlich nicht beeindruckt. Aber der Druck wächst jetzt durch die internationalen Partner, denn darauf beruft sich Olaf Scholz ja immer wieder. Sagt nur in Abstimmung mit den Bündnispartnern wolle er voranschreiten, allen voran natürlich in Abstimmung mit den USA. Aber wenn jetzt Bündnispartner wie Polen und Großbritannien eben auch sagen, wir sind dafür und wir sind bereit, Kampfpanzer zu liefern, dann setzt das den Kanzler weiter unter Druck. Vor allen Dingen Großbritannien, da ist man offensichtlich schon weiter, hat schon inoffiziell, heißt es, auch ein entsprechendes Angebot gemacht, dass man Kampfpanzer an die Ukraine liefern wolle. Offiziell gemacht werden könnte das Ganze schon in naher Zukunft, nämlich am 20. Januar. Am 20. Januar trifft sich wieder die Unterstützergruppe in Ramstein auf der US Air Base in Rheinland-Pfalz. Und da geht es ja um weitere militärische Hilfe und da planen offenbar, plant Großbritannien, da offiziell auch dieses Angebot auszusprechen. Und wenn das wirklich so ist, dann wird entsprechend auch Olaf Scholz in seiner Argumentation nicht mehr so weitermachen können. Denn wenn die Verbündeten, wenn die anderen Bündnispartner diesen Schritt gehen, dann wird es mit seiner Argumentation schwierig. Dankeschön, Lena. Die Justizminister Marco Buschmann und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir werben gemeinsam für eine Änderung zugunsten von Menschen, die noch genießbare Lebensmittel auf Abfallcontainern holen. Das geht aus einem gemeinsamen Schreiben an die Justizminister der Länder hervor. Containern soll demnach nur noch bestraft werden, wenn ein Hausfriedensbruch vorliegt. Nur wer zum Beispiel bei der Suche nach Lebensmitteln ein Tor aufhebelt und beschädigt, müsste mit einer Strafe rechnen. Die Polizei hat einen geflohenen Messerstecher in Esslingen festgenommen. Der 21-Jährige war am Freitag aus dem Zentrum für Psychiatrie Weißenau in Ravensburg geflohen. Dort wurde er im Sommer eingewiesen, nachdem er einen Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt hatte. Der Straftäter nutzte einen begleiteten Spaziergang auf dem Gelände der Einrichtung zur Flucht, blieb verschwunden. Heute Morgen konnte die Polizei ihn vor seiner Wohnung in seinem Heimatort festnehmen. Brisant, der Mann ist seit November schon der vierte Strafgefangene, der aus der Psychiatrie in Ravensburg fliehen konnte. Vor drei Wochen wurde ein Teil der Beute aus dem Einbruch ins historische grüne Gewölbe in Dresden sichergestellt. Heute geht der Prozess gegen die Tatverdächtigen weiter. Im November 2019 wurden die Juwelen erbeutet und heute werden auch Details zum Zustand des Schmucks erwartet. Sechs Tatverdächtige aus dem Berliner Clan-Milieu müssen sich vor dem Landgericht in Dresden verantworten. Ihnen werden unter anderem schwerer Bandendiebstahl und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der Wert des damals erbeuteten Schmucks beläuft sich auf fast 114 Millionen Euro. Und zugeschaltet vom Landgericht Dresden ist mir jetzt Lutz Stordlutz. Was steht denn am heutigen Prozestag an? Wir haben erst mal gehört, woraus der Deal bestehen könnte, der zwischen Richterstaatsanwaltschaft und den Angeklagten im Aushandeln ist. Da geht es im Grunde darum, dass also die Erwachsenen, wenn der Deal angenommen wird, mit sechs Jahren Haft etwa davon kommen und die jugendlichen Straftäter mit vier Jahren. Abhängig ist das Ganze aber auch noch davon, ob der Richter nun letztlich sagt, er macht mit. Und das hängt von einer Gutachterin ab, die im Moment gerade im Gericht aussagt. Sie will sich einlassen zu den Gegenständen, die gefunden wurden, in welchem Zustand sie sind. Und da heißt es so im Vorfeld, die seien wohl eher betrübliche Zustände. Also es geht darum, kann man diese Dinge überhaupt restaurieren oder kann man es nicht? Und der Richter wird anschließend entscheiden, nachdem die Gutachterin angehört wurde, ob er sich grundsätzlich auf den Deal einlässt. Bestandteilte soll dann auch sein, dass noch genannt wird, wo die bislang nicht gefundenen Gegenstände sich befinden. Also dass die noch herausgegeben werden und dann werden eben auch noch Geständnisse erwartet. Ein Teil der Angeklagten hat schon geäußert, sie werden sich einlassen. Bei einem anderen Teil ist es noch unklar. Da muss man abwarten, was heute an diesem Tag nun noch durchgezogen werden kann oder ob dann der Teil der Geständnisse von der Verhandlung heute entkoppelt wird, an einem anderen Termin nachgeholt wird. Also man ist einen bedeutenden Schritt weiter. Es klingt wirklich nach milden Haftstrafen vorausgesetzt. Mit dem Schmuck, der übergeben wurde, lässt sich noch was anfangen. Vorausgesetzt, er ist noch zu restaurieren. Wenn das nicht passiert und die Gutachterin sagt, hier sind eben Teile unwiederbringlich zerstört worden, weil beim Auseinandernehmen der Schmuck Diamanten einzelne so stark beschädigt wurden, dass sie eben nicht mehr zu restaurieren sind, dann kann es auch sein, dass der ganze Deal platzt und das Verfahren also normal zu Ende gebracht wird. Dann wäre quasi mit den Plädoyers in der nächsten Zeit zu rechnen und vielleicht Ende des Monats, Anfang Februar dann auch das Urteil. Ist noch offen, wir wissen in einer Stunde etwa mehr. Es ist wirklich ein spannender Tag und es hängt jetzt also erstmal an der Gutachterin, die sich diese Juwelen angeguckt hat, die zurückgegeben wurden. Dankeschön, Lutz, nach Dresden. Und damit wollen wir nochmal nach Lützerath blicken, in das Protestcamp der Klimaaktivisten. Hier sehen wir die Menschen, die sich verbarrikadiert haben in Lützerath und eine Räumung der Polizei steht kurz bevor. Die Stimmung ist aufgeheizt. Jens Räupert, mein Kollege ist vor Ort. Jens, wenn man sich diese Szenen anschaut und auch schon die Szenen der vergangenen Tage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass das friedlich bleiben wird? Das ist nahezu nicht mehr möglich, so muss man es sagen. Zumindest jetzt in der Vorstufe der Räumung wird es immer aggressiver, immer mehr Gewalt. Insbesondere direkt hinter mir, das können wir uns mal anschauen. Das ist ein Graben, den die Aktivisten errichtet haben, direkt neben einer Barrikade aus Sträuchern, Brettern, Steinen und Ähnlichem. Und hier war es vor wenigen Sekunden sehr, sehr unruhig, denn die Aktivisten, die sind zunächst aufgestanden, haben das verfolgt, was etwas weiter rechts passiert ist, dass da immer mehr Menschen weggetragen werden. Und dann sind sie ganz plötzlich zurückgesprungen in den Graben, wollten den also wieder besetzen, wieder sichern aus ihrer Sicht. Und genau das wollte die Polizei verhindern, die dann losgestürmt ist mit einigen Einsatzkräften. Aber wir sehen es ja, die Aktivisten sind jetzt wieder im Graben und am Graben. Die Polizei versucht jetzt, durch Gespräche zu erreichen, dass die Aktivisten diese Position aufgeben, was nicht wirklich gelingt. Die Aktivisten sind und bleiben in Position. Wir können es auch mal zeigen, indem wir etwas nach rechts rüber schwenken. Da sehen wir hier einen einzelnen Baumstamm, den man in den letzten Stunden errichtet hat. Oben sitzen zwei Aktivisten und die haben eben auch schon zur Polizei gesagt, wir kommen hier nicht freiwillig runter, wir halten diese Position. Jetzt ist es so, dass man einen größeren Kran in Position bringt. Also die Polizei hat da jetzt schon ein erstes schweres Gerät aufgefahren. Und da versuchen die beiden Einsatzkräfte jetzt weiter erst einmal mit der Kraft des Wortes, bei den Aktivisten zum Aufgeben zu bewegen. Ich wage die Prognose, das wird nicht gelingen. Da wird man dann auch Zwang anwenden, so wie es die Polizei immer wieder auch per Lautsprecherdurchsage formuliert. Und gleichzeitig will und muss die Polizei die sogenannten Tripods von den Straßen schaffen. Das sind drei Beine, die aufgestellt wurden. Immer wieder Dutzende Aktivisten, die sich ringsherum versammeln, eine Sitzblockade errichten. Also es kostet sehr viel Zeit, sehr viel Kraft, insbesondere aus Sicht der polizeilichen Einsatzkräfte. Aber die Zeit drängt, denn, ihr habt es im Studio eben gerade auch schon angesprochen, morgen soll die eigentliche Räumung von Lützerath spätestens beginnen. Dann wollen die Einsatzkräfte die Wohnbebauung von Lützerath erreicht haben. Dann wollen sie in die Baumhäuser, in die Zelte, in die Scheunen und ehemaligen Wohngebäude hinein, um dort eben die endgültige Rodung, die Räumung vorzubereiten von RWE, vom Braunkohlebetreiber. Hier direkt unweit der Abbruchkante, das ist etwa 100 Meter entfernt. Wir sehen es hier etwas weiter links im Bild, dass nach wie vor die Polizei an dieser Barrikade steht. Man hat die Hoffnung, dass die Aktivisten aufgeben. Aber ich wiederhole es nochmal, das wird nicht so passieren. Die Aktivisten werden weiterhin hier sein. Sie hoffen auf weitere Unterstützung. Es gibt mehr und mehr Blockaden und es wird mit Sicherheit ein sehr langer, intensiver und kräftezehrender Einsatz für die Polizei werden hier in Lützerath. Lass uns mal bei der Polizei bleiben, Jens. Wie viele Polizisten werden denn beteiligt sein an der Räumung und welche Spezialeinheiten, welche Divisionen müssen da auch herangezogen werden? Weil wir sehen, das ist kein normaler Einsatz. Du hast von Fallen gesprochen, die die Aktivisten errichten und der Verfassungsschutz warnt ja auch vor Linksradikalen, die durchaus nicht vor Gewalt zurückschrecken. Das heißt, hier müssen auch erfahrene Polizisten ran, sonst wird das nichts mit der Räumung. So ist es, Fanny Fee, ich fange mal an mit diesen Spezialisten, die wir gerade im Bild sehen. Das ist die sogenannte Höhenrettung der Polizei. Die sind hier in diesem Kran, der jetzt genau in diesem Moment den Kontakt aufgenommen hat. Also man ist jetzt hier mit der Arbeitsbühne direkt dran und versucht es durch das Gespräch dazu zu kommen, dass die zwei Aktivisten freiwillig hineingehen. Das ist eben die große Frage, ob sie genau das tun werden. Der nächste Schritt wäre dann gleich, dass nach dem Abnehmen dieser Folien, die eben dazu sorgen, dafür sorgen, dass man die Temperatur so einigermaßen im Körper hält. Diese Folien sehen wir immer wieder. Ja, es ist die Frage, inwieweit sie sich festgekettet haben, inwieweit sie sich gegenseitig festhalten, sie vielleicht auch Gegenwehr leisten. Das ist immer wieder eine völlig neue Herausforderung, die sich da den Einsatzkräften stellt. Wir haben auch schon beobachtet, dass oft dann ohne größeren Widerstand die Position aufgegeben wird, weil man genau weiß, man hat eigentlich keine Chance. Man kann dort oben nicht bleiben. Wenn man sich zu sehr wehrt, fällt man runter und könnte sich Knochen das Genick brechen, was auch immer. Deshalb können wir jetzt sehr gespannt sein, wie diese beiden Aktivisten reagieren werden, ob sie aufgeben, ob sie ihre Position aufgeben. Während wir das live verfolgen, weitere Details vielleicht noch zu deiner Frage, weitere Antworten. Dann Spezialkräfte, natürlich auch Sondereinsatzkommando, Spezialeinsatzkräfte, die im Falle des Falles auch kommen werden, insbesondere dann, wenn man Fallen erwartet. Das ist durchaus zu befürchten in den einstigen Wohnhäusern, die jetzt schon seit Monaten von Aktivisten besetzt sind, dass dort irgendetwas von der Decke stürzen könnte, dass da im Extremfall etwas explodiert. Das kann man alles nicht ausschließen, deshalb muss man auch vermuten, dass zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich auch Sprengstoffspürhunde hier vor Ort sein werden, mit denen man das Gelände absucht. Aber es ist noch ein sehr weiter Weg im Wortsinn. Es sind zwar nur noch vielleicht 50 Meter bis zum ersten Wohnhaus von Lützerath, aber es sind hunderte Aktivisten, die schon jetzt da sind, die versuchen wirklich jeden Meter zu verteidigen, schon im Vorfeld. Und die Aktivisten haben jetzt und heute erst einmal das Ziel, die Räumfahrzeuge daran zu hindern, überhaupt heranzukommen an Lützerath. Das gelingt aktuell noch sehr, sehr gut. Die Polizei heute auch mit außerordentlich vielen Kräften vor Ort, das schon seit den frühen Morgenstunden. Also sehr unruhig hier in Lützerath. Das wird sicherlich in den nächsten Tagen noch bleiben, höchstwahrscheinlich sich sogar noch verschärfen. Jens, danke schön bis hierher für die Schilderung. Wir sehen hier also, du hast es gesehen, die Höhenrettung der Polizei. Du hast gesagt, oft geben die Aktivisten dann ihre Position auf, weil sie sagen, es könnte sein, dass sie runterfallen und sich Knochen brechen. Wie ist das denn juristisch, wenn man sich freiwillig da drauf setzt und dann runterfällt? Wer trägt dann Schuld? Ist man selber schuld oder kann man die Polizei dafür verantwortlich machen? Ja, ich habe jetzt nicht Jura studiert, deshalb bin ich natürlich da sehr vorsichtig mit entsprechenden Einschätzungen. In jedem Fall, das kann ich sagen, haben die Aktivisten sehr, sehr viele Berater mit dabei, auch viele Rechtsanwälte, die im Hintergrund agieren. Es hat ja auch zahlreiche Workshops gegeben in den vergangenen Wochen, wo man sich gegenseitig geschult hat. Ich kenne das auch aus dem Fußballbereich, wenn man da unterwegs ist. Auch da gibt es immer wieder untereinander in der Szene Informationen, wie man sich verhält, was man in einem Polizeikessel zu tun hat, was man sagen muss, wo man schweigen kann, wie man sich gegenseitig nicht belastet. Also diese Informationen, die sind natürlich da. Bei den Aktivisten, die wissen ganz genau, was sie tun. Auch jetzt, was wir oben auf diesem Baumstamm erleben, das ist nichts, was hier zufällig passiert. Man hat sich gegenseitig geschult, man hat sich ausgebildet, man hat Szenarien durchdacht, überlegt. Und ich habe auch mit einer der Sprecherinnen von der Initiative Lützerath Bleibt gesprochen und sie hat es recht offen formuliert. Sie hat gesagt, jeder entscheidet von uns selbst, also von den Aktivisten, wo und wie er protestieren will, wo und wie er Widerstand leisten will und zu was er selbst bereit ist. Das ist kein Gewaltaufruf oder ähnliches. Man distanziert sich in den offiziellen Stellungnahmen eben auch von der Gewalt. Es gibt aber auch einzelne Stimmen, die immer wieder sagen, dass man nur so gehört wird. Also wenn es wirklich Bilder sind, die um die Welt gehen, wenn man auffällt, immer Einzelfälle, muss man auch klar sagen. Wir sind jetzt in dieser Situation, dass es hier wohl keine größere Auseinandersetzung gibt in dieser Situation. Also ich wiederhole es nochmal, alles im Moment Einzelfälle, alles immer wieder neue Situationen, neue Herausforderungen, die sie stellen für die Aktivisten, wie eben auch für die Polizisten. Dankeschön, Jens. Und man muss dazu sagen, die offizielle Räumung, die hat ja noch gar nicht begonnen. Die wird dann morgen starten. Also durchaus unschöne Szenen, die da auf uns zukommen. Danke, Jens, nach Lützerath für den Moment. So blicken wir auf schönere Dinge, wollte ich fast sagen, obwohl das Wetter ist auch nicht so schön im Moment. Nein, definitiv nicht. Also gut. Immerhin, es ist nicht zu trocken derzeit. Ist ja auch schon mal was. Da haben wir unsere positive Sache. Genau, ein bisschen gefüllt werden. Und ja, aber ansonsten hat das ganze Wetter wirklich nichts mit Winter zu tun. Wir kommen irgendwie nicht aus dieser Wetterlage raus, die uns statt Winter Regenwetter beschert. Das Tief vor Skandinavien zapft zwar nun etwas kühlere Luft an, aber die bringt wieder Regen mit sich und dazu wird es auch sehr windig. Schon im Laufe des Abends kommt von Westen her ein Regengebiet auf und dieses wird morgen ja dann ganz zielstrebig uns überqueren und nachmittags dann im Südosten ankommen. Dabei kann es örtlich ganz schön kräftig regnen. Hier gut zu sehen an den eingefärbten gelben Arealen, also zum Beispiel auch im Schwarzwald. Doch eigentlich bekommen wir überall mal richtig Regen ab. Trocken bleibt es nirgends. Morgens gibt es dann an den Alpen noch etwas Sonnenschein am Nachmittag, dann im Nordwesten wieder. Also vorausgesetzt, wenn die Regenwolken hier durch sind. Aber ganz trocken bleibt es hier auch nicht. Dann muss man noch mit nachfolgenden Schauern rechnen und dazu wird es wie gesagt sehr windig. Der West- bis Südwestwind weht mit starken Böen im Bergland und an der Nordsee mit Sturmböen. Die Temperaturen erreichen dabei im Süden und Westen wieder mal milde 11 bis 13 Grad. Im Osten ist es etwas kühler, aber wie gesagt, mit Winter haben diese Höchstwerte nichts zu tun. Ja und der Blick auf die Aussichten verheißt dann auch weiterhin milde und feuchte Luft. Es gibt kaum einen Tag, wo es überall mal wirklich trocken bleibt. Die Umlagen der Mittelgebirge teils kräftig und länger anhaltend regnen. Somit können Bäche und Flüsse auch anschwellen. Es besteht Hochwassergefahr. Zudem bleibt es sehr windig. Kein Wunder, dass es mild bleibt. Es ist nämlich sehr windig. Also die feuchte, milde Atlantikluft wird weiterhin zu uns geführt. Dankeschön, Maira. Sehr gern. Und gleich sind wir zurück hier bei Welt. Wir wollen dann unter anderem noch mal nach Lützerath blicken. Auf diese Räumung, auf diese Szenen. Also die Polizei bereitet sich vor. Und da wird es durchaus auch Zusammenstöße geben zwischen den Besetzern und der Polizei. Also wir verpassen Sie nichts. Wir halten Sie über die Entwicklungen dort auf dem Laufenden. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen. Und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen... Halb zwölf an diesem Dienstag, herzlich willkommen zurück hier bei uns. Unser Top-Thema des Tages ist die Räumung des Protestcamps in Lützerath. Und deswegen wollen wir live dorthin blicken. Wir sehen hier Höhenreiter der Polizei, die versuchen Aktivisten von einem Baumstamm runterzuholen. Ungefähr 300 Menschen, Klimaaktivisten, haben sich verbarrikadiert in Lützerath. Und morgen soll das Ganze da noch offiziell geräumt werden. Denn das Oberverwaltungsgericht in Münster hat einen Eilantrag der Klimaaktivisten abgeräumt, somit abgelehnt. Und somit ist eine Räumung jetzt legitim. Und die Polizei, die bereitet sich darauf vor, hat schon jetzt begonnen. Wir sehen hier also diese Szene und das Ganze vor Ort beobachtet mein Kollege Jens Räupert. Jens, wie ist die Stimmung? Wie ist die Lage aktuell? Wir bleiben mal bei der von dir soeben beschriebenen Szene, Fanny. Wir schauen direkt hoch, das ist dieser Baumstamm. Und genau in dieser Sekunde ist diese Maßnahme aus Sicht der Polizei erfolgt. Heißt erfolgreich. Der letzte Aktivist ist jetzt eben auf der Arbeitsfläche, wird jetzt nach unten befördert. Das hat eine ganze Zeit gedauert, um überhaupt diesen Status zu erreichen. Zwei Aktivisten waren es, die den ganzen Morgen schon dort oben auf diesem Baumstamm waren, den sie in den vergangenen Stunden errichtet haben. Und dann hat man es dann versucht, mit vereinten Kräften die beiden zunächst zu überreden, dass sie aufgeben. Es hat nicht wirklich funktioniert. Man musste da sehr, sehr intensiv, verbal auf sie einwirken, so will ich es mal beschreiben. Und jetzt werden die beiden nach unten gebracht. Das ist das Livebild, das wir hier zeigen, was wir hier anbieten. Und danach wird es dann sicherlich direkt dazu kommen, dass die Polizei dann diesen Baumstamm absägt, dass dann diese Fläche aus Sicht der Einsatzkräfte gesichert wird. Dann hat man die Hoffnung, dass dieser Bereich von den Aktivisten nicht zurückerobert wird. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen martialisch, aber es ist durchaus mein Eindruck als Reporter heute Morgen, dass es hier wirklich darum geht, Landgewinne zu erreichen. Die Aktivisten versuchen, die Polizisten zurückzudrängen. Das ist am Wochenende immer wieder auch gelungen, weil die Polizei dann doch mit etwas wenig Kräften vor Ort war, als hier eine Großdemonstration, ein sogenannter Dorfspaziergang, stattgefunden hat. Und nun ist eben auch die Frage, wie die Situation auf der Zufahrtstraße weiterentwickelt. Da stehen noch immer mindestens zwei Tripods hier in unserem Bereich. Eben hat die Aktivistin oben auch nochmal Lützi bleibt. Gerufen auf den letzten Metern jetzt Richtung Erdboden. Auch sie wird dann gleich erst einmal abgeführt werden von den Polizisten. Sie wird nicht in Gewahrsam genommen, sondern sie wird dann wieder freigelassen, auf freien Fuß gesetzt. Oft ist es dann so, dass die Aktivisten direkt wieder zu einem anderen Ort gehen, wo viele andere Aktivisten sich aufhalten. Das kann eine Barrikade sein und da gibt es wirklich sehr, sehr viele von an diesem Morgen. Das kann ein Graben sein, den man besetzt hält. Also ein klein wenig ist es durchaus ein Katz-und-Maus-Spiel, das hier stattfindet zwischen Aktivisten und der Polizei. Aber in dieser Situation müssen wir es abschließend sagen, können wir es abschließend sagen. Es gab zum Glück keine Gewalt in dieser Situation. Es gab keine größere Auseinandersetzung. Die beiden Aktivisten, die oben auf dem Baumstamm Überstunden saßen, haben selbstständig dann aufgegeben, ohne sich zu wehren. Und diese Aktion ist jetzt beendet, aber es werden mit Sicherheit noch viele weitere Folgen in den nächsten Stunden, höchstwahrscheinlich sogar Minuten. Dankeschön, Jens, für den Moment. Und morgen beginnt dann offiziell die Räumung. Und die Beamten und auch der Verfassungsschutz, die gehen leider nicht davon aus, dass das gewaltfrei bleibt, sondern rechnen also mit gewalttätigen Zusammenstößen von Aktivisten, auch von Linksradikalen mit der Polizei. Blicken wir auf ein anderes Thema. Bundeskanzler Scholz verteidigt seinen Kurs bei den Waffenlieferungen in die Ukraine. Deutschland ist ganz weit vorne bei der Unterstützung der Ukraine mit dabei, so Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung in Berlin. Zudem verteidigte er sich gegen den Vorwurf der Zögerlichkeit. Scholz hatte vergangene Woche erstmals in Absprache mit den USA Lieferungen von Panzern des Typs Marders angekündigt. Richtpolitiker der Grünen, der FDP und der Union fordern, dass Deutschland auch Leopard 2-Panzer liefern müsse. Offenbar will London jetzt zehn Challenger 2-Kampfpanzer bereitstellen. Diese sind mit dem Leo 2 vergleichbar. So, jetzt hoffen wir mal, dass unser Licht wieder funktioniert. Super einwandfrei. Bei mir im Studio Guido Schmidke. Guido, also Großbritannien, will offenbar Challenger-Kampfpanzer liefern. Was genau sind das für Waffen? Ja, ein moderner Kampfpanzer. Und wie sieht die Philosophie bei modernen Kampfpanzern aus? Ich gucke praktisch, dass ich sehr weitreichende Aufklärungssensorik habe. Denn es gilt, wenn ich zuerst aufkläre, sehe ich den Gegner zuerst. Dann kann ich zuerst schießen und dann gewinne ich. Weil in der Panzerphilosophie auch gilt, wer steht, stirbt. Und der Challenger ist ausgestattet mit modernen Feuerleitrechnern, mit einer Waffenstabilisierungsanlage. Und das ermöglicht ihm, dass er praktisch auch in der Bewegung eine hohe Ersttrefferwahrscheinlichkeit hat, die in der Regel bedeutet, dass ich dem Gegner überlegen bin, der über solche Mittel nicht verfügt. Gucken wir uns mal ein bisschen einige Spezifika des Panzers an. Vier Soldaten, so wie das Konzept auch beim Leopard 2, dem deutschen Kampfpanzer, weil ich hier einen Ladeschützen habe, der praktisch manuell das Geschoss in die Kanone lädt und kein automatisches Ladesystem. Darüber hinaus verfügt der Challenger in der älteren Version über eine gezogene Kanone. Was heißt das? Eine gezogene Kanone, dass ich praktisch Rillen im Rohr habe und das Geschoss durch diese Rillen im Rohr in eine Rotation versetzt wird und so dann stabilisiert das Rohr verlässt. Entschuldigung. Der Leopard 2 verfügt über eine sogenannte Glattrohrkanone, weil er Munition verschießt, die Flügel stabilisiert ist und diesen gezogenen Lauf praktisch nicht braucht. Der Leopard 2, einer der vermutlich weltbesten Kampfpanzer, die es gibt, vor allem in der neuesten Version, dem Leopard 2 A7V, der inzwischen in der Bundeswehr eingesetzt wird. Der Leopard verfügt wie der Challenger über vier Crewmitglieder. Auch dort ist der Ladeschütze mit involviert, der praktisch das Geschoss in die Kanone lädt. Darüber hinaus maximale Bekämpfungsreichweite 5000 Metern, weil inzwischen ausgestattet mit einer gehärteten Glattrohrkanone, die auch Mehrzweckmunition verschießen kann, die ich einsetzen kann gegen gegnerische Infanterie. Denn es gilt immer, ein Kampfpanzer ist eigentlich für die Duellsituation vorgesehen gegen andere Kampfpanzer. Und der Panzer wird ansonsten vor gegnerischer Infanterie geschützt, durch den Einsatz von eigenen Panzergrenadieren. Also diese beiden Panzer unterscheiden sich nur minimal, würden der Ukraine aber eine enorme Schlagkraft verleihen, vor allem gegen die russischen Panzer, wenn die russischen Panzerkrews haben im Verlauf der letzten zehn Monate schon sehr, sehr hohe Verluste hinnehmen müssen, weil ihre Panzer nicht so effektiv geschützt sind wie die westlichen. Bleiben wir mal in der Ukraine. Du hast ja auch den Frontverlauf genauer angesehen, den aktuellen. Ja, und da konzentriert sich das Kriegsgeschehen wie in den letzten Tagen auch schon vor allem rund um die Städte Bachmut und Soledar. Wir können uns das auf der Karte mal angucken. Vor allem in Soledar sieht es jetzt so aus, als ob die russischen Streitkräfte dort diese Ortschaft weitestgehend einnehmen konnten. Und das würde bedeuten für die ukrainischen Streitkräfte, dass man da ein wenig vom Norden her abgeschnitten werden könnte. Denn in Krimina und Svatove, dort kämpfen die ukrainischen Streitkräfte gegen die Russen, die dort primär verteidigen. Dann gibt es Angriffe in Kramatorsk und auch im Süden. Gerade so im Bereich Kherson liefern sich beide Kriegsparteien sehr, sehr schwere Artilleriegefechte. Man muss noch dazu sagen, im Donbass, da behauptet der ukrainische Präsident Zelensky, dass man dort praktisch einen extrem hohen Blutzoll zahlt und dass dieses Fleckchen Erde, was da von den ukrainischen Soldaten gerade verteidigt wird, das blutigste Stück Erde in der Ukraine momentan ist. Und er spricht da von Leichen, die das Gelände pflastern. Dankeschön, Guido, für den Überblick. Wir sind gleich zurück hier bei Welt. Wir blicken auf das Thema Gendern. Und dazu spreche ich mit der ehemaligen Familienministerin, der ehemaligen Bundesfamilienministerin, Christina Schröder. Bleiben Sie dran. In gut drei Minuten sind wir zurück. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in einer bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Herzlich willkommen zurück hier bei Welt. Gendern ja oder nein? Nein, sagt jetzt ausgerechnet Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Zur Erinnerung, er ist grüner und die Partei, die setzt sich ja normalerweise stark fürs Gendern ein. Kretschmann dagegen sorgt sich um die Entwicklung der Sprache. Im Mittelpunkt müsste stehen, Kindern grammatikalisch korrekte Sprache beizubringen. Sternchen und Doppelpunkte seien da kontraproduktiv. Gendern, jetzt auch auf Schultafeln? Darüber wird diskutiert. Sollen schon Kinder geschlechtergerechte Sprache lernen? Ein klares Nein kommt vom grünen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Die Schulen müssen sich an das halten, was der Rat für deutsche Rechtschreibung vorgibt. Sonst haben wir am Ende keine einheitliche Rechtschreibung mehr. Es ist schon schlimm genug, dass so viele unserer Grundschüler nicht lesen können. Man muss es denen nicht noch erschweren, indem man in der Schule Dinge schreibt, die man gar nicht spricht. Der grünen Politiker ist selbst ehemaliger Lehrer. Mit seinem Nein zum Gendern im Klassenzimmer stellt sich Kretschmann gegen seine eigene Partei. Denn die Gendersprache ist Teil des grünen Selbstverständnisses. Geschlechtergerechte Sprache in der Schule, für viele unnötig. Völliger Schwachsinn, wir haben ganz andere Probleme in unserem Land. Weil ich es generell sinnlos finde, finde ich es auch sinnlos, dass man es den Kindern schon beibringt. Ich finde, da haben wir viel wichtigere Sachen, die man angehen müsste. Also das Gendern ist etwas, was die Bürger eigentlich gar nicht wollen. Der Landesschülerbeirat appelliert für ein freiwilliges Gendern an Schulen. Betont aber auch, es gibt wichtigere Themen, wie zum Beispiel die Digitalisierung im Klassenzimmer. Wir haben jetzt Klassenzimmer, die noch mit Tageslichtprojektoren ausgestattet sind. Das bedeutet, auf der einen Seite haben wir natürlich das Gendern, auf der anderen Seite nicht ausgestattete Klassenzimmer. Wo das natürlich die Schülerinnen und Schüler auch betrifft. Wo ich fast sagen würde, die Ausstattung der Klassenzimmer ist weitaus gravierender als die Frage nach dem Gendern. Also lieber mehr Geld als Sprachregelungen. Und auch an die Politik appelliert Gretschmann so zu sprechen, dass es auch jeder versteht. Und zugeschaltet ist mir jetzt die Weltkolumnistin und ehemalige Bundesfamilienministerin der CDU, Christina Schröder. Guten Tag. Hallo, grüße Sie. Winfried Gretschmann ist also gegen Gendern an Schulen. Er sagt, es ist schlimm genug, dass viele unserer Grundschüler nicht mal lesen können. Jetzt muss man Ihnen nicht noch das Leben erschweren, indem man in der Schule Dinge schreibt, die man gar nicht spricht. Hat er recht in Ihren Augen? Ja, da hat er recht. Winfried Gretschmann ist ja schon immer ein unideologischer Typ. Und hier geht er in der Tat an ein Thema, das die Grünen sehr dogmatisch betrachten. Aber ich würde sagen, er trifft da genau einen Punkt. Es ist nicht die Aufgabe von Sprache, Gerechtigkeit herzustellen, vermeintliche Gerechtigkeit. Sondern die Aufgabe von Sprache ist es, möglichst einfach, möglichst verständlich zu sein. Übrigens auch für nicht akademische Schichten, für Menschen, die Deutsch erst lernen. Und da ist unsere deutsche Sprache ohne Gendern mit Sicherheit die bessere Wahl. Wenn wir jetzt mal beim Thema Schule bleiben, wäre da nicht eine bundesweite Regelung sinnvoll? Natürlich ist es schwierig, weil Schulen eben Ländersache sind. Er hat jetzt für Baden-Württemberg gesprochen, aber trotzdem würden Sie dafür plädieren? Es gibt ja gar keine Regelung, dass an den Schulen gegendert werden soll. Mir ist auch keine solche Regelung in einem Bundesland bekannt. Sondern im Moment ist es so, dass manche Schulen es praktizieren, manchmal auch nur manche Lehrer es praktizieren, manche nicht. Und an den Universitäten sieht es ganz ähnlich aus. Ich sage, es wird immer dann hochproblematisch, wenn entweder es sogar in Klausuren, sei es in Schulen, sei es an Unis, von den Schülern verlangt wird, gar eine schlechtere Note droht, wenn man nicht gendert. Es ist aber auch schon dann problematisch, wenn eine Erwartungshaltung der Lehrer transportiert wird. Wenn also gezeigt wird, dass man es gut fände, wenn Schüler gendern. Denn dies entspricht nicht der Empfehlung des Rats der deutschen Rechtschreibung. Und entsprechend darf sowas nicht verlangt werden, auch nicht unterschwellig. Wir haben es eben auch gesehen im Beitrag, da kamen einige Menschen zu Wort. Die Mehrheit der Gesellschaft, das zeigen ja auch Schulen, die sind gegen das Gendern. Also wie erklären Sie sich es denn, dass dieses Thema trotzdem einen so hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft, in unserer Berichterstattung einnimmt? Warum wird so viel über dieses Thema gesprochen? Ja, das ist ganz faszinierend. Je nach Befragung, 80 Prozent der Deutschen lehnen das Gendern ab. Und ich muss Ihnen auch sagen, selbst die, die vielleicht, wenn sie offiziell auftreten, gendern. Ich habe noch nie erlebt, dass da einer beim Glas Wein da noch wirklich gendert, am Grill gendert. Sondern das ist quasi eine Sprache, die demonstrativ vor sich her getragen wird in bestimmten Situationen, um eine bestimmte Haltung zu demonstrieren und durchaus auch oft, um andere Menschen zu erziehen und sich sozial abzugrenzen. Und das halte ich für hoch problematisch, gerade wenn dies dann auch an Schulen gelehrt wird. Ich selbst habe in meiner Schule neun Jahre lang Latein gelernt. Und in Latein war es ganz klar, der Blural, das Genus Commune, das gilt für Männer und für Frauen. Und dies entspricht auch unserem Sprachgebrauch. Wenn Sie zum Beispiel mal den Satz nehmen, die Mehrheit der Grundschullehrer ist weiblich. Dann hat bei diesem Satz praktisch niemand ein Störgefühl, weil ganz klar ist, dass mit Grundschullehrer Männer und Frauen gemeint sind und deren Mehrheit ist nun mal weiblich. Trotzdem scheinen die Fronten im Moment ziemlich verhärtet. Also da gibt es einerseits eben die Menschen, die sagen, wir müssen gendern, nur das ist gerecht. Dann gibt es die anderen, die das komplett ablehnen. Wir haben jetzt dieses eine Extrem, also dass Menschen wirklich sagen, gendern oder nichts. Was glauben Sie, wird sich das entwickeln? Wird sich das wieder einpegeln oder werden wir dann wirklicherweise ein anderes Extrem erleben? Wird in zehn Jahren sich das Gendern durchgesetzt haben? Was schätzen Sie, wie ist Ihre Prognose? Nein, ich gehe nicht davon aus, dass sich das Gendern durchsetzt. Denn in der Sprache setzt sich das durch, was ökonomisch ist, was ermöglicht, sich schnell und gut und präzise auszudrücken. Und gerade das ist mit dem Gender nicht möglich. Teilweise ist das Gendern ja auch grammatikalischer Quatsch. Denken Sie daran, dass zum Beispiel die Substantivierung des Präsenzpartizips verwendet wird. Klingt kompliziert, meint sowas wie die Studierenden, die Autofahrenden. Viele Menschen sprechen ja nur noch so, ist ganz faszinierend, aber es ist Quatsch. Denn wenn man studierend ist, dann meint das, dass man in diesem Moment im Moment gerade am Studieren ist. Ganz absurd wird es sein, wenn dann davon gesprochen wird, die verstorbenen Studierenden. Also wir praktizieren hier grammatikalische Verrenkungen, teilweise grammatikalischen Quatsch, weil wir oben bestimmt eine bestimmte gute Ideologie, eine bestimmte gute Weltanschauung demonstrativ an den Tag legen wollen. Ich sage, das ist nicht Aufgabe von Sprache. Und deswegen bin ich ziemlich optimistisch, dass es sich nicht durchsetzen wird. Klare Worte von Christina Schröder. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview und für Ihre Zeit. Danke Ihnen auch. Tschüss. Wir haben noch eine gute Nachricht in eigener Sache. Denn das vergangene Jahr 2022, das war für uns bei Welt, bei Welt Nachrichtensender, das stärkste Jahr der Sendergeschichte. Nie zuvor waren unsere Einschaltquoten so hoch. Und deshalb wollen wir Danke sagen. Danke für Ihr Vertrauen. Danke fürs Zusehen. Und wir wollen natürlich besser werden, wollen unser Programm noch stärker nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen ausrichten. Deswegen haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet. Wenn Sie möchten, können Sie gerne teilnehmen und uns sagen, wovon Sie gerne mehr hätten, wovon Sie gerne weniger hätten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihre Anregungen und vielen Dank. So, damit sind wir beim Wetter. Es wird einfach nicht besser. Es ist und bleibt trist. Ja, irgendwie die Wetterlage ist festgefahren, eingefahren. Es ist der Wurm drin, wie man so schön sagt. Also Winter ist nicht in Sicht der Zeit, darf aber Regen. Ich meine, wenn es jetzt kälter wäre, dann hätten wir... Vielleicht kommt das ja noch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir kommen irgendwie nicht aus dieser Wetterlage raus, die uns statt Winter Regenwetter beschert. Das Tiefhorst Skandinavien zapft zwar etwas kühlere Luft nun an, aber die bringt weiterhin wieder Regen mit sich. Und dazu ist es auch sehr windig. Schon im Laufe des Abends kommt vom Westen her ein Regengebiet auf uns zu, wird uns morgen dann ganz zielstrebig überqueren. Ja, morgen Nachmittag im Südosten dann ankommen. Dabei kann es örtlich ganz schön kräftig regnen, hier gut zu sehen, beispielsweise am Schwarzwald. Doch eigentlich bekommen wir morgen überall mal wirklich richtig Regen ab. Trocken wird es nirgends sein, also komplett trocken. Nur an den Alpen gibt es morgens dazu dann etwas Sonnenschein am Nachmittag, dann im Nordwesten, sobald die Regenwolken hier durch sind. Allerdings muss man hier noch immer mit nachfolgenden Schauern dann rechnen. Und dazu weht der Wind in starken Böen im Bergland und an der Nordsee sind auch Sturmböen möglich. Und mit den Temperaturen geht es dabei im Süden und Westen wieder rauf auf milde 11 bis 13 Grad. Im Osten kann sich zwar etwas kühlere Luft behaupten, doch auch diese Höchstwerte haben mit Winter nun wirklich nichts zu tun. Ja, und der Blick auf die Aussichten verheißt auch weiterhin milde und feuchte Luft. Es gibt kaum einen Tag, an dem es überall meist trocken bleibt, vor allem am Donnerstag und Freitag kann es in Staulagen der Mittelgebirge dann auch mal kräftiger, langanhaltender Regen. Und dann kann es zu Hochwasser kommen. Hier sieht man es nochmal. Nein, das schon wieder nicht mehr. Oh, jetzt ist es schon wieder weg. Die Technik spielt auch ein bisschen verrückt. Jetzt bist du nicht mehr zu sehen bei Ihrer, aber gut. Gut, warte mal, ich kann ein bisschen vorkommen. So, jetzt können wir uns auch richtig verabschieben. Danke dir. Sehr gerne. Kurze Pause, dann sind wir zurück. Wir blicken unter anderem auf das Thema Lützerath, das Protestcamp in Lützerath in Nordwestfalen. Das soll morgen, ab morgen aufgelöst werden. Und schon jetzt zeigt sich, dass es durchaus zu unschönen Szenen kommen könnte, zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Aktivisten und der Polizei und auch der Bundesverfassungsschutz, der warnt ist. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Kampf formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um diese Westerkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in einer bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände... Der Verfassungsschutz warnt vor einer Radikalisierung der Proteste in Lützerath. Morgen kann die Räumung beginnen, aber schon heute baut die Polizei Barrikaden ab. Das Oberverwaltungsgericht hat einen Eilantrag der Klimaaktivisten abgelehnt. Bundeskanzler Scholz will der Ukraine vorerst keine Leopard-Kampfpanzer liefern. Den Vorwurf, er sei zu zögerlich, weist er entschlossen zurück. Großbritannien dagegen erwägt die Lieferung schwerer Panzer vom Typ Challenger. Das Skandalbuch von Prinz Harry ist seit heute in Deutschland im Handel. Seine Abrechnung mit der königlichen Familie sorgt besonders in Großbritannien, aber nicht nur dort, für heftige Debatten. Hallo und herzlich willkommen zu Die Welt am Mittag. Ja, schönen guten Tag auch von mir, Dienstagmittag. Ja, wir schauen direkt mal nach Lützerath. Denn man muss sagen, die Räumung, sie soll ja eigentlich erst ab morgen beginnen. Aber wir sehen auch heute schon in den ganzen Morgen über Bilder von, ja teilweise auch schon etwas angespannter Stimmung zwischen hunderten Klimaaktivisten und der Polizei, die dort vor Ort ist. Was Sie jetzt hier aktuell sehen, das ist im Grunde genommen nur eine der Zufahrtsstraßen zum Dorf Lützerath. Und das Ziel ist, für die morgen anstehende Räumung das erstmal schon freizubekommen seitens der Polizei. Aber man erkennt auch da Gräben, man sieht Barrikaden, man sieht diese Ständer, diese sogenannten Tripods. Und die Aktivisten machen keinen Anschein, dass sie also bereit sind, diese Zufahrt bisher zu räumen. Und wir schalten zu unserem Reporter Jens Räupert, der derzeit noch in Jakkerath ist, einem Zufahrtsort. Und Jens, die Bilder, die wir jetzt gerade sehen, das sieht relativ ruhig aus. Das war den Vormittag über nicht immer so. Und bei dir ist es auch schon wieder lauter. Was passiert da? Genauso ist es. Ich muss dich leider zunächst korrigieren. Markus, wir waren heute Morgen in Jakkerath. Mittlerweile sind wir natürlich in Lützerath, hier am Ort des Geschehens. Die Polizei ist auch jetzt schon in einem Großeinsatz, obwohl die eigentliche Räumung von Lützerath erst morgen beginnen soll. Es geht jetzt hier an einem Ort etwas unruhig zu, der vor ein paar Tagen noch ein Rübenfeld gewesen ist. Das wurde mittlerweile gerodet und planiert. Und viele Aktivisten haben hier einen Graben ausgehoben, den sie jetzt besetzen. Und das im Wortsinne. Sie verkeilen sich miteinander und ineinander. Sie sehen das hier in mehreren Reihen, sitzen sie hier zum Teil auch vermummt. Und sie wollen diesen Graben nicht aufgeben. Direkt dahinter auch eine Barrikade errichtet. Jetzt gibt es hier eine Ansage von der Polizei noch einmal. Man versucht es also mit der Kraft und der Macht des Wortes, die Aktivisten zur Aufgabe zu bewegen. Ich wage jetzt mal die Prognose, dass das nicht gelingen wird, dass es hier nicht mit dem Wort allein reichen wird. Wir hören jetzt die Worte Haut ab von den Aktivisten. Also wir gehen davon aus, dass gleich die Aktivisten hier aus diesem Graben, den sie ausgehoben haben, einzeln weggetragen werden. Möglicherweise gibt es auch hier wieder etwas Widerstand. Und jetzt hören wir hier den Sprechchor. Es gibt ein Recht auf Dienstverweigerung. Also es gibt auch heute wieder die Aufrufe an die Polizeibeamten, ihren Dienst sozusagen abzusagen, sich krank zu melden. Auch die entsprechenden Paragrafen werden hier immer wieder genannt. Aber das führte aus Sicht der Aktivisten nicht zum Erfolg. Jetzt sehen wir es, die Aktion beginnt jetzt, die polizeiliche Maßnahme. Das heißt, die Aktivisten werden jetzt einzeln weggetragen aus diesem Graben, den sie gestern noch sehr kurzfristig ausgehoben haben. Die Polizei will diese Fläche freiräumen, um dann hier eben die Fahrzeuge hier heranzuführen, die man braucht, um weiter in Richtung Lützerath zu kommen. Und die Räumung dann ab morgen auch umzusetzen. Du bist nicht allein, du bist nicht allein. Und dann hören wir auch an dieser Stelle wieder, also die Solidaritätsbekundungen unter den Aktivisten nach wie vor hörbar und spürbar. Jens, aber wie effektiv ist denn so ein Wegtragen? Wir sehen es jetzt also mehrere Beamten, die da versuchen, erstmal einen Klimaaktivisten in die Höhe zu bringen. In Gewahrsam wird ja dabei niemand genommen, oder? Genau so ist es, Marie. Die Aktivisten, die jetzt hier weggetragen werden, können sich darauf freuen, je nach Wahrnehmung bald wieder auf freiem Fuß zu sein im Wortsinn. Das heißt, sie können dann wieder zurückgehen in diese Position, sofern sie da keine Polizeisperre, keine Polizeikette vor sich finden. Sie können wieder zurück ins Camp gehen. Also sie werden jetzt nicht in Gewahrsam genommen. Und wir sehen es auch in unserem Live-Bild, dass bei jedem Einzelnen jetzt noch einmal das Gespräch gesucht wird. Es wird sicherlich auch jetzt in diesem Moment der polizeiliche Zwang angedroht, dass es doch etwas ruppiger dann zugehen kann. Aber wir haben es den ganzen Morgen über erlebt, dass die allermeisten recht schnell aufgegeben haben. So auch jetzt, sie lassen sich also wegtragen. Jens, wir hören noch weiter die Sprechchöre. Du warst ja gestern die ganze Zeit auch dabei, als zum Beispiel auch dieser Graben ausgehoben wurde und diese behelfsmäßigen Barrikaden gebaut wurden. Da waren dann auch viele Polizisten daneben. Warum wurde denn das gestern überhaupt noch zugelassen? Das habe ich mich auch gefragt, Markus. Es war über Stunden so, dass immer mehr Gräben ausgehoben wurden von den Aktivisten. Barrikaden wurden errichtet. Ganze Bäume wurden hier auf die Straße gerollt mit vereinten Kräften. Und die Polizei hat sich das alles angeschaut, hat nicht wirklich reagiert. Da hat man augenscheinlich auf den Aspekt der Deeskalation gesetzt. Das wird auch immer wieder vom Polizeipräsidenten in Aachen betont, dass man in den vergangenen Tagen möglichst wenig Polizeifahrzeuge und eben auch Einsatzkräfte vor Ort haben wollte. Aber die Zeit drängt. Das heißt, man muss jetzt wirklich vorrücken in Richtung Lützerath, um mit der Räumung dann morgen beginnen zu können. Und jetzt sehen wir es auch, dass ein älterer Herr auch mittendrin sitzt. Teilweise sind Rucksäcke mit dabei, die Arme ineinander verschränkt. Ich kann das berichten aus den vergangenen Monaten, wo ich selbst auch mal hier war, wo ich eine Führung bekommen habe, an der Seite einer Aktivistin. Und sie hat mir auch erzählt und gezeigt, wie sehr intensiv unter den Aktivisten trainiert wurde in den vergangenen Wochen und Monaten, was eben diese Sitzblockaden angeht, wie man sich verhält, wie man sich ineinander verkeilt und an welcher Stelle man Widerstand leistet oder eben auch nicht. Also die Vorbereitungen, die gingen mehrere Wochen, teilweise auch Monate bei den Aktivisten, die jetzt schon längere Zeit hier sind. Die Räumung steht kurz bevor, morgen soll es losgehen. Aber wir erleben es, wir haben es eben live gezeigt hier bei Welt, dass schon jetzt immer mehr Aktivisten herauskommen aus Lützerath, um die Barrikaden zu verstärken, um Sitzblockaden zu bilden. Eben auf den Bildern konnte man auch noch mal sehen, dass das nicht ausschließlich junge Menschen sind, die dort zum Demonstrieren und Blockieren hingekommen sind. Jens, lass uns noch mal über die Deeskalationsstrategie der Polizei sprechen. Du sagst selber, die Zeit drängt eigentlich. Das Ziel der Aktivisten ist, möglichst lange diese Räumung zu verhindern, weil sie dann nämlich irgendwann gar nicht mehr möglich wird. Inwiefern verzögert aber gerade eigentlich auch die Strategie der Polizei dieses Geschehen? Ich habe gestern mit einem Polizisten gesprochen, der wollte nicht namentlich genannt werden, der wollte auch nicht gezeigt werden. Und der erzählte mir so unter der Hand, off the record, wie man beim Fernsehen sagt, also fernab der Aufnahmen, dass er nicht so ganz glücklich damit ist, dass es heute am späten Nachmittag um 17 Uhr in Erkelenz noch eine Informationsveranstaltung gibt für die Bevölkerung. Der Landrat des Kreises Heinsberg wird dort sein, auch Bürgermeister der Gemeinden, der Kommunen hier in der Region. Da soll es eben für die Bevölkerung noch einmal Informationen geben. Das ist gut, das ist wichtig, das ist ein wichtiger Schritt in der Demokratie. Die Polizei sagt aber, während es hier wieder etwas lauter und ruppiger wird, dass das nicht gerade hilfreich ist für die Einsatzstrategie, wenn man heute noch diese politische Veranstaltung durchführt und dann erst morgen mit der Räumung beginnen kann. Also man hätte gern früher damit begonnen, aber vor allem aufgrund dieser politischen Infoveranstaltung ist das bislang nicht möglich gewesen. Und jetzt sehen wir hier, dass es doch eben vielleicht einen Hardliner gibt unter den Aktivisten, der sagt, ich werde mich ja nicht so einfach in eure Hände begeben, mich nicht wegtragen lassen. Aber wir sehen eben auch die Beamten der Beweissicherung vor allem, die jetzt hier vor Ort sind, die dann eben doch mit gezielten Griffen mehr und mehr Aktivisten jetzt wegräumen. Jens, vielen, vielen Dank für deine Beschreibung. Wir werden immer mal wieder zu euch nach Lützerath schauen. Wir haben aber viele weitere wichtige Themen. Deutschland soll weitere Waffen in die Ukraine liefern. Das fordern inzwischen selbst grüne Politiker der Ampel, aber Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt da seinen eher zurückhaltenden Kurs. Deutschland werde keine Alleingänge machen, sagt er, sondern mit den Freunden und Verbündeten gemeinsam entscheiden. Ja, und da bleibt es nun abzuwarten, ob die angekündigte Kampfpanzerlieferung der Briten daran etwas ändern wird. Denn erst am Donnerstag hatte Scholz mit US-Präsident Joe Biden vereinbart, Schützenpanzer westlicher Bauart in die Ukraine zu liefern. Diese Panzer werden von der Ukraine seit Monaten bereits gefordert. Matthias Heinrich zu den aktuellen Hintergründen. Kaum ist der Schützenpanzer Marder. Vom SPD-Kanzler zugesagt kommen die Forderungen nach dem schweren Kampfpanzer Leopard 2. Von seinen Koalitionspartnern, die sich diese Waffenhilfe vorstellen können, aber auch aus der Union. Auf einer Wahlkampfveranstaltung erläutert der Kanzler seine Zurückhaltung. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten und ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und alle können sich darauf verlassen, dass nicht die öffentliche Aufregung, sondern das, was richtig ist in der Sache und gut ist für die Ukraine und den Frieden in Europa, dass das von uns getan wird. Doch auch von außen wächst der Druck. Laut Medienberichten will Großbritannien zehn Challenger 2 nach Kiew liefern. Sollte London den Panzer freigeben, wäre dies eine nochmalige Qualitätssteigerung der Waffenlieferungen. Der Challenger 2 wurde 1998 ausgeliefert und später mit einer 120-mm-Kanone von Rheinmetall mit 4000 Metern Reichweite nachgerüstet. Die Durchschlagskraft ist hoch. Der Challenger 2 ist mit dem Leo 2 durchaus vergleichbar. Der wurde 1978 ausgeliefert. Die 120-mm-Kanone hat einen Stabilisator aus der Fahrt treffsicher bis auf 4000 Metern mit hoher Durchschlagskraft. Derweil toben weiter heftige Kämpfe im Donbass. Diese Bilder sollen Frontabschnitte bei Bachmut zeigen, wo Ukrainer russische Angriffswellen zurückschlagen. Der ukrainische Präsident lobt seine Soldaten, erklärt die Russen für wahnsinnig. Und was wollte Russland dort gewinnen? Alles ist völlig zerstört. Es gibt fast kein Leben mehr und tausende ihrer Leute sind verloren. Das ganze Land in der Nähe von Solidar ist mit Leichen der Eindringlinge bedeckt und von den Schlägen gezeichnet. So sieht Wahnsinn aus. Und das sollen diese Bilder aus Twitter unterstreichen. Russische Wagner-Söldner werden geortet und dann von präzisen Schlägen des US-Raketenwerfers Haimars ausgelöscht. Zurück bleiben Felder mit Leichen. Es sollen russische Soldaten sein. Ordnen wir die Lage ein. Christoph Wanner ist uns nun aus Moskau zugeschaltet. Christoph, in Solidar gerät die Ukraine offenbar zunehmend unter Druck. Wie ist die aktuelle Lage und was würde ein Fall Solidars für den Kampf um Bachmut bedeuten? Also Solidar, kurz zur Einordnung, ist eine Kleinstadt im Gebiet in der Provinz Danetzk. Solidar liegt ungefähr 15 Kilometer nördlich der seit Monaten schwer umkämpften Stadt Bachmut. Die Russen nennen sie Artyomovsk und in Solidar, das ist jetzt so der neue Brennpunkt der letzten Tage, sind die Wagner-Söldner auf dem Vormarsch. Und wie es jetzt heißt, vom Separatistenführer Denise Puschilin habe man einen Großteil dieser Stadt unter Kontrolle. Das bestätigen wohl auch die britischen Geheimdienste. Und die heftigsten Kämpfe gibt es momentan im Westbezirk von Solidar. Also alles sieht nach einer Schlappe der Ukrainer in diesem Bereich aus. Und die große Gefahr ist, sollte Solidar fallen, wäre auch Bachmut in größter Bedrängnis. Und es droht dann da auch die Einkesselung der ukrainischen Truppen. Die USA, vor allem von dem Think Tank, The Institute for the Study of War, also von dieser Denkfabrik, die sind diesbezüglich weniger optimistisch als die russischen Militärblogger. Dort heißt es von den Kollegen des Think Tanks, dass akut keine Gefahr bestehe für Bachmut in Bezug auf eine Einkesselung. Also da äußerst widersprüchliche Angaben unterm Strich bleibt, dass die Russen tatsächlich auf dem Vormarsch sind, dass sich da Erfolge abzeichnen in diesem Bereich und dass die Gefahr besteht, dass dann der Weg Richtung Westen für die russischen Streitkräfte wesentlich einfacher sich gestalten dürfte, als das bisher der Fall war. Es gibt noch weitere starke Verteidigungslinien Richtung Kramatorsk und Slavinsk. Das ist richtig. Die Ukrainer hatten die letzten acht Jahre Zeit, sich dort einzugraben. Aber ein Erfolg jetzt eben bei diesen Kämpfen um Bachmut und Solidar, der wird sicherlich auch die russischen Streitkräfte moralisch beflügeln. Also von daher hat sich das Kriegsglück in den letzten Wochen im Donbass ganz offensichtlich zugunsten Russlands gewendet. Das mag eine Momentaufnahme sein, aber Tatsache ist Tatsache. Und nun gibt es auch noch eine Äußerung, die sorgt nicht nur hierzulande für große Sorge, von einem engen Putin-vertrauten Patrutschev. Er sagt nämlich, man befinde sich faktisch nicht im Krieg nur mit der Ukraine, sondern sogar mit der gesamten NATO. Wie schätzt du diese Aussage ein? Also kurz zur Einordnung von Nikolai Patrutschev. Das ist einer der Männer hier, der wenigen Männer hier in Russland, die tatsächlich mit Wladimir Putin in engstem Kontakt stehen und denen der russische Präsident auch zuhört und deren Meinung auch wirklich respektiert wird. Patrutschev ist ein alter Bekannter von Putin. Die beiden kennen sich seit den 70er Jahren, beide aus Sankt Petersburg. Nikolai Patrutschev war dann zwischen 1999 und 2008 Chef des mächtigen Inlandsgeheimdienstes FSB, ist seitdem der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, also auch ein wichtiger Posten und wie gesagt eben ein enger Vertrauter von Putin. Und was Patrutschev so von sich gibt in Bezug auf die NATO und dass man sich jetzt mit der NATO im Krieg befände, de facto vor allem mit der Führungsmacht der NATO, den USA und auch den Briten. Das ist alles nicht neu, aber das unterstreicht eben, dass die Russen bei ihrem Narrativ bleiben. Wie oft hat Wladimir Putin in der Vergangenheit gesagt, dass man sich gegen den kollektiven Westen de facto im Krieg befände und dass die Amerikaner bis zum letzten Ukrainer gegen Russland kämpfen würden. Und all das haben wir schon gehört, aber Patrutschev unterstreicht das eben nochmal und zeigt uns so, dass die Russen tatsächlich da auch ihre Lesart nicht geändert haben. Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen aus Moskau. Die Stadt München bleibt laut Daten des Verkehrsdienstleisters Inrix die staugeplagteste Stadt Deutschlands. Im Schnitt standen Menschen dort im vergangenen Jahr ca. 74 Stunden im Stau. Auf Platz 2 direkt dahinter Berlin. Hier waren es 71 Stunden, die die Menschen im Auto saßen. In Hamburg dagegen 56 Stunden. Das klingt zwar viel, allerdings sind wir im Vergleich zu anderen internationalen Ländern noch ganz gut bedient. Am schlimmsten ist nämlich der Stau in London. Dort standen die Menschen im letzten Jahr 156 Stunden im Stau. Das sind umgerechnet 6,5 Tage. Für die Studie wurden Stau- und Mobilitätsdaten aus mehr als 1000 Städten in 50 Ländern ausgewertet. Und beim Auto bleiben wir. Denn Bundeskanzler Scholz lädt heute zu seinem ersten Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Dabei soll es nicht nur ums Auto gehen. Im Fokus steht die Verkehrswende im Allgemeinen. Doch Autohändler haben momentan ganz andere Sorgen. Und die Konjunktur- und Energiekrise und auch die Förderung für E-Autos läuft ab diesem Jahr auch aus. Wie trotzdem die Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte Bundeskanzler Scholz im Kanzleramt mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik beraten. Aber von Verbänden kommt vorab bereits Kritik. Es werde sich zu sehr aufs Auto fokussiert, kritisiert unter anderem das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. Chinas Regierung hat scharfe Kritik am Besuch einer FDP-Delegation in Taiwan geübt. Trotzdem haben die Politiker jetzt Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen getroffen. Zusammen mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sind auch FDP-Vizie Johannes Vogel und weitere Mitglieder in Taiwan. Strack-Zimmermann sagte, der Angriffskrieg in der Ukraine sei ein riesiger Weckruf gewesen. Demokratien müssten Seite an Seite stehen. Aus Rücksicht auf China hat Deutschland keine formalen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Allerdings arbeitet die Bundesregierung derzeit an einer neuen China-Strategie, angeblich mit mehr Distanz zu dem autoritären Staat. Und aus Taipei zugeschaltet ist mir jetzt der stellvertretende FDP-Vorsitzende Johannes Vogel. Ich grüße Sie ganz herzlich dorthin. Hallo, grüße Sie. Guten Abend. Guten Abend aus Taipei. Hier ist es mittlerweile mittags. Vier Tage lang sind Sie ja in Taiwan, noch bis Donnerstag. Die Frage natürlich, was genau wollen Sie erreichen? Und warum ist diese Reise, findet sie genau jetzt statt? Ja, wir sind ja insgesamt in neuen Systemwettbewerben, auch mit dem China von Xi Jinping und der KP. Und die Taiwan-Frage ist da eine der komplexesten, aber eben auch eine wichtige. Und im Einklang mit der Ein-China-Politik, zu der Deutschland sich bekennt und bekannt hat, genauso wie viele andere westliche Nationen, alle anderen westlichen Nationen, steht, dass wir trotzdem Kontakte halten. Gerade wir als Parlamentarier übrigens. Es ist ja eine Parlamentarier, eine Abgeordnetendelegation. Und warum ist das wichtig? Na, unter anderem neben dem Austausch und dem Erkenntnisgewinn, weil es auch eine wichtige Geste der Solidarität ist, dass die Drohung oder gar das Agieren einer Veränderung des Status Quo in der Taiwan-Straße durch die Volksrepublik China natürlich nicht akzeptabel wäre. Und da ist es richtig, dass, finde ich, die Fraktion der Partei der Freiheit zeigt, dass ihr diese Freiheitsfrage auch wichtig ist. Diese Konkurrenz der Systeme, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten, wenn nicht noch länger. Aber unterschätzt denn dann Ihrer Meinung nach der Westen die militärische Bedrohung Chinas gegen Taiwan? Ja, was man hier lernt und erlebt vor Ort ist, dass zum Beispiel derzeit nahezu jeden Tag, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, jeden Tag chinesische militärische Einheiten, anders als früher, über die Mitte der Taiwan-Straße hinausgehen. Also sehr bewusst sozusagen in der Nähe der taiwanischen Insel agieren. Und das ist ja eine klare Aussage aus Peking, dass man sich eben auch militärisches Handeln vorbehält. Das sagt Xi Jinping ja immer. Und gleichzeitig muss doch klar sein, dass eine solche Option für die Welt inakzeptabel ist. Das ist ja auch die Meinung der internationalen Gemeinschaft zuletzt zum Beispiel, haben die G7-Staaten das formuliert. Aber ich finde, dann müssen wir eben auch deutlich machen und das unterstreichen, dass das so ist, weil man ja durch das Hinschauen, durch das Daraufhinweisen eine Eskalation gleichzeitig unwahrscheinlicher macht, weil man eben deutlich macht, es wäre der Welt nicht egal. Aber liegt da die wirkliche Macht nicht doch eher in Washington oder anders gefragt? Wie viel Macht können Sie mit Ihrem Besuch Ihrer Delegation, die nicht mal eine offizielle der Bundesrepublik Deutschland ist, was können Sie damit wirklich erreichen? Das ist ja auch gar nicht unser Anspruch. Natürlich sind wir keine Delegation der Bundesrepublik Deutschland, denn wir sind ja nicht die Regierung. Das ginge ja auch gar nicht im Einklang mit der Ein-China-Politik. Aber wir sind Parlamentarier. Und ich finde, es ist gerade die Aufgabe von Parlamentariern, deutlich zu machen, dass uns diese demokratische Gesellschaft eben nicht egal ist. Und das geht eben auch diplomatisch. Worum geht es uns? Naja, niemand überschätzt sich hier. Aber es ist doch schon wichtig, erstens, dass wir im Austausch sind, dass wir uns die taiwanische Sicht anhören, was Sie sich auch wünschen, wie Sie auf diesen Konflikt schauen. Dafür können wir lernen, auch für unseren strategischen Umgang mit China. Und es ist dann eben schon, finde ich, was hier jedenfalls man auch gespiegelt bekommt von den Gesprächspartnern, eine Geste der Solidarität, die sehr wahrgenommen wird und wichtig ist. Und wir müssen doch darüber nachdenken, was unser Beitrag sein kann. Und dafür braucht man ja eben auch Erkenntnisse aus Gesprächen wie den unsrigen hier, was wir tun können, um eben eine gute Entwicklung zu befördern. Wir denken ja gerade über eine China-Strategie nach. Und ich mache es mal ganz konkret. Ein Beispiel, sich die Frage zu stellen, wie können wir uns als Europäer etwas weniger abhängig machen vom chinesischen Markt? Wie können wir das ausbalancieren? Das schafft Handlungsoptionen und muss zum Beispiel Teil einer Strategie sein, um nur ein Beispiel unter vielen zu nennen. Sagt der stellvertretende FDP-Vorsitzende Johannes Vogel. Ich bedanke mich ganz herzlich und grüße Sie einen schönen Abend nach Taipei. Guten Mittag nach Deutschland. Danke. In einem privaten Büro von US-Präsident Joe Biden sind geheime Regierungsdokumente, aus dessen Zeit als Vizepräsident entdeckt worden. Dem Weißen Haus zufolge sind die Dokumente in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt worden. Die Unterlagen seien umgehend dem Nationalarchiv übergeben worden. Dem Sender CNN zufolge handelt es sich dabei um etwa ein Dutzend Dokumente, darunter auch Papiere mit höchster Geheimhaltungsstufe. Das Justizministerium prüfe nun den Vorfallen. Besonders brisant gegen Ex-Präsident Trump laufen derzeit Ermittlungen wegen der Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in sein privates Anwesen in Mar-a-Lago. Biden selbst hatte dies einst als unverantwortlich bezeichnet. Nach dem Gewaltausbruch im Regierungsviertel der brasilianischen Hauptstadt hat US-Präsident Biden Präsident Lula da Silva die, wie es heißt, unerschütterliche Unterstützung der USA zugesagt. Tausende Brasilianer forderten die Aufrührer zur Verantwortung zu ziehen. Am Sonntag hatten Anhänger des früheren brasilianischen Präsidenten Bolsonaro den Kongress, den obersten Gerichtshof und den Regierungssitz in Brasilia gestürmt. Rund 1.500 Personen wurden dann vorläufig festgenommen. Bolsonaro wurde kurz nach den Krawallen wegen starker Bauchschmerzen medizinisch behandelt, hat das Krankenhaus aber wohl inzwischen wieder verlassen. Massive Ausschreitungen in der Toskana gab es am Wochenende. Auf einer Autobahnraststätte nahe Arezzo eskadierte die Hooligan-Gewalt. Ultras der rivalisierenden Fußballclubs AHS Rom und SCC Napoli gingen am Sonntag aufeinander los, bewarfen sich mit Rauchbomben und Knallkörpern. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, sperrte einen kompletten Streckenabschnitt der Autobahn. Ein Roma-Ultra musste wegen Stichwunden im Krankenhaus behandelt werden. Und nach der Festnahme des in Regensburg geflohenen Mörders in Frankreich äußern sich jetzt die bayerischen Ermittler gleich zu dem Fall. Wir haben auch schon das Live-Bild von dort. Wir sind gespannt auf die neuesten Erkenntnisse zur Flucht und zur Festnahme von Rachid Zeh. Und dann legt er den Arm um mich und es war echt süß. Hey, Mama. Und dann? Hätte dich geküsst? Ruft an, wenn ihr da seid. Ich wünsche euch viel Spaß. Weil Familie das Größte ist, haben wir für jede Familie das passende Modell. Auch 100% elektrisch. Jetzt entdecken beim Skoda Buffet am 21. Januar bei ihrem teilnehmenden Skoda-Partner. KUKA. Immer 100 Grad kochendes, gekühltes, sprudelndes und stilles Wasser. Der Wasserhahn, der alles kann. Mehr Infos auf KUKA.de Das ist Fort Kökler. Mein Wunschmodell war sofort verfügbar. Wir haben die größte Auswahl. Fort Kökler hat immer tausende Transporter zu billigen Preisen auf Lager. Europas größte Fortausstellung mit kostenlosen. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen. Und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um diese Westerkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue, erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung. Das sind alles Einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch das bereitstehende Wasserwerfer... ...geflohen. Jetzt nahmen Polizisten ihn in Frankreich fest. Der 40-jährige Rachid C. wurde in der Nähe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwischt. Dort hätte er sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten sollen. Rachid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hat der Algerier mit einem Komplizen ein Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Und jetzt äußern sich die Ermittler in Regensburg. Schalten wir direkt dorthin, hören live rein, denn es gibt viele offene Fragen. Die Pressekonferenz beginnt also in wenigen Augen. Wir sehen es, Punkt 12.30 Uhr. Ich will mal beginnen, vielleicht noch zu Rachid C., der ja bereits eine lebenslange Haftstrafe absaß. Der hat dann ausgesagt in einem anderen Fall, weil er sich gegen JVA-Beamte gewendet. Jetzt geht's los, hören wir rein. ... bei uns hier im Hause anlässlich der Ergreifung eines flüchtlichen Häftlings. Ich habe live gestreamt auf der Facebook-Seite des Bibi-Oberpfalz. Und selbstverständlich wird es im Nachhinein nur Pressemitteilungen für uns bekommen. Sie werden jetzt zwei Statements hören und danach haben wir Zeit für die Fragen. Am Podium hier sitzen heute Herr Polizeipräsident Thomas Schöniger und der Einsatzleiter des Einsatzes, Herr Kriminaldirektor Michael Tanninger. Herr Schöniger, bitteschön. Ja, Herr Beck, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauer zu Hause, werte Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Ich darf Sie seitens des Polizeipräsidiums Oberpfalz sehr herzlich in unserem Haus willkommen heißen. Heute möchten wir Ihnen mitteilen, dass die intensive Fahndung nach dem in Regensburg geflohenen Rashid C. in unter 100 Stunden gestern zum Erfolg geführt hat. Der 40-jährige Mann wurde gegen 18.10 Uhr in Fahre-Ber-Viller in Frankreich festgenommen. Der Festnahmeort liegt rund 30 Kilometer südwestlich von Saarbrücken entfernt. Der Ort der Entweichung in Regensburg und der Ort der Festnahme in Frankreich liegen damit rund 470 Kilometer beziehungsweise fünfeinhalb Autostunden voneinander entfernt. Doch lassen Sie mich nochmal auf die letzten Tage zurückblicken. Am Donnerstag, 5. Januar, wurde der wegen Morders zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilte Rashid C. gegen 10 Uhr von zwei Polizeivollzugsbeamten der Bayerischen Polizei aus einer Justizvollzugsanstalt in Würzburg abgeholt. Er sollte zur Hauptverhandlung gegen ihn am Amtsgericht Regensburg in der Augustenstraße vorgeführt werden. Anlass für die Hauptverhandlung war ein Strafverfahren gegen Rashid C. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA Straubing im Jahr 2021. Nach der Tat wurde er damals in die JVA Würzburg verlegt. Bei der Abholung wurde Rashid C. an den Händen gefesselt. Fußfessel waren nicht angelegt. Die Handfesseln waren nach momentanen Informationen bis zum Beginn der Hauptverhandlung angelegt. Die Vorsitzende gestattete eine Abnahme der Fesseln zu Verhandlungsbeginn, woraufhin diese entfernt wurden. In einer Verhandlungspause, offenbar kurz vor den Plädoyers, wurde um ein Beratungsgespräch zwischen dem Mandanten Rashid C. und seinem Verteidiger in einem separaten Besprechungszimmer gebeten. Rashid C. und sein Verteidiger wurden daraufhin gegen 14 Uhr in ein Anwaltszimmer im Erdgeschoss verbracht. Zur Wahrung des Anwaltsgeheimnisses sind bei einem solchen Gespräch üblicherweise keine Beamten mit anwesend. Die beiden Beamten erkannten dabei, dass der Raum ein Fenster hat und entschieden sich deshalb zu folgendem Vorgehen. Ein Beamter bewachte die Türe des Raumes von außen, während der zweite Beamte sich durch die Sicherheitsschleuse des Gerichts vor das Gebäude begab, um das Fenster von außen zu bewachen. Diese Situation nutzte Rashid C. aus, um aus dem Fenster zu springen und loszuspringen. Augenzeugen berichteten von einer extremen Geschwindigkeit, die der Flüchtige an den Tag legte. Der Verteidiger soll daraufhin die Türe geöffnet und den Umstand der Flucht den Beamten vor der Türe mitgeteilt haben, welcher daraufhin aus dem Fenster sprang und die Verfolgung aufnahm. Der zweite Beamte befand sich zu diesem Zeitpunkt offenbar noch im Gebäude. Die Verfolgung gelang von der Augustenstraße über die Kumpfmühlerstraße bis hin zur Margaretenstraße, wo der Flüchtige seine Verfolger abschütteln konnte. Kurz darauf wurde das Polizeipräsidium Oberpfalz über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Sofort wurde eine Großfahndung zur Wiederergreifung des Flüchtigen eingeleitet. Die Koordination der Maßnahmen oblag zunächst der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Regensburg-Süd. Man hat zur Fahndung alle verfügbaren Streifen zusammengezogen. Auch ein Polizeihubfrauber wurde schnell mit eingebunden, um die Kolleginnen und Kollegen aus der Luft zu unterstützen. Die Bundespolizei und alle bayerischen Polizeidienststellen wurden über die Flucht informiert. Über unsere dienstlichen Smartphones wurde das Bild des Flüchtigen allen im Streifendienst eingesetzten Beamtinnen und Beamten übermittelt. Durch das Landeskriminalamt wurde eine bundesweite Informationssteuerung eingeleitet. Die Fahndung wurde folglich auch in das benachbarte Ausland weitergeleitet. In weniger als zwei Stunden leiterten wir eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem flüchtigen Mörder ein. Seit diesem Zeitpunkt lief die Fahndung rund um die Uhr mit Hochdruck. Auch in den folgenden Tagen wurde zur Fahndung und zum Schutz der Regensburger Bevölkerung ein Großaufgebot der Polizei eingesetzt. Die Bayerische Bereitschaftspolizei unterstützte uns mit Einsatzzügen bei den Maßnahmen. Eine genaue Zahl der Kräfte lässt sich nicht in Worte fassen, da faktisch jeder Polizeibeamte und jede Polizeibeamtin in Bayern, Deutschland und darüber hinaus nach Raschid C. Ausschau hielt. Auch in den folgenden Tagen bzw. über das Wochenende wurde diese Präsenz massiv hochgehalten und teilweise auch gesteigert. Mandrailing-Hunde der Polizei konnten die Spur des Flüchtigen aufnehmen und bis in Bahnhofsnähe weiter verfolgen. Jedoch verlief sich zunächst die Spur des Mannes. Mit Einsatzbeginn starteten intensive Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, die von den Kräften der Polizeiinspektion Regensburg-Süd unterstützt wurden. Die Details hierzu wird Ihnen später Herr Danninger vorstellen. Gestern nun führten diese Ermittlungen zum Erfolg. Es ergaben sich bereits früh Hinweise, die auf eine mögliche Flucht ins Ausland bzw. auch nach Frankreich nahe legten. Frankreich war für uns besonders naheliegend, da wir wussten, dass dort Angehörige des Flüchtigen leben. Aus diesem Grund wurden bereits am Wochenende Ermittlungen auf französischer Seite initiiert. In Echtzeit teilten unsere Ermittlerinnen und Ermittler ihre Erkenntnisse mit französischen Zielfahndern und umgekehrt. Französische Spezialkräfte nahmen daraufhin gestern ein verdächtiges Fahrzeug in Straßburg auf. Als es sich im weiteren Verlauf bestätigte, dass sich die Zielperson und eine seiner Schwestern im Fahrzeug befanden, er folgte durch Polizeikräfte gegen 18.10 Uhr in Fahre-Berwiler die Festnahme des Flüchtigen. Der Festnahmeort liegt etwa 110 Kilometer nördlich von Straßburg entfernt. Die derzeitige Kenntnislage allerdings, Entschuldigung, die derzeitige Kenntnislage allerdings sind die Ermittlungen hierzu noch nicht abgeschlossen, deutet auf eine möglicherweise geplante Flucht hin. Ebenso deuten Indizien darauf hin, dass der Flüchtige ein oder mehrere Helfer gehabt haben könnte. Bei der Festnahme wurde nach vorläufigen Informationen festgestellt, dass Rashid C. sein Aussehen, insbesondere seine Haare und seinen Bart, verändert hatte. Er leistete bei der Festnahme keinen Widerstand. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wurden in den letzten Tagen oftmals mit der Frage konfrontiert, wie die Flucht überhaupt gelingen konnte. Ich kann Ihnen mit Bezug auf bisherige Korrespondenzen mit den beteiligten Stellen, das sind insbesondere die Polizei in Unterfranken, die hiesigen Justizbehörden, mitteilen, dass der Vorfall gründlich nachbereitet werden wird. Da die Fahndung, die Wiederergreifung des Flüchtigen und der Schutz der Bevölkerung in den letzten Tagen oberste Priorität hatte, steht dieser Prozess im Moment noch aus. Ich bitte daher um Verständnis, dass wir dazu heute noch nicht näher Auskunft erteilen können. Ich möchte mich abschließend an dieser Stelle bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg für die engagierte und erfolgreiche Ermittlungsarbeit ausdrücklich bedanken. Die Kolleginnen und Kollegen haben rund um die Uhr intensiv an diesem Fall gearbeitet und konnten dadurch nun die Wiederergreifung erreichen. Mein besonderer Dank gilt vor allem auch den Kolleginnen und Kollegen der französischen Polizei für die grenzüberschreitende, professionelle und unkomplizierte Zusammenarbeit. Danke auch an die Kolleginnen und Kollegen aller anderen beteiligten Polizeidienststellen, insbesondere auch unserer Polizeiinspektion Regensburg-Süd für die tatkräftige Unterstützung. Ich bedanke mich für die schnelle Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und den anderen beteiligten Justizbehörden, die in kürzester Zeit die erforderlichen Beschlüsse beantragt haben. Danke schön auch an die Bürgerinnen und Bürger. Viele von Ihnen sahen es als selbstverständlich an, der Polizei bei der Suche mit Hinweisen zu helfen. Zuletzt danke ich Ihnen, werte Vertreter der Medien, für Ihre intensive Begleitung und Berichterstattung in diesem Fall. Vielen herzlichen Dank. Und damit verlassen wir die Pressekonferenz der Polizei in Regensburg. Schon eine spannende Geschichte dort, die Flucht des verurteilten Mörders. Definitiv, zumal das Ganze ja wirklich irgendwie auch geplant klingt und etwas nachlässig auch seitens der Behörden. Durchaus. Und nachher ist er dann einfach geflüchtet, weil er schneller war als offenbar die Beamten. Aber immerhin, der Zugriff ist dann gestern Abend 18.10 Uhr erfolgt. Und man muss auch sagen, der Geflüchtete hatte eine ordentliche Strecke hinter sich gelegt. 470 Kilometer, nämlich entfernt vom Fluchtort in Frankreich, hat man ihn letztlich festgenommen. Die weitere Aufarbeitung, Markus, die muss folgen, denn es ist immer noch in der Schwebe, ob das, wie inwieweit das geplant war. Und möglicherweise gab es auch ein bis zwei Helfer bei der ganzen Geschichte. Das wird also weiter ermittelt. Jetzt zumindest mal die Festnahme des entflohenen Sträflings. Wir schauen nach Lützerath. Dort erreichen uns nämlich von dort diese Live-Bilder. Und die Polizei will ja erst morgen offiziell räumen. Jetzt sehen wir hier aber live sie bei dem Versuch, Blockaden aufzulösen. Vorhin haben wir gezeigt, wie dort Sitzblockaden aufgelöst worden sind. Hier sehen wir jetzt eine Hebebühne der Polizei. Sie hat also auch spezielles Gerät dort, um eben, sehen wir jetzt rechts im Bild, die Menschen, die sich an diese Dreibeine gekettet haben, um eben Blockaden zu bilden, herunterzuholen. Und das hat in diesem Moment jetzt auch schon wieder geklappt. Also dort wird eine Person, die dort festhängt, heruntergeholt. Rechts sehen wir im Bild den zweiten, das zweite Dreibein. Dort hängt eben noch einer der Umweltaktivisten, der versucht, die Zufahrt zu blockieren. Wir hören auch die Rufe der Menschen dort immer wieder auf diesen Bildern, was live aber auch zu sehen ist. Doch jetzt deutlich mehr Polizisten als Menschen, die protestieren. Das Ganze, ja, verzögert den Aufbau. Der Abbau dieser Blockaden kostet die Polizei ein wenig Zeit. Aber sie kommt hier Stück für Stück auch, wie es aussieht, voran. Hier also das zweite Dreibein. Und auch das wird gleich mithilfe dann einer Hebebühne. Auch dieser Aktivist wird dann vorsichtig, so wie es eben aussah, heruntergeholt. Ja, großen Widerstand gab es dabei nicht. Und wir erinnern nochmal daran, das ist jetzt also lediglich die Vorbereitung auf die eigentliche Räumung, die morgen beginnen soll. Hunderte Klimaaktivisten sind dort in Lützerath bereits vor Ort. Der Verfassungsschutz, der warnt auch, dass sich auch Linksextremisten unter diese Demonstranten mischen könnten. Bereits wären auch viele auf dem Weg in den Ort, der eben bald auf dem Erdboden gleichgemacht werden soll. Ja, morgen also beginnt dann offiziell die Räumung. Mehrere tausend Polizisten dort, auch viele Aktivisten. Und heute Vormittag gab es dann ein bisschen mehr Rangeleien noch. Die haben wir am vergangenen Wochenende schon gesehen. Dann berichtet ein Aktivist zumindest, dass er auch mal eine blutige Nase bekommen hat. Aber die Menschen dort sitzen auch und werden dann einzeln nacheinander von der Polizei eben gepflückt, um sozusagen den Weg frei zu machen. Wir sehen es auch relativ kalt hier, sowohl den Demonstranten als auch den Polizisten in Lützerath. Wir werden immer mal wieder an den Ort auch schauen, machen jetzt aber erstmal weiter mit anderen Themen. Denn eben haben wir schon von einer Flucht berichtet. Hier haben wir direkt die nächste für Sie. Die Polizei hat nämlich einen geflohenen Messerstecher in Esslingen festgenommen. Der 21-Jährige war am Freitag aus dem Zentrum für Psychiatrie Weißenau in Ravensburg geflohen. Dort wurde er im Sommer eingewiesen, nachdem er einen Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt hatte. Der Straftäter nutzte einen begleiteten Spaziergang auf dem Gelände der Einrichtung zur Flucht, blieb verschwunden. Heute Morgen dann konnte die Polizei ihn vor seiner Wohnung in seinem Heimatort Esslingen festnehmen. Aber besonders brisant, der Mann ist schon seit November der vierte Strafgefangene, der aus der Psychiatrie in Ravensburg fliehen konnte. Ja, und wir kommen, Kriminalität nicht so ganz, wir gehen nochmal ein Stück weiter. Messerstecherei, Messer. Messer geht in die Richtung, ne? Ja, denn in Köln und in Düsseldorf hatte man vor allem ja sogenannte Waffenverbotszonen eingerichtet. Die Polizei, die entsprechend dort vermehrt auch mit Kontrollen unterwegs gewesen. Bei jeder 50. konnte sie Messer und ähnliche Gegenstände sicherstellen. Das ist nicht immer Verbot, muss man ja sagen. Insbesondere bei Jugendlichen sind Messer sehr beliebt. Max Möbos, unser Kollege, hat sich mal für Sie durch den entsprechenden Gesetzes- und Regeldschungel gekämpft, der die Stichwaffen und ihre Träger regulieren soll. Was ist erlaubt, was ist verboten? Einhandmesser, Zweihandmesser, Stilett, Kampfmesser, Fallmesser und auch das scheinbar brave und überall bekannte Taschenmesser. Vieles von dem, was hier liegt, kann eine tödliche Waffe sein, ist aber frei verkäuflich. Dieses Waffengeschäft in Bochum gehört Wolfgang Stabe. Er bestätigt uns, dass Messer gerade bei Jugendlichen enorm begehrt sind. Messer ist das Urwerkzeug überhaupt von einem Menschen. Also Messer gehört eigentlich zum Leben. Die Jugendlichen, die Faszination Messer, die ja so ein Messer kaufen, um gleich bewaffnet zu sein. Also wenn einer in dieser Gruppe ein Messer kauft, kaufen die anderen automatisch mit. Und dann lerne ich gleich die wichtigste Lektion des Tages, die vielleicht auch ein Teil dieses Problems ist. Denn viele dieser Messer darf man gar nicht bei sich tragen, aber dennoch kaufen. Kann ich ein Klappmesser mit nur einer Hand öffnen, ist es in der Öffentlichkeit für mich tabu. Kannst dir vorstellen, dieses Messer darfst du frei kaufen, aber darfst du gar nicht führen. Dieses kleine Ding? Ja, da würdest du so Riesenprobleme kriegen. Das ist also eine Strafwanddrohung bis zu 5000 Euro. Welche Messer sind denn aktuell bei den Jugendlichen? Ja, gerade im Trend. Welche werden gekauft? Ja, der Trend ist ganz klar Einhandmesser. Das ist also das. Ich kann sie frei kaufen, aber darf ich natürlich nicht führen. An unter 18-Jährige rückt Stabe nichts raus. Minderjährige Messerfans, erklärt er uns, finden andere Wege. Im Internet prüft niemand das Alter der Käufer. Das sieht nach so einem typischen, wie nennt man das, Straßenkampfmesser aus. Ja, ursprünglich. Ursprung aus Italien, also das sogenannte Stilett ist das. Dieses ist jetzt ein Automatikmesser laut Waffengesetz. Kann ich frei um 18 Jahre kaufen, aber nicht führen. Messer mit einer festen Klinge unterliegen ebenfalls einer Regel. Ist die Klinge länger als 12 Zentimeter, kann das Messer zwar gekauft werden, das Mitführen ist aber tabu. Bei diesem Exemplar mit kürzerer Klinge ist dem Gesetzgeber mulmig geworden. Es gehört zu den wenigen Messerarten, die erst seit kurzem verboten sind. Ja, weil die Verwundung so groß ist. Wenn die eingesetzt werden, dann hat man ganz böse Wunden. Also das ist nicht so ganz ohne. Der Tag heute hat mir gezeigt, wie gefährlich eine so einfache Waffe sein kann und die gleichzeitig so leicht zu kaufen ist. Vor drei Wochen wurde ein Teil der Beute aus dem Einbruch ins historische grüne Gewirbe Dresden sichergestellt. Heute Vormittag wurde der Prozess gegen die Tatverdächtigen fortgesetzt. Dabei werden Details zu den im November 2019 erbeuteten Juwelen erwartet. Etwa dem Zustand des Schmucks und dem zu erwartenden Restaurierungsaufwand. Sechs Tatverdächtige aus dem Berliner Clan-Milieu müssen sich vor dem Dresdner Landgerecht verantworten. Ihnen werden unter anderem schwerer Bandendiebstahl und besonders schwere Brandstiftungen vorgeworfen. Der Wert des damals erbeuteten Schmucks beläuft sich auf fast 114 Millionen Euro. Diese Eilmeldung hat uns gerade eben erreicht. Auch Thüringen hebt jetzt und zwar zum 3. Februar die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr auf. Die Isolationspflicht dort entfällt ebenfalls, teilte das Gesundheitsministerium gerade mit. Mecklenburg-Vorpommern hatte zuvor eine ähnliche Entscheidung verkündet. Hebt die Maskenpflicht schon zum 2. Februar auf. Und wir kommen noch mal zu einem etwas bunteren Thema. Das aber die Gemüter erhitzt. Definitiv. Vor allem die Briten. Vor allem die Briten, ja. Wir reden ja eigentlich seit Tagen über dieses Buch. Ab heute ist Spare, also zur deutscher Reserve, dann auch endlich in den Buchläden zu bekommen. In London öffneten einige extra schon um Mitternacht für den Verkauf. Die Briten bestellten, aber insbesondere online bei Amazon ist es bereits auf Platz 1 geschossen. Es gab ja auch diverse Interviews, die Harry da gegeben hat in den vergangenen Tagen. Und darin macht er auch seiner Familie erneut schwere Vorwürfe. Besonders eine Person steht dabei im Fadenkreuz, wie Svenne Sophie Homburg zeigt. Um Mitternacht öffneten einige Buchhandlungen bereits ihre Türen, um Prinz Harrys mit Spannung erwartete Memoiren direkt unter die Leute bringen zu können. Der große Ansturm blieb aus, das über 500 Seiten starke Buch wird außerdem direkt zum halben Preis verkauft. Ich bin einfach nur aufgeregt, von Prinz Harry etwas über sein Leben zu erfahren. Ich möchte mir selbst ein Bild machen können, es selbst sehen und dann sagen können, okay, ja, vielleicht haben sich die Dinge geändert oder vielleicht ist die Person reifer geworden. In mehreren Interviews hatte der 38-Jährige der Königsfamilie erneut schwere Vorwürfe gemacht. Es ging etwa um die Behauptung, die Royals hätten mit der britischen Boulevardpresse zusammengearbeitet und die Medien mit Lügen gefüttert. Alles, um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken. Der einzige Weg, wie ich uns schützen kann, wie ich diese Unwahrheiten korrigieren kann, ist, dass ich die Wahrheit schreibe. Und ich akzeptiere voll und ganz, dass das Schreiben eines Buches ohnehin ein Füttern der Bestie ist. Besonders Stiefmutter Camilla gerät ins Visier. Sie soll Harry wörtlich auf ihrem persönlichen PR-Alltag geopfert haben und Informationen über ihn und seinen Bruder an die Presse gegeben haben, um ihr Image aufzubessern. Von der Hochzeit mit Camilla hätten William und er dem heutigen König damals abgeraten, berichtet Harry. Ihre Verbindungen zur britischen Presse haben sie gefährlich gemacht. Auf ihrem Weg zur Königsgemahlin ging sie über Leichen, sagt er. Für sein Buch soll Harry umgerechnet 37 Millionen Euro erhalten haben. Hinzu kommen Einnahmen aus den drei TV-Interviews, die er im Vorfeld gegeben hat. Einen Teil des Erlöses will er für wohltätige Zwecke spenden. Dann können wir wieder zurück auch zum Thema Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz hat nämlich seinen Kurs bei den Waffenlieferungen dorthin verteidigt. Deutschland sei ganz weit vorne bei der Unterstützung der Ukraine. Das sagte Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung in Berlin. Vergangene Woche hatte er erstmals in Absprache mit den USA Lieferungen von Marderschützenpanzern angekündigt. Politiker von Grünen, der FDP und der Union verlangen nun aber, dass Deutschland auch Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 liefern müsse. Offenbar will London nun tatsächlich Kampfpanzer liefern. Im Gespräch sind zehn Challenger-2-Panzer, die ja ungefähr mit dem Leopard 2 vergleichbar sind. Und bei uns im Studio unser Militärexperte Guido Schmidke. Und Guido, wenn es einer weiß, dann du. Es ist ja noch nicht bestätigt, dass London den Challenger liefert. Aber was ist das für ein Kampfpanzer? Wie steht er im Vergleich zum Deutschen? Ja, Großbritannien wäre dann noch ein Stückchen weiter, als Olaf Scholz das hier für Deutschland so sagt. Ein Kampfpanzer, ne? Ja, das ist ein Kampfpanzer. Und wie ist die Mentalität, die dahinter steckt bei einem Kampfpanzer? Wer zuerst den Gegner sieht, kann zuerst schießen. Wer zuerst schießt, kann den Gegner vernichten. Und dann gilt noch, wer steht, der stirbt. Und das kann der Challenger 2. Er ist ausgestattet mit einer vollstabilisierten 120-Millimeter-Kanone, mit einem Feuerleitrechner, hat eine Bekämpfungsreichweite von 4000 Metern. Wir können uns hier mal ein paar Zahlen und Fakten zum Challenger angucken. Er wird von vier Soldaten bedient, weil man ähnlich wie beim Leopard 2 einen Ladeschützen an Bord hat. Weil man sagt, das erhöht die Überlebensfähigkeit der Ladeschütze, der praktisch manuell das Geschoss in die Kanone hinten im Kampfraum lädt. Darüber hinaus ausgestattet mit einer geheimen Verbundpanzerung. Verbundpanzerung heißt, das ist nicht nur Stahl, sondern das ist auch Keramik und Glasfaser, was damit verbaut wurde, um dem Panzer praktisch einen besseren Schutz zu verleihen und die Besatzung besser zu schützen. Der Challenger ist kampferprobt, ist von den Briten unter anderem im Irakkrieg 2003 eingesetzt worden. Der große Unterschied zum Leopard, den wir hier sehen, ist, dass er eine Kanone mit einem gezogenen Lauf hat. Das heißt, in der Kanone im Lauf sind Rillen und die sorgen dafür, dass das Geschoss einen Drall erhält und so stabilisiert wird, wenn es die Kanone verlässt. Der Leopard 2 ist ausgestattet mit einer Glattrohrkanone, denn die Geschosse sind mit Flügeln ausgestattet und so wird das Geschoss dann flügelstabilisiert, um das Ziel zu treffen. Hier mal ein paar Fakten zum Leopard 2, ebenso wie der Challenger mit vier Soldaten besetzt, da auch wieder der Ladeschütze, der manuell die Kanone lädt. Die maximale Reichweite beim neuesten aktuellen Modell, dem 2A7V, den die Bundeswehr vor circa einem Jahr eingeführt hat. 5000 Meter darüber hinaus kann der Leopard 2 in der Bundeswehr in der neuesten Version auch ein Mehrzweckgeschoss verschießen. Und so ist er nicht nur duellfähig gegen andere Kampfpanzer, sondern auch gegen gegnerische Infanterie. Also der Challenger würde für die ukrainischen Streitkräfte bedeuten, dass man hohe Mobilität, großen Panzerschutz und große Durchschlagskraft erhält. Also wirklich eine ordentliche Unterstützung, die die Ukrainer da bekämen. Wenn wir aktuell über die Situation an der Front lesen, dann gibt es immer nur Berichte über wirklich viele Tote auf beiden Seiten. Wie ist da aktuell die Lage im Donbass? Ja, die Ukrainer könnten solche Kampfpanzer gerade in der Schlacht um den Donbass sehr gut gebrauchen. Wir können uns das mal auf der Karte angucken. Die wirklich heftigsten Gefechte und das eigentlich schon seit Wochen toben rund um die beiden Städte Bachmut und Soledar. Die Russen melden, dass sie Soledar praktisch eingenommen haben. Und das bringt die Ukrainer insofern in Bachmut in die Bredouille, weil man dann ein wenig die Verbindungslinie vom Norden von Krimina, Svatove, dort, wo die Ukrainer, die Russen vor allem in ihren Verteidigungsstellungen angreifen, unterbrechen könnte und dann möglicherweise in der Lage ist, Bachmut einzukreisen, um Bachmut dann möglicherweise auszuhungern. Aber so oder so. Präsident Zelensky hat gesagt, das ist momentan das blutigste Stück Erde in der Ukraine und sagt, dass Soledar von Leichen gepflastert ist. Die Russen melden, dass sie 170 Ukrainer in den letzten 24 Stunden dort getötet haben. Die Ukrainer sprechen auch von hunderten Opfern auf der russischen Seite. Zweiter Angriffsschwerpunkt ist dann im Süden, vor allem Kherson, wo sich die beiden Kriegsparteien schwere Gefechte liefern. Das sind aber die Schwerpunkte. Grundsätzlich kann man sagen, entlang der gesamten Front gibt es Artillerie, Gefechte und sterben jeden Tag hunderte ukrainischer und russischer Soldaten. Gido, ganz herzlichen Dank für diesen Überblick und die traurigen Fakten. Und wir machen eine kurze, ach da sind wir wieder, eine kurze Unterbrechheit. Wegnehmen hier. Frechheit. Liegt sicherlich daran, dass ich den Platz gleich gegen Franka Lefeld tausche, denn Markus... Ich bleibe hier und wir schauen natürlich nach Lützerath. Dort wird die Räumung vorbereitet. Das ist noch nicht die eigentliche Räumung, aber die Polizei räumt eben Blockaden aus dem Weg. Und ja, passiert auch eine ganze Menge. Schauen wir gleich wieder live hin mit unserem Reportag. Also bleiben Sie beangt. Du kommst ja später auch nochmal. Unbedingt. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir stellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in einer bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsregen. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dienstag Mittag, ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Welt. Hallo auch von mir. Und wir schauen gleich live nach Lützerath, denn dort passiert heute einiges. Die eigentliche Räumung des Ortes ist erst für morgen angesetzt, aber die Polizei bereitet diese Räumung vor. Das sind Live-Bilder, die uns hier erreichen. Es geht darum, Blockaden der Demonstranten so allmählich wegzuräumen. Hier sehen wir eine Menge von Polizisten, Demonstranten. Wir hören ja auch wieder Rufe skandieren. Was wir da hinten sehen, das sind Dreibeine. Also die Demonstranten setzen sich einerseits hin und versuchen durch Sitzblockaden eben die Zufahrt zu erschweren. Diese Dreibeine sind noch ein bisschen schwieriger wegzubekommen. Deswegen hat die Polizei dort auch immer Spezialgerät dabei. Aber einer, der das schon den ganzen Tag für uns live verfolgt, ist unser Reporter Jens Reupert. Jens, und wie kannst du die Stimmung beschreiben? Heute Morgen war es teilweise noch deutlich unruhiger als jetzt momentan. Es ist ein bisschen ruhiger geworden, oder? Genau so ist es, Markus. Das ist auch meine Einschätzung hier vor Ort in Lützerath. Nachdem die Stimmung heute Morgen dann doch schon im aggressiven Sinne etwas hochgekocht ist, kühlt es sich jetzt etwas ab. Wir können uns das ganz aktuell anschauen, hier direkt am Ortseingang von Lützerath. Kette an Kette, Kette gegenüber Kette. Das heißt, eine Polizeikette steht hier einer Menschenkette der Aktivisten gegenüber, während Arbeiten stattfinden, während vor allem die von dir eben schon angesprochenen Tripods, also Dreibeine, geräumt werden, die die Aktivisten aufgestellt haben. Es ist aktuell, wie gesagt, recht ruhig. Es gibt aber immer wieder Situationen, wo Aktivisten vor allem auf der Wiese unterwegs sind, da die Polizei alles im Blick mit der sogenannten Beweissicherung. Da werden Fotos gemacht, da werden Videoaufzeichnungen angefertigt. Vor allem versucht man immer wieder dann möglichst schnell die Aktivisten daran zu hindern, dass sie die Baumaßnahmen behindern, die natürlich noch in großem Maße stattfinden. Aktuell morgen möchten die Einsatzkräfte in Lützerath selbst aktiv werden mit der Räumung. Noch ist es nicht möglich. Man muss noch die Zufahrtsstraße freiräumen von Barrikaden und vor allem muss man die Sitzblockaden auflösen. Das wird sicherlich auch die Kernaufgabe des Nachmittages sein. Viele Demonstranten kommen immer wieder zusammen, ähnlich wie auch hier die Menschenkette. Sie haken sich ineinander, sitzen miteinander und eben auch in mehreren Reihen dann auf den Straßen, auf den Wiesen und blockieren eben die Einsatzkräfte. Wie gesagt, es hat sich etwas beruhigt, aber es ist durchaus vorstellbar, dass sich die Situation wieder etwas verschärft. Je näherer vor allem dann auch die Einsatzkräfte an Lützerath heranrücken, desto unruhiger wird es höchstwahrscheinlich dann auch werden. Jens, lass uns noch einmal auf die Forderungen der Aktivisten genau blicken, denn die Räumung dieses Ortes ist ja bereits ein Kompromiss der schwarz-grünen Landesregierung mit dem Konzern und es ist ja ein vorgezogener Ausstieg aus der Kohle. Aber angesichts der Energiekrise ist es vielleicht zur aktuellen Situation ja notwendig, diese Braunkohle dort noch abzubauen. Warum ist da so wenig Verständnis seitens der Aktivisten? Was fordern Sie von der Politik genau? Der Argument hast du ja gerade schon ausführlich angeführt. Die Aktivisten auf der anderen Seite sagen, dass die Kohle unter Lützerath nicht notwendig sei, um die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen. Man fördere diese Kohle, man baue diese Braunkohle nur ab, damit man die Umsätze, die Gewinne von RWE fördert. Das ist der Vorwurf, den wir auch gestern immer wieder gehört haben. Da gab es außergewöhnlich viele Diskussionen zwischen einzelnen Polizisten und einzelnen Aktivisten. Die Polizei hat immer wieder argumentiert, dass es einen politischen Beschluss gegeben hat zur Räumung von Lützerath. Darüber hinaus juristisch alles in trockenen Tüchern, dass diese Räumung rechtmäßig ist und dass man eben Recht umsetzt. Auf der anderen Seite, die Aktivisten, die haben argumentiert, ihr könnt euren Dienst quittieren, ihr könnt euren Dienst verweigern, ihr könnt euch krank melden, ihr müsst das alles hier nicht tun. Das zeigt eben, wie kontrovers, wie emotional die Diskussionen hier geführt werden. Und wir können auch in den Diskussionen nicht nur gesellschaftlich, sondern auch politisch davon ausgehen, dass von jedem Tag, jeder Woche auf die nächste es immer unruhiger werden wird hier in Lützerath und drumherum. Und du sprichst ja Jens mit beiden Seiten, sowohl mit den Demonstranten als auch mit den Polizisten, die dort aufgrund des Rechts auch räumen müssen. Wie geht denn die Polizei vor? Weil bis jetzt ist ja der Eindruck, dass sie doch sehr auf Gespräche setzt. Das sehen wir auch immer wieder, selbst vorhin, als es darum ging, eine Sitzblockade aufzulösen. Aber andererseits spielt die Zeit eine wichtige Rolle und irgendwann muss schnell geräumt werden. Wie ist da die Strategie? Was hast du in deinen Gesprächen erfahren? Die Deeskalation war die Strategie der vergangenen Tage, die möchte man auch weiter fortführen von Seiten der Polizei. Es sind auffällig viele Kommunikationspolizisten im Einsatz, die gezielt dafür da sind, Gespräche zu suchen mit den Aktivisten. Und wir haben es auch in den vergangenen Tagen immer wieder erlebt, das ist auch der Grund, weshalb wir diese Westen tragen müssen und uns jeden Morgen an einer Akkreditierungsstelle melden, dass die Polizei auch gezielt darauf setzt, dass möglichst wenig Polizeifahrzeuge hier nach Lützerath kommen, möglichst wenig Einsatzkräfte auch im Einsatz sind. Man möchte nicht provozieren, möchte sich dem Vorwurf der Provokation hier nicht entgegenstellen. Man sagt gleichzeitig aber auch, dass wenn Straftaten geschehen, dass man da wirklich rigoros eingreift. Insbesondere dann, wenn Wurfgeschosse eingesetzt werden, das gab es wieder immer wieder in den vergangenen Tagen, dann greift man da wirklich direkt durch. Da zieht man die Krawallmacher heraus, nimmt sie in Gewahrsam. Das ist in jedem Fall die Marschroute, die ausgegeben wurde. Und hier geht es wieder um das 1,5 Grad Ziel, das angeblich nicht mehr erreicht wird in Sachen Klimaziele, wenn die Kohle unter Lützerath abgebaggert wird. Also das sind die aktuellen Sprechchöre, wo ich gerade mal reingehört habe. Es ist, um es noch einmal zu beschreiben, aktuell sehr, sehr friedlich. Die Menschenkette ist schon seit einiger Zeit hier. Die Polizei, wie wir sehen, direkt gegenüber, aktuell sehr, sehr ruhig. Inns, deswegen danke dir für den Moment, auch für deine nahen Schilderungen aus Lützerath. Und wir schalten auch heute Nachmittag immer wieder dorthin. Kommen jetzt aber erstmal zu einem anderen aktuellen innenpolitischen Thema. Deutschland liefert den Schützenpanzer Marder. Und kaum ist diese monatelange Debatte entschieden, richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Kampfpanzer Leopard 2. Polen schlägt eine Koalition für die Lieferung vor. Doch die Bundesregierung erklärt, es gebe zum jetzigen Zeitpunkt kein Bestreben dazu. Unterdessen werden im Osten der Ukraine die Kämpfe leider immer heftiger. Russland schickt angeblich auch täglich hunderte Soldaten in den Tod, macht aber auch Gebietsgewinne. Kaum ist der Schützenpanzer Marder. Vom SPD-Kanzler zugesagt kommen die Forderungen nach dem schweren Kampfpanzer Leopard 2. Von seinen Koalitionspartnern, die sich diese Waffenhilfe vorstellen können, aber auch aus der Union. Auf einer Wahlkampfveranstaltung erläutert der Kanzler seine Zurückhaltung. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten und ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und alle können sich darauf verlassen, dass nicht die öffentliche Aufregung, sondern das, was richtig ist in der Sache und gut ist für die Ukraine und den Frieden in Europa, dass das von uns getan wird. Doch auch von außen wächst der Druck. Laut Medienberichten will Großbritannien zehn Challenger 2 nach Kiew liefern. Sollte London den Panzer freigeben, wäre dies eine nochmalige Qualitätssteigerung der Waffenlieferungen. Der Challenger 2 wurde 1998 ausgeliefert und später mit einer 120-mm-Kanone von Rheinmetall mit 4000 Metern Reichweite nachgerüstet. Die Durchschlagskraft ist hoch. Der Challenger 2 ist mit dem Leo 2 durchaus vergleichbar. Der wurde 1978 ausgeliefert. Die 120-mm-Kanone hat einen Stabilisator aus der Fahrt treffsicher bis auf 4000 Metern mit hoher Durchschlagskraft. Derweil toben weiter heftige Kämpfe im Donbass. Diese Bilder sollen Frontabschnitte bei Bachmut zeigen, wo Ukrainer russische Angriffswellen zurückschlagen. Der ukrainische Präsident lobt seine Soldaten, erklärt die Russen für wahnsinnig. Und was wollte Russland dort gewinnen? Alles ist völlig zerstört. Es gibt fast kein Leben mehr und tausende ihrer Leute sind verloren. Das ganze Land in der Nähe von Solidar ist mit Leichen der Eindringlinge bedeckt und von den Schlägen gezeichnet. So sieht Wahnsinn aus. Und das sollen diese Bilder aus Twitter unterstreichen. Russische Wagner-Söldner werden geortet und dann von präzisen Schlägen des US-Raketenwerfers Haimars ausgelöscht. Zurück bleiben Felder mit Leichen. Es sollen russische Soldaten sein. Und das Thema möchten wir gerne vertiefen. Zugeschaltet aus Moskau ist uns unser Korrespondent Christoph Wanner. Christoph, wir haben es gerade schon gehört, in Solidar gerät die Ukraine zunehmend unter Druck. Wie ist die aktuelle Lage und was würde der Fall der Stadt auch für den Kampf um die Stadt Bad Muth bedeuten? Also in Solidar ist die Lage für die ukrainischen Streitkräfte im Augenblick, wie ich das beurteile, äußerst prekär. Die russischen Truppen, vor allem die Wagner-Truppen, also die Söldner, sind in Solidar auf dem Vormarsch. Und wie wir auch über die britischen Geheimdienste hören, die ja eine sehr intensive Öffentlichkeitsarbeit machen, ist das tatsächlich so, dass sich da ein Sieg der Russen anbahnt. Also eine Teilschlappe für die Ukrainer da jetzt im Donbass. Falls es jetzt tatsächlich so kommen sollte, dass Solidar fällt, dann wäre das auch eine Bedrohung für Bachmut, also für Artyomovsk, wie die Stadt die Russen nennen. Denn dort haben sich die Wagner-Söldner wohl auch festgebissen, zumindest mal in den Außenbezirken. Ist auch die Rede davon, dass da auch im Zentrum schon gekämpft wird. Ja, und wenn auch Bachmut fällt, dann ist der Weg für die russischen Streitkräfte Richtung Westen sicherlich noch nicht frei. Aber dann ist das doch ein großer Fortschritt für Russland im Donbass. Die nächsten großen Verteidigungslinien wären dann wohl weiter im Westen vor den Großstädten Grammatorsk und Slavinsk, wohl auch Konstantinovka. Ja, das alles ist nicht weit weg. Das sind nur Luftlinie rund 30 Kilometer von Solidar jetzt bis nach Kramatorsk. Also das Ganze spielt sich auf einem äußerst kleinen, geringen Terrain ab, nach ukrainischen und russischen Maßstäben natürlich. Und ja, das Ziel Russlands ist es ja ganz klar, die komplette Provinz Donetsk einzunehmen und noch kontrolliert Russland nur circa 50 Prozent dieser Provinz. Also da ist noch sehr viel, ein sehr langer Weg zu gehen für die russischen Streitkräfte. Und ob ihnen das gelingen wird, ist absolut offen. Das ist jetzt ein Teilerfolg, ein Etappensieg und nicht mehr rund um Solidar. Christoph, es gibt einen engen Putin-vertrauten, Patruschev heißt er. Und der sagt jetzt, Russland befindet sich gar nicht mehr nur im Krieg mit der Ukraine, sondern mit der gesamten NATO. Klär uns auf, wer ist dieser Putin-vertraute Patruschev? Und wie bewertest du, welches Gewicht hat diese Aussage? Also Nikolai Patruschev ist mal einer der Männer hier in Russland, die tatsächlich Zugang zu Wladimir Putin haben und auch Gehör finden beim russischen Präsidenten und deren Meinung auch Gewicht hat. Von diesen Männern gibt es nicht viele hier im Umkreis von Wladimir Putin. Und Patruschev ist der ehemalige FSB-Chef. Bis 1998 war er ja Putin-Chef vom FSB. Dann kam gleich Patruschev hinterher, war dann FSB-Chef bis 2008 und seit 2008 ist er Sekretär des Sicherheitsrates. Also er war immer ein mächtiger Mann, er ist ein Vertrauter von Putin. Die beiden kennen sich seit den 70er Jahren aus St. Petersburg. Also das ist ein Schwergewicht und ein Hardliner. Und Patruschev hat jetzt gesagt, dass man sich nicht mit der Ukraine im Krieg befindet, sondern de facto mit der NATO, der Führungsmacht USA und auch den Briten. Das, was Patruschev da jetzt gesagt hat, ist nicht neu. Das haben wir immer wieder gehört von der russischen Führung. Auch Putin hat immer wieder vom Krieg gegen den kollektiven Westen gesprochen und davon, dass die Amerikaner gegen Russland bis zum letzten Ukrainer kämpfen würden. Das haben wir mehrmals gehört. Aber Patruschev unterstreicht nochmal dieses Narrativ. Und das zeigt uns, dass die Russen bei ihrer Lesart geblieben sind und dass sich da an ihrer Betrachtungsweise nichts geändert hat. Und die Zeichen, die stehen weiterhin auf Konfrontation. Christoph, danke dir für diese klare Einordnung nach Moskau. Und wir werfen einen Blick auf die Straßen. Die Stadt München bleibt laut Daten des Verkehrsdienstleisters Inrix die staugeplagteste Stadt Deutschlands. Im Schnitt standen Menschen dort im vergangenen Jahr ca. 74 Stunden im Stau. Auf Platz 2 im Ranking landet Berlin. Hier verbrachten Menschen 71 Stunden im Stau. In Hamburg waren es 56 Stunden. Das klingt erstmal viel. Allerdings sind wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern noch gut bedient. Am schlimmsten ist der Stau in London. Dort standen die Menschen im letzten Jahr 156 Stunden im Stau. Das sind umgerechnet ungefähr 6,5 Tage. Für die Studie wurden Stau- und Mobilitätsdaten in mehr als 1000 Städten in 50 Ländern ausgewertet. Wir bleiben zumindest teilweise beim Thema Auto. Denn Bundeskanzler Scholz lädt ja heute zu seinem ersten Mobilitätsgipfel. Wie es jetzt heißt, ins Kanzleramt. Und dabei soll es nicht nur ums Auto gehen. Im Fokus soll die Verkehrswende stehen. Aber Autohändler haben momentan auch ganz andere Sorgen. Die Konjunktur- und Energiekrise und die Förderung für E-Autos läuft ab diesem Jahr auch aus. Wie trotzdem die Verkehrswende gelingen soll, auch darüber möchte Bundeskanzler Scholz mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik beraten. Von Verbänden kommt bereits vorab Kritik. Es werde sich nämlich zu sehr aufs Auto konzentriert, kritisiert unter anderem das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. Die Polizei hat einen geflohenen Messerstecher in Esslingen festgenommen. Der 21-Jährige war am Freitag aus dem Zentrum für Psychiatrie Weißenau in Ravensburg geflohen. Dort wurde er im Sommer eingewiesen, nachdem er einen Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt hatte. Der Straftäter nutzte einen begleitenden Spaziergang auf dem Gelände der Einrichtung zur Flucht und blieb verschwunden. Heute Morgen konnte die Polizei ihn vor seiner Wohnung in seinem Heimatort Esslingen festnehmen. Besonders brisant, der Mann ist schon seit November der vierte Strafgefangene, der aus der Psychiatrie in Ravensburg fliehen konnte. Vor drei Wochen wurde ein Teil der Beute aus dem Einbruch ins historische grüne Gewölbe Dresden sichergestellt. Heute Vormittag geht der Prozess nun weiter gegen die Tatverdächtigen. Dabei werden Details zu den im November 2019 erbeuteten Juwelen erwartet, etwa zum Zustand des Schmucks und auch dem zu erwartenden Restaurierungsaufwand. Sechs Tatverdächtige aus dem Berliner Clan-Milieu müssen sich vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Ihnen werden unter anderem schwerer Branddiebstahl und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der Wert des damals erbeuteten Schmucks beläuft sich auf fast 114 Millionen Euro. Und Lutz Stordl, der ist für uns am Landgericht Dresden. Lutz, viele wollen natürlich wissen, wie ist der Prozess weitergegangen und erfährt man tatsächlich ein bisschen mehr über die Schmuckstücke, die ja im Grunde genommen unbezahlbar sind? Im Moment ist der Prozess unterbrochen, weil einer der Anklagten nach Ausführung seines Anwalts sich unwohl fühlt. Es wurde jetzt ein Arzt gerufen, der ihn untersucht. Also der Prozess war eine Stunde unterbrochen. Und unterbrochen wurde mit dieser ärztlichen Untersuchung die Ausführung einer Sachverständigen, die detailliert mit großen Fotos, die im Gerichtssaal gezeigt wurden, also jedes einzelne dieser Objekte gezeigt hat. Da gibt es Kratzer bei einigen. Da gibt es Korrosionserscheinungen und es gibt auch Kondensstreifen unter Diamanten. Man weiß nicht genau, wo die eigentlich herkommen. Man vermutet, dass die gesamten geraubten Schätze mit einer Flüssigkeit behandelt wurden, deren Substanz man noch nicht, deren Zusammensetzung man nicht genau kennt, offenbar um Fingerabdrücke zu verwischen. Also das ist ein etwas schwieriger Vorgang. Und die Gutachterin, die kann bislang eines nicht. Sie kann nicht sagen, was nun mit welchem Aufwand restauriert werden kann. Da müssten nun wieder andere Sachverständige noch zurate gezogen werden. Das zieht sich alles ein wenig. Der Richter selbst hat aber nun gesagt, dass er nach den Ausführungen dieser Sachverständigen entscheiden will, ob er den Deal, der abgesprochen ist, tatsächlich eingehen will oder nicht. Und dieser Deal bedeutet, dass also die älteren Angeklagten nur sechs Jahre in Haft müssen, die, die unter Jugendstrafrecht fallen, aus der Bande, mit vier Jahren davon kommen, quasi in Kürze schon wieder freikämen, weil die Urhaft noch auf diese Zeit angerechnet werden soll. Da müssen wir jetzt abwarten. Es bleibt offen und eine Bedingung des Richters ist auch, dass es also noch Geständnisse gibt, detaillierte Geständnisse. Soweit ist man bislang noch nicht gekommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das heute tatsächlich geschehen kann, weil die Sachverständige wiederum auch nicht ausführen kann, wie lange sie überhaupt noch braucht. Es sind halt viele Kunstschätze, die hier begutachtet wurden. Und jedes einzelne wird mit jedem Kratzer erwähnt. Das wird sich alles noch ein bisschen ziehen, kann sein. Die Geständnisse gibt es dann erst am nächsten Prozestag. Der Teufel steckt da manchmal im Detail, ganz offenbar auch bei diesem Prozess. Danke dir, Lutz, für den Moment, für deine Informationen. Und wir blicken an dieser Stelle nochmal nach Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt nach Lützerath. Sie sehen es, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Live-Bild hier. Die Polizei hat sich soeben in Bewegung gesetzt. Es sieht so aus, als könnten erste Räumungen jetzt vorgenommen werden. Zumindest ist hier Bewegung in den Bildern. Und das möchten wir einordnen mit unserem Reporter vor Ort, Jens Reupert. Jens, kannst du uns nochmal einen aktuellen Zwischenstand der Situation geben und uns diese Bilder genauer einordnen? Gerne, Franka. Die eigentliche Räumung von Lützerath wird frühestens morgen beginnen. Das gilt nach wie vor. Heute Abend ist auch noch eine politische Informationsveranstaltung in Erkelenz geplant, wo Bürgerinnen und Bürger hier in der Region informiert werden sollen, wie es denn weitergeht in und um Lützerath. Aktuell ist es so, dass es wieder sehr, sehr viel Gewalt gibt an dieser Stelle. Es geht konkret darum, dass die Polizei eine Kette gebildet hat, direkt am Ortsrand von Lützerath. Das sind wirklich die heftigsten Bilder des heutigen Tages. Das muss man so beschreiben. Es sind immer mehr Aktivisten, die auf der anderen Seite jetzt gegen die Polizisten drängen. Denn meine Information ist die, dass die Polizei vorhat, auf der Zufahrtstraße in Richtung Lützerath einen größeren Lastwagen von Greenpeace wegzuschaffen, der jetzt hier schon seit mehreren Tagen steht. Man hat jetzt augenscheinlich das Ziel, diese Wiese zu räumen und das direkte Umfeld des Lastwagens frei zu machen, damit man ihn dann wegziehen kann. Wir sehen es auf den Bildern, auf unseren Live-Signalen, die uns erreichen, dass es mehr und mehr Aktivisten sind, zum Teil auch vermummt, die wirklich sehr, sehr heftig auch gegen die Einsatzkräfte vorgehen, der Polizei. Das ist eine recht große Fläche, die jetzt betroffen ist von diesen Ausschreitungen. Und dabei geht es vor allem um einen sogenannten Tripod. Das ist ein Dreibein, das hier aufgestellt ist. Das eine Aktivist hängt oben drin in diesem Dreibein. Und es ist sehr, sehr schwierig für die Polizei, ihn dort herunterzuholen, weil das Ganze einstürzen könnte. Das wackelt dann doch schon bedenklich. Das war vor ein, zwei Minuten auch schon mal so, dass das wirklich sehr, sehr kritisch aussieht für den Aktivisten, der dort oben drin hängt. Er hat kurz zuvor noch seinen Rucksack nach unten geworfen, um Gewicht zu verlieren. Und die Frage ist eben, wie die Polizei jetzt weiter vorgeht, um dieses Tripod von der Straße zu entfernen. Und wie daran anschließend eben auch die Aktivisten sich jetzt weiter verhalten werden auf der Wiese. Da gibt es sehr, sehr starke Auseinandersetzungen nach wie vor zwischen den Demonstranten und den Polizisten. Also es wird, wie gesagt, wieder deutlich unruhiger hier am direkten Ortseingang von Lützerath. Jens, danke dir für den Moment. Wir sehen also, die Blockaden werden geräumt. Die eigentliche Räumung Lützeraths erst für morgen geplant. Wir schalten heute Nachmittag auch immer wieder zu dir. Jetzt hat sich die Situation schon wieder ein bisschen beruhigt. Danke für den Moment. Und an dieser Stelle machen wir eine kurze Unterbrechung, sind gleich zurück und blicken dann auf die bevorstehenden Neuwahlen in der Stadt Berlin und auf ein ganz besonderes Wahlplakat der Jusos. Alles dazu gleich bei uns. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbaggatierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um diese Westerkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatorin, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in einer bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskostenerhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und Allgemein- und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für E-Autos ab diesem Jahr stufenweise ausläuft. Damit wird die künftige Anschaffung deutlich teurer. Wie trotzdem eine Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte heute Bundeskanzler Scholz beraten und lädt Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu einem Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Dabei werde sich zu sehr aufs Auto konzentriert, kritisiert unter anderem das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. Ja, Mobilität ist eben mehr als Automobilität. Und beim Kanzler sind vorwiegend Vertreter und Vertreterinnen der Automobilwirtschaft und die Zulieferer. Und das ist ein völlig veralteter Mobilitätsbegriff. So kann man die Verkehrswende nicht gestalten, wenn man jeden Verkehrsträger isoliert betrachtet. Hier im Autohaus... Dienstagnachmittag, 13.30 Uhr. Hallo und herzlich willkommen bei Welt. Willkommen zurück. Hallo. Wir blicken nach Berlin. Anlässlich der Wiederholungswahl in der Hauptstadt machen die Berliner Jusos derzeit mit einer eigenen Plakatkampagne auf sich aufmerksam. Anstelle eines Kandidaten prangt auf ihren Plakaten der Schriftzug. Rechtswählen ist so 1933. Keine Stimme der AfD. Damit will die SPD-Jugend ein Zeichen gegen Recht setzen. Klar, nicht nur im Netz, aber gibt es für diesen Vergleich Kritik. Und einige Plakate wurden auch bereits zerstört. Über diese Kampagne möchten wir sprechen. Zugeschaltet ist uns Professor Andreas Rödder. Er ist Historiker. Herr Rödder, wir grüßen Sie. Hallo. Einen schönen guten Tag, Frau Lefeld. Wir haben es gerade ja schon erklärt, was auf dem Plakat steht und möchten gerne mit Ihnen einmal einordnen. Sehen Sie in diesem Slogan eine Relativierung der damaligen Situation, also eine Verharmlosung des Dritten Reichs? Oder glauben Sie eher, dass die heutige Situation damit dramatisiert wird, also die Rolle der AfD dramatisiert wird? Bevor ich darauf antworte, will ich erst mal auf den ersten Irrtum dieses Plakats zu sprechen kommen. Da steht Rechtswählen und dann kommt AfD. Das heißt AfD, das heißt Rechtsextremismus, der gemeint ist, wird gleichgesetzt mit Rechts. Das ist schon mal die erste bewusste begriffliche Vernebelung, in dem das, was rechts ist, mit Rechtsextrem, mit AfD und mit NSDAP gleichgesetzt wird. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist diese Gleichsetzung von AfD und NSDAP. Ich würde sagen, beides, Frau Lefeld, was Sie gesagt haben. Es moralisiert und es dramatisiert die Gegenwart und es relativiert die Vergangenheit. Und ein Drittes. Man hat die AfD zu Recht dafür kritisiert, dass sie während der Corona-Pandemie mit solchen Reden wie 1933 aufgetreten ist. Nun machen die Jusos dasselbe wie das, was man der AfD vorgeworfen hat, dass sie nämlich den 1933er-Vergleich instrumentalisiert. Also alles das zusammen zeigt uns, da sind ein paar Dinge ziemlich schräg unterwegs und wir täten gut daran in Deutschland, wenn wir uns etwas lockerer machen würden und nicht immer gleich die ganz große Moralkeule auspacken würden. Das hilft niemandem, erst recht nicht der Demokratie. Nun macht die AfD das ja aber nicht erst seit der Corona-Pandemie. Sie hat vorher schon durchaus auch Vergleiche gemacht, die hier für viel Aufruhr gesorgt haben. Wenn man dann sagt, der Teil der Geschichte 1933 bis 1945 sei zum Beispiel ein Fliegenschiss, wie es so hieß. Also wie sehen Sie das, dieses Plakat? Ist das am Ende eine Verharmlosung, eines der schlimmsten Verbrechen der Weltgeschichte, zweifellos? Oder gibt es da nicht auch Gedanken, die man sich auch vor dieser Wahl machen sollte? Denn vielleicht sind sie nicht rechtsextrem, aber sie sind auf jeden Fall Rechtspopulisten, die AfD. Ja, aber Rechtspopulisten, Rechtsextreme sind sie auch. Ich meine, sie werden nicht ohne Grund vom Verfassungsschutz beobachtet. Und es ist ja auch völlig richtig, sich mit der AfD hart und konsequent auseinanderzusetzen. Es ist richtig, den Anfängen zu wehren. Und wenn insbesondere Björn Höcke dazu neigt, immer wieder zu zündeln und Zitate von Goebbels zu verwenden, die er dann irgendwie verkleidet. Natürlich muss man das ernst nehmen. Aber zugleich zündelt die AfD mit diesem permanenten Rekurs auf den Nationalsozialismus. Und die Jusos tun es auch. Und ich sage noch einmal, diese Moralkeule bringt am Ende niemandem etwas. In der Sache hart auseinandersetzen. Ja, aber diese Art von Keulen, das braucht die Demokratie nicht. Natürlich, denn am Ende verharmlost es in der Tat den Nationalsozialismus, wie Sie gesagt haben, und den Holocaust und eines der schlimmsten Menschheitsverbrechen. Und das zu tun, hilft weder den Opfern noch uns heute in der Politik. Nun ist es ja so, dass die Jugendorganisationen von Parteien sich öfter mal mit Satire oder auch mit Übertreibungen Aufmerksamkeit verschaffen wollen. Es sind eben die Jugendorganisationen. Haben Sie da etwas Nachsicht und sagen, das ist ja jetzt nicht die SPD, die sich ja dieser Sprache und diesem Instrument bedient? Oder sagen Sie, da ist eine ganz klare Grenze, die man eben auch da schon ziehen muss? Sie haben schon recht. Und dieses So 1933 ist ja einer gewissen Jugendsprache entlehnt. Also ich bin ja immer dafür, sich locker zu machen und würde das auch in diesem Zusammenhang auf der einen Seite sagen. Auf der anderen Seite geht es natürlich nicht, dass eine Jugendorganisation für sich Rücksicht in Anspruch nimmt oder zu sagen, komm, macht euch mal locker und wir sind mal locker. Die Jusos selbst treten in der Sache auch nicht sehr locker auf. Also man kann das machen. Man kann dem gegenüber nachsichtig sein. Aber dann bitte, liebe Jusos, nur, wenn ihr euch selber auch locker macht. Ich glaube, wir täten alle gut daran, aber der Appell, wie gesagt, geht dann auch wirklich an alle. Professor Röder, wir danken Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen. Einen schönen Tag noch. Danke Ihnen. Gerne. Wiedersehen. Und wir sind gleich wieder für Sie da. Schauen dann wieder live nach Lützerath und begleiten das Ganze. Bei uns im Studio ist dann Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei. Sind auch gespannt, was er dazu sagt. Die eigentliche Räumung beginnt erst morgen, aber heute beginnt die Polizei damit, die Blockaden dort wegzuholen. Bleiben Sie bei uns. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen. Und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in einer bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil, weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskosten, Erhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und Allgemein- und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für E-Autos ab diesem Jahr stufenweise ausläuft. Damit wird die künftige Anschaffung deutlich teurer. Wie trotzdem eine Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte heute Bundeskanzler Scholz beraten und lädt Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu einem Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Dabei werde sich zu sehr aufs Auto konzentriert, kritisiert unter anderem das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. Ja, Mobilität ist eben mehr als Automobilität. Und beim Kanzler sind vorwiegend Vertreter und Vertreterinnen der Automobilwirtschaft und die Zulieferer. Und das ist ein völlig veralteter Mobilitätsbegriff. So kann man die Verkehrswende nicht gestalten, wenn man jeden Verkehrsträger isoliert betrachtet. Hier im Autohaus hofft man trotzdem auf Lösungen. Damit der Verkauf der E-Autos bei Wolf Warnke auch in diesem Jahr so erfolgreich weitergeht wie in den vorigen. In einem privaten Büro von US-Präsident Joe Biden sind geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt worden. In den Weißen Haus zufolge sind die Dokumente in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt worden. Die Unterlagen seien umgehend dem Nationalarchiv übergeben. Dienstagnachmittag. Hallo und herzlich willkommen bei Welt. Willkommen zurück auch von mir. Und wir blicken direkt nach Nordrhein-Westfalen in den Ort Lützenrat, denn dort soll morgen die Räumung des Ortes stattfinden. Aber schon jetzt ist die Polizei vor Ort, auch gestern, gestern in der Nacht von gestern auf heute. Und ist dabei zumindest die Blockaden der Aktivisten. Wir sehen es hier, die schon aufzulösen. Sie versuchen es. In den letzten Minuten wurde es dort dann nochmal etwas ungeruhigt. Wir sehen hier die Bilder, wie man versucht, von zumindest Aktivisten schon aus diesen Situationen, aus diesen drei Beinen, die sie sich gehängt haben, zum Teil zu lösen. Und jetzt hat die Polizei hier mit einem Hilfswagen, mit einem Kran-ähnlichen Apparat schon einen Aktivisten, der dort eben noch hing. Und dann, wie wir sehen, erstmal von diesen drei Stirn auf jeden Fall entfernt. Genau, wir schauen nach Lützerath. Bei uns im Studio ist Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei. Wir begleiten auch mal diese Live-Bilder, Herr Jendro, denn wenn wir uns das angucken, ein enormer Aufwand. Das ist auch spezialgerät hier der Polizei. Extra ein Hebewagen, mit dem dann eben die Menschen von diesen drei Beinen runtergeholt werden. Erstmal, was für ein immenser logistischer Aufwand steckt überhaupt dahinter? Ja, schönen guten Tag erstmal. Also es ist in der Tat so, dass in Lützerath in den nächsten Tagen natürlich auch ganz, ganz viele Kräfte zusammenkommen. Das auch in den vergangenen Tagen schon passiert ist, weil so ein Großeinsatz natürlich auch vorbereitet werden muss. Nicht nur Deutschland, sondern die Welt schaut jetzt auf Lützerath. Und da laufen natürlich auch Maßnahmen im Vorgang. Sie haben es gerade selber angesprochen, schweres Gerät. Das heißt, das sind jetzt auch nicht nur Bereitschaftspolizisten, die wir so kennen, die dann vielleicht auch die Räumung vollziehen, sondern eben auch Kolleginnen und Kollegen der technischen Einheiten, die dann auch schweres Geschütz auffangen können und das bedienen können. Es ist ein immenser Einsatz. Ich glaube, das sieht man auch dahingehend, dass deutschlandweit Einheiten zusammengezogen werden. Also wir haben heute Morgen auch drei Einsatzeinheiten der Berliner Polizei dorthin geschickt. Ein Führungsstab. Haben Sie meine Zahl, so insgesamt wie viele tausend Polizisten dazu angezogen werden? Und ja, das Rechtsstaatliche, was bisher entschieden ist, dann auch in Amtshilfe durchführen. Wir haben es gerade schon angesprochen. Es hat Ausschreitungen in der vergangenen Nacht gegeben. Es soll mit Steinen auch auf Polizisten geworfen worden sein. Wie gefährlich ist dieser Einsatz für die Beamten? Und glauben Sie, dass er ja, sagen wir mal, manageable ist? Naja, erstmal glaube ich schon, dass die Polizei in unserem Land so gut ausgebildet ist und auch über die Expertise und Einsatzerfahrung verfügt, dass man das auch gewuppt bekommt. Man hat einen ordentlichen Kräfteansatz, deswegen wird man da auch handlungsfähig sein. Natürlich ist es so, dass wir heute noch über Aktivisten sprechen. Wir hoffen auch, dass es ruhig bleibt, dass es rechtsstaatlich bleibt, weil die Polizei ist ja dann nur da, um eine politische Entscheidung letztlich auch umzusetzen. Und es ist rechtsstaatlich durchgeurteilt. Es ist so, dass es in den vergangenen Tagen immer schon auch leichte Ausschreitungen gab. Wir haben gestern zum Beispiel gesehen, dass Kolleginnen und Kollegen eines Kommunikationsteams, das sind also welche, die jetzt keine Weste tragen, sondern ganz normal auch in zivil da rumlaufen, vielleicht mit einer Weste dahingehend erkennbar sind, dass sie als Polizei unterwegs sind, aber jetzt nicht den Schutz haben, wie die Bereitschaftspolizei, dass die attackiert wurden, bedroht wurden, dann auch das Fahrzeug eingeflammt wurde mit Erde, mit Stein. Und das ist natürlich was, was uns schon auch zeigt, mit was wir hier vielleicht in den nächsten Tagen zu rechnen haben. Wir hoffen, dass es friedlich bleibt. Wir wollen jetzt auch nichts heraufbeschwören, aber es spricht auch für die Polizei, dass sie da mit einem ordentlichen Personalkörper unterwegs ist. Mit welcher Strategie ist denn die Polizei derzeit unterwegs? Wir haben den Eindruck, da wird noch viel gesprochen, das ist alles sehr ruhig. Und dann bekommen wir eine Aussage, Klimaaktivistin Luisa Neubauer sagt, die Polizeistrategie sei nicht besonders friedlich. Da treffen wir doch zwei Welten aufeinander. Wie bewerten Sie das und was macht das mit Ihnen, wenn Sie so eine Äußerung hören? Zunächst mal weiß ich nicht, ob man Frau Neubauer als Kommentare immer bewerten sollte. Ja, es gibt einen rechtsstaatlichen Auftrag und vielleicht sollte man auch im Bereich der politischen Bildung mal nachholen, was ist eigentlich rechtsstaatliche Aufgabe von Polizei. Es ist so, dass es OVG mittlerweile geurteilt hat, was dort mit diesem Gelände passiert. Der Eigentümer ist RWE und wenn die sagen, wir möchten das Gelände frei haben und dann ist es ein Werksgelände, dann herrscht dann auch ein Betretungsverbot. Dann wird die Polizei dort tätig, um eben auch für Sicherheit zu sorgen. Und wenn dann ein Betretungsverbot greift, dürfen sich dort keine Menschen aufhalten. Jetzt kann man nicht erwarten, dass RWE das Gelände räumt, sondern dann sind halt die Sicherheitsbehörden wie bei jeder anderen Räumung auch zuständig. Wenn hier andere Polizeitaktik meinen einschätzen zu müssen, halten wir für grenzwertig. Lassen wir das die Polizeiführer vor Ort entscheiden. Natürlich versucht man es, die Leute auch mit Kommunikation dazu bewegen, sich dann auch zu entfernen. Aber wir haben eben auch in den letzten Tagen gemerkt und wir hören auch Aufrufe aus dem Inland und aus dem europäischen Ausland, dass hier sicherlich sich auch Extremisten runter mischen werden. Und dann wird es entscheidend, wie schnell kriegt die Polizei die Lage dann auch in den Griff. Welche Entscheidungen trifft man auf dynamische Einsatzlagen? Aber wir sind guter Dinge, dass die Kolleginnen und Kollegen das vor Ort regeln werden. Herr Jendro, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihren Besuch bei uns im Studio. Und wir behalten selbstverständlich diese Lage auch morgen weiterhin im Blick. Danke Ihnen. Vielen Dank. Zur internationalen Politik. Deutschland liefert den Schützenpanzer Marder. Kaum aber ist diese Debatte nach Monaten entschieden worden, richtet sich die Aufmerksamkeit schon auf den Kampfpanzer Leopard 2. Polen schlägt da jetzt eine Koalition für die Lieferung vor. Die Bundesregierung aber erklärt, es gebe zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls kein Bestreben dazu. Ganz genau währenddessen werden im Osten der Ukraine die Kämpfe immer heftiger. Russland schickt angeblich täglich hunderte Soldaten in den Tod und macht Gebietsgewinne gut. Kaum ist der Schützenpanzer Marder. Vom SPD-Kanzler zugesagt kommen die Forderungen nach dem schweren Kampfpanzer Leopard 2. Von seinen Koalitionspartnern, die sich diese Waffenhilfe vorstellen können, aber auch aus der Union. Auf einer Wahlkampfveranstaltung erläutert der Kanzler seine Zurückhaltung. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten und ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und alle können sich darauf verlassen, dass nicht die öffentliche Aufregung, sondern das, was richtig ist in der Sache und gut ist für die Ukraine und den Frieden in Europa, dass das von uns getan wird. Doch auch von außen wächst der Druck. Laut Medienberichten will Großbritannien zehn Challenger 2 nach Kiew liefern. Sollte London den Panzer freigeben, wäre dies eine nochmalige Qualitätssteigerung der Waffenlieferungen. Der Challenger 2 wurde 1998 ausgeliefert und später mit einer 120-mm-Kanone von Rheinmetall mit 4000 Metern Reichweite nachgerüstet. Die Durchschlagskraft ist hoch. Der Challenger 2 ist mit dem Leo 2 durchaus vergleichbar. Der wurde 1978 ausgeliefert. Die 120-mm-Kanone hat einen Stabilisator aus der Fahrt treffsicher bis auf 4000 Metern mit hoher Durchschlagskraft. Derweil toben weiter heftige Kämpfe im Donbass. Diese Bilder sollen Frontabschnitte bei Bachmut zeigen, wo Ukrainer russische Angriffswellen zurückschlagen. Der ukrainische Präsident lobt seine Soldaten, erklärt die Russen für wahnsinnig. Und was wollte Russland dort gewinnen? Alles ist völlig zerstört. Es gibt fast kein Leben mehr und tausende ihrer Leute sind verloren. Das ganze Land in der Nähe von Solidar ist mit Leichen der Eindringlinge bedeckt und von den Schlägen gezeichnet. So sieht Wahnsinn aus. Und das sollen diese Bilder aus Twitter unterstreichen. Russische Wagner-Söldner werden geortet und dann von präzisen Schlägen des US-Raketenwerfers Haimars ausgelöscht. Zurück bleiben Felder mit Leichen. Es sollen russische Soldaten sein. Wir vertiefen das Thema. Zugeschaltet aus Meckenheim ist uns General A.D. Egon Rams. Einen schönen guten Tag, Herr Rams. Schönen guten Tag, Frau Lefel. Schönen guten Tag, Herr Tüxen. Herr Rams, wir haben in den letzten Wochen oft über die Marder gesprochen. Wir haben auch über den Leopard 2 schon gesprochen. Jetzt kommt natürlich durch diese Nachricht der Briten der Challenger-Panzer nochmal in den Fokus. Was sind denn die Stärken und wie könnte er der ukrainischen Armee helfen? Können Sie uns das noch etwas näher bringen? Also wir haben ja in den letzten Tagen und in den letzten Wochen festgestellt, dass der Schwung des Angriffes von Charkiv nach Osten von Seiten der Ukraine zum Erliegen gekommen ist und man in einigen Bereichen jetzt immer mehr zu einem Stellungskrieg übergeht. Und wenn man in diese Front wieder Bewegung reinbringen will, dann braucht man eigentlich die Kombination von Panzern und Panzergrenadieren, um auf diese Art und Weise weitere Geländegewinne erzielen zu können und weitere Vorstöße machen zu können. Mir ist im Augenblick nicht bekannt, wie weit die Ukraine noch in der Lage ist, von den vorhandenen Panzern, die im Rahmen des Ringtausches und anderer Gelegenheiten geliefert worden sind, davon Gebrauch machen kann. Wichtig ist aber in jedem Falle, dass der Westen die Ukraine weiter unterstützt und die Frage nach dem Kampfpanzer musste nach meiner Auffassung zwangsläufig wieder hochkommen. Herr Rams, wir haben uns erst kürzlich darüber unterhalten. Haben Sie gesagt, die Bundesregierung könnte gerade in den Punkten auch Ihrer Meinung nach ein bisschen schneller handeln, wenn jetzt die Briten sagen, ja, wir liefern womöglich Challenger-Panzer. Bringt das dann auch eine neue Dynamik in die Debatte um die deutschen Panzerlieferung? Also der Kanzler hat ja betont, auch in dem Beitrag, den Sie gerade gesendet haben, dass er keine Alleingänge machen will. Und wir haben das ähnlicher erlebt mit der Frage des AMX-10 und dann der Entscheidung zum Thema Schützenpanzer, auch in Verbindung mit der Entscheidung der Amerikaner für die Lieferung des Bradley. Von daher kann da möglicherweise eine ähnliche Situation entstehen. Herr Tüxen, ich möchte aber noch mal einen Satz sagen zum Thema Kampfpanzer-Leon Park 2. Ich kann den Generalinspektor verstehen, wenn er Vorbehalte hat, diesen Panzer abzugeben, denn wir haben selbst bezogen auf den Strukturbedarf etwa 40 von diesem Panzertyp zu wenig in Deutschland, in der Bundeswehr. Wir haben aber auf den Höfen der Industrie noch stehen Leopard 1 A5. Das ist die letzte Version des Leopard 1 gewesen, der ausgeliefert worden ist, zwar mit einer 105-Millimeter-Kanone, der aber von der Waffenanlage, von der Feuerleitanlage und anderen Dingen mehr fast so gut ist, wie der Leopard 2 in seinen ersten Losen ausgeliefert worden ist. Von daher sollte man mal den Panzertyp vielleicht etwas auf Seite schieben und sollte sich überlegen, ob man aus diesen Kampfpanzern der Industriebestände nicht mehr Kampfpanzer Leopard 1 liefern kann, die dann auch im Gefecht gemeinsam mit Panzergrenadieren eingesetzt werden können und sicherlich dann solchen Handlungen, wie wir sie zwischen Charkiv und Bachmut erlebt haben oder auch in Soloday erlebt haben, weitere Dynamik verleihen können zum Vorteil der Ukraine. Nur ganz kurz zur Klärung. Die Unterschiede, die Sie beschrieben haben, heißen, die brauchen unterschiedliche Munition, oder? Die Aussage ist richtig. Die Aussage ist richtig, wobei der Leopard 1 einen Vorteil bieten würde im Vergleich zum Leopard 2. Wir haben ja bereits geliefert die Geparden, wir haben bereits geliefert Bergepanzer an die Ukraine und der Leopard 1 hat dasselbe Fahrgestelle, denselben Motor, denselben Antrieb. Das heißt, ich sage mal, insgesamt die Wanne ist im Prinzip identisch mit dem, was wir bereits geliefert haben. Das heißt, das würde die Logistik erleichtern. Wenn Challenger geliefert werden, aber auch wenn Leopard 2 geliefert werden, heißt das, dass die Logistikkette in vielen Bereichen erheblich erweitert werden muss. Und das könnte dann möglicherweise auch zum Problem, sowohl was die Lieferung angeht, für die westliche Seite, aber auch für die Ukraine werden. Herr Rams, lassen Sie uns nochmal einen Blick auf die aktuelle Lage im Kriegsgebiet werfen. Solleda und Bachmuth sind weiter hart umkämpft. Und da ist natürlich die Frage, wie wichtig ist es, dass diese Achse der beiden Städte zu halten ist, aus der ukrainischen Sicht. Also das hat vor allen Dingen in meinen Augen einmal eine erhebliche Wirkung, was die Verluste angeht. Wenn die russische Seite dort tatsächlich anfängt, Geländegewinne zu erzielen, dann hat das eine Wirkung, die wahrscheinlich auch mit entsprechenden Verlusten an ukrainischen Soldaten verbunden ist. Das ist eine dabei. Die Ukraine hat im Prinzip einen positiven Gefechtsverlauf gehabt, seit September mit Blick auf Kherson, mit Blick auf Charkiv, ostwärts Charkiv bis nach Bachmuth. Und es wäre gut, wenn dieser positive Eindruck auch für die ukrainische Bevölkerung und die ukrainischen Soldaten erhalten werden könnte. Wenn die Russen dort jetzt Geländegewinne erzielen, dann würde das möglicherweise bedeuten, dass die Zuversicht der ukrainischen Bevölkerung in ihrer eigenen Streitkräfte anfängt, schlechter zu werden. Und das wäre mit Blick auf die Kampfmoral auf der einen Seite der Soldaten, aber auch der Zivilbevölkerung, die Moral der Zivilbevölkerung, eine ausgesprochen negative Wirkung. Das heißt, hier drückt die Zeit. Und wir können nicht immer zuwarten und darauf achten, dass wir bestimmte Linien nicht überschreiten, die es nach meiner Auffassung möglicherweise gar nicht gibt. Und von daher kann ich nur empfehlen, hier die Entscheidung schnell zu treffen. Und ich hoffe, dass möglicherweise die Ankündigung der britischen Seite hier in dieser Frage ein Dorr-Obner ist, ähnlich wie es bei den Amerikanern der Bradley gewesen ist. Sagt der General AD Egon Rams. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung nach Meckenheim. Gerne, herzlichen Dank. Fehlt in dieser Stunde noch der Blick nach Frankfurt am Main an die Börse. Mick Knauf ist uns zugeschaltet. Gestern hat der DAX seine Jahresanfangsrallye fortgesetzt. Wie schlägt er sich heute? Ja, Franker, wir liegen ja seit Anbeginn diesen neuen Jahres im Rallye-Modus. Wir sind ordentlich in dieses Börsenjahr hineingerannt, muss man ja schon fast sagen. Heute wird tatsächlich mal ausgeatmet. Wir verlieren gerade in Frankfurt ein halbes Prozent. Aber das ist bei Zeit natürlich auch wichtig, damit uns der Markt dementsprechend nicht überhitzt. Und wir warten ja jetzt schon auf die Amerikaner, wenn gleich in Amerika die Börsensitzung beginnt. Und vielleicht dreht sich ja dann der Markt nochmal rum, weil wir haben ja dementsprechend heute Dienstag, Turnaround Tuesday. Und da kann es schon mal sein, dass wir noch ein paar Punkte gut machen. Schauen wir direkt mal auf die größten Verlierer und Gewinner. Da haben wir nämlich aktuell mehr. Ja, alles das, was letzte Woche noch auf dem Kaufzettel stand, wird heute verkauft. Das sehen wir bei Zalando, das sehen wir bei BASF und bei Airbus. Na ja, und im oberen Bereich ein paar Gewinner haben wir noch. Da sind es vor allen Dingen heute die Energieversorger, E.ON und RWE. Die stehen auf der Kaufseite und auch die Deutsche Börse AG sowie Bayer. Obwohl wir bei Bayer einen sehr aktivistischen Investor haben, der ganz klar sagt, er hätte in Zukunft ganz gerne einen externen Vorstandsvorsitzenden. Vielen Dank, Mick. Und wir haben es auch an deiner Betonung und deinem Tonfall gehört. Die Rallye, die ist auf jeden Fall immer noch dabei. Vielen Dank dir nach Frankfurt. Wir sind gleich wieder für Sie da, schauen dann live nach Lützerath. Auch jetzt erreichen uns immer wieder die Live-Bilder dort. Und man merkt so, die Stimmung, die wird immer angespannter. Die eigentliche Räumung beginnt erst morgen, das hat die Polizei klargestellt. Aber sie beginnt heute mit der Räumung der ersten Blockaden. Hier jetzt momentan ein eher entspannteres Bild. Wir haben aber vor wenigen Minuten dort auch schon Rangeleien gesehen. Gleich mehr dazu hier bei uns bei Welt. Und live schalten wir auch wieder zu unseren Reportern. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in einer bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsregen. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskostenerhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und Allgemein- und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für E-Autos ab diesem Jahr stufenweise ausläuft. Damit wird die künftige Anschaffung deutlich teurer. Wie trotzdem eine Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte heute Bundeskanzler Scholz beraten und lädt Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu einem Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Dabei werde sich zu sehr aufs Auto konzentriert, kritisiert unter anderem das Verkehrs... Hallo und herzlich willkommen zu Welt Newsroom. Und wir wollen direkt nach Lützerath schauen. Der Ort soll ja weichen, um dort Braunkohle abzubaggern. Und schon seit mehreren Tagen haben sich dort Klimaaktivisten versammelt, übernachten auch dort vor Ort in Camps. Und seit heute früh können wir beobachten, wie es auch zwischenzeitlich schon zu etwas angespannter Stimmung gekommen ist zwischen den Aktivisten und den Polizisten. Man muss ja auch sagen, über diesen ganzen Vorgängen dort steht auch die Vermutung des Verfassungsschutzes, dass sich auch Linksextremisten unter die eigentlich hauptsächlich friedlichen Klimaaktivisten mischen könnten und dort entsprechend provozieren wollen, es zur Eskalation kommen lassen wollen. Das haben wir jetzt heute in der krassen Form noch nicht gesehen, aber dementsprechend ist natürlich die Polizei auch mit höchster Konzentration dort vor Ort. Die eigentliche Räumung, sie soll erst morgen beginnen. Das heißt, heute ist man erst dabei, überhaupt erst mal die Zufahrt frei zu bekommen zum Örtchen Lützerath. Und hier sehen wir auf den Bildern auch gerade eine Polizeikette, die sich dort entsprechend formiert hat. Um das näher einzuordnen, schauen wir jetzt zu Jens Räupert, denn der ist seit heute früh für uns in Lützerath, hat das alles genau im Blick. Jens, was ist bei dir aktuell los? Mittlerweile ist es wieder etwas ruhiger hier in Lützerath. Es war eine gute Stunde lang sehr, sehr unruhig. Die aktuelle Maßnahme der Polizei läuft aber auch jetzt noch weiter. Aber man wartet aktuell augenscheinlich noch ein klein wenig ab. Wir schauen uns das an. Ganz aktuell hier in Lützerath. Viele, viele Polizisten sehen wir hier in Uniform. Heute auch erstmalig nahezu komplett mit Helm. Das ist auch nötig. Es gibt zwar wenig Wurfgeschosse, die hier fliegen. Das war in der vergangenen Woche noch anders. Aber es gibt dann doch zum Teil massive Rangeleien zwischen Aktivisten und Polizisten. Das Ziel der Einsatzkräfte ist es, diese Wiese, auf der wir uns jetzt befinden, direkt am Ortsrand von Lützerath zu räumen, um dann in einem weiteren Schritt einen Lastwagen von Greenpeace, von der Straße zu schaffen. Das wird alles andere als einfach werden. Man hat sich auf Seiten der Aktivisten dagegen entschieden, diesen Lastwagen einzubetonieren. Man will also ein klein wenig kooperieren, will sich dann aber auch, habe ich von einem Greenpeace-Vertreter erfahren, eine andere Stelle suchen, hier in Lützerath, um sich erneut in Position zu bringen, um weiter eben auch das Transparent hier öffentlich zu halten. Raus aus der Kürme. Lützerath bleibt die klare Forderung, die wir hier lesen. Und die Aktivisten jetzt vor allem in einer Sitzblockade in dieser Situation. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Situation sich wieder mehr hochschaukelt in den nächsten Minuten, spätestens dann, wenn die Polizei dann auch versucht, diesen LKW von der Straße zu bringen. LKWs, die einbetoniert werden, Gräben, die dann noch gegraben werden, Barrikaden, die errichtet werden. Und man hat häufig das Gefühl, Jens, die Polizei steht daneben und schaut sich das an. Warum? Man will deeskalieren. Das war das Ziel. Das war die Marschrichtung der vergangenen Tage. Man will es auch heute. Selbst wir durften auch heute nicht mit dem eigenen Fahrzeug herankommen. Wir wurden von der Polizei erst einmal im Blaue Westen gesteckt. Und dann wurden wir drei Kilometer weit mit dem Auto von Jakkerath hier nach Lützerath gebracht. Mussten 400 Meter von hier entfernt aussteigen, weil die Polizei mit diesem Polizeishuttle, also einem Polizeifahrzeug nicht hier nach Lützerath fahren wollte. Man wollte hier mit diesem Auto nicht gesehen werden. Da geht es nicht um uns, nicht, dass wir dort drin sitzen oder aussteigen. Da geht es einfach darum, dass man möglichst wenig Polizisten und auch Polizeifahrzeuge hier in Lützerath haben möchte. Man hat die Kräfte da. Man hat sicherlich auch Wasserwerfer in Bereitschaft. Man versucht es aber erst einmal noch so, vor allem mit der Kraft des Wortes. Es sind viele Polizisten im Gelben Westen unterwegs, die als Kommunikationspolizisten gekennzeichnet sind. Die werden immer vorgeschickt. Die suchen immer erst das Gespräch. Dann gibt es Lautsprecheransagen der Polizei, dass man sollte man den Anweisungen nicht Folge leisten mit Zwang zu rechnen hat, dass man weggetragen wird. Wer sich wehrt, der spürt dann auch schnell mal den Polizeiknüppel. Also man versucht es so auf diesem Weg, aber es könnte sich spätestens dann ändern, wenn Lützerath erreicht ist. Also der Ort selbst, die Gebäude, die noch stehen, das sind insgesamt sieben Gebäude von verschiedenen Bauernhöfen. Darüber hinaus gibt es 27 Baumhäuser, die zuletzt gezählt wurden. Es gibt zahlreiche Zelte und vielleicht auch Fallen, die vorbereitet wurden für die Einsatzkräfte. Sollten sie versuchen, Lützerath zu räumen, was sie ja wollen. Also eine große Unbekannt, diese Situation. Viele Fragezeichen, vor allem bei den Behörden, bei den Polizisten. Auf der anderen Seite die Aktivisten, die ein weiteres Mal aufgerufen haben, nach Lützerath zu kommen, sich solidarisch zu zeigen, die Aktivisten zu unterstützen. Deshalb gibt es auch ein zweites Camp. Das ist nicht hier in Lützerath, sondern ein paar Kilometer von hier entfernt in Keienberg. 250 Aktivisten sollen es in den vergangenen Tagen schon gewesen sein. Tendenz weiter ansteigend. Wir haben mit vielen gesprochen. Sie kommen nicht nur aus dem Rheinland, nicht nur aus Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa. Nein, viele haben eine weite Reise hinter sich, unter anderem aus Australien und aus Mexiko. So ihr Ziel für alle in diesen Tagen von den Aktivisten Lützerath. Und deswegen schauen wir da auch genau hin. Jens, du bleibst natürlich bei uns. Ich will das Thema des Polizeieinsatzes nochmal vertiefen. Und deswegen ist jetzt Benjamin Jenro zu mir gestoßen von der Berliner Gewerkschaft der Polizei. Herr Jenro, wenn wir über diese Polizeistrategie nochmal sprechen. Deeskalation ist da das Stichwort. Nun haben wir in Teilen gesehen, Demonstranten werden da angesprochen, die werden gebeten, den Platz zu räumen. Machen die nicht, werden dann von mehreren Kräften weggetragen. Und wenn es schlecht läuft, setzen die sich einfach an anderer Stelle wieder hin. Das Ganze ist unglaublich mühselig, auch von außen betrachtet, dauert sehr lange. Und genau das ist eigentlich ja das Ziel der Aktivisten. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Katz-und-Maus-Spiel gerade. Aber wir haben in Deutschland eine bürgerfreundliche Polizei aufgerufen, auf den Plan gerufen. Die wollen wir auch alle haben. Und da ist Kommunikation erstmal das erste Einsatzmittel. Es ist so, dass sich das ja schon seit ein paar Tagen hinzieht, auch seit ein paar Wochen. Die Einsatztaktik geht da, es erstmal mit Kommunikation zu probieren, Leute anzusprechen. Und ich glaube, das hat ihr Kollege vor Ort schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Also ich hoffe jetzt nicht, dass die Kollegen sagen, wenn sie nicht Folge leisten, hole ich einen Knüppel raus. Weil das passt dann nicht zu einer bürgerfreundlichen Polizei. Aber man probiert es erstmal mit Ansprachen. Manche reagieren, manche leider auch nicht. Wir haben gestern zum Beispiel Angriffe auf Kolleginnen und Kollegen eines Kommunikationsteams gesehen, die also nicht eine Ausstattung haben, wie der Bereitschaftspolizist, der am Ende die Räumung vollzieht, sondern die wirklich auch klar erkennbar sind, die auch mit einer Weste herumlaufen, auf der draufsteht Polizei. Und die haben schon Gegenwehr gemerkt. Das heißt, da ist sicherlich auch was, wo wir uns drauf einstellen müssen, dass es eben nicht bei allen sehr friedlich bleibt. Aber seitens der Polizei sind da also die Rollen klar verteilt? Einerseits die Ansprecher, die Kommunikatoren und andererseits die Leute, die dann wirklich wegräumen müssen? Na ja, erstmal ist es so, dass alle Kolleginnen und Kollegen sehr kommunikativ kommen. Aber es ist natürlich so, gerade wenn sie Funk auf dem Ohr haben, wenn sie einen Helm aufhaben, dann ist es auch nicht so leicht, immer das Gegenüber zu verstehen. Und das wirkt ja auch ein bisschen martialisch. Deswegen ist man in vielen Bundesländern dazu gekommen, bei solchen Aktionen, aber auch bei Demonstrationen, beispielsweise der 1. Mai in Berlin, mit Kommunikationsteams unterwegs zu sein, die auch wirklich für den Bürger ansprechbar sind. Ja, weil sie haben natürlich auch Probleme, wenn sie einen Polizisten irgendwo ansprechen. Sie wissen jetzt vielleicht nicht so, wie es in Lützerath jetzt ja auch ist. Da kommen Einheiten aus mehreren Bundesländern hinzu. Und dann verstehe ich vielleicht den bayerischen Polizisten auch nicht gleich. Und deswegen ist es wichtig, dass Kommunikationsteams unterwegs sind und da auch einen Austausch suchen. Nun wird das wahrscheinlich ein sehr aufwendiger, schwieriger, vielleicht sogar langwieriger Einsatz. Die Aktivisten haben schon gesagt, ihr zieht es eigentlich sechs Wochen, das Ganze, diese Blockade zu halten. Nun haben wir schon, auch Jens hat das berichtet, Barrikaden, Fallen werden vermutet, verworrene Kabelanlagen, die miteinander verknüpft sind. Also das ist sehr unübersichtlich dort für die Kollegen, sicherlich körperlich auch sehr anstrengend. Wie geht man in so einen Einsatz rein? Was bedeutet das für die Kollegen? Na ja, erstmal muss man immer individuell schon. Wir haben es ja hier mit einem Gelände zu tun, wo es mitunter auch sehr unübersichtlich ist. Ihr Kollege vor Ort hat gerade schon angesprochen, wir wissen ja nicht, was in den Häusern ist. Das haben wir bei Räumung von einzelnen Gebäuden natürlich auch. Aber ich kann jetzt schon sagen, also sechs Wochen wird das nicht dauern. Das können wir uns nicht erlauben. Wir haben in Lützerath und rundum jetzt fast die ganze deutsche Polizei zusammengezogen. Also auch wir als Berliner Polizei schicken drei Einsatzhundertschaften nach Lützerath in der nächsten Woche. Und nochmal welche. Man stellt sich schon darauf ein, dass das jetzt nicht morgen innerhalb einer halben Stunde gegessen ist. Aber es ist schon so, dass ich mir da keine Sorgen mache, oder dass die Polizei die richtige Einsatztaktik wählt. Und dass man dann auch, erstmal hofft man auf friedlichen Protest, dass die Leute Folge leisten, weil es eine rechtsstaatliche Entscheidung, die Polizei dann auch durchsetzen muss. Das ist nicht mehr verhandelbar. Es hat Politik entschieden. Und diejenigen, die dann nicht kooperieren, die wird man dann wegtragen. Und dann gibt es vielleicht das eine oder andere unschöne Bild, was sicherlich auch die Aktivisten, schräg, schräg, Straftäter, wenn sie denn dann Straftaten begehen, sicher auch für sich nutzen werden. Aber es wird da keine sechs Wochen Stellungskrieg geben. Ja, so mancher Linksextremist sagt ja, nur mit Steinwürfen erreicht man was, kommt in die Medien, setzt seine Ziele durch. Also wir werden sowas sicherlich auch sehen. Herr Jernro, Sie bleiben bitte sitzen. Jetzt holen wir noch Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer dazu. Herr Fleischhauer, ich grüße Sie. Hallo nach Berlin. Die Argumentation der Klimaaktivisten lautet ja, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, in 2023 überhaupt solche Mengen an Kohle abzubaggern. Nötig wären die wohl nicht mal, zumal Klimaziele und auch das 1,5-Grad-Ziel offenbar ja auch verfehlt werden. Ich schätze, Sie sehen das dezidiert anders. Naja, nee, stimmt. Die Klimaaktivisten haben total recht. Wir bräuchten die Kohle nicht, wenn wir uns für andere Energieformen entscheiden könnten. Also entweder das eigene deutsche Erdgas fördern, haben wir genug, liegt alles in Niedersachsen im Boden, nennt man Fracking. Oder Atomkraftwerke am Netz lassen beziehungsweise neu das dazu bauen, dann bräuchten wir die Kohle nicht. Nur für irgendwas Verlässliches muss man sich halt entscheiden. Und wenn man das andere alles ausschließt, bleibt nur die dreckige Kohle. Nun ist es ja so, dass Verfassungsschützer auch nun die Befürchtung haben, dass das Ganze eskalieren könnte. Herr Haldenwang, der spricht da auch eben von den Linksextremisten, die sich dort drunter mischen, die eigentlich ja da auch hinfahren, um nichts als die Eskalation zu suchen. Was sagt das denn eigentlich aus über die Klimaschutzbewegung, die das sicherlich ja auch merkt und diese Unterwanderung in die eigenen Reihen auch duldet? Naja, ich weiß nicht gar nicht, ob Unterwanderung das richtige Wort ist. Da steht man ja gewissermaßen Hand in Hand. Also bei Fridays for Future zum Beispiel geht es ja schon lange nicht mehr nur um den Klimaschutz, sondern erklärtes Ziel der Bewegung ist im Grunde die Abschaffung des Kapitalismus, der Kampf gegen das System. Ja, plus noch so ein paar andere Ziele, also Kampf gegen Israel, gegen den angeblich kolonialistischen israelischen Staat, Befreiung der Palästinenser. Da mischt sich das ein oder andere zusammen. Und dass Janine Wissler, die Vorsitzende der Linkspartei, zum Solidaritätsbesuch heute auftaucht, passt so gesehen Bombe ins Bild. Ja, wo Sie Janine Wissler gerade ansprechen. Herr Fleischauer, wir hatten Sie vorhin auch im Interview. Wir hören noch mal kurz rein. Ja, ich bin hier, um die Solidarität zu zeigen mit den Menschen, die sich hier für Klimaschutz engagieren. Hier kämpfen Menschen für die Demokratie, dafür, dass es wichtiger ist, einen lebenswerten Planeten zu haben, als die Profitinteressen von RWE durchzusetzen. Ich finde es einen Wahnsinn, dass im Jahr 2023 noch ein Dorf abgebaggert wird, um die Frauenkohle darunter zu gewinnen, dass sie sogar Windräder weichen müssen, um Kohle abzubaggern. Und deswegen bin ich hier und halte das für sehr, sehr notwendig, dass wir deutlich machen, wenn man die Klimaziele einhalten will, dann darf man nicht immer noch weiter auf Kohle setzen. Und Frau Wissler, die Vorsitzende der Linken, ist also nicht nur da, um auch entsprechend seelisch und moralisch zu unterstützen. Nein, sie hat auch mit im Protestcamp übernachtet. Herr Fleischauer, wie beurteilen Sie das, dass das jetzt auch so ein Ort wie Lützerath zum politischen Spielball wird? Ja gut, Frau Wissler sucht auch noch ein Thema, dass sie der notleidenden Linkspartei noch so ein paar Wähler wieder zuführen kann. Und da ist der Klimaprotest als Massenbewegung offenbar jetzt das geeignete Mittel. Ob es jetzt der Linkspartei so wahnsinnig helfen wird, habe ich Zweifel. Das Problem natürlich dieser ganzen Art von Protesten ist also an der Wahlurne nicht so wahnsinnig erfolgreich. Also wenn man jetzt die Wähler darüber abstimmen lassen würde oder die Deutschen, ob sie dafür sind, also auch gleich nochmal das ganze kapitalistische System mit abzuschaffen, ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht so fünf bis sechs Prozent sind dann dafür und der Rest ist dagegen. Das ist natürlich, sagen wir, immer der Hasenfuß auch aus Sicht der Klimaaktivisten. Deswegen stellt man ja das Thema Klimaprotest ganz vorne ins Schaufenster. Da hat man noch eine relativ große Menge von Leuten, die sagen, ja also, das ist schon schlimm, dass sich die Erde so erheizt. Aber alles, was dann dahinter kommt, wie gesagt, auch Profitinteressen von RWE, das zucken die meisten auch mit den Schultern. Vermuten Sie, dass deswegen die Grünen sich da auch gerade, ich sage mal, ja fast bedeckt halten? Ich meine, Robert Habeck hat das mit verhandelt. Früher Kohleausstieg, dafür aber das Dorf Lützerat noch abwagern und jetzt ist man ziemlich still in diesen Tagen. Gut, für die Grünen blödes Thema, ne? Die stellen halt jetzt dummerweise auch noch die entsprechende Ministerin in Nordrhein-Westfalen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Herr Wüst, ja, von der CDU, hört sich da relativ bedeckt und muss die arme Frau von den Grünen jetzt immer auch schwarz gekleidet, die sich dann die Kohlen im wahrsten Sinne aus dem Feuer holen. Ja, das ist halt der Preis, den man jetzt zahlt dafür, dass man eben, wie gesagt, also Atomkraft nicht will, Fracking nicht will, dann landet man bei der Kohle. Mit dem Gas ist es halt auch so wahnsinnig schwierig. Also wir bekommen ja jetzt sehr, sehr, sehr teures Gas aus Amerika. Fracking-Gas übrigens, ne? Ja, bei uns wollen wir das nicht, nur weil es zu schmutzig ist. Also wenn es woanders stattfindet, sind nicht ganz so schlimm halt wie bei uns, ne? So. Ist übrigens auch alles mit Dieselschiffen über den Atlantik geschafft. Also Klimabalanz verheerend, aber findet halt nicht bei uns statt, ne? So verändern wir das schon. Das sind ja diese ganzen Windungen und auch Verrücktheiten in der Energiewende. Und grüne Minister haben auch irgendwie viel zu erklären. Herr Fleischauer, besten Dank erstmal für den Moment. Wir gucken nochmal ins Studio, denn Benjamin Jendro sitzt ja immer noch bei mir. Herr Jendro, wenn wir uns nochmal die Live-Bilder auch anschauen, die wir jetzt aktuell aus Lützerath sehen. Was ist Ihre Einschätzung? Wenn wir schon Luisa Neubauer vorhin gehört haben in manchem Interview, die eben sagt, eine friedliche Räumung ist zwar angekündigt worden, was ich vor Ort aber abspiele, sei ziemlich genau das Gegenteil davon. Ja, schön, dass Frau Neubauer das bewerten kann. Ich meine, letztlich ist die Polizei da nicht aus Lust und Laune und wir haben auch viele Kolleginnen und Kollegen, die vom Klimawandel betroffen sind. Das ist ja jetzt keine Sache, die nur Frau Neubauer betrifft. Und wir müssen ganz ehrlich sein, Polizei hat dann rechtsstaatlichen Auftrag. Ja, und ich finde es auch sehr grenzwertig, wenn da die Fraktionsvorsitzende einer demokratischen Partei vor Ort ist und das auch mitunter noch unterstützt. Weil Herr Fleischauer hat ja gerade selber auch zugegeben und das sind auch unsere Eindrücke, dass da Extremisten darunter sind. Und wir reden hier über einen rechtsstaatlichen Auftrag der Polizei. Also das Ding ist entschieden. Ich finde es ja toll, wenn Politiker sich mit Leuten unterhalten möchten, um Lösungen zu finden. Aber wir haben ein OVG-Urteil, das dort geräumt werden soll in dem Sinne. Und wir haben dann ein Betretungsverbot und da muss die Polizei ihren rechtsstaatlichen Auftrag nachgehen. Und deswegen ist es schon grenzwertig, wenn wir hier die Fraktionsvorsitzende der Linke zu stehen haben. Herr Fleischauer hat das gerade sehr amüsant gesagt. Die Polizei entscheidet darüber nicht, sondern man hat es letztlich umzusetzen. Und das wird man mit Kommunikation versuchen. Und wenn Frau Neubauer und andere Leute dort das Gelände nicht verlassen, dann wird man sehen, dass man polizeiliche Maßnahmen ergreifen muss, die sicherlich nicht immer schön aussehen. Aber unsere Kolleginnen und Kollegen versuchen es erst mal auf einem rechtsstaatlichen anderen Weg, nämlich mit Kommunikation. Lassen Sie uns noch mal über diese Linksextremisten sprechen. Ich meine, der Herr Haldenbank, Verfassungsschutzpräsident, sagt das ja nicht aus dem Blauen heraus, sondern der hat ja Erkenntnisse, dass also jetzt schon Gruppen dort anreisen, dass man sich in entsprechenden Chatgruppen vernetzt. Das heißt, läuft jetzt auch im Vorfeld laufen da Maßnahmen, dass man sozusagen diese Leute auch schon dort aus dem Verkehr zieht oder ist das auf Verdacht sozusagen gar nicht möglich? Ja, selbstverständlich laufen Maßnahmen. Das ist ja auch kein Zufall, dass quasi aus ganz Deutschland Polizei nach NRW gerade fährt. Sonst könnte die nordrhein-westfälische Polizei das auch alleine dort lösen. Aber wir haben alleine Einheiten geschickt, aus dem ganzen Bundesgebiet kommen Einheiten und natürlich schaut man sich an, was gibt es für Bestrebungen in Social Media, was gibt es für Ankündigungen. Und wir haben dort Anreisen, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem europäischen Ausland. Und wir wissen, wie gerade die linksextremistische Szene und mitunter auch die Klimaszene, sage ich jetzt mal, wie die in anderen Ländern, zu was die auch fähig ist und was sie greifen kann. Durch den Land Frankreich, ja. Deswegen ist es vollkommen richtig, dass da auch ein großes Einsatzaufgebot da ist. Das mag Frau Neubauer nicht gefallen und anderen sicherlich auch nicht, aber es geht auch um den Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen und da muss man auch mit ordentlich Personal da sein, damit man diesen Einsatz auch möglichst ohne Verletzte auf allen Seiten, wohlgemerkt, über die Bühne bringt. Und sicher auch nicht nur die Kollegen in Uniform, die wir gleich erkennen, sondern sicherlich auch Zivilfahrer, die da unterwegs sind. Selbstverständlich läuft da im Umfeld noch ein bisschen was, auch nicht nur die Kollegen, die in Lützerath vor Ort sind. Und sie können sich auch sicher sein, dass natürlich alles durchforstet wird, auch Aufrufe zu Gewalttaten, man vorher im Blick hat. Und dann gibt es sicherlich auch die eine oder andere Gefährdeansprache, dass man mal bei jemandem ist und sagt, so wir wissen ganz genau, was du vorhast. Vielleicht gehst du da morgen mal besser nicht hin. Okay, wir schauen noch mal auf die Live-Bilder aus Lützerath und möchten das noch mal von unserem Kollegen Jens Räupert einordnen lassen. Jens, momentan ist, wo befinden wir uns da? Welches Bild sehen wir da aktuell? Wir sehen, sieht fast aus wie ein Feld inzwischen. Sind das alles immer noch die Zufahrtswege an den Ort Lützerath? Und was passiert da gerade mit Baggern und Traktoren? Viele Fragen. Ich möchte sie alle gerne beantworten. Marie, wir befinden uns nach wie vor, vor allem zeitlich, in der Vorphase der eigentlichen Räumung von Lützerath. Die soll morgen beginnen, beziehungsweise kann frühestens morgen beginnen, weil heute Abend noch eine politische Informationsveranstaltung hier in der Nachbarschaft ist, in Erkelenz. Da möchte die örtliche Politik, die Bevölkerung informieren, wie es hier weitergeht. Die Polizei wird so lange noch warten. Das heißt, man wird heute noch nicht nach Lützerath hineingehen, um die Häuser, Baumhäuser und Zelte zu räumen. Aber hier immer wieder Unruhe im direkten Umfeld von Lützerath. Wir sind gar nicht weit entfernt vom früheren Ortseingang. Wir sehen viele Polizisten, die in einer Polizeikette sind und Aktivisten auf der anderen Seite Auge in Auge. Das war schon eine ganze Weile, bestimmt 20 bis 30 Minuten. Und im Hintergrund sehe ich jetzt gerade in diesem Moment wieder sehr viel Bewegung. Das heißt, viele Aktivisten, die jetzt auf die andere Seite der Zufahrtstraße rennen, dort drüben auch gar nicht weit entfernt die Abbruchkante des Tagebaus. Und es ist durchaus zu erwarten, das haben wir in den vergangenen Tagen immer wieder beobachtet, dass es da auch Unruhen gibt mit der Polizei immer wieder die ein oder andere Auseinandersetzung. Man errichtet dort drüben gerade ein sogenanntes Logistikzentrum für die Einsatzkräfte. Das werden Unterkünfte sein, also mobile Büros. Das sind Toilettencontainer, die man aufgestellt hat, um eben diesen Einsatz fortführen zu können in den nächsten Tagen. Und um deine Frage zu beantworten, was es mit den Baggern auf sich hat, mit den zahlreichen Räumfahrzeugen, das können wir hier in dieser Richtung vielleicht zeigen, da waren heute Morgen noch sehr, sehr viele Hügel, wo wir eben auch viele Leibscheiten gemacht haben. Die sind jetzt alle weg. Die sind alle wegtransportiert worden von den zahlreichen Fahrzeugen, die wir hier sehen. Also man hat hier alles wegräumt, was irgendwie im Weg stand, was in den nächsten Tagen im Weg stehen könnte. Man rodet diesen Bereich, man planiert ihn, um immer mehr Fahrzeuge heranzuführen. Und man versucht eben auch, diese Gebiete, auch diese Wiese, auf der wir uns befinden, zu sichern. Dass die Aktivisten nicht zurückkommen, dass sie diesen Bereich nicht zurückerobern können. Denn das Spiel auf Zeit natürlich auch jetzt schon erkennbar. Die Aktivisten versuchen, die Rodungsarbeiten zu verzögern und natürlich im Optimalfall aus ihrer Sicht die Räumung von Lützerath gänzlich zu verhindern. Jens, ich danke dir erstmal für den Moment. Wir nehmen nochmal Herrn Fleischhauer mit ins Boot. Herr Fleischhauer, die Bilder, die wir nun aus Lützerath sehen, die sehen ja nur nicht wir im Fernsehen, die sehen sicherlich auch so mancher Krawallmacher in Neukölln. Glauben Sie denn, dass diese Bilder auch wie Beamte lange Ansprachen machen, dann Demonstranten wegtragen, die dann wieder zurücklaufen? Glauben Sie, dass das, ich sag mal, dem fehlenden Respekt vor den Einsatzkräften noch Vorschub leisten könnte? Der Respekt in Neukölln vor den Einsatzkräften ist ja eh dahin. Also ich glaube, die brauchen jetzt nicht mit den Bildern Lützerath. Was ich immer auffällig finde, wir sehen natürlich auch eine gewisse Art eine Klassenauseinandersetzung. Also ich komme jetzt auch aus einer Generation, für die Klassenkampf ja noch ein Wort war. Also mal, auf der einen Seite stehen Polizeibeamte, die nicht alle aus bürgerlichen Familienhäusern stammen, wo schon seit Generationen studiert wurde. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die klassischen Bürgerkinder, wie Luisa Neubauer und ihre ganzen Mitstreiter, die es im Zweifel sich heute auch leisten können, weil sie so viel Geld schon auf die Seite geschafft haben, ohne eine vernünftige und funktionierende Wirtschaft auszukommen. Oder weil eben Mama und Papa im Zweifel den Geldbeutel hinhalten. Und das ist ein Teil übrigens, der immer auch natürlich was Kurioses hat. Also wenn Bürgerkinder, Arbeiterkinder darüber belehren, über Gerechtigkeit und gerechten Kampf. Da kann der mit dem Zeigewerkstab vielleicht auch noch was zu sagen. Herr Jindro hat uns schon verlassen und auch von Ihnen möchte ich mich verabschieden. Danke, Herr Fleischmann. Tschüss. So, wir machen eine kurze Unterbrechung und kommen dann zu einem ganz anderen Thema. Es wird nämlich dann um den Automobilgipfel beziehungsweise den Mobilitätsgipfel, so hat man den inzwischen umbenannt, der wird nämlich im Kanzleramt gleich stattfinden. Die ersten Chefs der Autokonzerne sind bereits im Kanzleramt eingetroffen und mehr dazu erfahren Sie dann gleich bei uns. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbaggierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatorin, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles Einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen, beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in der bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskosten, Erhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und allgemein und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für E-Autos ab diesem Jahr stufenweise ausläuft. Damit wird die künftige Anschaffung deutlich teurer. Wie trotzdem eine Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte heute Bundeskanzler Scholz beraten und lädt Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu einem Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Dabei werde sich zu sehr aufs Auto konzentriert, kritisiert unter anderem das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. Ja, Mobilität ist eben mehr als Automobilität. Und beim Kanzler sind vorwiegend Vertreter und Vertreterinnen der Automobilwirtschaft und die Zulieferer. Und das ist ein völlig veralteter Mobilitätsbegriff. So kann man die Verkehrswende nicht gestalten, wenn man jeden Verkehrsträger isoliert betrachtet. Hier im Autohaus hofft man trotzdem auf Lösungen, damit der Verkauf der E-Autos bei Wolf Warnke auch in diesem Jahr so erfolgreich weitergeht wie in den vorigen. In einem privaten Büro von US-Präsident Joe Biden sind geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt worden. Die Weißen Haus zufolge sind die Dokumente in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt worden. Die Unterlagen seien umgehend dem Nationalarchiv übergeben worden. Das CNN berichtet, dass es sich um etwa ein Dutzend Dokumente, darunter auch Papiere mit höchster Geheimhaltungsstufe handelt. Das Justizministerium prüfe nun den Vorfall. Besonders brisant gegen Ex-Präsident Trump laufen ja derzeit Ermittlungen wegen der Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in sein privates Anwesen in Mar-a-Lago in Florida. Biden selbst hatte diese Willkommen zurück. Der Bundeskanzler hat zum Mobilitätsgipfeltreffen eingeladen. Dabei soll es vor allem um die Verkehrswende gehen und damit auch um die Schonung des Klimas. Umweltschützer und Fahrradverbände kritisierten aber bereits im Vorfeld, dass bei dem Treffen zu sehr das Auto im Mittelpunkt stehen würde. Auch innerhalb des Regierungsbündnisses gibt es vor dem Gipfel unterschiedliche Ansichten zur Verkehrswende. Sie reichen von der Förderung der Autobranche bis hin zu einem Baustopp für Straßen. Eingeladen sind neben der Politik auch Vertreter von Ländern und Kommunen sowie von Industrie, Gewerkschaften und Wissenschaft. Da gehen wir nochmal ins Detail. Marian Grunden ist jetzt für uns am Kanzleramt. Marian, nun ist ja Verkehrswende eigentlich Teil des Berichts von Verkehrsminister Volker Wissing. Nun hatte Merkel zwar in der Vergangenheit auch immer Autogipfel veranstaltet, aber erhöht diese Veranstaltung und auch schon die Kritik, die ja zum Beispiel von den Grünen geäußert worden ist, dass bisher eben gar kein CO2 im Verkehrssektor eingespart worden ist, nochmal den Druck auf den FDP-Minister. Nun absolut steigt der Druck auf Volker Wissing, denn um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen, bräuchte es eine 14-fache CO2-Reduktionsgeschwindigkeit. Also man müsste dann nochmal deutlich nachlegen. Deswegen will man hier heute auch mit den Autobossen sprechen, wie man weiter auf E-Mobilität setzen will. Und natürlich erhofft sich die Autoindustrie da gewissermaßen auch, dass man da nochmal Subventionen bekommt. Das ist aber weitestgehend unwahrscheinlich, denn letztes Jahr, da wurden 3,2 Milliarden Euro ausgegeben, um die E-Auto-Verkäufe nochmal anzukurbeln. Das wird in diesem Jahr auf 2,1 Milliarden reduziert und 2024 dann sogar auf ungefähr eine Milliarde. Also es wird hier wohl eher eine Konsensveranstaltung der Ampelparteien sein, denn so richtig Beschlüsse, da rechnet hier aktuell noch niemand mit. Hier wird jetzt erstmal gesprochen mit den Bossen von VW, mit BMW, mit Mercedes, aber auch Ford. Etwas skurril ist tatsächlich, dass Tesla, das hier ja in der Nähe in Brandenburg ein Werk eröffnet hat, nicht von der Partie ist. Und da regt sich natürlich Kritik, dass einerseits Tesla nicht dabei ist, aber eben auch zum Beispiel die Allianz Pro Schiene nicht eingeladen wurde. Und die kritisieren das eben auch immer wieder, dass das eigentlich kein Mobilitätsgipfel, sondern ein reiner Autogipfel ist. Und hier vor Ort, da waren auch einige Demonstranten bis kurz vor Beginn dieser Veranstaltung hier. Die haben nochmal wirklich Stimmung gemacht, haben gesagt, nein, wir müssen jetzt wirklich nicht nur auf das Auto schauen, sondern auf die Mobilität im Land insgesamt. Und für einen kurzen Moment hat es dann auch ein Greenpeace-Aktivist geschafft, die Einfahrt hier zum Kanzleramt zu blockieren. Da kam dann aber relativ schnell Polizei, hat ihn aus dem Weg geräumt und dann konnte das Ganze natürlich starten. Trotzdem, hier wird wenig erwartet. Es wird wahrscheinlich nicht wie in den Merkel-Jahren tatsächlich dann ein Milliardenfonds oder ähnliches aufgelegt, sondern eigentlich eine Veranstaltung, wo sich alle Ampelparteien nochmal äußern können, alle ihre Position vertreten, aber wenig Konkretes bei rumkommen wird. Marian, vielen Dank erstmal. Zugeschaltet ist uns nun noch der Experte für Automobilwirtschaft, Prof. Ferdinand Dudenhöfer. Herr Dudenhöfer, ich grüße Sie. Hallo, Frau Dröchner. Eines der größten Hemmnisse beim Ausbau der E-Mobilität und vor allem dann bei den Verbrauchern zum Kauf eines E-Autos ist weiter die vielerorts fehlende Ladeinfrastruktur. Was sollte dieser Mobilitätsgipfel bringen, was die Treffen bislang nicht gebracht haben? Also, was eben gerade Ihr Kollege auch im Bericht gesagt hat, man erwartet eigentlich gar nichts, außer einer Politik-Show, die man macht, eine Megatalkshow, um so ein bisschen Politik-Marketing zu machen. Alles ist gesagt, nur nicht von jedem, würde Karl Valentin dazu sagen. Also, es ist konzeptlos, erscheint es wirklich, was da getreten wird in Berlin, um bunte Bildchen zu machen. Zu der Ladeinfrastruktur muss man Folgendes sagen. Der Kern und die Probleme sitzen wirklich in den Großstädten. Auf dem flachen Land in den Vororten hat jeder seine Garage und kann eine Wallbox installieren. Bei den Arbeitgebern sind in der Regel in den Arbeitsplätzen Ladesäulen vertreten. Es ist wirklich das Thema Großstadt und da ist bis heute nichts, aber gar nichts Vernünftiges von keinem, der in der Regierung sitzt, auf den Tisch gelegt worden, sondern man redet immer nur über Billiarden, die man irgendwo reinschüttet und nennt dann Billiarden und geht dann nach Hause. Das ist das Thema eins. Also die Ladeinfrastruktur ist in einigen Bereichen schlecht, in anderen Bereichen ist ja eigentlich prima. Wir gehen davon aus, dass die Ladeinfrastruktur nicht weiter ausgebaut wird. Denn das, was die Ampel gemacht hat, ist, den Rückgang der Elektromobilität einzuleiten. Die Plug-in-Hybride werden überhaupt nicht mehr gefördert. Die Verbrenner werden wieder attraktiver und bei den reinen Elektroautos werden die Subventionen deutlich zurückgefahren. Bei den hohen Strompreisen, die wir haben, fast 100% teurer als vor einem Jahr, bei den teuren Batterien, die wir haben und bei den teuren Autos im Elektrobereich, die wir haben, werden sich die Konsumenten umorientieren. Übrigens das Gegenteil wird in Amerika gemacht und in China gemacht. Dort erhöht man jetzt gerade die Subvention, weil man es zum Laufen bringen will. Und wenn keine Autos verkauft werden, welcher Infrastrukturanbieter sollte denn dann Ladesäulen aufstellen für Autos, die es nicht gibt? Das ist ja ein verheerendes Urteil. Sie haben die gestrichenen Förderungen bereits angesprochen. Nun könnte man sich ja aber auch am Beispiel Norwegen zum Beispiel orientieren. Die sind da sehr weit vorne beim Verkauf von E-Mobilität und die machen das nicht über Kaufprämien, sondern die machen einerseits höhere Steuern für Verbrenner und gar keine Steuern für E-Autos. Wäre das nicht auch ein anderer Weg für Deutschland? Unbedingt. Also man hat die beiden Möglichkeiten. Entweder gibt man eine Förderung für die Elektroautos, dass der Abstand so wie er war. Deshalb ist im letzten Jahr auch so viel verkauft worden an Elektroautos, sodass dieser Abstand gewahrt bleibt. Oder man macht es so, dass man den Verbrenner teurer macht. Aber reden Sie mal mit jemand in der Ampel über Steuererhöhungen. Die scheuen dieses Wort so wie der Teufel das Weihwasser. Also Steuererhöhungen für Verbrenner, die gehen auf keinen Fall durch. Da wagt sich niemand noch nicht mal, das so was anzusprechen. Also bleibt es dabei, dass dieser Abstand zwischen Verbrenner und Elektroautos sehr groß sein wird. Und Deutschland im Gegensatz zu den großen Märkten der Welt beim Elektroauto rückwärts fährt, während China und Amerika die Dinge forcieren. Aber Herr Dudenhöfer, wie stehen da die Automobilkonzerne zu? Sagen die jetzt, na ist doch gut, egal was wir verkaufen, ob Verbrenner oder E-Autos. Weil es ist ja schwierig. Ich meine, die Branche muss sich irgendwie ausrichten. Eigentlich gibt es das Ziel. Wir haben momentan eine Million Elektrofahrzeuge. Das sollen mal 15 Millionen werden. Auch tausende Zulieferer in Deutschland an der Autoindustrie hängen ja auch da dran. Die müssen sich ja irgendwie fit machen für die Zukunft. Ja, also zuallererst diese 15 Millionen, die können Sie knicken. Also wenn die Hälfte kommen wird bis zum Jahr 2030, wäre es schon ein kleines Wunder. Bei den Bedingungen, die die Bundesregierung aufgelegt hat. Jetzt zu der Automobilindustrie selbst. Schauen Sie, in Deutschland ist ein Markt im letzten Jahr von weniger als 3 Millionen. Weltweit verkaufen wir 80 Millionen Autos. Was die Autoindustrie interessiert, ist China. Dort werden 22 Millionen Autos verkauft. Und mehr als 6 Millionen Elektroautos im letzten Jahr. In dem Jahr steigen sie weiter. In den USA werden 15 Millionen Autos verkauft. In Deutschland 3 Millionen. Also was soll die Autoindustrie mit Deutschland anfangen? Die haben ihren Sitz in Deutschland, wichtige Konzerne, aber die denken nicht Deutschland, sondern die denken global. Und das ist richtig so. Unser Problem ist, dass wir in Deutschland diese Dinge falsch anpacken. Die Autoindustrie, die kann sich nicht um Deutschland kümmern. Und selbstverständlich verkauft man lieber Verbrenner, weil da ist der Deckungsbeitrag höher, da ist der Gewinn höher. Aber insgesamt in der Welt läuft die Sache ins Elektroauto. Und Deutschland wird eben halt abgehängt als Markt. Aber das tut der Autoindustrie nicht besonders weh, denn wichtig ist der Weltmarkt und unwichtig ist Deutschland. Na, und wenn wir Ihnen glauben dürfen, ist das E-Auto zumindest für Deutschland bereits gestorben, bevor es richtig auf die Straßen kam. Herr Dudenhöfer, ich danke Ihnen. Gerne, ja, tschüss. Beim Verkehr wollen wir bleiben. Denn die Stadt München bleibt laut Daten des Verkehrsdienstleisters Inrix die staugeplagteste Stadt Deutschlands. Im Schnitt standen Menschen dort im vergangenen Jahr ca. 74 Stunden im Stau. Auf Platz 2 direkt dahinter Berlin. Hier verbrachten die Menschen 71 Stunden im Stau. In Hamburg waren es 56. Das klingt zwar alles jetzt schon ziemlich viel, allerdings sind wir in Deutschland im internationalen Vergleich noch gut bedient. Am schlimmsten ist der Stau nämlich in London. Dort standen die Menschen im letzten Jahr 156 Stunden fest. Das sind umgerechnet ungefähr 6,5 Tage. Für die Studie wurden Stau- und Mobilitätsdaten in mehr als 1000 Städten in 50 Ländern ausgewertet. Und wir wollen noch mal kurz nach Lützerath schauen, auf die Live-Bilder, die uns von dort erreichen. Auch hier sehen wir diverse Polizeikräfte, die also dort versuchen, die Zufahrten zur Ortschaft frei zu machen. Über 200 Aktivisten sind definitiv heute den ganzen Tag dort schon auch unterwegs. Und wir wollen noch mal nachfragen bei unserem Reporter, der vor Ort ist, Christian Beilfuß. Christian, wie ist aktuell die Situation? Wir haben das gesehen. Heute früh gab es schon relativ angespannte Stimmungen. Wir hören jetzt bei dir wieder im Hintergrund auch Sprechchöre. Wie sieht es momentan aus? Ja, es ist so eine Mischung aus Unruhe und Ruhe. Es wechselt sich so ein bisschen ab. Gerade eben haben hier neben uns versucht, einige Demonstranten durch die Reihen der Polizei durchzukommen, um an die Abrisskante zu gelangen. Aber die Polizei hat das relativ schnell unterbunden. Jetzt sitzen die Demonstranten hier und blockieren sozusagen den Weg in Richtung Dorf. Von hier aus gesehen, das ist rechts von uns. Es ist jedenfalls so, dass hier eigentlich alles eher friedlich miteinander umgegangen wird. Die Konfrontation, die große, hat bisher nicht stattgefunden. Das ist sicherlich aus Sicht aller Beteiligten auch sehr gut so. Die Polizei wird aber früher oder später auch hier den Platz räumen und wohl auch räumen müssen. Das hat uns gerade ein Polizeisprecher bestätigt. Denn hier müssen weitere Vorbereitungen betroffen werden für die gesamte große, die gesamte Räumung von Litzerat, die ja früher oder später irgendwann kommen wird. Wann das aber so sein wird, das weiß bisher noch keiner. Aber insgesamt die Lage im Moment eher beruhigt. Hier und da mal ein Feuerwerkskörper. Bisher ist aber nichts Schlimmes, soweit wir es verfolgen konnten, passiert. Es ist so, dass die Dunkelheit irgendwann reinbrechen wird. Wenn noch etwas von der Polizei gemacht werden sollte, wird es sicherlich vorher passieren. In der Dunkelheit ist es viel zu gefährlich, hier aktiv zu werden. Das ist jedenfalls das, was wir hier so hören. Na ja, wenn Demonstranten versuchen, zur Abbruchkante zu kommen, das ist ja lebensgefährlich. Denn das ist, wie wir wissen, ja auch alles nicht gesichert. Christian, vielen Dank erstmal. Vor drei Wochen wurde ein Teil der Beute aus dem Einbruch ins historische Grüne Gewölbe in Dresden sichergestellt. Heute Vormittag wurde der Prozess gegen die Tatverdächtigen fortgesetzt. Dabei wurden Details zu den im November 2019 erbeuteten Juwelen verkündet. Etwa auch, dass Teile der Schmuckstücke ja wirklich massiv auch beschädigt waren. Das heißt, die kamen nicht etwa heil wieder zurück. Sechs Tatverdächtige aus dem Berliner Clan-Milieu müssen sich vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Ihnen werden unter anderem schwerer Bandendiebstahl und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der Wert des damals erbeuteten Schmucks behäuft sich auf sage und schreibe 114 Millionen Euro. Bundeskanzler Scholz verteidigt seinen Kurs bei den Waffenlieferungen in die Ukraine. Deutschland ist ganz vorne bei der Unterstützung der Ukraine, sagte Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung in Berlin und verteidigte sich gegen den Vorwurf der Zögerlichkeit. Scholz hatte vergangene Woche erstmals in Absprache mit den USA Lieferungen von Marder-Schützenpanzern angekündigt. Politiker von Grünen, FDP und der Union verlangen, dass Deutschland auch Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 liefern müsste. Offenbar will London nun Kampfpanzer liefern. Im Gespräch sind zehn Challenger-2-Panzer, die ungefähr mit dem Leopard 2 vergleichbar sind. Und bei mir im Studio ist nun Guido Schmidke, unser Militärexperte. Ja, was kann dieser Challenger? Ja, der Challenger ist einer der modernen westlichen Kampfpanzer in einer Reihe aufzuzählen mit dem Leopard 2 oder dem amerikanischen Abrams. Und das Konzept des Challenger 2 ist das sogenannte Iron Triangle, das eiserne Dreieck. Und das ist sozusagen die Philosophie, dass ich eine Mischung aus hoher Mobilität, aus einem sehr guten Schutz und einer sehr hohen Feuerkraft habe. Und das alles vereint der Challenger 2. Er ist ausgestattet mit einem Feuerleitrechner und mit einer stabilisierten Waffenanlage und kann so auch in der Bewegung hervorragend mit dem ersten Schuss gegnerische Ziele bis auf 4000 Meter effektiv bekämpfen. Hier mal ein paar Zahlen zu dem Challenger 2. Crew, vier Soldaten, unter anderem mit einem Ladeschützen, der praktisch das Geschoss hinten in die Kanone reinlädt. Und der ist dann auch dafür verantwortlich, den Panzer zu führen, wenn der Kommandant ausfallen sollte. Darüber hinaus sehr schwer mit 63 Tonnen und einsatzerprobt. Dieser Panzer war unter anderem im Irak und ist auch bei unterschiedlichen Friedensmissionen von den Briten eingesetzt worden. Der große Unterschied zum modernen Leopard 2-Panzer ist, dass der Challenger über eine Kanone mit einem gezogenen Lauf verfügt. Das heißt, der Lauf hat innen so Rillen und diese Rillen sorgen dafür, dass das Projektil praktisch in eine Rotation versetzt wird und dann, wenn es das Rohr verletzt, stabilisiert auf das Ziel sich zubewegt. Jetzt sehen wir hier Bilder vom Kampfpanzer Leopard 2. Der ist ähnlich wie der Challenger, nur ein wenig älter. In den neuesten modernisierten Versionen aber noch kampfkräftiger. Vor allem, weil er eine Glattrohrkanone hat vom Kaliber 120 Millimeter und damit auch eine Kampfentfernung von maximal 5000 Metern. Dazu noch schwerer, weil er noch besser gesichert wurde und noch mehr Equipment an Bord hat als der Challenger. Und was den Leopard 2 in der neuesten Version auch noch auszeichnet, ist, dass er nicht nur Duell-Situationen gegen gegnerische Panzer durchführen kann, sondern dass er mit Mehrzweckgeschossen auch gegnerische Infanterie bekämpfen kann. Und das macht den Panzer auf dem Gefechtsfeld noch effektiver als den Challenger, der nur die Möglichkeit hat, direkt in der Duell-Situation gegnerische Panzer zu bekämpfen. Gucken wir uns jetzt dann vielleicht nochmal das Geschehen an den Frontlinien in der Ukraine an. Und da müssen wir vor allem in den Donbass gehen und dort die Städte Soledar und Bachmut. Dort toben die heftigsten Gefechte schon in den letzten Tagen. Und das ist wirklich eine Knochenmühle. Präsident Zelensky, der spricht davon, dass Leichen Soledar pflastern und dass das momentan das blutigste Stückchen Erde in der Ukraine ist. Es sieht ganz danach aus, dass Soledar fällt, weil die Russen dort wirklich mit allem, was sie haben, angreifen und dort auch eigentlich alte Taktiken verwenden, indem sie einen Angriff mit russischen Truppen nach dem anderen dort in die Stadt schicken. Soledar insofern wichtig, weil sollten die Russen die Stadt einnehmen, dann könnte man dort dann so ein wenig die Verbindungslinien vom Norden Richtung Süden nach Bachmut der ukrainischen Truppen abschneiden und könnte möglicherweise auch Bachmut dann einkesseln. Grundsätzlich muss man aber sagen, der Angriff auf Bachmut, strategisch sehr wichtig, um dann auf Kramatorsk vorzumarschieren, würde in einem Häuserkampf enden. Und das bedeutet, dass es ein sehr blutiger Kampf wird und für die Russen sowohl wie auch für die Ukrainer sehr, sehr hohe Verluste bedeuten würde. Also sollten die Challenger-Panzer kommen und sollte das den Druck erhöhen, auch auf die Bundesregierung und andere Regierungen Kampfpanzer zu schicken, dann wäre das sicherlich für die Ukraine insofern ein Game-Changer, weil man diese große Feuerkraft, hohe Mobilität und den Schutz der Kampfpanzer nutzen könnte. Vielleicht kann man sich ja durchringen. Am 20. Januar gibt es ja ein Treffen in Rammstein. Vielleicht kommt dann die Zusage. Guido, vielen Dank. Die NATO und die Europäische Union werden enger zusammenarbeiten. Damit reagieren sie auf den russischen Krieg gegen die Ukraine. In ihrer Vereinbarung heißt es nun, man wolle sich enger abstimmen, zum Beispiel beim Schutz kritischer Infrastrukturen. Weitere Themen sind der Kampf gegen den Klimawandel, sowie gegen Fehlinformationen und Einmischung aus dem Ausland. EU und NATO appellieren auch erneut an Russland, den Krieg sofort zu beenden. Zudem bekräftigen sie ihre Unterstützung für die Ukraine. Mit starkem Regen, heftigen Wind und Überschwemmungen erlebt der US-Bundesstaat Kalifornien derzeit die dritte Woche schwerer Winterstürme. Die Behörden ordneten in mehreren Regionen die Evakuierung ganzer Ortschaften an. Bei dem Unwetter sind nach offiziellen Angaben bislang 14 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein fünfjähriger Junge, der von den Wassermassen aus seinem Auto gerissen wurde. Sie haben das Schlimmste überstanden. Vorerst machen sich mit Schaufel und Gummi-Schieber daran, die Schäden zu beseitigen. Überall an den Wänden, an den Türen ist noch zu sehen, wie hoch das Wasser stand. Das Wasser stieg unglaublich schnell. Als der Flutalarm ertönte, stieg der Pegel um etwa 60 Zentimeter pro Stunde. Ganze Städtchen versanken in den Fluten, wie hier in Montecito, dem Promiort nahe Santa Barbara. Hier, wo der britische Prinz Harry mit seiner Familie wohnt, ebenso wie Schauspielerin Gwyneth Paltrow, Sängerin Katy Perry und Talkmasterin Oprah Winfrey, die in diesem Video zeigt, wie sie durch den Schlamm auf ihrem Grundstück wartet. Zehntausende Menschen in der Region müssen ihre Häuser verlassen. Die Ortschaften werden aus Sicherheitsgründen evakuiert. So viel Regen hatten wir noch nie. In diesem Wachlauf ist nie Wasser, nie. Jetzt strömt es fast drei Meter hoch hindurch. In San Bruno, südlich von San Francisco, hat der Sturm einen Baum umgerissen. Das Auto, auf das er stürzte, Totalschaden. Einsatzkräfte der Feuerwehr rücken an, um Stamm und Äste zu entfernen. Diese Anwohnerin trägt's mit Fassung. Sieht aus, als müsste ich im Garten mal wieder Ordnung schaffen. Ordnung schaffen auch diese Einsatzkräfte unermüdlich. Denn nach den schweren Regenfällen bietet das Erdreich keinen Halt mehr. Die Straßenbankkette rutschen ab und von oben rollen schwere Gesteinsbrocken die Hänge hinunter. Südlich von San Francisco stehen weite Landflächen komplett unter Wasser. In ganz Kalifornien waren vorübergehend 100.000 Haushalte ohne Strom. In zahlreichen Schulen fiel der Unterricht aus. Und die Meteorologen warnen, die Unwetterfront bringt weiter Sturm und Niederschläge. Wir machen einen harten Schnitt, schauen an die Börse in Frankfurt. Mick Knauf dort für uns. Mick, heute früh ging's kurz ein bisschen runter. Jetzt arbeitet sich der DAX so langsam wieder hoch. Ja, Maria, es ist heute tatsächlich mal ein Tag zum Luftholen. Wir sind seit Anbeginn des neuen Jahres hervorragend nach vorne gelaufen. Der DAX im Plus seit Anbeginn des Jahres mit 6,5 Prozent. Der MDAX sogar mit 9,7 Prozent. Da brauchen wir auch mal Tage, damit wir nicht überhitzen, dass wir mal durchatmen. Aber das Durchatmen ist ja nur klein. 0,3 Prozent verliert der Leitindex der DAX aktuell hier in Frankfurt. Wir liegen immer noch über der Marke von 14.700. Und gleich starten ja die Amerikaner mit in die Börsensitzung hinein. Darf man gespannt sein, was da dementsprechend heute Nachmittag passiert. Schauen wir mal auf die größten Verlierer und Gewinner. Wir haben momentan mehr Verlierer als Gewinner. Naja, und da haben wir halt eben die, die letzte Woche gekauft worden sind. Wie eine Zalando zum Beispiel, eine Siemens Energy. Ja, da sehen wir also ganz klar auch Gewinnmitnahmen. Und dazu raten auch aktuell die Banken, wie zum Beispiel JP Morgan, die ganz klar sagen, Mensch, der europäische Markt ist gut gelaufen. Packt mal ein paar Gewinner an die Seite. Macht mal ein bisschen Kasse. Schauen wir mal auf diejenigen, die tatsächlich noch im grünen Bereich heute unterwegs sind. Das heißt, die Gewinner. Da sehen wir vor allen Dingen heute die Energieunternehmen. Da sehen wir eine E.ON zum Beispiel drunter, eine RWE. Aber eine starke Bayer. 3,8 Prozent geht es da heute nach oben. Ja, da haben wir einen aktivistischen Investor drin. Jeff Abben heißt er. Hat einen Hedgefonds und hält dementsprechend 8,2 Millionen Aktien an der Bayer. Und der sagt, 2024 wird Werner Baumann, der Vorstandsvorsitzende, gehen. Er hätte ganz gerne einen externen neuen CEO und keinen internen. Weil das Thema Monsanto läuft ja Bayer immer noch hinterher. Aber diese Meinung scheinen die Aktionäre tatsächlich bei Bayer heute zu teilen. Naja, war vielleicht nicht so ein ganz guter Kauf damals. Mick, danke schön. Ab heute liegt Prinz Harrys Buch Spare zur deutsche Reserve in den Buchläden. In London öffneten einige schon um Mitternacht für den Verkauf. Die Briten bestellten aber in erster Linie online. Bei Amazon zum Beispiel ist das Buch bereits auf Platz 1 geschossen. Die diversen Interviews, die mit Harry in den letzten Tagen geführt wurden, taten dabei sicherlich ihr Übriges. Darin machte er auch seiner Familie schwere Vorwürfe. Besonders eine Person steht dabei im Fadenkreuz. Als wenn du so viel Homburg weißt, wer das ist. Um Mitternacht öffneten einige Buchhandlungen bereits ihre Türen, um Prinz Harrys mit Spannung erwartete Memoiren direkt unter die Leute bringen zu können. Der große Ansturm blieb aus. Das über 500 Seiten starke Buch wird außerdem direkt zum halben Preis verkauft. Ich bin einfach nur aufgeregt, von Prinz Harry etwas über sein Leben zu erfahren. Ich möchte mir selbst ein Bild machen können, es selbst sehen und dann sagen können, okay, ja, vielleicht haben sich die Dinge geändert oder vielleicht ist die Person reifer geworden. In mehreren Interviews hatte der 38-Jährige der Königsfamilie erneut schwere Vorwürfe gemacht. Es ging etwa um die Behauptung, die Royals hätten mit der britischen Boulevardpresse zusammengearbeitet und die Medien mit Lügen gefüttert. Alles um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken. Der einzige Weg, wie ich uns schützen kann, wie ich diese Unwahrheiten korrigieren kann, ist, dass ich die Wahrheit schreibe und ich akzeptiere voll und ganz, dass das Schreiben eines Buches ohnehin ein Füttern der Bestie ist. Besonders Stiefmutter Camilla gerät ins Visier. Sie soll Harry wörtlich auf ihrem persönlichen PR-Alltag geopfert haben und Informationen über ihn und seinen Bruder an die Presse gegeben haben, um ihr Image aufzubessern. Von der Hochzeit mit Camilla hätten William und er dem heutigen König damals abgeraten, berichtet Harry. Ihre Verbindungen zur britischen Presse haben sie gefährlich gemacht. Auf ihrem Weg zur Königsgemahlin ging sie über Leichen, sagt er. Für sein Buch soll Harry umgerechnet 37 Millionen Euro erhalten haben. Hinzu kommen Einnahmen aus den drei TV-Interviews, die er im Vorfeld gegeben hat. Einen Teil des Erlöses will er für wohltätige Zwecke spenden. Und am Schluss dieser Sendung schauen wir noch einmal kurz aufs Live-Bild, was uns aus Lützerath erreicht. Auch dort sehen wir weiter, wie sich Klimaaktivisten und Polizisten gegenüberstehen bzw. sitzen. Kabelbinder haben die Beamten auch entsprechend dabei. Bisher kamen die aber noch nicht groß zum Einsatz. Das läuft momentan alles relativ friedlich ab. Die Polizei versucht es mit Ansprachen. Deeskalation ist hier das ganz große Stichwort. Und man versucht irgendwie schon mal die Zufahrtswege frei zu bekommen zum Ort Lützerath. Denn ja, frühestens ab morgen soll ja dann diese Räumung starten. Die Polizei stellt sich da auf einige Gegenwehr ein. Lange wird es wohl auch dauern. Also ein sehr fordernder Einsatz, den wir selbstverständlich für Sie auch hier ordentlich im Blick behalten und abwählen werden. So, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder und jetzt übernimmt meine Kollege Nele Würzbach. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbaggetierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um diese Westerkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatorin, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in einer bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskostenerhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und Allgemein- und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für E-Autos ab diesem Jahr stufenweise ausläuft. Damit wird die künftige Anschaffung deutlich teurer. Wie trotzdem eine Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte heute Bundeskanzler Scholz beraten und lädt Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu einem Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Dabei werde sich zu sehr aufs Auto konzentriert, kritisiert unter anderem das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. Ja, Mobilität ist eben mehr als Automobilität. Und beim Kanzler sind vorwiegend Vertreter und Vertreterinnen der Automobilwirtschaft und die Zulieferer. Und das ist ein völlig veralteter Mobilitätsbegriff. So kann man die Verkehrswende nicht gestalten, wenn man jeden Verkehrsträger isoliert betrachtet. Hier im Autohaus hofft man trotzdem auf... Hallo und herzlich willkommen hier im Weltnewsroom. Schön, dass Sie bei uns sind. Und wir blicken natürlich direkt nach Lützerath. Denn dieser Ort ist eigentlich seit zwei Jahren ein Geisterdorf. Doch momentan ist dort ziemlich viel los, wie wir hier in diesen Live-Bildern auch sehen. Denn dort soll jetzt eine Siedlung geräumt werden. Der Grund ist der Abbau von Braunkohle. Und wie wir hier sehen, gibt es viele, viele Aktivisten, die genau das verhindern wollen. Unter anderem eben mit Barrikaden. Natürlich ist auch die Polizei heute den ganzen Tag schon vor Ort. Am Vormittag wurde bereits damit begonnen, die Barrikaden dann zu räumen. Die tatsächliche Räumung von Lützerath, die soll morgen erst stattfinden. Und trotzdem kam es heute auch schon zu Handgreiflichkeiten. Unter anderem haben wir dort also jetzt auch schon blutige Nasen gesehen bei den Klimaaktivisten, als sie dort also jetzt von den Eingängen des Ortes geräumt werden sollen. Die ganze Geschichte dahinter, die wollen wir uns jetzt noch einmal anschauen. Alle zusammen gehen wir in der BD! Mit Menschenketten und Sitzblockaden versuchen Aktivisten, die Polizeikräfte daran zu hindern, in den Weiler Lützerath vorzudringen. Auf diesen Moment haben sich die Besetzer tagelang vorbereitet. Gräben wurden ausgehoben, Baumhäuser gebaut, Straßenblockaden errichtet. Selbst von Tunnelanlagen ist die Rede. Lützerath ist zur Festung geworden. Auch von den Linken bekommen die Aktivisten Unterstützung. Ich finde es ein Wahnsinn, dass im Jahr 2023 noch ein Dorf abgebaggert wird, um die Frauenkohle darunter zu gewinnen. Dass hier sogar Windräder weichen müssen, um Kohle abzubaggern. Und deswegen bin ich hier. Mittlerweile sollen sich auch über 500 Umweltaktivisten an der Besetzung beteiligen. Sie sind fest davon überzeugt, dass sie ihr Ziel erreichen. Wir glauben, dass wir das mehrere Wochen, sechs Wochen halten können. Wir glauben auch, dass wir das auch noch verhindern können. Also dass, wenn viele Menschen sagen, hey, das kann hier nicht sein, hier 2023 noch ein Dorf für Braunkohle abzubaggern, dass wir das noch verhindern können. Auch die Polizei geht von einem mehrwöchigen Einsatz aus. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnt jetzt, dass es zu Krawallen kommen könnte. Auch gewaltbereite Linksextremisten könnten sich gegen die Räumung mobilisieren. Deshalb plant die Polizei mit tausenden Beamten, die aus dem ganzen Bundesgebiet herbeigezogen werden. Und da, wo eine Räumung mit entsprechender Ansprache nicht möglich ist, wird es auch nötig sein, dann gegebenenfalls mit Zwangsmitteln die entsprechenden Menschen aus der Ortslage heraus zu begleiten. Bereits vergangene Woche hatten die Besetzer brennende Barrikaden errichtet. Am Sonntag kam es dann zu Rangeleien, nachdem einige der Protestler Steine auf Einsatzkräfte geworfen hatten. Am heutigen Tag scheint der Protest weitestgehend friedlich abzulaufen. Das kann sich jedoch schnell ändern, denn am Mittwoch hat die Polizei die eigentliche Räumung von Lützerath angekündigt. Dann werden die Beamten wohl auch härter durchgreifen müssen. Doch wie sieht es ganz aktuell aus? Darüber möchte ich sprechen mit Christian Beifuß für uns in Lützerath. Ist es tatsächlich noch immer so friedlich, wie er hofft? Ja, es ist schon hin und her. Wir erleben das jetzt gerade in diesem Augenblick, wo wir sprechen. Wir haben jetzt hier hinter uns eine der Gruppen, die hier auf diesem Platz, in diesem Bereich hier, einen Bereich bedeckt oder besetzt hält. Es gibt dann immer wieder mal ein Aufspringen. Es gibt auch wie jetzt Rufe gegen die Polizei, gegen das Abbaggern von Lützerath. Und wir haben insgesamt drei solche Spots. Wir können dann nochmal ein Stück weiter nach links gucken. Da sehen wir oben die Polizei auf so einer Art kleinem Deich. Da steht die Polizei. Da wird immer wieder versucht, auch Richtung Abrisskante durchzukommen. Das ist aber bisher nicht gelungen. Die Polizei schafft es doch mit, ja, wirklich bestimmten, aber friedlichen Maßnahmen, das Ganze im Griff zu behalten. Und die Demonstranten sind auch noch nicht so weit, als dass sie in irgendeiner Form wieder zu wirklich größeren Gewalttätigkeiten greifen würden. Wir haben die Situation noch etwas weiter dahinten. Das können wir jetzt gerade hier im Bild nicht so richtig einfangen. Entschuldigung, ein Satz noch vielleicht. Das können wir gerade nicht so richtig einfangen. Da sitzt auf dem Rasen noch eine Gruppe von jungen Menschen. Das könnte die erste Gruppe sein, die weggetragen wird heute hier. Da sieht es so aus, als würde sich die Polizei ein wenig formieren. Wissen tun wir das aber nicht, weil auch die Polizei sich natürlich nicht in die Karten gucken lässt. Genauso wenig wie die Demonstranten. Was beide Seiten aber schon angekündigt haben, man ist darauf vorbereitet, dass das Ganze wirklich wochenlang jetzt so aussehen könnte, so weitergehen könnte. Wie soll das vor allem bei den Aktivisten funktionieren? Wie haben sie sich da insgesamt in Lützerath aufgestellt? Das ist eine ganz knifflige Angelegenheit hier für alle Beteiligten, weil das Wetter wird schlechter werden. Das mag sich nach einem schlechten oder nach einem geringfügigen Problem anhören. Nur weder die Polizei noch die Demonstranten sind hier so richtig davor geschützt und es wird kälter werden. Und hinter uns, dort so hinter den Bäumen, da ist so eine Art Zeltlage. Das können wir jetzt von hier aus nicht sehen. Da ist jetzt im Moment gar nicht so wahnsinnig viel Betrieb, aber da halten sich die Demonstranten im Wesentlichen auf. Ziemlich ungeschützt vor Kälte und vor Regen. Die Polizei hat uns auch noch nicht verraten, wie stark das eigentliche Aufgebot ist, das hier mittlerweile in Lützerath bzw. im Umfeld von Lützerath bereits zusammengezogen wurde. So gesehen ist es eigentlich richtig schwer, eine Prognose abzugeben, wann hier tatsächlich die wirkliche Räumung beginnt. Und womit wir aber rechnen können, ist, dass heute hier noch Teile des Geländes befreit bzw. geräumt werden, ist das viel bessere Wort. Da die Vorbereitung für die dann irgendwann folgende großflächige Räumung beginnen müssen, weil endlos Zeit hat dafür niemand. Vielen Dank erst mal für diese Einblicke. Du wirst die Situation weiter für uns vor Ort begleiten. Dankeschön. Und über Lützerath möchte ich sprechen mit Ralf Fuchs, dem ehemaligen grünen Spitzenpolitiker und Geschäftsführer vom Zentrum für liberale Moderne. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herr Fuchs, wenn Sie diese Bilder sehen aus Lützerath und vor allem hören, was jetzt kommen soll, was sind da Ihre Gedanken? Ich fühle mich erstens sehr an meine politisch bewegten Jugendzeiten erinnert, auch an die Anti-AKW-Demonstrationen, die durchaus nicht immer friedlich waren. Und natürlich an den Grundkonflikt, in dem sich jetzt die Grünen befinden, dass sie gleichzeitig radikale Klimaschutzpartei sein müssen und realpolitische Regierungspartei. Und ich glaube, das kommt entscheidend darauf an, dass gegenüber diesen vor allem jungen Protestbewegungen, denen es jetzt um das Gefühl geht, alles hängt davon ab, dass wir so schnell wie möglich aus der Kohle aussteigen, die Rettung des Weltklimas und die Zukunft der Menschheit. Dass dieser Bewegung gegenüber eine glaubwürdige Erzählung vermittelt wird, dass wir nur so schnell aussteigen können, wie wir einsteigen, nämlich in erneuerbare Energien und synthetische Kraftstoffe, also in Ersatz für Kohle und dann auch für Gas. Und dass das ein Gesamtkunstwerk ist, das gelingen muss, gleichzeitig Erhalt der energieintensiven Industrien und der Jobs in der Bundesrepublik, die Versorgungssicherheit mit Energie gelingen muss. Und dass die Grünen diejenigen sind, die versuchen, diese zwei Enden zusammenzubringen, die ökologische Notwendigkeit und den ökonomischen Realismus. Genau dieser Drahtseilakt, der scheint aktuell oftmals nicht ganz zu funktionieren. Unter anderem Fridays for Future zeigt sich sehr enttäuscht von der grünen Energieministerin in Nordrhein-Westfalen, spricht da davon, dass die Aktivisten instrumentalisiert werden von Planlosigkeit. Und auch ansonsten hat man das Gefühl, dass die Grünen, vor allem jetzt als Bundesregierungspartei, es schwierig haben, viele Wähler bei sich zu halten, die darauf bestehen, dass man radikal ist. Immer wieder gibt es jetzt Gedankenspiele, dass es eine neue, jüngere, aber vor allem auch radikalere Partei geben könnte, vielleicht geben sollte. Wie denken Sie darüber, über eine Partei, die sich neu formieren würde, links von den Grünen mit einem noch schwereren Blick darauf, dass das Klima das allererste Thema sein sollte? Ich glaube, weniger an die Erfolgsaussichten einer neuen Parteigründung. Das ist eine sehr voraussetzungsvolle Sache, eine bundesweit wirksame Partei neu zu gründen. Alle Versuche, das zu tun, sind in den letzten Jahren ja gescheitert, mit Ausnahme der AfD, die die Lücke genutzt hat, die die Union am rechten Rand gelassen hat. Aber ich glaube, das Kernproblem der Grünen ist weniger, dass sie eine neue parteipolitische Konkurrenz befürchten müssen, sondern dass der Faden nicht abreißt zur Klimabewegung, auch zum radikaleren Teil der Klimabewegung. Und dass dieses Spannungsfeld aufrechterhalten wird von radikalem Realismus. Beides gehört zusammen und jede Partei, die neu antreten würde, müsste sich letztlich auch mit diesen Realitäten auseinandersetzen. Mit Energieversorgungssicherheit, mit der Frage der Energiekosten, mit dem Industriestandort Deutschland und mit der Frage, was wir in Deutschland letztlich beitragen können, um das globale Klima zu stabilisieren. Wenn man bedenkt, dass in China im letzten Jahr alleine so viele neue Kohlekraftwerke in Betrieb gegangen sind, wie in Deutschland noch laufen, dann sieht man, dass unsere Verantwortung eigentlich nicht darin liegt, auch das letzte AKW noch vor 2030, das letzte Kohlekraftwerk vor 2030 stillzulegen, sondern eine erfolgreiche ökologische Transformation hinzulegen, also zu zeigen, dass eine moderne Industriegesellschaft klimaneutral sein kann und dass das eine Erfolgsgeschichte ist, die auch für andere in der Welt dann zum Modell werden kann. Das ist eigentlich die große Herausforderung, für die wir stehen. Dann die konkretere Frage, kann man Aktivismus und Politik also verbinden? Geht es vor allem darum, dass grüne Politiker besser kommunizieren müssten mit Klimaaktivisten, um sie doch noch ins Boot zu holen? Wie funktioniert es, diese beiden Themen tatsächlich zusammenzubringen? In Deutschland scheint man da immer weiter auseinander zu driften. Sehe ich nicht ganz so. Also ich finde, dass gerade Personen wie Robert Habeck und auch Mona Neubauer in Nordrhein-Westfalen eigentlich ein gutes Beispiel für dialogische Politik sind. Also seine Politik zu erklären, die Anliegen außerparlamentarischer Bewegung erzunehmen und gleichzeitig aber die eigene Verantwortung als Regierungspartei nicht zu verleugnen. Also NRW war ja der Kompromiss, immerhin den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen. Ja, das ist gemessen daran, was noch vor zwei, drei Jahren als realistisch galt, doch schon ein wirklicher Erfolg. Und darauf kommt es an, diesen Ausstieg auf eine Weise zu vollziehen, dass die Chemieindustrie in Nordrhein-Westfalen, die Stahlindustrie trotzdem weiter international wettbewerbsfähig sein können. Das heißt, möglichst schnell den Umstieg auf erneuerbare Energien, auf Wasserstoff hinzubekommen. Und das muss kommuniziert werden, dass es nicht alleine darum geht, möglichst schnell und sofort raus aus der Kohle, sondern dass wir die Industriegesellschaft im laufenden Betrieb umbauen müssen. Das ist das große Kunststück. Herr Fuchs, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen dazu. Dankeschön. Gerne. Nach der Festnahme eines geflohenen Mörders aus dem Amtsgericht Regensburg hat die Polizei nun auch nähere Details zu seiner Flucht bekannt gegeben. Der Mann war bis nach Frankreich geflüchtet und wurde gestern Abend nördlich von Straßburg festgenommen. Vergangenen Donnerstag war er durch das unvergitterte Fenster eines Besprechungsraumes im Amtsgericht Regensburg entkommen. Trotz zwei zu seiner Bewachung abgestellten Polizeibeamten konnte der Algerier flüchten und lief laut Zeugen mit extremer Geschwindigkeit davon. Er trug weder Hand noch Fußfesseln. Der 40-Jährige hatte 2011 mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin umgebracht. 2013 wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die derzeitige Kenntnislage deutet auf eine möglicherweise geplante Flucht hin. Ebenso deuten Indizien darauf hin, dass der Flüchtige ein oder mehrere Helfer gehabt haben könnte. Bei der Festnahme wurde nach vorläufigen Informationen festgestellt, dass Rashid C. sein Aussehen, insbesondere seine Haare und seinen Bart, verändert hatte. Vor drei Wochen wurde ein Teil der Beute aus dem Einbruch im Dresdner grünen Gewölbe sichergestellt. Seit heute Vormittag wird der Prozess gegen die Tatverdächtigen fortgesetzt. Bei ihrer Zeugenvernehmung hatte eine Expertin von der erheblichen Beschädigung einer der zurückgegebenen Schmuckstücke berichtet. Zu einer möglichen Restaurierung wollte sie sich allerdings nicht detailliert äußern. Sechs Tatverdächtige aus dem Berliner Clan-Milieu müssen sich vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Ihnen werden unter anderem schwerer Bandendiebstahl und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der Wert des damals erbeuteten Schmucks beläuft sich auf fast 114 Millionen Euro. Immer mehr Bundesländer schaffen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ab. Nachdem Bayern, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt sich bereits von ihr verabschiedet haben, zieht am 16. Januar auch Sachsen nach. Und seit heute ist außerdem klar, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin schaffen die Maskenpflicht zum 2. Februar ab. Thüringen zieht dann einen Tag später nach. Bestehen bleibt sie demnach aber noch in Hamburg, Bremen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland und im Saarland. Und nicht die öffentliche Aufregung bestimme sein Handeln, sondern was gut und vor allem richtig für die Ukraine und den Frieden in Europa ist. So beschreibt Olaf Scholz seine Leitlinie in der Ukraine-Hilfe. Die Forderung von Koalitionspartnern und der Union nach der schnellen Lieferung des Kampfpanzers Leopard 2 erteilt der Kanzler damit also doch indirekt eine Absage. Keine Alleingänge, lautet weiterhin die Doktrin. Es bleibt aber abzuwarten, ob die angekündigte Kampfpanzerlieferung der Briten daran etwas ändern wird. Denn der Krieg in der Ukraine ertobt weiter. Matthias Heinrich mit den Hintergründen. Im Donbass toben weiter heftige Kämpfe. Diese Bilder sollen Frontabschnitte bei Bachmuth zeigen, wo Ukrainer Angriffswellen zurückschlagen. Wegen des russischen Angriffskrieges wollen die EU und die NATO jetzt enger zusammenarbeiten, etwa beim Schutz von kritischer Infrastruktur. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht sich zudem für die Lieferung von Leopard 2-Panzern an die Ukraine aus. Seit Beginn der russischen Invasion habe ich oft gesagt, dass ich denke, dass die Ukraine alle notwendige militärische Ausrüstung bekommen sollte, die sie braucht und die sie benutzen kann, um ihre Heimat zu verteidigen. Nach der Marder-Ankündigung werden die Forderungen nach Leopard 2-Panzern an die Ukraine lauter. Der Druck auf den Kanzler wächst. Laut Medienberichten will Großbritannien zehn Challenger 2 nach Kiew liefern. Sollte London den Panzer freigeben, wäre dies eine nochmalige Qualitätssteigerung der Waffenlieferungen. Der Challenger 2 wurde 1998 ausgeliefert mit einer 120-mm-Kanone mit 9000 Metern Reichweite. Die Durchschlagskraft war allerdings gering, deshalb wurde mit einer Rheinmetall-Kanone wie beim Leo II nachgerüstet. Der wurde 1978 ausgeliefert. Die 120-mm-Kanone hat einen Stabilisator aus der Fahrt treffsicher auf bis zu 4000 Metern mit hoher Durchschlagskraft. Doch auf einer Wahlkampfveranstaltung erläutert der Kanzler seine Zurückhaltung. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten und ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und alle können sich darauf verlassen, dass nicht die öffentliche Aufregung, sondern das, was richtig ist in der Sache und gut ist für die Ukraine und den Frieden in Europa, dass das von uns getan wird. Diese Bilder aus Twitter sollen russische Wagner-Söldner in der Ukraine zeigen, die geortet werden und dann von präzisen Schlägen des US-Raketenwerfers Haimas ausgelöscht werden. Zurück bleiben Felder mit Leichen. Es sollen russische Soldaten sein. Die NATO und die Europäische Union werden enger zusammenarbeiten. Damit reagieren sie auf den russischen Krieg in der Ukraine. In ihrer Vereinbarung heißt es, man wolle sich enger abstimmen, zum Beispiel beim Schutz kritischer Infrastruktur. Weitere Themen sind der Kampf gegen den Klimawandel, sowie gegen Fehlinformationen und Einmischungen aus dem Ausland. EU und NATO appellieren auch erneut an Russland, den Krieg sofort zu beenden. Zudem bekräftigen sie ihre Unterstützung für die Ukraine. Eine historische britische Weltraummission ist in der Nacht gescheitert. Am späten Abend startete eine umgebaute Boeing 747 vom Weltraumbahnhof in Cornwall. An Bord die erste Rakete, die vom britischen Boden ins All gebracht werden sollte. Sie sollte neun Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen, die in der Entdeckung von Schleusern und der Wetterbeobachtung dienen sollten. Gut 10.600 Meter über dem Atlantik löste sich die Rakete auch von der Boeing 747. Doch bevor sie dann die Erdumlaufbahn erreichen konnte, gab es offenbar technische Probleme. Die Boeing kehrte wie geplant zum Weltraumbahnhof zurück. In Peru sind bei Protesten mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Seit der Festnahme des ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo kommt es im Land immer wieder zu Unruhen. Demonstranten liefern sich heftige Straßenschlachten mit der Polizei. Die Proteste richten sich gegen die Regierung von Übergangspräsidentin Dina Bularte. Die Demonstranten fordern den Rücktritt der Staatschefin, die Auflösung des Kongresses und die Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten. Mit starkem Regen, heftigen Winden und Überschwemmungen erlebt der US-Bundesstaat Kalifornien derzeit die dritte Woche schwerer Winterstürme. Die Behörden ordneten in mehreren Regionen jetzt auch die Evakuierung ganzer Ortschaften an. Bei dem Unwetter sind nach offiziellen Angaben bislang 14 Menschen ums Leben gekommen. Ein fünfjähriger Junge wurde von den Wassermassen aus dem Auto seiner Mutter fortgerissen und ist seitdem vermisst. Sie haben das Schlimmste überstanden. Vorerst. Machen sich mit Schaufel und Gummischieber daran, die Schäden zu beseitigen. Überall an den Wänden, an den Türen ist noch zu sehen, wie hoch das Wasser stand. Das Wasser stieg unglaublich schnell. Als der Flutalarm ertönte, stieg der Pegel um etwa 60 Zentimeter pro Stunde. Ganze Städtchen versanken in den Fluten, wie hier in Montecito, dem Promiort nahe Santa Barbara. Hier, wo der britische Prinz Harry mit seiner Familie wohnt, ebenso wie Schauspielerin Gwyneth Paltrow, Sängerin Katy Perry und Talkmasterin Oprah Winfrey, die in diesem Video zeigt, wie sie durch den Schlamm auf ihrem Grundstück wartet. Zehntausende Menschen in der Region müssen ihre Häuser verlassen. Die Ortschaften werden aus Sicherheitsgründen evakuiert. So viel Regen hatten wir noch nie. In diesem Wachlauf ist nie Wasser, nie. Jetzt strömt es fast drei Meter hoch hindurch. In San Bruno, südlich von San Francisco, hat der Sturm einen Baum umgerissen. Das Auto, auf das er stürzte, Totalschaden. Einsatzkräfte der Feuerwehr rücken an, um Stamm und Äste zu entfernen. Diese Anwohnerin trägt's mit Fassung. Sieht aus, als müsste ich im Garten mal wieder Ordnung schaffen. Ordnung schaffen auch diese Einsatzkräfte unermüdlich. Denn nach den schweren Regenfällen bietet das Erdreich keinen Halt mehr. Die Straßenbankkette rutschen ab und von oben rollen schwere Gesteinsbrocken die Hänge hinunter. Südlich von San Francisco stehen weite Landflächen komplett unter Wasser. In ganz Kalifornien waren vorübergehend 100.000 Haushalte ohne Strom. In zahlreichen Schulen fiel der Unterricht aus. Und die Meteorologen warnen, die Unwetterfront bringt weiter Sturm und Niederschläge. Die viel zu warmen Temperaturen hierzulande in diesem Winter haben bereits Konsequenzen für die Natur. So sorgen sich besonders die Imker, denn viele Bienenvölker sind bereits verstärkt in die Brut gegangen und fliegen daher auch verstärkt umher. Das Problem ist aber, dass es aktuell gar nicht genug Pollen oder Nektar gibt. Und vor allem bei einem plötzlichen Kälteeinbruch könnte das Ganze gravierende Folgen haben. Es summt. Und das Anfang Januar. Eigentlich wären diese Honigbienen hier noch mitten im Winterschlaf. Doch wegen der warmen Außentemperaturen ist der für viele jetzt vorbei. Arne Bruder arbeitet seit über 30 Jahren als Imker. Dass die Honigbienen so früh aus ihrem Winterschlaf gerissen werden, bereitet ihm Sorgen. Insofern gefährlich, dass je nachdem, wenn sie nicht genügend Futtervorräte drin haben, dass sie dann diese Futtervorräte jetzt schon verbrüten, weil es halt warm ist. Und dann natürlich eben hier zu wenig Futter noch haben und dann aufgrund des Futtermangels verhungern. Für den Imkermeister bedeutet das trotz Ruhestand viel Arbeit. Er muss die Bienen mit einer Art Futterteig füttern. Aber nicht nur die Honigbiene kommt durch die für Januar viel zu milden Temperaturen aus dem Rhythmus. Es trifft tatsächlich eine ganze Menge Insekten. Die können jetzt sozusagen kurzzeitig wach werden und sich mal etwas umschauen. In der Zeit können sie natürlich auch leichter irgendjemandem zum Opfer fallen. Ich denke so gerade auch an die Vogelwelt, die natürlich entsprechend aktiver wird und die Kleinsäuger. Wie gefährlich das für sie werden kann, hängt auch vom Verlauf des Winters ab. Denn jedes Aufwachen aus dem Winterschlaf kostet die Tiere viel Energie. Energie, die ihnen dann fehlt, wenn die Temperaturen wieder fallen. Bleiben Sie jetzt dran. Nach einer kurzen Unterbrechung spreche ich hier mit dem grünen Politiker Anton Hofreiter. Ich möchte wissen, wie es weitergeht mit den Waffenlieferungen an die Ukraine. Das ganze Gespräch gleich live hier bei uns. Bleiben Sie also da. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbaggierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen. Und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in einer bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil, weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskosten, Erhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und Allgemein- und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für E-Autos ab diesem Jahr stufenweise ausläuft. Damit wird die künftige Anschaffung deutlich teurer. Wie trotzdem eine Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte heute Bundeskanzler... Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Weltnewsroom. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, nicht die öffentliche Aufregung bestimmt sein Handeln, sondern was gut und vor allem richtig für die Ukraine und den Frieden in Europa ist. So beschreibt Olaf Scholz seine Leitlinie in der Ukraine-Hilfe. Die Forderungen vom Koalitionspartner und der Union nach der schnellen Lieferung des Kampfpanzers Leopard 2 erteilt der Kanzler also weiterhin indirekt eine Absage. Keine Alleingänge, heißt es weiterhin. Es bleibt aber abzuwarten, ob die angekündigte Kampfpanzerlieferung der Briten daran doch noch etwas ändern wird. Denn der Krieg in der Ukraine, er geht weiter. Matthias Heinrich mit den Einzelheiten. Im Donbass toben weiter heftige Kämpfe. Diese Bilder sollen Frontabschnitte bei Bachmuth zeigen, wo Ukrainer Angriffswellen zurückschlagen. Wegen des russischen Angriffskrieges wollen die EU und die NATO jetzt enger zusammenarbeiten, etwa beim Schutz von kritischer Infrastruktur. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht sich zudem für die Lieferung von Leopard 2-Panzern an die Ukraine aus. Seit Beginn der russischen Invasion habe ich oft gesagt, dass ich denke, dass die Ukraine alle notwendige militärische Ausrüstung bekommen sollte, die sie braucht und die sie benutzen kann, um ihre Heimat zu verteidigen. Nach der Marder-Ankündigung werden die Forderungen nach Leopard 2-Panzern an die Ukraine lauter. Der Druck auf den Kanzler wächst. Laut Medienberichten will Großbritannien zehn Challenger 2 nach Kiew liefern. Sollte London den Panzer freigeben, wäre dies eine nochmalige Qualitätssteigerung der Waffenlieferungen. Der Challenger 2 wurde 1998 ausgeliefert mit einer 120-mm-Kanone mit 9000 Metern Reichweite. Die Durchschlagskraft war allerdings gering, deshalb wurde mit einer Rheinmetall-Kanone wie beim Leo II nachgerüstet. Der wurde 1978 ausgeliefert. Die 120-mm-Kanone hat einen Stabilisator aus der Fahrt treffsicher auf bis zu 4000 Metern mit hoher Durchschlagskraft. Doch auf einer Wahlkampfveranstaltung erläutert der Kanzler seine Zurückhaltung. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten und ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und alle können sich darauf verlassen, dass nicht die öffentliche Aufregung, sondern das, was richtig ist in der Sache und gut ist für die Ukraine und den Frieden in Europa, dass das von uns getan wird. Diese Bilder aus Twitter sollen russische Wagner-Söldner in der Ukraine zeigen, die geortet werden und dann von präzisen Schlägen des US-Raketenwerfers HIMARS ausgelöscht werden. Zurück bleiben Felder mit Leichen. Es sollen russische Soldaten sein. Wie nun zugeschaltet ist der grünen Politiker und Vorsitzender im Europaausschuss Anton Hofreiter. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Guten Tag. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat es ja erneut erklärt, Deutschland ist ganz weit vorne bei der Unterstützung der Ukraine und gemeint ist damit eben nicht nur die finanzielle und humanitäre Hilfe, sondern auch die militärische. Würden Sie das so unterschreiben? Nein, wir tun sehr viel für die Ukraine, aber wir sind leider nicht ganz weit vorne. Wir haben auch in der Vergangenheit deutlich mehr getan, als wie zum Beispiel Frankreich getan hat, wenn man die Gesamtsummen anschaut. Aber es war dann am Ende Frankreich, das vorangegangen ist bei der Lieferung von westlichen Panzern. Jetzt deutet vieles darauf hin, dass Großbritannien auch bereit ist, schwere Kampfpanzer zu liefern. Deshalb wäre es schön, wenn Deutschland mal die Initiative ergreifen würde, zum Beispiel durch die koordinierte Lieferung, europäische Lieferung von Leopard 2-Panzern. Jetzt gibt es also die erste Ankündigung der Marder. Und ich habe mit Ihnen oft gesprochen, auch mit vielen anderen, immer wieder, wenn es Lieferung gab. Und immer wieder war die Frage, warum hat das so lange gedauert? Warum immer dieses Zögern, das Sagen, es gibt Gründe, dass Deutschland nicht liefern kann. Am Ende passiert es ja doch. Wieso lernt die Bundesregierung, wieso lernt Bundeskanzler Olaf Scholz nicht daraus? Ich glaube, das Problem ist, dass Olaf Scholz nicht willens ist, in dieser Frage eine Führungsrolle zu übernehmen und deshalb immer sich herausredet oder wenn man es hart ausdrücken will, versteckt hinter Verbündeten und man deshalb von deutscher Seite immer darauf warten muss, bis man ein anderes Land gefunden hat, das so etwas Ähnliches oder mehr tut. Dabei wäre es für das wirtschaftlich mächtigste Land innerhalb der Europäischen Union angezeigt, da einfach mal Führungsstärke zu zeigen. Und das ist auch das, was die Ukraine, allerdings auch unsere osteuropäischen Partner von uns erwarten, allerdings auch die USA von uns erwartet. Leopard 2 haben Sie gerade angesprochen. Ihre Partei, die FDP, die Union, Sie alle fordern das jetzt. Und auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich dafür ausgesprochen. Glauben Sie, das ist jetzt genug Druck, dass Deutschland da jetzt mal einen Schritt schneller und vor allem vorangeht? Ich würde es mir sehr wünschen. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher. Ich hoffe sozusagen, dass auch noch Druck aus Polen kommt, dass Druck aus Finnland kommt, in Spanien, die nochmal ihr Angebot erneuern. Man darf eins nicht vergessen, der Leopard 2 wird in über zehn europäischen Ländern genutzt. Und es wäre einfach ein schönes Beispiel für eine europäische Initiative, den europäischen Kampfpanzer zu liefern, damit die Ukraine Freiheit und Demokratie für sich selbst und für alle uns Europäer verteidigen könnte. Sie haben es gerade angesprochen, Spanien oder auch Polen sind offen dazu, Leopard 2 zu liefern. Dürfen das aber auch nur, wenn Sie ein Erlaubnis aus Deutschland bekommen, da die Geräte hier hergestellt wurden. Was bedeutet das für Olaf Scholz? Kann man überhaupt anderen Ländern das erlauben und selber sagen, wir selber liefern aber nicht? Nein, ich halte das für nicht zielführend, sondern wie gesagt, meine Vorstellung ist, wir beginnen sofort mit der Instandsetzung der Leopard 2, die bei der Industrie stehen und beginnen sofort mit der Ausbildung der ukrainischen Soldaten, dass wir keine Zeit mehr verlieren und starten jetzt eine Initiative, wo wir mit Spanien, mit Finnland, mit Polen, mit Dänemark, mit Norwegen, mit Schweden, mit Belgien, mit den Niederlanden sprechen, mit Italien, all den Ländern, die Leopard 2 nutzen. Und von den circa 2000 aktiven Leopard 2-Panzern, die es gibt, liefern wir 10 Prozent in die Ukraine. Das wäre natürlich keine Wunderwaffe, wie es manchmal despektierlich bezeichnet worden ist, auch aus SPD-Seite, sondern es würde einen Unterschied machen und es würde die ukrainischen Soldaten stark unterstützen und sie einfach auch stärker schützen. Denken Sie, das geht überhaupt ohne die Zustimmung und den Druck aus den USA und von Präsident Joe Biden? Die USA haben sehr deutlich gemacht, dass sie erwarten, dass Europa deutlich mehr tut, um den Krieg in Europa zu beenden. Bei der Debatte über die Waffen geht ja manchmal unter, warum man das eigentlich macht. Man macht es deshalb, um Putin zu zwingen, endlich in ernsthafte Verhandlungen über die Beendigung des Krieges einzusteigen. Durch unsere Zögerlichkeit glaubt Putin immer noch, am Ende den Krieg gewinnen zu können. Und das muss man ihm deutlich machen. Nein, du wirst diesen Krieg nicht gewinnen. Du musst jetzt in ernsthafte Friedensverhandlungen einsteigen und dich aus der Ukraine zurückziehen. Und die USA erwarten insbesondere auch von so einem wirtschaftsstarken Land wie Deutschland, dass es da mehr Verantwortung übernimmt. Ich glaube, man kann sagen, nicht nur die USA erwarten das. Herr Hofreiter, ich würde gerne mit Ihnen noch einmal auf ein anderes Thema blicken, und zwar hier in Deutschland. Lützerath, die Bilder, auf die wir aktuell alle schauen. Die Aktivisten vor Ort sagen, das 1,5 Grad Ziel wird dort verteidigt. Auch ein wichtiges Ziel für die Grünen. Und dennoch gibt es politisch aktuell ja keine Unterstützung. Man trägt das Ganze mit. Wie sehen Sie das, was sich gerade in Nordrhein-Westfalen abspielt? Man muss sich darüber im Klaren sein, dass ursprünglich der Kohleausstieg für 2038 vorgesehen ist. Luisa Neubauer, unserer stellvertretenden Ministerpräsidenten in NRW und Robert Habeck, unserem zuständigen Minister, ist es gelungen, in schwierigen Verhandlungen RWE, der das Recht gehabt hätte, noch deutlich länger Kohle abzubauen, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen. Aber es ist natürlich nicht alles gelungen, denn es gab einen sogenannten alten Kohleausstieg, der sehr, sehr rechtsfest verankert war. Und die Alternative war, dass man RWE sehr viele Milliarden an Entschädigungen wieder bezahlt. Und die haben alle Genehmigungen, die haben alles vor Gericht gewonnen. Und da gab es einfach schlichtweg einen Kompromiss. Und außerdem kommt noch dazu, dass Russland die Ukraine überfallen hat und deshalb Gas zum Teil als Brückentechnologie, wo man sich auch eh fragen muss, ob dies so klimafreundlich ist, aufgrund der Methanleckagen ausfällt. Und deshalb ist es eine zwar nicht schöne Entscheidung, aber eine Entscheidung, die in meinen Augen mehr oder weniger unvermeidlich war. Und was jetzt darauf ankommt, ist, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien entsprechend beschleunigen, um den CO2-Ausstoß, der jetzt stattfindet, wieder reinzuholen. Herr Hofreiter, vielen herzlichen Dank, wenn ich einmal einschieben darf. Mona Neubauer, natürlich Luisa Neubauer, aktuell selber in Lützerath, um das Ganze noch zu stoppen. Vielen herzlichen Dank aber für Ihre Einschätzung zu diesen beiden Themen, die uns natürlich auch heute wieder beschäftigen. Dankeschön. Danke Ihnen. Und damit wollen wir nach Lützerath blicken, denn morgen soll es erst soweit sein und das Dorf soll tatsächlich von der Polizei geräumt werden. Aber schon heute treffen Polizisten und Aktivisten aufeinander. Wir sehen hier gerade die Live-Bilder. Also bisher soll das Ganze weitestgehend friedlich tatsächlich stattfinden. Hier jetzt also die Sitzblockaden. Noch besser weiß das aber mein Kollege Christian Beilfuß für uns nämlich vor Ort. Christian, was beobachtest du aktuell? Es ist gerade tatsächlich ein bisschen Bewegung hier reingekommen, nachdem es in der Tat eher so mittelruhig war die letzten Stunden hier. Wir können mal schauen. Es ist nämlich den Klimaaktivisten gelungen, einen sogenannten Tri-Tripod, ein Dreibein auf gut Deutsch aufzustellen. So ein Dreibein hat die Funktion, Wege zu blockieren, schwer abzubauen zu sein. Da oben hat sich einer der Demonstranten oben festgebunden auf so eine Art Schaukel. Die Polizei hat das versucht zu verhindern. Es ist aber nicht gelungen, denn dieser Tri-Pod steht genau auf der Zufahrtsstraße, die in Richtung des Dorfes, Blitzerat, dort wo die letzten Häuser noch stehen, liegt. Dort war dann auch ganz plötzlich eine Truppe rausgelaufen gekommen. In die wirkliche Ruhe, die hier herrscht, da rein. Hatte diesen Tri-Pod unterm Arm, baut den Blitz schnell auf. Polizei reagierte schnell, versuchte die Demonstranten abzudrängen. Das ist aber nicht gelungen. Insgesamt muss man aber auch hier wieder sagen, es war keine Gewalt festzustellen. Auf keiner der beiden Seiten wurde irgendwie übermäßig zugelangt oder zugepackt. Ja, alle versuchen ja ihren Boden zu verteidigen und versuchen das zu machen, was sie für richtig halten. Aber es ist alles immer noch im Maße und das ist vielleicht erstmal die gute Nachricht. Christian, vielen Dank für den Moment. Du beobachtest es natürlich weiter. Immer mehr Bundesländer schaffen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ab. Nachdem Bayern, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt sich ja bereits von ihr verabschiedet haben, zieht am 16. Januar auch Sachsen nach. Seit heute ist außerdem klar, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin schaffen die Maskenpflicht dann zum 2. Februar ab. Thüringen zieht einen Tag später nach. Bestehen bleibt sie demnach aber in Hamburg, Bremen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nach der Festnahme eines geflohenen Mörders aus dem Amtsgericht Regensburg hat die Polizei nähere Details zu seiner Flucht bekannt gegeben. Der Mann war bis nach Frankreich geflüchtet und wurde gestern Abend nördlich von Straßburg festgenommen. Vergangenen Donnerstag war er durch das unvergitterte Fenster eines Besprechungsraumes im Amtsgericht Regensburg entkommen. Trotz zwei zu seiner Bewachung abgestellten Polizeibeamten konnte der Algerier flüchten und lief laut Zeugen mit extremer Geschwindigkeit davon. Er trug weder Hand noch Fußfesseln. Der 40-Jährige hatte 2011 mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin umgebracht. 2013 wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die derzeitige Kenntnislage deutet auf eine möglicherweise geplante Flucht hin. Ebenso deuten Indizien darauf hin, dass der Flüchtige ein oder mehrere Helfer gehabt haben könnte. Bei der Festnahme wurde nach vorläufigen Informationen festgestellt, dass Rashid C. sein Aussehen, insbesondere seine Haare und seinen Bart verändert hatte. Und wir blicken auf Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Dieser will ja das sogenannte Containern, also das Retten von noch genießbaren Lebensmitteln aus Abfallcontainern, straffrei machen. Eine Gesetzesänderung auf Bundesebene, die soll es vorerst nicht geben. Vielmehr sollen die Länder nun handeln. Nun hat sich Özdemir dazu noch einmal geäußert. Wir wollen uns das Ganze natürlich anhören. Containern ist ein Baustein zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung in der Bundesrepublik Deutschland. 11 Millionen Tonnen werden in Deutschland pro Jahr verschwendet. Das ist eine Wahnsinnsmenge angesichts dessen, dass wir alles an verfügbaren Lebensmitteln brauchen. Für menschliche Ernährung und nicht für die Tonne, nicht für den Mülleimer. Lebensmittelverschwendung heißt aber auch ganz konkret, dass wir Geld sparen. Es heißt, dass wir Fläche sparen. Es heißt, dass wir CO2 einsparen, Wasser einsparen. Dass wir dazu beitragen, Energie zu sparen. Unser Ziel, das wir uns vorgenommen haben, ist bis 2030 in jedem Sektor die Lebensmittelverschwendung, dort wo sie stattfindet, zu halbieren. Man muss dazu wissen, 59 Prozent der gesamten Lebensmittelverschwendung in der Bundesrepublik Deutschland findet in privaten Haushalten statt. Das sind 78 Kilogramm pro Nase. Also jung, alt, alle im Durchschnitt. Das zeigt, welches Potenzial da drin liegt, wenn es uns gelingt, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Logischerweise Knochen und so weiter sind da nicht gemeint, aber alles andere in verzehrbaren Lebensmitteln. Wenn wir das reduzieren, macht es einen Unterschied, auch für den Klimaschutz. Ich setze mich aber gleichzeitig auch dafür ein, dass wir dafür sorgen, dass auch auf europäischer Ebene das Mindesthaltbarkeitsdatum endlich für langlebige Produkte wie Nudeln und Reis fällt. Wir haben jetzt die Zusage der EU-Kommission, dass noch im ersten Quartal 2023 endlich das Thema angepackt wird. Auch das hilft uns nochmal, einen wichtigen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung zu leisten. Ich bin dankbar dafür, dass auch die Verbraucherminister und Verbraucherministerin Konferenz der Bundesländer, namentlich der Vorsitzende Peter Haug, das ausdrücklich unterstützt. Damit haben wir auch den Rückenwind aus den Ländern. Jetzt konkret geht es darum, die Justizminister Marco Buschmann und ich gemeinsam setzen uns dafür ein, bei unseren Kollegen, den Landesministern, das Verfahren nach § 153 Strafprozessordnung regelmäßig Einstellung erfahren. Immer dann, immer dann, wenn es sich um Lebensmittel handelt, wo keine Sachbeschädigung stattgefunden hat. Also man kann sich das so vorstellen, wenn jemand eine einfache Mauer überwindet, dort den Container eines Supermarktes öffnet und verzehrfähige Lebensmittel mitnimmt, soll dafür künftig niemand mehr wegen Diebstahl belangt werden. Das ist ein Gebot der Vernunft, das ist etwas, was bei vielen Menschen kopfschüttelnder vorruft, dass das bislang anders gehandhabt wird, leistet auch einen Beitrag dazu, dass wir unsere Gerichte, dass wir unsere Polizei entlasten und am Ende das machen, was sicherlich auch dem gefühlten Rechtsempfinden der Mehrheit unserer Bevölkerung entspricht. Der Bundeskanzler hat zum Mobilitätsgipfeltreffen eingeladen. Dabei soll es vor allem um die Verkehrswende gehen und damit um die Schonung des Klimas. Umweltschützer kritisieren aber schon im Vorfeld, dass bei dem Treffen zu sehr das Auto im Mittelpunkt stehen würde. Auch innerhalb des Regierungsbündnisses gibt es vor dem Gipfel schon unterschiedliche Ansichten zum Thema Verkehrswende. Sie reichen von der Förderung der Autobranche bis hin zu einem Baustopp für Straßen. Eingeladen sind neben der Politik auch Vertreter von Ländern und Kommunen sowie von Industrie, Gewerkschaft und Wissenschaft. Und sprechen möchte ich darüber mit meinem Kollegen Marian Grunden für uns vor dem Kanzleramt. Ja Marian, dieser Mobilitätsgipfel, wie viel Sinn macht der, wenn tatsächlich die Teilnehmer doch sehr ausgewählt aus der Autobranche und der Fokus auch so aufs Auto gelegt wird? Ja, Nele, du sagst es schon. Tatsächlich kann man hier nicht wirklich von einem Mobilitätsgipfel sprechen, sondern man muss von einem Autogipfel sprechen. Vertreter von BMW, VW, von Ford, aber auch von Mercedes sind hier vor Ort, wollen mit der Regierung, mit den Parteien eben nochmal sprechen. Hier im Kanzleramt das Problem ist aber eben, dass eben zu wenig über Mobilität insgesamt gesprochen wird. Und das kann man sich auch nochmal verdeutlichen, wenn man auf die Themen des Tages guckt. Denn da will man gucken, wie man sich das Auto digitalisieren kann, wie man diese Digitalisierung abhängen, unabhängig von den USA und von China gestalten kann. Aber natürlich ein ganz großes Thema ist eben auch die CO2-Reduktion. Denn will man die Ziele bis 2030 einhalten, dann muss man eine 14-fache CO2-Reduktionsgeschwindigkeit an den Tag legen. Und das halten viele für unrealistisch. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Prämien eben für E-Autos abgeschafft bzw. zurückgefahren wurden. Im letzten Jahr zum Beispiel, da wurden noch 3,2 Milliarden Euro investiert. In diesem Jahr werden es etwas über 2 Milliarden sein. Und im nächsten Jahr, im 2024, werden es dann nur noch eine Milliarde sein. Da versuchen natürlich die Autobosse gewissermaßen nochmal Druck auf Volker Wissing, auf die Regierung zu machen. Dass man da wieder Prämien, wieder Subventionen bekommt. Aber das dürfte natürlich schwierig sein. Denn natürlich die Regierung, die hat in der Corona-Pandemie und zuvor auch sehr viel Geld ausgegeben. Heißt, da wird das Ganze natürlich nicht darin münden, dass man nochmal Geld ausgibt. Und das Ganze wird wahrscheinlich eher eine Konsensveranstaltung sein. Der Ampelparteien, also jeder kann sein Thema nochmal platzieren. Konkrete Entscheidungen, die werden definitiv nicht erwartet. Marian, danke. Mit starkem Regen, heftigen Wind und Überschwemmungen erlebt der US-Bundesstaat Kalifornien derzeit die dritte Woche schwerer Winterstürme. Die Behörden ordneten die Evakuierung ganzer Ortschaften an. Bei dem Unwetter sind nach offiziellen Angaben bislang 14 Menschen ums Leben gekommen. Ein fünfjähriger Junge wurde von den Wassermassen aus dem Auto seiner Mordter gerissen und ist seitdem vermisst. Sie haben das Schlimmste überstanden. Vorerst machen sich mit Schaufel und Gummischieber daran, die Schäden zu beseitigen. Überall an den Wänden, an den Türen ist noch zu sehen, wie hoch das Wasser stand. Das Wasser stieg unglaublich schnell. Als der Flutalarm ertönte, stieg der Pegel um etwa 60 Zentimeter pro Stunde. Ganze Städtchen versanken in den Fluten, wie hier in Montecito, dem Promi-Ort nahe Santa Barbara. Hier, wo der britische Prinz Harry mit seiner Familie wohnt, ebenso wie Schauspielerin Gwyneth Paltrow, Sängerin Katy Perry und Talkmasterin Oprah Winfrey, die in diesem Video zeigt, wie sie durch den Schlamm auf ihrem Grundstück wartet. Zehntausende Menschen in der Region müssen ihre Häuser verlassen. Die Ortschaften werden aus Sicherheitsgründen evakuiert. So viel Regen hatten wir noch nie. In diesem Wachlauf ist nie Wasser, nie. Jetzt strömt es fast drei Meter hoch hindurch. In San Bruno, südlich von San Francisco, hat der Sturm einen Baum umgerissen. Das Auto, auf das er stürzte, Totalschaden. Einsatzkräfte der Feuerwehr rücken an, um Stamm und Äste zu entfernen. Diese Anwohnerin trägt's mit Fassung. Sieht aus, als müsste ich im Garten mal wieder Ordnung schaffen. Ordnung schaffen auch diese Einsatzkräfte unermüdlich. Denn nach den schweren Regenfällen bietet das Erdreich keinen Halt mehr. Die Straßenbankkette rutschen ab und von oben rollen schwere Gesteinsbrocken die Hänge hinunter. Südlich von San Francisco stehen weite Landflächen komplett unter Wasser. In ganz Kalifornien waren vorübergehend 100.000 Haushalte ohne Strom. In zahlreichen Schulen fiel der Unterricht aus. Und die Meteorologen warnen, die Unwetterfront bringt weiter Sturm und Niederschläge. Und wir kommen zum Blick auf die Börse. Mick Knauf ist mir aus Frankfurt zugeschaltet, um uns zu erzählen, wie es gerade so läuft beim DAX. Ja, beim DAO natürlich auch, Nele, weil wir haben ja jetzt die Eröffnung der amerikanischen Börsen gehabt. Und da werfen wir direkt mal einen Blick drauf. Er ist reingestartet bei einem Plus von 0,26 Prozent. 33.604 gibt allerdings gerade auch mal wieder ein paar Pünktchen ab. Wir sehen es jetzt, tritt er mehr oder minder auf der Stelle. Aber verständlich, die Amerikaner wollen ja nach wie vor wissen, wie es dieses Jahr mit den Zinsen in den USA weitergeht. Aktuell haben wir ja einen Zinssatz zwischen 4,25 und 4,5 Prozent. Aber wir hören ja schon aus Kreisen der Notenbank, der US-FED, dass es dieses Jahr tatsächlich bis 5 Prozent Anhebungen geben könnte. Nächster Zinsschritt stände dann im Februar an. Schauen wir dementsprechend mal ganz kurz auf den Leitindex auf den DAX hier in Deutschland. Ja, wir atmen etwas aus. Wir müssen aber auch sagen, bis dato hat der DAX 6,5 Prozent gut gemacht, der MDAX sogar 9,7 Prozent. Da muss es auch mal Tage geben, wo wir nicht nur steigende Kurse sehen, sondern leichtes Ausatmen haben, damit wir hier in Frankfurt nicht überhitzen. Danke für diesen schnellen Überblick. Gerne. Ja, und bergauf geht es sicherlich auch mit den Buchverkäufen, denn seit heute ist Prinz Harrys Buch spare, also zu deutsch Reserve, in den Buchhandlungen erhältlich. Bereits im Vorfeld kursierten ja doch einige Ausschnitte, die für viel Aufruhr sorgten. Auch TV-Interviews haben dazu beigetragen, denn dort wurden schwere neue Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie jetzt also erhoben. Ganz besonders gegen eine Person. Svenne-Sophie Homburg berichtet. Um Mitternacht öffneten einige Buchhandlungen bereits ihre Türen, um Prinz Harrys mit Spannung erwartete Memoiren direkt unter die Leute bringen zu können. Der große Ansturm blieb aus, das über 500 Seiten starke Buch wird außerdem direkt zum halben Preis verkauft. Ich bin einfach nur aufgeregt, von Prinz Harry etwas über sein Leben zu erfahren. Ich möchte mir selbst ein Bild machen können, es selbst sehen und dann sagen können, okay, ja, vielleicht haben sich die Dinge geändert oder vielleicht ist die Person reifer geworden. In mehreren Interviews hatte der 38-Jährige der Königsfamilie erneut schwere Vorwürfe gemacht. Es ging etwa um die Behauptung, die Royals hätten mit der britischen Boulevardpresse zusammengearbeitet und die Medien mit Lügen gefüttert. Alles um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken. Der einzige Weg, wie ich uns schützen kann, wie ich diese Unwahrheiten korrigieren kann, ist, dass ich die Wahrheit schreibe. Und ich akzeptiere voll und ganz, dass das Schreiben eines Buches ohnehin ein Füttern der Bestie ist. Besonders Stiefmutter Camilla gerät ins Visier. Sie soll Harry wörtlich auf ihrem persönlichen PR-Alltag geopfert haben und Informationen über ihn und seinen Bruder an die Presse gegeben haben, um ihr Image aufzubessern. Von der Hochzeit mit Camilla hätten William und er dem heutigen König damals abgeraten, berichtet Harry. Ihre Verbindungen zur britischen Presse haben sie gefährlich gemacht. Auf ihrem Weg zur Königsgemahlin ging sie über Leichen, sagt er. Für sein Buch soll Harry umgerechnet 37 Millionen Euro erhalten haben. Hinzu kommen Einnahmen aus den drei TV-Interviews, die er im Vorfeld gegeben hat. Einen Teil des Erlöses will er für wohltätige Zwecke spenden. Ja und das Buch, das wird weiterhin ein Thema heute Nachmittag bei uns sein. Aber natürlich blicken wir vor allem auch nach Lützerath. Die neuesten Bilder gleich bei uns, bleiben Sie also dran. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen. Und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in einer bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil, weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die hier verkauft, sind elektrisch. Dienstag Nachmittag 16 Uhr. Hallo und herzlich willkommen bei Welt. Schönen Nachmittag, hallo. Ab morgen müssen die Klimaaktivisten im Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen mit der Räumung rechnen. Die Siedlung soll für den Abbau von Braunkohle weichen. Schon seit gestern Abend gibt es immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Besetzern und Polizisten. Und das Ganze geht heute weiter. Aktivisten warfen da zum Beispiel Steine auf die Einsatzkräfte. Jetzt bereiten sich beide Seiten auf den Beginn der Räumung vor. Die allerdings kann dann tatsächlich vier Wochen dauern. Mit Menschenketten und Sitzblockaden versuchen Aktivisten, die Polizeikräfte daran zu hindern, in den Weiler Lützerath vorzudringen. Auf diesen Moment haben sich die Besetzer tagelang vorbereitet. Gräben wurden ausgehoben, Baumhäuser gebaut, Straßenblockaden errichtet. Selbst von Tunnelanlagen ist die Rede. Lützerath ist zur Festung geworden. Auch von den Linken bekommen die Aktivisten Unterstützung. Ich finde es ein Wahnsinn, dass im Jahr 2023 noch ein Dorf abgebaggert wird, um die Braunkohle darunter zu gewinnen. Dass hier sogar Windräder weichen müssen, um Kohle abzubaggern. Und deswegen bin ich hier. Mittlerweile sollen sich ja auch über 500 Umweltaktivisten an der Besetzung beteiligen. Sie sind fest davon überzeugt, dass sie ihr Ziel erreichen. Wir glauben, dass wir das mehrere Wochen, sechs Wochen halten können. Wir glauben auch, dass wir das auch noch verhindern können. Also dass, wenn viele Menschen sagen, hey, das kann hier nicht sein, hier 2023 noch ein Dorf für Braunkohle abzubaggern, dass wir das noch verhindern können. Auch die Polizei geht von einem mehrwöchigen Einsatz aus. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnt jetzt, dass es zu Krawallen kommen könnte. Auch gewaltbereite Linksextremisten könnten sich gegen die Räumung mobilisieren. Deshalb plant die Polizei mit tausenden Beamten, die aus dem ganzen Bundesgebiet herbeigezogen werden. Und da, wo eine Räumung mit entsprechender Ansprache nicht möglich ist, wird es auch nötig sein, dann gegebenenfalls mit Zwangsmitteln die entsprechenden Menschen aus der Ortslage heraus zu begleiten. Bereits vergangene Woche hatten die Besetzerbrände Barrikaden errichtet. Am Sonntag kam es dann zu Rangeleien, nachdem einige der Protestler Steine auf Einsatzkräfte geworfen hatten. Am heutigen Tag scheint der Protest weitestgehend friedlich abzulaufen. Das kann sich jedoch schnell ändern, denn am Mittwoch hat die Polizei die eigentliche Räumung von Lützerath angekündigt. Dann werden die Beamten wohl auch härter durchgreifen müssen. Christian Beiführ ist für uns zugeschaltet heute Nachmittag aus Lützerath. Wir wollen nochmal klarstellen, die eigentliche Räumung, Christian, beginnt ja erst morgen. Und trotzdem war heute ab und zu schon einiges los. Wie ist die Situation aktuell heute Nachmittag? Ja, es stellt sich auch hier die Frage, ob hier heute noch weiter irgendetwas geräumt werden soll, weil es ist nicht ganz klar, was passiert. Zum einen setzt jetzt sehr schlechtes Wetter hier ein. Das macht weder für die Demonstranten noch für die Polizei also besonders großen Spaß, sich hier noch aufzuhalten. Zum anderen ist es auch bald so weit, dass es hier dunkel wird. Und in der Dunkelheit, da gehen eigentlich alle von aus, wird hier nicht weiter geräumt. Wir reden hier immer von einer Teilräumung, also dass Wege freigemacht werden, dass Wege ins Dorf freigemacht werden, die im Moment blockiert sind. Also nicht von der großen Räumung. Ob die morgen stattfindet, es kann gut sein, aber auch das wissen wir nicht zu 100 Prozent. Wir können aber mal kurz einen kleinen Blick hier rüber werfen, weil das ist so typisch für das, was heute passiert ist. Wir haben Demonstranten, die wie gesagt Blockaden aufbauen. Das ist ein sogenannter Tripod. Da oben hat sich einer der Klimaaktivisten hochgeseilt und festgemacht. Die Polizei beobachtet das Ganze aber relativ entspannt. Irgendwann wird dieses Gebilde aber wieder weichen müssen, denn dies steht in der Tat, und das ist natürlich kein Zufall, genau auf der Zufallsstraße in Richtung des Dorfes. Also zusammengefasst, der Tag bisher so hin und her, hier und da mal ein bisschen Unruhe und Bewegung. Sicherlich auch die ein oder andere nicht so schöne Szene, aber bisher noch nichts Gravierendes, auch noch keine klaren Anzeichen für Räumungsaktivität. Nur für Vorbereitung. Sprechen wir vielleicht noch einmal darüber, was die Aktivisten genau bewegt, was sie fordern. Denn dieser Kompromiss, dass der Kohleausstieg vorgezogen wird, ist ja bereits verhandelt zwischen der schwarzen grünen Landesregierung und eben RWE. Und was genau fordern die Aktivisten dann noch mehr? Ja, wir sitzen da natürlich genau in dieser, zwischen zwei Standpunkten, die miteinander nicht vereinbar sind. Wir haben die, genau wie du es gerade erklärt hast, die Situation, dass alles dafür spricht, dass RWE hier abbaggern darf. Das ist die faktische, das ist die Sachlage. Dann haben wir aber die moralische Seite. Das ist die der Demonstranten, die sagt, es ist aber nicht in Ordnung in diesen Zeiten, noch mehr Kohle zu verfolgen. Wir kennen all diese Argumente. Also das sind zwei Punkte, die sind einfach nicht miteinander vereinbar. Es ist auch keine Chance, aufeinander zuzugehen. Würde RWE plötzlich sagen, okay, wir brauchen nur die Hälfte dieser Kohle, die hier liegt, wenn überhaupt, würden sie ihre eigene Argumentation, die ja heißt, wir brauchen diese Kohle für unsere Energiesicherheit in Deutschland, konterkarieren. Denn genauso bei den Demonstranten, wenn die jetzt sagen, na okay, baggert doch vielleicht nur die Hälfte ab, ist trotzdem mehr CO2 in der Luft, als sie es wollen. Denn sie wollen ja keinen weiteren Kohle ab. Also eine unglaublich schwierige Situation, mit der beide Seiten umgehen müssen, aber wo eigentlich keine Seite eine Chance hat, sich so durchzusetzen, dass es nicht irgendwie Nachteile so oder so hat. Für RWE ist es der Nachteil, es ist schlecht, für das Image ist es schlecht, auch für das Klima. RWE ist ja auch ein Unternehmen, dessen sich bewusst ist, dass der Klimawandel kommt und dass neue Energien starten müssen. Also wie gesagt, es ist irgendwie keine richtige Lösung da. Die Demonstranten setzen auf ihr großes Herz, ihre Moral und RWE natürlich auf den Rechtsstaat und dessen, was ihnen zusteht. Genau, wenn es kalt und regelmäßig ist, beide Seiten müssen natürlich da bleiben. Christian Beifuß für uns auch. Danke dir für die Information, ganz aktuell aus Lützerath. Kommen wir zu einem anderen, auch ebenfalls heiß diskutierten Thema. Deutschland soll auch Kampfpanzer in die Ukraine liefern, das fordern inzwischen selbst grüne Politiker der Ampel. Doch Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt seine zurückhaltende Haltung und seinen Kurs. Deutschland werde keine Alleingänge machen, sondern mit Freunden und Verbündeten entscheiden. Und Anfragen von NATO-Partnern für Ausfuhrgenehmigungen würden derzeit nicht vorliegen. Tja, erst am Donnerstag hatte Olaf Scholz ja mit US-Präsident Joe Biden vereinbart, dass Deutschland Schützenpanzer westlicher Bauart in die Ukraine liefert. Diese Panzer alleine werden ja von der Ukraine schon seit Monaten gefordert. Aber jetzt gibt es neue Begehrlichkeiten. Im Donbass toben weiter heftige Kämpfe. Diese Bilder sollen Frontabschnitte bei Bachmut zeigen, wo Ukrainer Angriffswellen zurückschlagen. Wegen des russischen Angriffskrieges wollen die EU und die NATO jetzt enger zusammenarbeiten, etwa beim Schutz von kritischer Infrastruktur. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht sich zudem für die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine aus. Seit Beginn der russischen Invasion habe ich oft gesagt, dass ich denke, dass die Ukraine alle notwendige militärische Ausrüstung bekommen sollte, die sie braucht und die sie benutzen kann, um ihre Heimat zu verteidigen. Nach der Marder-Ankündigung werden die Forderungen nach Leopard-2-Panzern an die Ukraine lauter. Der Druck auf den Kanzler wächst. Laut Medienberichten will Großbritannien zehn Challenger-2 nach Kiew liefern. Sollte London den Panzer freigeben, wäre dies eine nochmalige Qualitätssteigerung der Waffenlieferungen. Der Challenger-2 wurde 1998 ausgeliefert mit einer 120-mm-Kanone mit 9000 Metern Reichweite. Die Durchschlagskraft war allerdings gering, deshalb wurde mit einer Rheinmetall-Kanone wie beim Leo-2 nachgerüstet. Der wurde 1978 ausgeliefert. Die 120-mm-Kanone hat einen Stabilisator aus der Fahrt treffsicher auf bis zu 4000 Metern mit hoher Durchschlagskraft. Doch auf einer Wahlkampfveranstaltung erläutert der Kanzler seine Zurückhaltung. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten und ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und alle können sich darauf verlassen, dass nicht die öffentliche Aufregung, sondern das, was richtig ist in der Sache und gut ist für die Ukraine und den Frieden in Europa, dass das von uns getan wird. Diese Bilder aus Twitter sollen russische Wagner-Söldner in der Ukraine zeigen, die geortet werden und dann von präzisen Schlägen des US-Raketenwerfers HIMARS ausgelöscht werden. Zurück bleiben Felder mit Leichen. Es sollen russische Soldaten sein. Und möglicherweise liefern die Briten jetzt der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Challenger 2. Aber bestätigt hat das britische Verteidigungsministerium das noch nicht. Aber wie sehr würde ein solcher Kampfpanzer die Ukraine tatsächlich unterstützen? Dazu unser Militärexperte Guido Schmidke. Und das Konzept des Challenger 2 ist das sogenannte Iron Triangle, das eiserne Dreieck. Und das ist sozusagen die Philosophie, dass ich eine Mischung aus hoher Mobilität, aus einem sehr guten Schutz und einer sehr hohen Feuerkraft habe. Und das alles vereint der Challenger 2. Er ist ausgestattet mit einem Feuerleitrechner und mit einer stabilisierten Waffenanlage und kann so auch in der Bewegung hervorragend mit dem ersten Schuss gegnerische Ziele bis auf 4000 Meter effektiv bekämpfen. Hier mal ein paar Zahlen zu dem Challenger 2. Crew, vier Soldaten, unter anderem mit einem Ladeschützen, der praktisch das Geschoss hinten in die Kanone reinlädt. Und der ist dann auch dafür verantwortlich, den Panzer zu führen, wenn der Kommandant ausfallen sollte. Darüber hinaus sehr schwer mit 63 Tonnen und einsatzerprobt. Dieser Panzer war unter anderem im Irak und ist auch bei unterschiedlichen Friedensmissionen von den Briten eingesetzt worden. Der große Unterschied zum modernen Leopard 2-Panzer ist, dass der Challenger über eine Kanone mit einem gezogenen Lauf verfügt. Das heißt, der Lauf hat innen so Rillen und diese Rillen sorgen dafür, dass das Projektil praktisch in eine Rotation versetzt wird und dann, wenn es das Rohr verletzt, stabilisiert auf das Ziel sich zubewegt. Jetzt sehen wir hier Bilder vom Kampfpanzer Leopard 2. Der ist ähnlich wie der Challenger, nur ein wenig älter. In den neuesten modernisierten Versionen aber noch kampfkräftiger. Vor allem, weil er eine Glattrohrkanone hat vom Kaliber 120 mm und damit auch eine Kampfentfernung von maximal 5000 Metern. Dazu noch schwerer, weil er noch besser gesichert wurde und noch mehr Equipment an Bord hat als der Challenger. Und was den Leopard 2 in der neuesten Version auch noch auszeichnet, ist, dass er nicht nur Duell-Situationen gegen gegnerische Panzer durchführen kann, sondern dass er mit Mehrzweckgeschossen auch gegnerische Infanterie bekämpfen kann. Und das macht den Panzer auf dem Gefechtsfeld noch effektiver als den Challenger, der nur die Möglichkeit hat, direkt in der Duell-Situation gegnerische Panzer zu bekämpfen. Gucken wir uns jetzt dann vielleicht noch mal das Geschehen an den Frontlinien in der Ukraine an. Und da müssen wir vor allem in den Donbass gehen und dort die Städte Solidar und Bachmut. Dort toben die heftigsten Gefechte schon in den letzten Tagen und das ist wirklich eine Knochenmühle. Präsident Zelensky, der spricht davon, dass Leichen Solidar pflastern und dass das momentan das blutigste Stückchen Erde in der Ukraine ist. Es sieht ganz danach aus, dass Solidar fällt, weil die Russen dort wirklich mit allem, was sie haben, angreifen und dort auch eigentlich alte Taktiken verwenden, indem sie einen Angriff mit russischen Truppen nach dem anderen dort in die Stadt schicken. Solidar insofern wichtig, weil sollten die Russen die Stadt einnehmen, dann könnte man dort dann so ein wenig die Verbindungslinien vom Norden Richtung Süden nach Bachmut, der ukrainischen Truppen abschneiden und könnte möglicherweise auch Bad Bachmut dann einkesseln. Grundsätzlich muss man aber sagen, der Angriff, auch Bachmut, strategisch sehr wichtig, um dann auf Kramatorsk vorzumarschieren, würde in einem Häuserkampf enden und das bedeutet, dass es ein sehr blutiger Kampf wird und für die Russen sowohl wie auch für die Ukrainer sehr, sehr hohe Verluste bedeuten würde. Der Bundeskanzler hatte für heute Nachmittag zum Mobilitätsgipfel eingeladen. Dabei soll es vor allem um die Verkehrswende gehen und damit um die Schonung des Klimas. Umweltschützer kritisieren aber schon im Vorfeld, dass bei dem Treffen zu sehr das Auto im Mittelpunkt stehen würde. Tja, und auch innerhalb des Regierungsbündnisses gibt es vor diesem Gipfel durchaus unterschiedliche Ansichten zu Verkehrswende. Sie reichen von der Förderung der Autobranche bis hin zu einem Baustopp für Straßen. Eingeladen sind neben der Politik auch Vertreter von Ländern und Kommunen sowie von Industrie, Gewerkschaft und Wissenschaft. Und auch das haben wir noch für Sie. Immer mehr Bundesländer schaffen die von Gesundheitsexperten ohnehin umstrittene Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ab. Nachdem Bayern, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt sich bereits von ihr verabschiedet haben, zieht am 16. Januar Sachsen nach. Ja, und seit heute ist außerdem auch noch klar, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin schaffen die Maskenpflicht im Nahverkehr dann ebenfalls zum 2. Februar ab. Thüringen zieht noch einen Tag später nach. Bestehen bleibt sie, Stand heute zumindest, erstmal noch in Hamburg, Bremen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nach den Silvesterkrawallen in Berlin sollen die Randalierer schneller zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür sprachen sich heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Neujahrsempfang im Schloss Bellevue aus. Er wünsche sich eine rasche und konsequente Strafverfolgung der Täter, so Steinmeier. Polizisten und Feuerwehrleute seien keine Prügelknaben für Frustrierte. In der Silvesternacht kam es ja vor allem in Berlin, auch in anderen Städten zu massiven Ausschreitungen. Polizisten und Rettungskräfte wurden von überwiegend jungen Männern mit Feuerwerkskörpern und Schreckschusspistolen angegriffen. Unter anderem im Bezirk Neukölln. Laut einem Bericht wurden insgesamt 47 Polizisten verletzt. Und darüber wollen wir sprechen. Bei uns im Studio Falko Lieke, er ist CDU-Bezirksstadtrat in Berlin-Neukölln. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, herzlich willkommen. Guten Tag. Frank-Walter Steinmeier hatte heute Neujahrsempfang, hat gesagt, wir müssen diese Randalierer schneller zur Rechenschaft ziehen. Ganz ehrlich, neu ist diese Forderung nicht. Hat das auch mit Ihrer Erfahrung aus Neukölln denn wirklich abschreckende Wirkung? Also erstmal ist nicht wir müssen das tun, sondern die Gerichte, die Staatsanwaltschaften, erstmal ja die Polizei, die ermittelt, die Staatsanwaltschaft, die anklagt und die Richter, die verurteilen. Das ist das Thema und nicht die Politik macht das. Das passiert aber häufig zu lasch. Das ist auch meine Kritik. Häufig Wattebausch-Urteile, keine konsequenten und vor allen Dingen schnelle Urteile, die wir brauchen. Das ist eine richtige Forderung. Aber das muss auch dann über die Gerichte erfolgen und durch keinen anderen. Heute ist bereits der 10. Januar. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Aufarbeitung der Krawalle und können Sie da so eine kurze Zwischenbilanz geben? Also ich finde es erstmal gut, dass diese Debatte, die ja keine Debatte über Böllerverbote sein kann oder auch nicht mehr ist, sondern über eine Integrationsdebatte, die wir führen. Wir haben in vielen Teilen dieser Stadt, in Berlin, aber auch in anderen Teilen Deutschlands, massive Integrationsprobleme, die sich ganz deutlich über solche krassen Straßenschlachten mit der Polizei, mit Rettungskräften ausdrücken. Und dass die Debatte jetzt da ist, ist gut und richtig. Aber es muss jetzt auch tatsächlich mit klaren Vorstellungen, mit klaren Vorschlägen auch gearbeitet werden. Und vieles liegt schon seit Jahren auf dem Tisch. Wir haben nichts Neues aus meiner Sicht. Erkenntnisse wurden viel zu lange auch wegdiskutiert oder gar nicht erst angesprochen, was viel schlimmer ist. Nein, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, muss auch umgesetzt werden. Und das erwarte ich dann auch beispielsweise vom Berliner Senat. Aber genau das ist ja der Punkt. Die Vorschläge sind alle gar nicht neu. Jetzt wird es vielleicht mal ein bisschen offener diskutiert. Und Sie sagen völlig zu Recht, das ist eben nicht nur ein Silvesterproblem. Neukölln ist aber zum Beispiel einer dieser Problembezirke. Was ist denn da der Rechtsstaat überhaupt noch wert? Wie respektlos kann man überhaupt damit umgehen? Wir haben es dieses Jahr Silvester gesehen und eben auch an anderen Zeiten. Und was können wir wirklich tun, um das jetzt in den Griff zu bekommen, außer ehrlicherweise Binsenweisheiten zu verbreiten? Absolut, da bin ich total bei Ihnen. Das Thema Respekt und das Thema Gesellschaft ist tatsächlich ein großes Thema, was viel zu sehr auch politisch vernachlässigt wurde. Es braucht jetzt im Prinzip zwei Stränge aus meiner Sicht. Der eine Strang ist, ja, wir müssen nicht nur diesen Tätern, aber vor allem den Kindern und Jugendlichen, die es ja überwiegend waren, die Hand reichen, aber auch sehr klar sagen und auch sehr klar machen über entsprechende Urteile. Das geht so nicht, dass eine Grenze überschritten worden ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Polizeipräsenz, beispielsweise in solchen Brennpunkten mit einer Brennpunktwache zu arbeiten, Polizei auf die Straße, aber auch in die Schulen. Und zwar nicht mit Knüppel und Schild, sondern als Präventionsarbeit, um klarzumachen, Polizei ist nicht der Feind, sondern Unterstützer und Freund und Kooperationspartner. Und das den Jugendlichen klarzumachen und in solchen Brennpunkten auch der Bevölkerung deutlich zu machen, ist jetzt große Aufgabe und das kostet Ressourcen, das wird auch Zeit kosten, aber man muss es jetzt machen. Und auch Geld übrigens, ne? Absolut. Und man muss es jetzt aber tun, endlich. Wir wissen das seit vielen Jahren und ich hoffe, dass jetzt auch bedingt durch die Wahlen in Berlin am 12. Februar da noch mehr Drive reinkommt, damit dann auch endlich politisches Handeln konkret umgesetzt wird, was wir seit vielen Jahren brauchen und auch fordern. Wie realistisch ist es denn Ihrer Meinung nach, dass eben diese Debatte dann zur Handlung wird und dass im kommenden Jahr, also der Jahreswechsel 23-24, dann schon nicht mehr so aussehen kann überhaupt? Glauben Sie, ist das möglich? Es muss möglich sein. Ansonsten können wir doch der Bevölkerung nicht mehr verkaufen, also wir Politik, der Bevölkerung nicht mehr verkaufen, wofür wir eigentlich da sind. Das ist jetzt die größte Aufgabe. Die Vorschläge sind da und es kostet Ressourcen, es kostet Aufwand, aber man muss es jetzt tun. Und dafür setze ich mich seit vielen Jahren ein und ich hoffe, dass es jetzt endlich auch mal Gehör findet, gerade auch mit Blick auf die Berliner Wahlen. Das sagt jetzt CDU-Bezirksstadtrat in Berlin-Neukölln, Falko Lieke. Wir bedanken uns für den Besuch bei uns im Studio. Danke auch. Tschüss, schönen Tag. Tschüss. Nächstes Thema und wir hatten schon das Jugendwort des Jahres, das ist nicht so lange her, jetzt kommen wir zum Unwort des Jahres. Klimaterroristen lautet es, das Unwort 2022. Diese Entscheidung gab heute eine Jury aus Sprachwissenschaftlern in Marburg bekannt. Die Begründung dafür, gucken wir hin, ja Entschuldigung, ist nämlich das Wort Klimaterrorist diskreditiere pauschal Menschen, die sich für Klimaschutzmaßnahmen und die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens einsetzen. Klimaaktivisten würden somit Terroristen gleichgesetzt und dadurch kriminalisiert. Mit der Gleichsetzung würde gewaltloser Protest in einen staatsfeindlichen Kontext gestellt. Die globale Bedrohung durch den Klimawandel gerate dadurch in den Hintergrund, sagt die Jury. Und wir bleiben noch beim Thema im weiteren Sinne. Der Klimawandel treibt die Schäden aus Stürmen, Überschwemmungen und anderen Naturkatastrophen in die Höhe. Das geht aus der Naturkatastrophenschutzbilanz der Münchner Rückversicherungsgesellschaft hervor. Demnach belief sich die Schäden im vergangenen Jahr weltweit auf 270 Milliarden Dollar. Für rund 120 Milliarden Dollar davon mussten Versicherer und Rückversicherer einstehen. Die versicherten Schäden lagen 2022 damit über dem Durchschnitt der vorangegangenen fünf Jahre. Problematisch sei, dass einzelne Ereignisse wie Starkregen, Wirbelstürme, Waldbrände oder Hitzewellen immer extremer ausfallen und dadurch eben immer größere Schäden verursachen. Und damit blicken wir nach Kalifornien. So ist es. Mit starkem Regen, heftigen Wind und Überschwemmungen erlebt der US-Bundesstaat derzeit die dritte Woche infolge schwere Winterstürme. Die Behörden ordneten in mehreren Regionen die Evakuierung ganzer Ortschaften an. Und bei diesem Unwetter sind nach offiziellen Angaben bislang sogar 14 Menschen ums Leben gekommen. Ein fünfjähriger Junge wurde von den Wassermassen aus dem Auto seiner Mutter fortgerissen und wird seitdem vermisst. Sie haben das Schlimmste überstanden. Vorerst machen sich mit Schaufel und Gummischieber daran, die Schäden zu beseitigen. Überall an den Wänden, an den Türen ist noch zu sehen, wie hoch das Wasser stand. Das Wasser stieg unglaublich schnell. Als der Flutalarm ertönte, stieg der Pegel um etwa 60 Zentimeter pro Stunde. Ganze Städtchen versanken in den Fluten, wie hier in Montecito, dem Promiort nahe Santa Barbara. Hier, wo der britische Prinz Harry mit seiner Familie wohnt, ebenso wie Schauspielerin Gwyneth Paltrow, Sängerin Katy Perry und Talkmasterin Oprah Winfrey, die in diesem Video zeigt, wie sie durch den Schlamm auf ihrem Grundstück wartet. Zehntausende Menschen in der Region müssen ihre Häuser verlassen. Die Ortschaften werden aus Sicherheitsgründen evakuiert. So viel Regen hatten wir noch nie. In diesem Bachlauf ist nie Wasser, nie. Jetzt strömt es fast drei Meter hoch hindurch. In San Bruno, südlich von San Francisco, hat der Sturm einen Baum umgerissen. Das Auto, auf das er stürzte, Totalschaden. Einsatzkräfte der Feuerwehr rücken an, um Stamm und Äste zu entfernen. Diese Anwohnerin trägt es mit Fassung. Sieht aus, als müsste ich im Garten mal wieder Ordnung schaffen. Ordnung schaffen auch diese Einsatzkräfte unermüdlich. Denn nach den schweren Regenfällen bietet das Erdreich keinen Halt mehr. Die Straßenbankkette rutschen ab und von oben rollen schwere Gesteinsbrocken die Hänge hinunter. Südlich von San Francisco stehen weite Landflächen komplett unter Wasser. In ganz Kalifornien waren vorübergehend 100.000 Haushalte ohne Strom. In zahlreichen Schulen fiel der Unterricht aus. Und die Meteorologen warnen, die Unwetterfront bringt weiter Sturm und Niederschläge. Nach all diesen schweren Themen haben wir auch eine gute Nachricht des Tages. Ausnahmsweise, wirklich ausnahmsweise mal in eigener Sache. Denn das Jahr 2022 war für unseren Nachrichtensender Welt, liebe Franka, das stärkste der Sendergeschichte. Und wann bist du zu uns gekommen? Im Jahr 2022. Oh, Markus, das sind jetzt aber große Blumen. Wir möchten uns auf jeden Fall bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich bedanken. Nie zuvor war unsere Einschaltquote, wie du gerade gesagt hast, so hoch. Und das gesamte Weltteam freut sich über diesen großen Zuspruch und sagt vielen Dank für Ihr Vertrauen. Und wir freuen uns noch mehr, wenn Sie natürlich dranbleiben. Denn gleich geht es bei uns weiter. Wir schauen unter anderem aktuell nach Lützerath. Vor der Räumung Unruhen gibt es da heute schon. Die Bilder gleich live, Hans. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, bist du quasi in einer bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskostenerhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und Allgemeinen und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für E-Autos ab diesem Jahr stufenweise ausläuft. Damit wird die künftige Anschaffung deutlich teurer. Wie trotzdem eine Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte heute Bundeskanzler Scholz beraten. Und lädt Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu einem Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Dabei werde sich zu sehr aufs Auto konzentriert, kritisiert unter anderem das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. Ja, Mobilität ist eben mehr als Automobilität. Und beim Kanzler sind vorwiegend Vertreter und Vertreterinnen der Automobilwirtschaft und die Zulieferer. Und das ist ein völlig veralteter Mobilitätsbegriff. So kann man die Verkehrswende nicht gestalten, wenn man jeden Verkehrsträger isoliert betrachtet. Hier im Autohaus hofft man trotzdem auf Lösungen. Damit der Verkauf der E-Autos bei Wolf Warnke auch in diesem Jahr so erfolgreich weitergeht wie in den vorigen. In einem privaten Büro von US-Präsident Joe Biden sind geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt worden. Die Weißen Haus zufolge sind die Dokumente in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt worden. Die Unterlagen seien umgehend dem Nationalarchiv übergeben worden. Das CNN berichtet, dass es sich um etwa ein Dutzend Dokumente, darunter auch Papiere, mit höchster Geheimhaltungsstufe handelt. Das Justizministerium prüfe nun den Vorfall. Besonders brisant gegen Ex-Präsident Trump laufen ja derzeit Ermittlungen wegen der Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in sein privates Anwesen in Mar-a-Lago in Florida. Biden selbst hatte dies als unverantwortlich bezeichnet. Trump reagierte sofort und forderte das FBI auf, alle Wohnorte Bidens nun zu durchsuchen. Nach dem Gewaltausbruch im Regierungsviertel der brasilianischen Hauptstadt Brasilia hat US-Präsident Biden, Präsidenten Lula, die, wie es heißt, unerschütterliche Unterstützung der USA zugesagt. Am vergangenen Sonntag hatten ja Anhänger des früheren brasilianischen Präsidenten Bolsonaro den Kongress, den obersten Gerichtshof und den Regierungssitz in Brasilia gestürmt. Den Sicherheitskräften gelang es erst nach Stunden die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Inzwischen wurden rund 1500 Personen vorläufig festgenommen. Bolsonaro wurde kurz nach den Krawallen wegen starker Bauchschmerzen medizinisch behandelt. Das hat das Krankenhaus aber inzwischen wieder verlassen. Eine historische britische Weltraummission. Sie ist gescheitert. Gestern Abend startete eine umgebaute Boeing 747 in Cornwall. Auf dem Dach die erste Rakete, die von Brüder schlugt. Dienstag Nachmittag. Willkommen zurück hier bei uns im Welt-Newsroom. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Und diese Eilmeldung haben wir gerade bekommen. Außenministerin Annalena Baerbock nämlich hat heute völlig überraschend die ostukrainische Stadt Kharkiv besucht. Damit ist sie dort das erste deutsche Regierungsmitglied seit Kriegsbeginn, das die Ukraine persönlich besucht. Die Grünen-Politikerin machte sich im lange umkämpften Kharkiv dann auch unter anderem ein Bild von der Situation der Menschen dort. Ihr Besuch war aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehalten worden. Baerbock wurde vom ukrainischen Außenminister Kuleba und vom ukrainischen Botschafter in Deutschland, Markeyev, begleitet. Und wir sagen, das ist ein geheim gehaltener Besuch, ein Überraschungsbesuch. Aber das war aus Sicherheitsgründen natürlich so. Tatjana Ohm, unsere Reporterin in der Ukraine, hat nämlich die Außenministerin begleitet. In Kharkiv bist du jetzt gerade, Tatjana. Sag uns erst mal, was war alles Inhalt dieses Überraschungsbesuches? Um was ging es? Was hat die Außenministerin alles mit euch gesehen? Ja, guten Abend nach Deutschland. Ich glaube, für die Außenministerin war es einfach nochmal wichtig, sehr, sehr klar zu machen, dass die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine da ist und dass sie weitergehen wird, solange wie der russische Angriffskrieg andauert. Das hat sich hier hinter mir in dem Gebäude, das ist der Hauptbahnhof hier in Kharkiv, vor wenigen Augenblicken auch noch einmal sehr, sehr klar gesagt und sehr klar gemacht. Es gab unterschiedliche Programmpunkte heute. Es begann damit, dass man sich ein durch russischen Bombenbeschuss zerstörtes Heizwerk angeschaut hat. Dann war sie in einer Schule, wo Deutsch gelehrt wird, hat mit den jungen Schülerinnen dort ein bisschen auf Deutsch auch plaudern können, hat mit ihnen gesprochen darüber, wie schwierig die Situation einfach ist für sie, hier im Krieg zu versuchen, eben Schulbildung zu bekommen und überhaupt als Kind, als Jugendlicher zu leben. Sie war in einem Kinderkrankenhaus und da hat man ihr sehr deutlich hinterher auch angemerkt, dass ihr das doch sehr, sehr nahe gegangen ist. Da hatte sie auch Gelegenheit, mal komplett ohne Presse einige Minuten mit einigen der Kindern dort zu sprechen. Und dann gab es auch noch den Besuch eines Stadtteils hier, der eben massiv zerstört worden ist durch den Beschuss. Und immer wieder hat sie eben bei all diesen Stationen sehr klar gemacht, dass Deutschlands Unterstützung nicht aufhören wird und dass diese Unterstützung aber eben auch unterschiedliche Facetten hat. Tatjana, du sprichst es schon an, Unterstützung und Hilfe. Hier in Berlin läuft ja aktuell die Debatte um weitere Panzerlieferungen. Es geht eben auch um den Kampfpanzer Leopard 2. Hat Annalena Baerbock sich zu Waffenlieferungen, zu möglichen Panzerlieferungen heute überhaupt geäußert? Hat sie, indem sie gesagt hat, alles Weitere in Abstimmung mit den Partnern, so wie wir das bisher eben auch schon gemacht haben. Den Leopard 2 als solchen hat sie gar nicht erwähnt, ist nochmal kurz auf die Marderlieferung eingegangen. Und ganz interessant, auf der Zugfahrt hierher hat der Chef der ukrainischen Eisenbahn, das hat er so ein bisschen ähnlich schon gemacht, auch mit dem Bundespräsidenten. Als der hier herkam vor wenigen Monaten, hat er eine Iris geschenkt bekommen. Und so hat Annalena Baerbock heute einen kleinen Leoparden als Plüschfigur sozusagen geschenkt bekommen. Ein dann doch deutliches Zeichen, was man sich hier wünscht. Und Außenminister Kuleba, ihr Counterpart auf ukrainischer Seite, hat in der Pressekonferenz vorhin eben auch nochmal gesagt, wir bitten ja nicht aus Spaß darum. Wir bitten darum, weil wir es wirklich brauchen, diese schweren Kampfpanzer, um unser Land zu befreien. Gibt es weitere Reaktionen auch aus der Bevölkerung? Du warst dabei und wir konnten eben auch schon ein paar Bilder sehen von Annalena Baerbock. Wie gesagt, bis vor wenigen Minuten noch geheim gehalten, dieser Besuch. Jetzt haben wir eben auch die Bilder gesehen. Gibt es Reaktionen sowohl von der Bevölkerung als auch von ihr auf diesen Besuch? Sie hat ja richtig Kontakt aufgenommen, auch mit den Menschen. Ja, definitiv. Das hat sie insbesondere in dem Kinderkrankenhaus und auch in der Schule. Sie hat sich auch mit Militärs getroffen. Da war die Presse dann, da durften wir dann nicht mit dabei sein, um sich eben wirklich, soweit es geht, einen allumfassenden Eindruck hier zu verschaffen. Und sie hat eben auch nochmal ganz klar gesagt, dass Kharkiv eben auch bewusst gewählt wurde. Die zweitgrößte Stadt. Die größte Stadt im Prinzip innerhalb der Ukraine, die mit am meisten gelitten hat bislang. Und eben an manchen Stellen nur 14, 15 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und das muss man, glaube ich, vielleicht auch nochmal hinzufügen. Ich könnte falsch liegen, aber ich glaube, das ist von westlichen Partnerländern, auch aus der EU, bislang das höchstrangige Regierungsmitglied, das sich bis hierher gewagt hat. Man darf das nicht vergessen. Wie gesagt, die Nähe zur russischen Grenze, das ist hier schon nicht mehr so ganz weit weg. Und auch als sie angekommen ist, gab es für einige Minuten einen Luftalarm. Das hat sie live mitbekommen. Also, und man hat ihr schon angemerkt, dass ihr dieses Thema wirklich wichtig ist und dass sie da auch weiter hinterher sozusagen ist. Sie ist auch nicht mit leeren Händen gekommen. Sie hat mitgebracht 20 Millionen für Infrastrukturprojekte. Sie hat mitgebracht 20 Millionen, um weiter zu entminen. Das scheint ein Thema zu sein, was ja auch sehr wichtig ist, weil das hat sie mehrfach betont, dass im Prinzip eine Kindheit nicht möglich ist, wenn der Spielplatz vermied ist, auch wenn der Spielplatz noch da ist. Also sie ist nicht mit leeren Händen gekommen und hat sehr, sehr klar gesagt, sagt das eben Deutschland, Waffenlieferungen das eine, aber auch der Wiederaufbau, dass auch da Unterstützung kommt und kommen wird aus Deutschland. Und zwar nicht erst abwarten, bis dieser Krieg dann irgendwann vorbei ist, sondern wenn was zerstört ist, wird versucht zu helfen. Tatjana, dir vielen Dank für diese sehr umfangreichen und exklusiven Informationen. Dankeschön. Zurück nach Deutschland. Und ab morgen müssen die Klimaaktivisten in Lützerath in Nordrhein-Westfalen dann mit der tatsächlichen Räumung rechnen. Die Siedlung soll ja für den Abbau von Braunkohle weichen. Hier Live-Bilder, denn schon seit einigen Tagen auch heute immer wieder gibt es Auseinandersetzungen zwischen Besetzern und Polizisten. Wir sehen es hier heute nicht die eigentliche Räumung, aber die Polizisten versuchen eben die Blockaden wegzuräumen, die dort errichtet worden sind. Und insbesondere die Tripods, die Dreibeine, auf denen sich hier, sehen wir es live im Bild, dann einige der Aktivisten angehängt haben, um die Strecke eben dicht zu machen. Aktuell, diese Bilder sehen sehr friedlich aus. Es ist Ruhe in der Situation live vor Ort. Aber heute Nacht sah das Ganze anders aus. Aktivisten warfen etwa Steine auf Einsatzkräfte. Jetzt bereiten sich beide Seiten auf den Beginn der Räumung vor, die allerdings bis zu vier Wochen dauern kann. Mit Menschenketten und Sitzblockaden versuchen Aktivisten, die Polizeikräfte daran zu hindern, in den Weiler Lützerath vorzudringen. Auf diesen Moment haben sich die Besetzer tagelang vorbereitet. Gräben wurden ausgehoben, Baumhäuser gebaut, Straßenblockaden errichtet. Selbst von Tunnelanlagen ist die Rede. Lützerath ist zur Festung geworden. Auch von den Linken bekommen die Aktivisten Unterstützung. Ich finde es ein Wahnsinn, dass im Jahr 2023 noch ein Dorf abgebaggert wird, um die Frauenkohle darunter zu gewinnen. Dass hier sogar Windräder weichen müssen, um Kohle abzubaggern. Und deswegen bin ich hier. Mittlerweile sollen sich auch über 500 Umweltaktivisten an der Besetzung beteiligen. Sie sind fest davon überzeugt, dass sie ihr Ziel erreichen. Wir glauben, dass wir das mehrere Wochen, sechs Wochen halten können. Wir glauben auch, dass wir das auch noch verhindern können. Also dass, wenn viele Menschen sagen, hey, das kann hier nicht sein, hier 2023 noch ein Dorf für Braunkohle abzubaggern, dass wir das noch verhindern können. Auch die Polizei geht von einem mehrwöchigen Einsatz aus. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnt jetzt, dass es zu Krawallen kommen könnte. Auch gewaltbereite Linksextremisten könnten sich gegen die Räumung mobilisieren. Deshalb plant die Polizei mit tausenden Beamten, die aus dem ganzen Bundesgebiet herbeigezogen werden. Und da, wo eine Räumung mit entsprechender Ansprache nicht möglich ist, wird es auch nötig sein, dann gegebenenfalls mit Zwangsmitteln die entsprechenden Menschen aus der Ortslage heraus zu begleiten. Bereits vergangene Woche hatten die Besetzer brennende Barrikaden errichtet. Am Sonntag kam es dann zu Rangeleien, nachdem einige der Protestler Steine auf Einsatzkräfte geworfen hatten. Am heutigen Tag scheint der Protest weitestgehend friedlich abzulaufen. Das kann sich jedoch schnell ändern, denn am Mittwoch hat die Polizei die eigentliche Räumung von Lützerath angekündigt. Dann werden die Beamten wohl auch härter durchgreifen müssen. Und vor Ort ist für uns unser Reporter Christian Beilfuß. Christian, wir haben die aktuellen Bilder gerade gesehen. Das sah jetzt auch seitens der Polizei erstmal nach Deeskalation aus. Kannst du uns die aktuelle Stimmung, die aktuelle Situation etwas präziser schildern? Ja, in der Tat. Es war hier den ganzen Tag über so ein bisschen so ein Hin und Her. Mal gab es ein bisschen Action, mal gab es hier ein Trouble, da mal was Kleineres. Aber nie wirklich etwas richtig Großes, was hier passiert ist, was so richtig in Gewalt ausartete. Im Moment ist es so, dass die Stimmung noch weiter runtergefahren ist eigentlich, weil es hat doch ziemlich unangenehm angefangen zu regnen hier. Das betrifft natürlich sowohl die Polizei wie auch die Demonstranten. Beide Seiten werden aber natürlich hier bleiben. Die Polizei oder die Ordnungskräfte sind weiterhin damit beschäftigt, hier die Zufahrtswege etc. freizubekommen. Die richtige Räumung, wie gesagt, natürlich heute noch nicht. Aber es wird natürlich alles vorbereitet. Und dann werden wir sehen, was morgen passiert. Worauf stellt man sich denn da ein rein rechtlich? Das muss man ja mal sagen, ist die Räumung durch und darf und muss dann eigentlich auch durchgesetzt werden. Die Polizei ist dazu völlig berechtigt. Insofern, worauf stellt man sich von beiden Seiten auf ein, wenn dann morgen ja die wirklich heiße Phase erst beginnt, oder? Es ist gar nicht so leicht zu sagen, weil die Polizei hier doch sehr demonstrativ, wie ja schon die ganze Zeit im Vorfeld, doch eher zurückhaltend agiert. Auch der zuständige Polizeipräsident, der ja eher dem Lager der Grünen zuzurechnen ist, hat ja gesagt, wenn die Demonstranten friedlich hier alles verlassen, dann würde es auch für niemanden in irgendeiner Form noch irgendwelchen Ärger geben. Wir sehen auch heute, dass immer wieder mal, wenn es so kleinere Rangeleien oder ähnliches gab, zwar kurzzeitig die Leute dann festgehalten werden, aber immer sofort danach wieder freigelassen werden. Das heißt frei, sie waren gar nicht richtig gefangen, sondern sie werden kurz festgehalten, dürfen dann sofort wieder zurück in die Reihen ihrer eigenen Klimaaktivisten gehen. Außerdem ist die Polizei hier vergleichsweise dezent, also man sieht sehr wenig Schilder oder Ähnliches. Also es ist alles noch in einer sehr, sehr ruhigen Phase. Und ich glaube, beide Seiten haben das bisher auch durchaus zu schätzen gelernt. Allerdings wissen wir natürlich nicht, was noch kommen kann. Die Polizei wird sicherlich darauf vorbereitet sein, dass es viel, viel massiveren Widerstand noch geben kann, wenn es denn morgen oder wann auch immer losgeht. Und ebenso wissen wir natürlich nicht, wer sich hier noch wo verbergen kann und wer welche Pläne noch hat. Also es sind noch viele, viele Fragen offen. Bisher muss man sagen, es ist friedlich, es ist vergleichsweise gewaltfrei. Und was morgen kommt, müssen wir dann sehen, wenn es so weit ist. Christian, vielen Dank für deine Einschätzung. Und du behältst das Geschehen selbstverständlich für uns weiter im Blick. Danke. Nach der Festnahme eines geflohenen Mörders aus dem Amtsgericht Regensburg hat die Polizei heute nähere Details zu seiner Flucht bekannt gegeben. Denn der Mann war bis nach Frankreich geflüchtet, wurde dann gestern Abend nördlich von Straßburg festgenommen. Vergangenen Donnerstag war er durch das unvergitterte Fenster eines Besprechungsraumes im Amtsgericht Regensburg entkommen. Ganz genau. Obwohl zwei Beamte zu seiner Bewachung abgestellt waren, konnte der Algerier flüchten und lief laut Zeugen mit extremer Geschwindigkeit davon. Er trug weder Hand- noch Fußfesseln. Der 40-Jährige hatte 2011 mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin umgebracht. 2013 wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die derzeitige Kenntnislage deutet auf eine möglicherweise geplante Flucht hin. Ebenso deuten Indizien darauf hin, dass der Flüchtige ein oder mehrere Helfer gehabt haben könnte. Bei der Festnahme wurde nach vorläufigen Informationen festgestellt, dass Rashid C. sein Aussehen, insbesondere seine Haare und seinen Bart, verändert hatte. Der Bundeskanzler hatte ja für heute Nachmittag zum Mobilitätsgipfel eingeladen. Dabei soll es vor allem um die Verkehrswende gehen und damit um die Schonung des Klimas. Umweltschützer kritisierten aber schon im Vorfeld, dass bei diesem Treffen zu sehr das Auto im Mittelpunkt stehen würde. Auch innerhalb der Koalition gibt es vor dem Gipfel unterschiedliche Ansichten zur Verkehrswende. Sie reichen von der Förderung der Autobranche bis hin zu einem Baustopp für Straßen. Eingeladen sind neben der Politik auch Vertreter von Ländern und Kommunen sowie von Industriegewerkschaften und Wissenschaft. Die Briten stehen heute Schlange vor den Buchhandlungen des Königreiches, wie vor Jahren beim Erscheinen der Harry Potter Bücher. Diesmal allerdings sorgt ein anderer Harry und zwar aus dem britischen Königshaus für einen Verkaufsschlager. Also schöner kann man es ja nicht machen. Prinz Harrys Buch, Spare zu Deutsch Reserve, ist in den Buchhandlungen erhältlich. Bereits im Vorfeld kursierten in den Medien Zitate, die für viel Aufruhr sorgten. Harry erhebt schwere Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie, seine Familie. Dabei gerät besonders eine Person ins Visier. Sven de Homburg berichtet. Um Mitternacht öffneten einige Buchhandlungen bereits ihre Türen, um Prinz Harrys mit Spannung erwartete Memoiren direkt unter die Leute bringen zu können. Der große Ansturm blieb aus. Das über 500 Seiten starke Buch wird außerdem direkt zum halben Preis verkauft. Ich bin einfach nur aufgeregt, von Prinz Harry etwas über sein Leben zu erfahren. Ich möchte mir selbst ein Bild machen können, es selbst sehen und dann sagen können, okay, ja, vielleicht haben sich die Dinge geändert oder vielleicht ist die Person reifer geworden. In mehreren Interviews hatte der 38-Jährige der Königsfamilie erneut schwere Vorwürfe gemacht. Es ging etwa um die Behauptung, die Royals hätten mit der britischen Boulevardpresse zusammengearbeitet und die Medien mit Lügen gefüttert. Alles, um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken. Der einzige Weg, wie ich uns schützen kann, wie ich diese Unwahrheiten korrigieren kann, ist, dass ich die Wahrheit schreibe. Und ich akzeptiere voll und ganz, dass das Schreiben eines Buches ohnehin ein Füttern der Bestie ist. Besonders Stiefmutter Camilla gerät ins Visier. Sie soll Harry wörtlich auf ihrem persönlichen PR-Alltag geopfert haben und Informationen über ihn und seinen Bruder an die Presse gegeben haben, um ihr Image aufzubessern. Von der Hochzeit mit Camilla hätten William und er dem heutigen König damals abgeraten, berichtet Harry. Ihre Verbindungen zur britischen Presse haben sie gefährlich gemacht. Auf ihrem Weg zur Königsgemahlin ging sie über Leichen, sagt er. Für sein Buch soll Harry umgerechnet 37 Millionen Euro erhalten haben. Hinzu kommen Einnahmen aus den drei TV-Interviews, die er im Vorfeld gegeben hat. Einen Teil des Erlöses will er für wohltätige Zwecke spenden. Und über das Plaudern des Prinzes möchten wir gerne sprechen. Zugeschaltet ist uns der Adelsexperte Jürgen Wollitz. Einen schönen guten Tag, Herr Wollitz. Wir grüßen Sie. Hallo. Ja, ich danke auch. Guten Tag. Wir haben gerade die Bilder aus Großbritannien gesehen. Die Menschen stehen wirklich Schlange. Und das, obwohl Harry ja nun in den letzten Wochen und Monaten seine Familie schon weitgehend blamiert hat und über sie schlecht gesprochen hat. Haben die Briten Harry immer noch so im Herzen, ins Herz geschlossen, dass sie dann doch den Prinzen nicht ganz gehen lassen können? Ganz und gar nicht, würde ich sagen. Natürlich sind da Schlangen gewesen. Aber Sie haben es ja eben selbst in der Anmoderation dort gehört. Der große Hype ist ausgeblieben. Das liegt aber daran, dass Bücher ganz generell heute gekauft werden. Man blättert sie durch, man legt sie hin. Aber ob man das jetzt im Ganzen liest, weiß ich nicht. Denn wir wissen ja schon alles. Die Tagespresse hat alles durchgekaut, was da nur ist. Also im Grunde genommen weiß man Bescheid. Und aus dem Grunde denke ich auch, dass sich das ganze Verkaufsergebnis nachher so ein bisschen, naja, sagen wir mal, in Grenzen halten wird. Aber gleichwohl ist es von Interesse. Nur in Großbritannien, da ist es ja so, dass die Medien ganz schön Schnee auf Prinz Harry abladen. Sicherlich auch mit Recht. Und das ist etwas, was die Menschen doch sehr enttäuscht hat. Und dass dieses Buch nun schon zum halben Preis verkauft wird, ja, das wäre in Deutschland gar nicht möglich. Da gibt es nämlich eine Preisbindung und da muss man sich eine Weile dran halten. Aber vielleicht gibt es das ja dann zu Silvester oder so. Also die Briten sprechen gerne drüber, aber Harry teilt ja auch kräftig aus. Und selbst wenn wir das Buch noch nicht gelesen haben, haben wir ja im Vorfeld darüber berichtet, weil er viele Interviews gegeben hat. Und da attackiert er vor allem immer wieder Camilla. Warum attackiert er sie so hart und bricht er damit nicht endgültig mit Prinz Charles? Selbst die Queen hat ja Camilla spät, aber dennoch rehabilitiert. Das ist völlig richtig, denn mit Camilla, da sollte man sich in dem Fall, sag ich mal, von seiner Seite her nicht anlegen. Das sage ich jetzt so. Denn Camilla hat eigentlich ihre Rolle hervorragend gemacht. Sie hat immer als diskret gegolten. Und deshalb ist es eigentlich etwas unverständlich, dass Harry jetzt übrigens nicht als erstes, sondern so als drittes, viertes Angriffsziel sich Camilla ausgesucht hat. Warum? Weil er vielleicht hofft, dass dort im britischen Volk noch so ein bisschen, sagen wir mal, die alten Ressentiments aufflackern, wo es doch hieß, sie ist eine Person, die ist hässlich, die sieht, wer weiß sich aus. Sie wurde ja auch mit bösen Schimpfwörtern belegt. Und dass man da die arme Diana sah und den Charles, der sich an diese Frau nun ausgerechnet, ja, in diese Frau verguckt hat, sagen wir mal. Ja, Sie sprechen hier Diana schon an und ähnlich läuft es ja jetzt auch zumindest aus der Perspektive von Harry mit Meghan. Wie schwer, glauben Sie denn, fällt es dem Königshaus, sich dazu, zu diesen ja öffentlichen Anschuldigungen nicht zu äußern? Glauben Sie, dass William oder Charles sein Schweigen brechen könnte, einer von beiden? Es wird sicherlich irgendwann etwas geschehen, denn die Krönung rückt ja auch näher. Aber ich sage mal so, wenn man jetzt schweigt, dann ist das eine ganz kluge Sache. Denn sonst haben wir ein Ping-Pong-Spiel. Das heißt, der eine hat gesagt, der andere hat gesagt, hast schon gehört, was der jetzt schon wieder gesagt hat. Und dann geht das immer so hin und her und die Medien freuen sich und reiben sich die Hände und sagen, das ist ja wunderbar. Wenn dagegen eine Seite still ist, dann ärgert das vor allen Dingen auch Harry, denn seine Vorwürfe, seine Anschuldigungen, ja, die landen erstmal im Niemandsland. Er attackiert die Medien aber auch hart einerseits und nutzt sie andererseits für seine PR. Also das ist ja auch ein bisschen zwiespaltiges Schwert hier. Aber er verklagt zum Beispiel die Daily Mail, weil er behauptet, sie hätten Wanzen in seinen Privaträumen installiert. Das ist wirklich harter Tobak. Ist da irgendwas dran? Gibt es da Belege für? Wie spricht man da in Großbritannien drüber? Es hat ja damals schon mal Abhörskandale gegeben in Großbritannien, dass dort Boulevardzeitungen ja auch Mobiltelefone und so abgehört haben. Auch das von Diana damals. Wenn so etwas ist, dann sollte man dagegen angehen. Das geht ja nun in irgendeiner Weise zu weit. Ansonsten sage ich natürlich, ist es ein gefährliches Spiel, was Harry treibt. Er will einerseits die Medien haben, indem er sie nutzt für seine PR, für seine Verkaufserfolge, für sein Geld. Und zum anderen tritt er Medien gegen Schienbein. Und beides zusammen verträgt sich in der Tat nicht, denn man kann nicht einerseits rufen und andererseits wegstoßen. Das hat Diana auch versucht und das ging letztlich schief. Ich höre da klare Kritik raus auch an Harrys Agieren vom Adelsexperten Jürgen Wollitz. Ganz herzlichen Dank für Ihre Analyse nach Eckernförde. Danke. Jo, danke. Und zumindest thematisch bleiben wir in Großbritannien. Eine historische britische Weltraummission ist in der Nacht gescheitert. Am Abend startete eine umgebaute Boeing 747 vom Weltraumbahnhof in Cornwall an Bord. Die erste Rakete, die von britischem Boden ins All gebracht wurde. Sie sollte neun Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen, die der Entdeckung von Schleusern und der Wetterbeobachtung dienen sollten. Gut 10.600 Meter über dem Atlantik löste sich die Rakete von der Boeing 747. Doch bevor sie die Erdumlaufbahn erreichen konnte, gab es offenbar technische Probleme. Die Boeing kehrte wie geplant zum Weltraumbahnhof zurück. Und wir blicken auf das Börsengeschehen an diesem Dienstagnachmittag. Das heißt, wir schalten wieder zu Mick Knauf an der Börse in Frankfurt. Jetzt kannst du mich überraschen, denn ich hatte überhaupt keine Zeit, mir den Börsenverlauf heute anzugucken. Beim DAX, wo stehen wir denn heute Nachmittag? Weil gestern lief es ja richtig gut, ne? Ja, es lief überhaupt sehr gut bis dato, Markus, muss man sagen. 6,5 Prozent hat der DAX alleine in diesem Jahr schon gemacht. Und heute ist tatsächlich mal Aus- und Aufatmen angesagt. Das heißt, wir geben ganz leicht ab in Frankfurt 0,2 Prozent. Also keinerlei Dramatik dabei. Da werden ganz einfach mal Gewinne mitgenommen. Wir sehen es mittlerweile nur noch 0,1 Prozent. Also das ist de facto gar nichts. Da können wir nicht von der Konjunktur, nicht von der Konsolidierung sprechen. Nein, da sehen wir ganz einfach mal ein bisschen Kasse machen heute. Dazu raten übrigens auch die Banken wie JP Morgan, Morgan Stanley, die sagen, Mensch, in Europa ist gut gelaufen, sichert mal ein bisschen Geld. Ähnliches Bild sehen wir übrigens auch in den Vereinigten Staaten. Beim Dow Jones ist plus 0,2 Prozent reingegangen in den Handel heute. Aber auch da sehen wir es, er tritt auf der Stelle aktuell. Klar, die Amerikaner beschäftigen sich natürlich auch weiterhin mit dem großen Thema. Wie sieht es dieses Jahr mit den Zinsen aus? Was wird Jerome Powell, der Notenbankchef, noch beschließen? Wie hoch werden die Zinsen gehen? Aktuell liegen wir ja bei 4,25 bis 4,5 Prozent. Auf 5 bis 5,2 Prozent könnte es dementsprechend nochmal raufgehen. Schauen wir uns mal eine Aktie an, die heute tatsächlich so ein bisschen aus dem Rahmen rausfällt. Nämlich Massiv im Plus League. Das ist die Aktie von Bayer. Die kann ordentlich zulegen. Da ist es ein aktivistischer Investor. Jeff Abben heißt er mit seinem Hedgefonds. Und der hat gesagt, wenn es jetzt um den neuen Vorstandsvorsitzenden, um den neuen CEO geht, weil Werner Baumann Vertrag nur noch bis 2024 läuft, möchte er gern einen externen haben und keinen internen. Ja, das Thema Monsanto muss natürlich nach wie vor noch ausgearbeitet werden. Und wenn man überlegt, naja gut, er hält einiges an Material an Bayer. 0,8 Prozent der Aktien. 8,2 Millionen sind das de facto. Hat ein bisschen was mitzureden. Bayer also reist nach oben aus. Ansonsten durchschnaufen. Danke dir, Mick. Du kannst jetzt auch nochmal kurz wieder durchschnaufen. Bis später. Danke. Ja, und du auch, Markus, denn wir machen an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Wir sind gleich für Sie wieder da. Und dann sprechen wir über den Besuch der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in der ostukrainischen Stadt Kharkiv. Dieser Besuch wurde vorab nicht vermeldet. Jetzt ist die Ministerin auf dem Rückweg. Aus Sicherheitsgründen hat man vorher darüber nicht berichtet, was sie dort gesehen hat, mit wem sie gesprochen hat und welche Themen auf dem Tisch lagen. Das alles gleich bei uns. Jetzt durchschnaufen. Ja. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um diese Westerkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung. Das sind alles Einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in einer bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskosten, Erhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und Allgemeinen und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für E-Autos ab diesem Jahr stufenweise ausläuft. Damit wird die künftige Anschaffung deutlich teurer. Wie trotzdem eine Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte heute Bundeskanzler Scholz beraten und lädt Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu einem Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Dabei werde sich zu sehr aufs Auto konzentriert, kritisiert unter anderem das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. Ja, Mobilität ist eben mehr als Automobilität. Und beim Kanzler sind vorwiegend Vertreter und Vertreterinnen der Automobilwirtschaft und die Zulieferer. Und das ist ein völlig veralteter Mobilitätsbegriff. So kann man... 17 Uhr, hallo und herzlich willkommen bei Welt. Schönen guten Abend auch von mir an die Zeit nach Mittag. Und wir blicken direkt nach Lützerath in Nordrhein-Westfalen zu unserem Reporter Christian Beilfuß. Schon den ganzen Tag begleitest du dort die Situation. Morgen erst soll der Ort geräumt werden von der Polizei. Aber bereits jetzt ist natürlich die Polizei den Aktivisten gegenübergestellt und versucht die Situation zu deeskalieren. Den Tag über soll es ja friedlich verlaufen sein, friedlich geblieben sein. Kannst du uns einen Zwischenstand geben? Ja, eigentlich haben wir gerade so ein bisschen den Höhepunkt der Friedlichkeit hier erreicht. Es ist gerade ein Klavier herangefahren worden. Wir können es leider jetzt hier, wo wir stehen, nicht genau sehen. Aber vielleicht könnt ihr es hören. Ich halte gleich mal kurz das Mikro hoch. Es wird jetzt Let It Be von den Beatles gesungen. Ich halte mal kurz hoch. Vielleicht hört ihr es. Es ist sehr leise, aber ihr kennt den Text ja wahrscheinlich sowieso. Wir können es hören, Christian. Wir können es hören. Absolut. Wie schön. Ja, und so gesehen ist es eigentlich ein ziemliches Abbild oder symbolisch für das, was hier gerade passiert. Auch die Polizei, glaube ich, fand den Song gar nicht schlecht. Ja, es ist hier so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Es wird dunkel. Das Wetter ist nicht besonders gut. Und ja, man hat sich im Wesentlichen heute tagsüber gegenseitig in Ruhe gelassen. Es gab die üblichen kleinen Reibereien hier und da zwischen Polizei und Demonstranten. Es gab die Versuche zur Abrisskante mal durchzubrechen, die aber von der Polizei entschieden und auch weitgehend ohne größere Gewalt gestoppt werden konnten. Also im Moment ist es hier ja nicht viel Aufregung, eher etwas Entspannung in Sicht, was ja vielleicht der Sache auch gut tut. Das ist ja auch erstmal eine gute Nachricht. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass sich Demonstranten und Polizisten irgendwann heute Nacht um den Hals fallen werden. Denn morgen beginnt ja eigentlich erst frühestens morgen die eigentliche Räumung. Natürlich lässt sich die Polizei da nicht genau in die Karten schauen. Und auch die Demonstranten haben vielleicht noch das eine oder andere geplant. Wie ist man vorbereitet und wie viele Polizisten kommen überhaupt zu diesem Einsatz? Wir hören, dass sie inzwischen aus ganz Deutschland sich Einheiten auf den Weg machen oder auf den Weg gemacht haben. Ja, also es ist so, dass im Hintergrund der heutigen weitgehenden Ruhe viel Aktivität hier im Umfeld war. Also es sind kleine Bagger und Planierfahrzeuge im Einsatz gewesen für die Polizei. Was natürlich darauf hinweist, dass eben die Strecken hier so gemacht werden sollen, dass gegebenenfalls Fahrzeuge oder auch Fuß zu Fuß kommende Einsatzkräfte hier besser an den Ort gelangen können. Das ist jetzt Spekulation, aber es deutet auch vieles darauf hin. Auf der anderen Seite haben die Demonstranten in ihrem Dorf, das liegt ein Stück weiter hinter uns. Oder ich gehe mal auf diese Seite, da können wir es vielleicht sehen. Da rechts auf dem Weg dorthin auch diverse Hindernisse eingebaut. Es sind Gräben ausgehoben. Es sind so kleine Poller eingelassen worden. Wir vermuten, dass dort auch noch Beton eingegossen werden soll, aber auch das ist Spekulation. Also so oder so, es bereiten sich natürlich beide Seiten darauf vor, dass hier was passieren wird, möglicherweise auch schon in sehr naher Zukunft. Denn eins ist klar, eine Friedensparty, auch wenn es gerade eben so wirkte, ist es hier natürlich auf Dauer nicht. Christian, vielen Dank für deine Einschätzungen. Und wir sprechen später nochmal und gucken, wie sich die Lage dann weiterentwickelt. Und wir haben es bereits angesprochen, morgen soll der Ort dann final geräumt werden. Und dazu gibt es heute nochmal eine Art Bürgerdialog zwischen der Polizei und dem Landrat. Und später wird es dazu weitere Informationen geben. Danke, dann sind wir wieder dran. So, blicken wir auf ein weiteres wichtiges Thema heute Nachmittag. Mitten im Ukraine-Krieg, nämlich hat Außenministerin Annalena Baerbock überraschend die ostukrainische Stadt Charkiv besucht. Damit ist sie dort das erste deutsche Regierungsmitglied seit Kriegsbeginn in der Ukraine, in einem wirklichen Kampfgebiet. Die Grünen-Politikerin machte sich im lange umkämpften Charkiv, nämlich ein Bild von der Situation der Menschen dort. Ganz genau, ihr Besuch war aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehalten worden. Baerbock wurde vom ukrainischen Außenminister Kuleba und vom ukrainischen Botschafter in Deutschland, Makiyev, begleitet. Ich würde sagen, das ist ein geheim gehaltener Besuch, ein Überraschungsbesuch, aber das war aus Sicherheitsgründen natürlich so. Tatjana Ohm, unsere Reporterin in der Ukraine, hat nämlich die Außenministerin begleitet in Charkiv. Bist du jetzt gerade, Tatjana? Sag uns erst mal, was war alles Inhalt dieses Überraschungsbesuches? Um was ging es? Was hat die Außenministerin alles mit euch gesehen? Ja, guten Abend nach Deutschland. Ich glaube, für die Außenministerin war es einfach nochmal wichtig, sehr, sehr klar zu machen, dass die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine da ist und dass sie weitergehen wird, solange wie der russische Angriffskrieg andauert. Das hat sich hier hinter mir in dem Gebäude, das ist der Hauptbahnhof hier in Charkiv, vor wenigen Augenblicken auch noch einmal sehr, sehr klar gesagt und sehr klar gemacht. Es gab unterschiedliche Programmpunkte heute. Es begann damit, dass man sich ein durch russischen Bombenbeschuss zerstörtes Heizwerk angeschaut hat. Dann war sie in einer Schule, wo Deutsch gelehrt wird, hat mit den jungen Schülerinnen dort ein bisschen auf Deutsch auch plaudern können, hat mit ihnen gesprochen darüber, wie schwierig die Situation einfach ist für sie, hier im Krieg zu versuchen, eben Schulbildung zu bekommen und überhaupt als Kind, als Jugendlicher zu leben. Sie war in einem Kinderkrankenhaus und da hat man ihr sehr deutlich hinterher auch angemerkt, dass ihr das doch sehr, sehr nahe gegangen ist. Da hatte sie auch Gelegenheit, mal komplett ohne Presse einige Minuten mit einigen der Kindern dort zu sprechen. Und dann gab es auch noch den Besuch eines Stadtteils hier, der eben massiv zerstört worden ist durch den Beschuss. Und immer wieder hat sie eben bei all diesen Stationen sehr klar gemacht, dass Deutschlands Unterstützung nicht aufhören wird und dass diese Unterstützung aber eben auch unterschiedliche Facetten hat. Tatjana, du sprichst es schon an, Unterstützung und Hilfe. Hier in Berlin läuft ja aktuell die Debatte um weitere Panzerlieferungen. Es geht eben auch um den Kampfpanzer Leopard 2. Hat Annalena Baerbock sich zu Waffenlieferungen, zu möglichen Panzerlieferungen heute überhaupt geäußert? Hat sie, indem sie gesagt hat, alles weitere in Abstimmung mit den Partnern, so wie wir das bisher eben auch schon gemacht haben. Den Leopard 2 als solchen hat sie gar nicht erwähnt, ist nochmal kurz auf die Marderlieferung eingegangen. Und ganz interessant, auf der Zugfahrt hierher hat der Chef der ukrainischen Eisenbahn, das hat er so ein bisschen ähnlich schon gemacht auch mit dem Bundespräsidenten, als der hier herkam vor wenigen Monaten, hat er eine Iris geschenkt bekommen. Und so hat Annalena Baerbock heute einen kleinen Leoparden als Plüschfigur sozusagen geschenkt bekommen. Ein dann doch deutliches Zeichen, was man sich hier wünscht. Und Außenminister Kuleba, ihr Counterpart auf ukrainischer Seite, hat in der Pressekonferenz vorhin eben auch nochmal gesagt, Wir bitten ja nicht aus Spaß darum. Wir bitten darum, weil wir es wirklich brauchen, diese schweren Kampfpanzer, um unser Land zu befreien. Gibt es weitere Reaktionen auch aus der Bevölkerung? Du warst dabei und wir konnten eben auch schon ein paar Bilder sehen von Annalena Baerbock. Wie gesagt, bis vor wenigen Minuten noch geheim gehalten, dieser Besuch. Jetzt haben wir eben auch die Bilder gesehen. Gibt es Reaktionen sowohl von der Bevölkerung als auch von ihr auf diesen Besuch? Sie hat ja richtig Kontakt aufgenommen auch mit den Menschen. Ja, definitiv. Das hat sie insbesondere in dem Kinderkrankenhaus und auch in der Schule. Sie hat sich auch mit Militärs getroffen. Da war die Presse dann, da durften wir dann nicht mit dabei sein, um sich eben wirklich, soweit es geht, einen allumfassenden Eindruck hier zu verschaffen. Und sie hat eben auch nochmal ganz klar gesagt, dass Kharkiv eben auch bewusst gewählt wurde. Die zweitgrößte Stadt. Die größte Stadt im Prinzip innerhalb der Ukraine, die mit am meisten gelitten hat bislang. Und eben an manchen Stellen nur 14, 15 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und das muss man, glaube ich, vielleicht auch nochmal hinzufügen. Ich könnte falsch liegen, aber ich glaube, das ist von westlichen Partnerländern, auch aus der EU bislang das höchstrangige Regierungsmitglied, das sich bis hierher gewagt hat. Man darf das nicht vergessen. Wie gesagt, die Nähe zur russischen Grenze, das ist hier schon nicht mehr so ganz weit weg. Und auch als sie angekommen ist, gab es für einige Minuten einen Luftalarm. Das hat sie live mitbekommen also und man hat ihr schon angemerkt, dass ihr dieses Thema wirklich wichtig ist und dass sie da auch weiter hinterher sozusagen ist. Sie ist auch nicht mit leeren Händen gekommen. Sie hat mitgebracht 20 Millionen für Infrastrukturprojekte. Sie hat mitgebracht 20 Millionen, um weiter zu entminen. Das scheint ein Thema zu sein, was ja auch sehr wichtig ist, weil das hat sie mehrfach betont, dass im Prinzip eine Kindheit nicht möglich ist, wenn der Spielplatz vermint ist, auch wenn der Spielplatz noch da ist. Also sie ist nicht mit leeren Händen gekommen und hat sehr, sehr klar gesagt, dass eben Deutschland Waffenlieferungen, das eine, aber auch der Wiederaufbau, dass auch da Unterstützung kommt und kommen wird aus Deutschland. Und zwar nicht erst abwarten, bis dieser Krieg dann irgendwann vorbei ist, sondern wenn was zerstört ist, wird versucht zu helfen. Tatjana, dir vielen Dank für diese sehr umfangreichen und exklusiven Informationen. Dankeschön. Wir haben mit Tatjana darüber gesprochen. Deutschland soll eben auch Kampfpanzer in die Ukraine liefern. Das fordern inzwischen sogar grüne Politiker der Ampel. Aber Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt da seinen zurückhaltenden Kurs. Deutschland werde keine Alleingänge machen, sondern mit den Freunden und Verbündeten gemeinsam entscheiden. Ganz genau. Erst am Donnerstag hatte Scholz mit US-Präsident Joe Biden vereinbart, Schützenpanzer westlicher Bauart in die Ukraine zu liefern. Diese Panzer werden von der Ukraine seit Monaten gefordert. Im Donbass toben weiter heftige Kämpfe. Diese Bilder sollen Frontabschnitte bei Bachmut zeigen, wo Ukrainer Angriffswellen zurückschlagen. Wegen des russischen Angriffskrieges wollen die EU und die NATO jetzt enger zusammenarbeiten, etwa beim Schutz von kritischer Infrastruktur. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht sich zudem für die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine aus. Seit Beginn der russischen Invasion habe ich oft gesagt, dass ich denke, dass die Ukraine alle notwendige militärische Ausrüstung bekommen sollte, die sie braucht und die sie benutzen kann, um ihre Heimat zu verteidigen. Nach der Marder-Ankündigung werden die Forderungen nach Leopard-2-Panzern an die Ukraine lauter. Der Druck auf den Kanzler wächst. Laut Medienberichten will Großbritannien 10 Challenger 2 nach Kiew liefern. Sollte London den Panzer freigeben, wäre dies eine nochmalige Qualitätssteigerung der Waffenlieferungen. Der Challenger 2 wurde 1998 ausgeliefert mit einer 120-Millimeter-Kanone mit 9000 Metern Reichweite. Die Durchschlagskraft war allerdings gering, deshalb wurde mit einer Rheinmetall-Kanone wie beim Leo II nachgerüstet. Der wurde 1978 ausgeliefert. Die 120-Millimeter-Kanone hat einen Stabilisator aus der Fahrt treffsicher auf bis zu 4000 Metern mit hoher Durchschlagskraft. Doch auf einer Wahlkampfveranstaltung erläutert der Kanzler seine Zurückhaltung. Deutschland wird keine Alleingänge gehen. Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten und ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und alle können sich darauf verlassen, dass nicht die öffentliche Aufregung, sondern das, was richtig ist in der Sache und gut ist für die Ukraine und den Frieden in Europa, dass das von uns getan wird. Diese Bilder aus Twitter sollen russische Wagner-Söldner in der Ukraine zeigen, die geortet werden und dann von präzisen Schlägen des US-Raketenwerfers Haimars ausgelöscht werden. Zurück bleiben Felder mit Leichen. Es sollen russische Soldaten sein. Und zugeschaltet ist uns die Russland-Expertin Sarah Pagong. Ganz herzlich willkommen hier bei uns. Guten Abend. Eine Meldung lässt er heute doch aufhorchen. Russland will nämlich die Kreiswehrersatzämter modernisieren. Dabei kann es doch im Grunde eigentlich nur um die zweite Mobilisierungswelle gehen für den Ukraine-Krieg, oder? Also es ist gut möglich, dass das erste Vorbereitungen sind. Wenn wir uns anschauen, wie Russland sich weiter auf den Kriegsverlauf vorbereitet, dann sehen wir breite Vorbereitungsmaßnahmen auf einen weiteren langen Krieg. Das betrifft eben nicht nur die Wirtschaft, sondern auch mögliche weitere Mobilisierung. Und es ist davon auszugehen, dass Russland die auch braucht, wenn es über die nächsten Monate, auch über das nächste Jahr oder darüber hinaus weiter Krieg in der Ukraine führen will. Der Kreml dementiert diese Meldung. Halten Sie das für glaubwürdig? Nein. Also das würde ich nicht als Gradmesser sehen, ob wir wirklich eine weitere Mobilisierungswelle sehen werden oder nicht. Wir haben ja auch vor der ersten Mobilisierungswelle bis wirklich kurz davor Dementis aus dem Kreml gehört. Also da würde ich wirklich eher darauf achten, was sehen wir für Fakten wirklich in Russland auf dem Boden? Welche Vorbereitungsmaßnahmen sehen wir? Auch welche Bedarfe bei der russischen Armee sehen wir? Ich glaube, das ist eher das, worauf wir schauen sollten. Und der Bedarf, der wächst ja nun eindeutig. Und wenn wir hören, welche Schwierigkeiten es bisher gab, beziehungsweise wie eingesetzt wird. Die Wagner-Gruppe von Gefangenen ist dort die Rede, ist inzwischen auch belegt. Wie steht überhaupt die russische Bevölkerung zu dem Ukraine-Krieg und auch die jungen Männer oder die Männer, die dann eingezogen werden sollen? Also wir sehen in Russland, ich würde es beschreiben als eine relativ breite Indifferenz und Agonie. Also wir sehen natürlich einerseits, dass insbesondere junge Männer, aber auch ihre Familien sich natürlich Sorgen machen darüber, ob sie an die Fronten kommen und wie es da aussieht. Aber wenn wir eben die Umfrageergebnisse anschauen oder auch andere vielleicht eher anekdotische Evidenzien, sehen wir eben, dass die meisten Menschen sich weiterhin ja raushalten aus der Politik, kaum Kommentare machen und eben wann, wenn dann eher für den russischen Krieg, gegen die Ukraine sicherlich auch aufgrund der massiven Repression, aufgrund der massiven Propaganda. Wir haben es gerade schon berichtet, die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war heute in der Ostukraine. Glauben Sie, das wird in Russland, in Moskau überhaupt noch wahrgenommen? Oder ist das vielleicht sogar eine Provokation? Denn dort heißt es ja aus dem weiteren Umfeld von Putin des Öfteren, man befinde sich mit der NATO im Krieg. Wie glauben Sie, ist die Interpretation oder die Wahrnehmung dieses Besuchs? Also ich glaube nicht, dass das ganz grundsätzlich etwas an der Wahrnehmung ändert. Wir werden es sicherlich in den kommenden Tagen immer wieder in den russischen Medien sehen, als angebliches Beispiel für die Aggressivität des Westens oder auch Deutschlands. Aber diese Annahme, dass Russland sich in einem Konflikt mit Europa, mit dem Westen, mit der NATO, wie auch immer sie das schreien möchten, befindet, ist eigentlich etwas, was wir verstärkt im letzten Jahr sehen, aber schon über die letzten Jahre hinweg. Also das ist nichts grundsätzlich Neues und nichts, woran der Besuch oder nicht Besuch von Baerbock etwas ändern würde. Wie isoliert ist denn Russland eigentlich derzeit? Sehen wir das vielleicht manchmal aus etwas zu westlicher Sicht und dass da auch Wunschdenken dabei ist, mit dem Hintergedanken, Russland möge diesen Krieg möglichst schnell verlieren? Also wir sehen natürlich zum einen, wenn wir uns beispielsweise anschauen, wie das Abstimmungsverhalten in der UN ist, dass nach wie vor viele Länder in der Welt sich zurückhalten mit der Kritik, was natürlich damit zusammenhängt, dass sie teilweise wirtschaftlich auch enge Verbindungen nach Russland haben, auch durchaus und daran ist der Westen ja nicht ganz unschuldig, sie ja skeptisch sind gegenüber dem Westen oder der NATO. Aber wir sehen andererseits eben auch insbesondere seit dem letzten G20-Gipfel, dass immer mehr Staaten auch durchaus kritisch dem Krieg gegenüberstehen und das auch öffentlich sagen, weil eben die vor allen Dingen weltwirtschaftlichen Verwerfungen für dieses Krieges eigentlich überall zu spüren sind. Sprechen wir noch über eine andere mögliche rote Linie. Momentan wird wieder auch diskutiert über die Lieferung von Kampfpanzern, aktuell hier in Berlin konkret über den Leopard 2. Und aus Polen kommt ja jetzt der Vorschlag, dass man eine Panzerallianz bilden könnte, eine Koalition, die eben dann liefern würde. Glauben Sie, das wäre dann so die letzte rote Linie für Russland? Oder kommt es lapidar gesagt darauf dann auch nicht mehr an? Also ich glaube, die ganzen Debatten, die wir ja eigentlich im ganzen gesamten letzten Jahr geführt haben, also ja erst zwischen Defensivwaffen und Offensivwaffen, dann ja zwischen Nichtpanzern oder gepanzerten Fahrzeugen und Panzern, jetzt zwischen Kampfpanzern und Schützenpanzern, halte ich ehrlich gesagt nicht viel zielführend. Und das ist nicht der Unterschied, den es macht. Der einzige Unterschied, der aus meiner Sicht wirklich zählt, ist der des Einsatzes von deutschen oder NATO-Truppen in der Ukraine. Das sehen wir nicht. Alles andere halte ich ehrlich gesagt für sehr unnütze, wenig zielführende Debatten. Die Analyse von Russland-Expertin Sarah Pagong. Ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Der Bundeskanzler hatte heute Nachmittag zum Mobilitätsgipfel eingeladen. Dabei soll es vor allem um die Verkehrswende gehen und damit um die Schonung des Klimas. Umweltschützer kritisierten schon im Vorfeld, dass es bei dem Treffen zu sehr um das Auto gehen würde. Auch innerhalb der Koalition gibt es vor dem Gipfel unterschiedliche Ansichten zur Verkehrswende. Sie reichen von der Forderung der Autobranche bis hin zu einem Baustopp für Straßen. Eingeladen sind neben der Politik auch Vertreter von Ländern und Kommunen, sowie von Industrie, Gewerkschaften und Wissenschaft. Immer mehr Bundesländer schaffen die von Gesundheitsexperten ohnehin umstrittene Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ab. Nachdem Bayern, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt sich bereits von ihr verabschiedet haben, zieht am 16. Januar Sachsen nach. Und seit heute ist klar, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin schaffen die Maskenpflicht im Nahverkehr dann zum 2. Februar ab. Thüringen zieht noch einen Tag später nach. Bestehen bleibt sie vorerst jedenfalls noch in Hamburg, Bremen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Ja, und man sieht es hier schon hinter uns. Das sind wirklich starke Bilder. Mit heftigen Regen, heftigen Wind und Überschwemmungen erlebt der US-Bundesstaat Kalifornien derzeit die dritte Woche infolge schwere Winterstürme. Die Behörden ordneten in mehreren Regionen die Evakuierung ganzer Ortschaften an. Und bei diesem Unwetter oder diesen Unwettern sind nach offiziellen Angaben auch mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Ein 5-jähriger Junge zum Beispiel wurde von den Wassermassen aus dem Auto seiner Mutter fortgerissen und gilt seitdem als vermisst. Sie haben das Schlimmste überstanden. Vorerst machen sich mit Schaufel und Gummischieber daran, die Schäden zu beseitigen. Überall an den Wänden, an den Türen ist noch zu sehen, wie hoch das Wasser stand. Das Wasser stieg unglaublich schnell. Als der Flutalarm ertönte, stieg der Pegel um etwa 60 Zentimeter pro Stunde. Ganze Städtchen versanken in den Fluten, wie hier in Montecito, dem Promiort nahe Santa Barbara. Hier, wo der britische Prinz Harry mit seiner Familie wohnt, ebenso wie Schauspielerin Gwyneth Paltrow, Sängerin Katy Perry und Talkmasterin Oprah Winfrey, die in diesem Video zeigt, wie sie durch den Schlamm auf ihrem Grundstück wartet. Zehntausende Menschen in der Region müssen ihre Häuser verlassen. Die Ortschaften werden aus Sicherheitsgründen evakuiert. So viel Regen hatten wir noch nie. In diesem Bachlauf ist nie Wasser, nie. Jetzt strömt es fast drei Meter hoch hindurch. In San Bruno, südlich von San Francisco, hat der Sturm einen Baum umgerissen. Das Auto, auf das er stürzte, Totalschaden. Einsatzkräfte der Feuerwehr rücken an, um Stamm und Äste zu entfernen. Diese Anwohnerin trägt es mit Fassung. Sieht aus, als müsste ich im Garten mal wieder Ordnung schaffen. Ordnung schaffen auch diese Einsatzkräfte unermüdlich. Denn nach den schweren Regenfällen bietet das Erdreich keinen Halt mehr. Die Straßenbankkette rutschen ab und von oben rollen schwere Gesteinsbrocken die Hänge hinunter. Südlich von San Francisco stehen weite Landflächen komplett unter Wasser. In ganz Kalifornien waren vorübergehend 100.000 Haushalte ohne Strom. In zahlreichen Schulen fiel der Unterricht aus. Und die Meteorologen warnen, die Unwetterfront bringt weiter Sturm und Niederschläge. Großbritannien will bis zum Jahr 2030 der führende Anbieter von kommerziellen Satellitenstaats in Europa werden. So weit, so gut. Aber die mit Spannung erwartete Premiere, die ging jetzt schief. Ganz genau. Die Rakete Launcher One mit neun Satelliten an Bord hat kurz nach dem Start von einem Trägerflugzeug nicht die geplante Erdumlaufbahn erreicht. Es sollte ein historischer Moment werden, ein Meilenstein für die britische Raumfahrt. Unter einem zur fliegenden Startrampe umgebauten Jumbo-Jet aufgehängt, hebt die Trägerrakete Launcher One am späten Abend vom neuen britischen Weltraumbahnhof New Key in Cornwall ab. Kurz darauf wird die Rakete über dem Atlantik ausgeklinkt und startet selbstständig Richtung Orbit. Doch bei einem Tempo von fast 20.000 Stundenkilometern macht plötzlich das Triebwerk Probleme. Die Rakete verliert an Höhe. Enttäuschung macht sich bereit. Es scheint, dass es eine Störung gibt, die uns daran hindert, in die Umlaufbahn zu gelangen. Ursprünglich hätte die Trägerrakete nach Erreichen der Umlaufbahn neun etwa Schuhkartongroße Satelliten absetzen sollen, die nun alle verloren sind. Für Multimedia der Richard Branson, den Besitzer von Virgin Orbit und den Betreiber der fliegenden Startrampe, war es der erste Fehlversuch nach fünf erfolgreichen Starts in den USA. Für die Briten dagegen ist es ein großer Imageverlust, denn zuvor hatten sie noch vollmundig angekündigt, bis 2030 zum führenden Anbieter kommerzieller Satelliten mit Fluggelegenheiten in Europa werden zu wollen. New Key, wir haben ein Problem, witzelt bereits die britische Presse über das aktuelle Verlustgeschäft. Die Versicherungsunternehmen sagen, wir machen erst Versicherungsangebote, wenn das Ding mindestens 10 bis 15 Mal geflogen ist. Deswegen fällt dieser Vorfall noch in den Bereich Test, so würde ich das ausdrücken. Wenn da mal was passiert, ist das noch relativ normal. Wir werden den Fehler finden, ihn korrigieren und es erneut versuchen, kündigte die britische Raumfahrtagentur bereits kurz nach dem Fehlstart an. Außerdem sei noch in diesem Jahr von Schottland aus der erste vertikale Raketenstart von britischem Boden geplant, falls dann alles gut geht. Und wir machen an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sind gleich zurück und dann werfen wir einen Blick auf das britische Königshaus. Denn seit heute, ganz offiziell, kann man die Biografie von Prinz Harry kaufen. Die Briten stehen Schlange und unser Gast gleich Peter Huth, der hat eine ganz besondere Theorie, warum Harry dieses Buch geschrieben hat und warum er immer wieder seiner Familie Vorwürfe macht. Bleiben Sie bei uns. Das ist ja schon sehr royal. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um diese Westerkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung. Das sind alles Einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn nicht, aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in der bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsregen. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskosten, Erhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und Allgemein- und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für E-Autos ab diesem Jahr stufenweise ausläuft. Damit wird die künftige Anschaffung deutlich teurer. Wie trotzdem eine Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte heute Bundeskanzler Scholz beraten und lädt Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu einem Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Dabei werde sich zu sehr aufs Auto konzentriert, kritisiert unter anderem das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. Ja, Mobilität ist eben mehr als Automobilität. Und beim Kanzler sind vorwiegend Vertreter und Vertreterinnen der Automobilwirtschaft und die Zulieferer. Und das ist ein völlig veralteter Mobilitätsbegriff. So kann man die Verkehrswende nicht gestalten, wenn man jeden Verkehrsträger isoliert betrachtet. Hier im Autohaus hofft man trotzdem auf Lösungen. Damit der Verkauf der E-Autos bei Wolf-Warnke auch in diesem Jahr so erfolgreich weitergeht wie in den vorigen. In einem privaten Büro von US-Präsident Joe Biden sind geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt worden. Im Weißen Haus zufolge sind die Dokumente in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt worden. Die Unterlagen seien umgehend dem Nationalarchiv übergeben worden. Das CNN berichtet, dass es sich um etwa ein Dutzend Dokumente, darunter auch Papiere mit höchster Geheimhaltungsstufe handelt. Das Justizministerium prüfe nun den Vorfall. Besonders brisant gegen Ex-Präsident Trump laufen ja derzeit Ermittlungen wegen der Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in sein privates Anwesen in Mar-a-Lago in Florida. Biden selbst hatte dies als unverantwortlich bezeichnet. Trump reagierte sofort und forderte das FBI auf, alle Wohnorte Bidens nun zu durchsuchen. Nach dem Gewaltausbruch im Regierungsviertel der brasilianischen Hauptstadt Brasilia hat US-Präsident Biden, Präsidenten Lula, die, wie es heißt, unerschütterliche Unterstützung der USA zugesagt. Am vergangenen Sonntag hatten ja Anhänger des früheren brasilianischen Präsidenten Bolsonaro den Kongress, den obersten Gerichtshof und den Regierungssitz in Brasilia gestürmt. Den Sicherheitskräften gelang es erst nach Stunden die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Inzwischen wurden rund 1500 Personen vorläufig festgenommen. Bolsonaro wurde kurz nach den Krawallen wegen starker Bauchschmerzen medizinisch behandelt. Das hat das Krankenhaus aber inzwischen wieder verlassen. 17.31 Uhr am Dienstagabend. Herzlich willkommen zurück hier bei uns bei Welt. Schön, dass Sie bei uns sind. Außenministerin Annalena Baerbock hat heute die ostukrainische Stadt Charkiv überraschend besucht. Damit ist sie das erste deutsche Kabinettsmitglied seit Kriegsbeginn in der Ostukraine. Die grünen Politikerin machte sich im lange umkämpften Charkiv ein Bild von der Situation der Menschen dort. Ganz genau, Ihr Besuch war aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehalten worden. Baerbock wurde begleitet vom ukrainischen Außenminister Kuleba und dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Markejew. Nach Deutschland und ab morgen müssen die Klimaaktivisten im Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen dann tatsächlich mit der wirklichen Räumung rechnen. Die Siedlung soll ja für den Abbau von Braunkohle weichen. Aber schon seit gestern gibt es immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen im Vorfeld zwischen Besetzern und Polizisten. Das ging so weit, dass Aktivisten Steine warfen auf Einsatzkräfte. Jetzt bereiten sich beide Seiten auf den Beginn der Räumung vor. Die kann allerdings bis zu vier Wochen dauern. Heute demonstrierte die Polizei unter anderem Barrikaden und löste Menschenketten auf und trug Demonstranten fort. Mit Menschenketten und Sitzblockaden versuchen Aktivisten die Polizeikräfte daran zu hindern, in den Weiler Lützerath vorzudringen. Auf diesen Moment haben sich die Besetzer tagelang vorbereitet. Gräben wurden ausgehoben, Baumhäuser gebaut, Straßenblockaden errichtet. Selbst von Tunnelanlagen ist die Rede. Lützerath ist zur Festung geworden. Auch von den Linken bekommen die Aktivisten Unterstützung. Ich finde es ein Wahnsinn, dass im Jahr 2023 noch ein Dorf abgebaggert wird, um die Frauenkohle darunter zu gewinnen. Dass hier sogar Windräder weichen müssen, um Kohle abzubaggern. Und deswegen bin ich hier. Mittlerweile sollen sich ja auch über 500 Umweltaktivisten an der Besetzung beteiligen. Sie sind fest davon überzeugt, dass sie ihr Ziel erreichen. Wir glauben, dass wir das mehrere Wochen, sechs Wochen halten können. Wir glauben auch, dass wir das auch noch verhindern können. Also dass, wenn viele Menschen sagen, hey, das kann hier nicht sein, hier 2023 noch ein Dorf für Braunkohle abzubaggern, dass wir das noch verhindern können. Auch die Polizei geht von einem mehrwöchigen Einsatz aus. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnt jetzt, dass es zu Krawallen kommen könnte. Auch gewaltbereite Linksextremisten könnten sich gegen die Räumung mobilisieren. Deshalb plant die Polizei mit tausenden Beamten, die aus dem ganzen Bundesgebiet herbeigezogen werden. Und da, wo eine Räumung mit entsprechender Ansprache nicht möglich ist, wird es auch nötig sein, dann gegebenenfalls mit Zwangsmitteln die entsprechenden Menschen aus der Ortslage heraus zu begleiten. Bereits vergangene Woche hatten die Besetzerbrände Barrikaden errichtet. Am Sonntag kam es dann zu Rangeleien, nachdem einige der Protestler Steine auf Einsatzkräfte geworfen hatten. Am heutigen Tag scheint der Protest weitestgehend friedlich abzulaufen. Das kann sich jedoch schnell ändern, denn am Mittwoch hat die Polizei die eigentliche Räumung von Lützerath angekündigt. Dann werden die Beamten wohl auch härter durchgreifen müssen. Und Christian Beifuß beobachtet für uns den ganzen Tag schon die Situation in Lützerath. Wie ist das? Erleben wir heute sozusagen die Ruhe vor dem eigentlichen Sturm? Ja, im Moment sieht es tatsächlich danach aus. Sturm und Regen haben wir so ein bisschen von oben, aber es ist im Moment auf jeden Fall ruhig hinter uns. Die Demonstranten haben dort immer noch ihre Positionen, weichen auch nicht trotz des schlechten Wetters, aber es ist ruhig. Es gibt im Moment keine Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Aktivisten dort. Was wir aber sagen können, ist, dass links von uns gerade sehr viel Aktivität von Seiten der Ordnungskräfte entsteht. Da ist ein Bagger, der versucht, eine Lücke durch eine Art Deich dort zu brechen. Und wenn wir dann noch ein Stück weiter drehen, dann sehen wir, dass dort Dutzende von Polizeifahrzeugen aufgereiht sind, die darauf warten, dass dieser Durchbruch gelingt. Und dahinter befindet sich eine große, große Freifläche in Richtung Abrisskante. Wir vermuten, dass die Polizei dort diese Wagen platzieren wird, um sie dann halt morgen dort stehen zu haben, um möglicherweise dann eben größere Dinge anzuschieben als das, was heute hier passiert ist. Das ist aber noch Spekulation. Wir wissen das nicht ganz genau, aber es ist auf jeden Fall eine wirklich große und auffällige Aktivität, die wir hier gerade beobachten können. Christian, wir haben es gerade schon angesprochen. Beide Seiten, also Polizei und auch Aktivisten, bereiten sich also auf den morgigen Tag vor. Gibt es bereits irgendwelche kleinen Informationen, die du erhalten hast? Zum Beispiel, dass die Polizei in den Morgenstunden, in den sehr frühen Morgenstunden den Einsatz startet, um vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, dann auch erfolgreich zu sein, um schneller voranzukommen? Oder ist das alles wirklich komplett noch unter Verschluss gehalten? Das ist zumindest hier vor Ort alles unter Verschluss gehalten. Wir haben auch gerade versucht, als wir sahen, dass diese Polizeifahrzeuge anrollten, die wir euch gerade gezeigt haben, haben wir versucht, die Presseoffiziere oder Soldaten, hätte ich fast gesagt, Polizisten, die hier im Einsatz sind, zu erreichen. Die laufen hier in einer relativ großen Vielzahl rum. Die waren aber alle weg gerade oder wir haben sie vielleicht auch nicht gefunden. Weiß ich nicht genau. Also, es gibt keine Informationen hier im Moment. Wir müssen mal gucken, was da heute Abend noch passiert. Ich würde darauf tippen, dass heute Abend nur die Vorbereitungen, wie gerade angedeutet, schon fortgeführt werden, die Fahrzeuge und Menschen vielleicht auch schon in Position zu bringen. Die Demonstranten sind insofern vorbereitet, als dass sie versuchen, ihr Camp, was rechts von uns ist, was sie jetzt im Dunkeln aber nicht sehen können, was dort sich befindet, sie versuchen, das dort zu befestigen. Mein Eindruck ist allerdings, dass die Befestigung dem materiellen und auch personellen Einsatz, den die Ordnungskräfte dort aufweisen können, dass sie dem nicht gewachsen sein werden. Christian, vielen Dank für deine Information und wir sprechen uns selbstverständlich später und morgen wieder. Dankeschön. Im Bundeskanzleramt, da haben sich heute Kanzler Olaf Scholz und mehrere Minister mit Vertretern aus der Verkehrswirtschaft getroffen, zu einem sogenannten Mobilitätsgipfel. Ja, früher hieß der tatsächlich noch Autogipfel, aber die Ampel will ja die grüne Verkehrswende. Auf viel Kritik stieß daher, dass doch hauptsächlich Autobosse zum Treffen geladen waren. Ein Thema, die E-Mobilität. Sie steht wegen der aktuellen Krise derzeit vor mehreren Problemen, wie Leonie von Rando berichtet. Autohändler Wolf Warnke ist glühender Fan von Elektrowägen und viele seiner Kunden hier im Nordosten von Bremen teilen die Euphorie. Auch dank der üppigen staatlichen Förderung. Zwischenzeitlich allerdings war die Nachfrage etwas mauer. Fehlende Halbleiter und Chips führten zu Lieferengpässen. Dazu kommt... Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskosten, Erhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und Allgemein- und Elektroautos steigt. Noch sind Elektrofahrzeuge deutlich teurer als Verbrenner und daher nicht massentauglich. Mit diesem Jahr wird die Anschaffung eines E-Autos noch mal kostspieliger, denn Staat und Hersteller schießen ab sofort weniger Geld zu. Statt 9.000 gibt es nur noch bis zu 6.750 Euro Prämie für E-Autos, die bis zu 40.000 Euro kosten. Statt höchstens 7.500 nur noch maximal 4.500 für Wägen mit einem Neupreis von bis zu 65.000 Euro. Und Plug-in-Hybride werden gar nicht mehr gefördert. Wie die Verkehrswende trotzdem gelingen kann, darüber beriet der Bundeskanzler in Berlin mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik. Scholz lud zum sogenannten Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Vom aktuellen Kurs der Regierung sind Autoexperten enttäuscht. Das, was die Ampel gemacht hat, ist, den Rückgang der Elektromobilität einzuleiten. Bei den hohen Strompreisen, die wir haben, bei den teuren Batterien, die wir haben und bei den teuren Autos im Elektrobereich, die wir haben, werden sich die Konsumenten umorientieren. Aufgebracht sind auch die Demonstrierenden vor dem Kanzleramt. Her müsse eine echte Verkehrswende. Dafür brauchen wir aber jetzt nicht den x-ten Autogipfel in den neuen Tarnumhang, sondern wir brauchen endlich das Klimasofortprogramm. Und wir brauchen Milliardeninvestitionen nicht noch weiter in die Autolobby, sondern in Busse und Bahnen und Radwege. Auf dem Gipfel vertreten Bosse von Autoherstellern und Zulieferern, aber niemand aus der Bahn- oder Fahrradlobby. Der Name Mobilitätsgipfel daher für viele ein Etikettenschwindel. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Dein Lieblingsthema heute. So ist es. Sehr royal. Die Briten stehen Schlange vor den Buchhandlungen des Königsreichs wie vor Jahren. Wir erinnern die Bilder beim Erscheinen von der Harry Potter-Reihe. Dieses Mal sorgt ein anderer Harry aus dem britischen Königshaus für den Verkaufsschlager. Es geht natürlich um Prinz Harrys Buch Spare, zu deutsch Reserve. Das ist jetzt erhältlich. Bereits im Vorfeld kursierten ja Zitate, die für sehr viel Aufruhr sorgten. Harry erhebte aber auch wirklich schwere Vorwürfe, teilt aus gegen die britische Königsfamilie. Und eine Person gerät besonders ins Visier. Dazu Sven de Sofie Homburg. Um Mitternacht öffneten einige Buchhandlungen bereits ihre Türen, um Prinz Harrys mit Spannung erwartete Memoiren direkt unter die Leute bringen zu können. Der große Ansturm blieb aus. Das über 500 Seiten starke Buch wird außerdem direkt zum halben Preis verkauft. Ich bin einfach nur aufgeregt, von Prinz Harry etwas über sein Leben zu erfahren. Ich möchte mir selbst ein Bild machen können, es selbst sehen und dann sagen können, okay, ja, vielleicht haben sich die Dinge geändert oder vielleicht ist die Person reifer geworden. In mehreren Interviews hatte der 38-Jährige der Königsfamilie erneut schwere Vorwürfe gemacht. Es ging etwa um die Behauptung, die Royals hätten mit der britischen Boulevardpresse zusammengearbeitet und die Medien mit Lügen gefüttert. Alles, um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken. Der einzige Weg, wie ich uns schützen kann, wie ich diese Unwahrheiten korrigieren kann, ist, dass ich die Wahrheit schreibe und ich akzeptiere voll und ganz, dass das Schreiben eines Buches ohnehin ein Füttern der Bestie ist. Besonders Stiefmutter Camilla gerät ins Visier. Sie soll Harry wörtlich auf ihrem persönlichen PR-Alltag geopfert haben und Informationen über ihn und seinen Bruder an die Presse gegeben haben, um ihr Image aufzubessern. Von der Hochzeit mit Camilla hätten William und er dem heutigen König damals abgeraten, berichtet Harry. Ihre Verbindungen zur britischen Presse haben sie gefährlich gemacht. Auf ihrem Weg zur Königsgemahlin ging sie über Leichen, sagt er. Für sein Buch soll Harry umgerechnet 37 Millionen Euro erhalten haben. Hinzu kommen Einnahmen aus den drei TV-Interviews, die er im Vorfeld gegeben hat. Einen Teil des Erlöses will er für wohltätige Zwecke spenden. Ja, und wir bleiben selbstverständlich beim Thema und vertiefen das bei uns zu Gast. Jetzt Weltautor Peter Huth. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Wir haben es gerade gehört, die Biografie ist erschienen und du hast einen Text im Rolling Stone in dem Magazin geschrieben und sagst da, es geht um einen Geldgier-Feldzug von Harry. Geht es ihm wirklich, glaubst du, dann nur um das Geld und die Gier oder arbeitet er da ja seine Vergangenheit vielleicht auf? Also ich glaube, es geht um Geld. 154 Millionen Euro verdient er ungefähr an dem gesamten Package, was ja Netflix, Spotify und so weiter umfasst und eben auch die Biografie. Ich glaube, ein ganz anderer Grund ist, es ist die Fortführung einer Rache, die seine Mutter Diana begonnen hat am britischen Königshaus und die er jetzt fortführt. Ob das nötig gewesen ist oder ob das so hätte kommen müssen, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn Diana eine bessere Mutter gewesen wäre, dann hätte man dem Königshaus der Familie das Ganze auch ersparen können. Das ist deine These. Gibt es da auch Kritik an Charles als Vater? Denn wenn er das im Sinne von Diana fortführt, dann verehrt er sie ja im Grunde doch, oder? Er verehrt sicherlich seine Mutter sehr. Er war immer von den beiden derjenige, der eine engere Beziehung zu seiner Mutter hatte. Und er hat sich ja auch immer ganz ähnlich geäußert wie sie. Also wenn wir beispielsweise, also das Muster ist ja gleich. Er beklagt, dass er keine Privatsphäre mehr hat. Er beklagt, dass er nie in Ruhe gelassen wird. Was er tatsächlich macht, ist, er schreibt eine Biografie, er gibt Interviews, er geht ins Fernsehen. Das passt nicht zusammen. Bei Diana, wir erinnern uns, genau das Gleiche. Diana hat immer gesagt, sie hätte gerne Privatsphäre. Sie hat aber nichts anderes gemacht letztlich, als diese Marke Diana Spencer aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Gerade nach der Scheidung. Das Buch mit Andrew Morton, Diana, ihre wahre Geschichte, war von ihr lanciert. Das war praktisch ihr Programm. Sie hatte da eine Agenda. Harry geht natürlich auch noch einen Schritt weiter. Er hat jetzt zum Beispiel die Daily Mail verklagt und spricht da wirklich davon, in dieser Anklage, dass Reporter, Journalisten in seine Privaträume eingedrungen werden. Er sagt, es wurden sogar Wanzen justiert. Das sind ja sehr schwere Vorwürfe, mit denen man sich auch blamieren kann, wenn sie nicht stimmen. Aber wenn der Prinz diesen Schritt geht, müsste es ja stimmen. Es gibt journalistische Grenzen, das wissen wir alle. An die muss man sich halten. Natürlich kann man nichts verwanzen. Und man kann, der zweite Interviewer, Bashir, ist ja auch gefeuert worden von der BBC, weil er Kontoauszüge gefälscht hat. Und Diana praktisch dazu gedrungen hat, ein Interview zu machen. Also da müssen ganz klare Grenzen eingehalten werden. Wenn Harry verklagt, dann wird es sicherlich ein Ermittlungsverfahren gehen und eine Klage. Und dann wird rauskommen, ob das tatsächlich so gewesen ist. Mich wundert halt nur, dass er wie Diana auf der einen Seite sagt, bitte lasst mich in Ruhe. Ich möchte mit meiner Seriendarsteller-Frau ganz in Ruhe leben. Und auf der anderen Seite genau das Gegenteil von dem macht. Und das ist das gleiche Muster wie bei seiner Mutter. Aber nun nutzt ja auch nicht nur Harry die Medien, sondern das Königshaus. Da ist ein riesiger Apparat dahinter. Wieso fällt es dem Königshaus wieder mal, muss man sagen, so schwer, auf solche Angriffe zu reagieren, wenn es das gleiche muss. Das ist bei Diana war es so. Und ehrliche, Meghan Markle schießt ja jetzt auch da. Und das funktioniert ja medial irgendwie. Man hat das Gefühl, das Königshaus selber weiß nicht so recht, wie es damit umgehen soll. Ja, das ist eine Mischung zwischen kommunikativer Fehlberatung, das muss man so sagen, und einfach nicht viel gelernt aus dem, was passiert ist. Vor allen Dingen, dass das so kommen würde, hatte man ja schon gesehen. Alle Vorwürfe gegen das Königshaus, die er sagt, sind ja mehr oder weniger schon mal irgendwo formuliert worden. Das heißt, das Königshaus hätte sich eine Strategie überlegen müssen, wie man das beispielsweise unterlaufen kann. Also wie man praktisch mit bestimmten Informationen von vornherein dafür sorgt, dass dieser Speer sozusagen ein bisschen ins Leere geht. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie können damit nicht umgehen. Und das muss man sagen, bei diesen Indiskretitäten, die da rauskommen, ist das auch sehr schwierig. Er greift jetzt seine Stiefmutter an, er greift seinen Vater an. Er erzählt auf der einen Seite, er hat 25 Taliban erschossen. Was soll man dazu sagen? Und auf der anderen Seite beschwert er sich, dass er mit seinem Bruder sich geprügelt hat und auf einen Hundenapf gefallen ist. Also das passt alles nicht zusammen. Und dieser Irrsinn, den er da betreibt, da steht man wahrscheinlich fassungslos davor. Er hat ja jetzt noch gesagt, nachdem er praktisch alles erzählt hat und sich von der Seele gesprochen hat, jetzt wäre er auch bereit, mit seinem Bruder und seinem Vater wieder zu sprechen und die Versöhnung anzustoßen. Hätte das für überhaupt noch möglich? Auch ein typisches Diana-Phänomen, alles raushauen, immer sich in den Mittelpunkt stellen und anschließend sagen, habt mich doch bitte lieb. Diana hat dann immer so geguckt. Er guckt, so wie wir das da hinten auf dem Bild sehen, ein bisschen härter. Aber ich glaube, diese Versöhnung ist kaum noch möglich. Er wird nicht an der Krönungsseremonie teilnehmen können. Und das ist dann der endgültige Bruch. Dein Eindruck, egal wie man zum Königshaus steht, müssen wir dieses Buch alle lesen oder können wir es uns getrost schenken? Also ich glaube, das Wichtigste haben wir schon gelesen. Wer sich für Klatsch-Royal sehr intensiv interessiert, der liest es sicherlich mit großem Vergnügen. Peter, danke für deine Zeit und dein Besuch und auch diese sehr spannenden Analysen. Ich muss da doch noch mal komplett mehr reinlesen, als wir es schon getan haben. Danke. Wir schauen in die USA, vom Königreich in die USA. US-Präsident Joe Biden, der kommt nämlich heute mit dem mexikanischen Präsidenten López Obrador und dem kanadischen Premierminister Trudeau zu einem Nordamerikagipfel zusammen. Wir schauen genauer gesagt nach Mexiko. Was erzähle ich denn da denn? Die drei Länder wollen im Rahmen ihres Treffens in Mexiko statt über eine vertiefte wirtschaftliche Zusammenarbeit und einen engeren Austausch in der Klima- und Einwanderungspolitik beraten. Ganz genau, Biden war bereits gestern in Mexiko eingetroffen und mit seinem mexikanischen Amtskollegen zu Gesprächen zusammengekommen. Es ist Bidens erster Besuch in dem Nachbarland seit seinem Amtsantritt vor knapp zwei Jahren. Nach Angaben des Weißen Hauses wollen sich Biden, López Obrador und Trudeau, heute vor allem über die Themen Migration, Drogenschmuggel und die Bekämpfung des Klimawandels austauschen. Und unser US-Korrespondent Michael Wöhlenwirber, der ist jetzt in Mexiko-Stadt. Und Michael, du warst ja unterwegs auch mit dem US-Präsidenten an der mexikanischen Grenze. Geht es da heute auch inhaltlich wirklich um die Themen? Kommt man sich da näher oder was ist zu erwarten von diesem Treffen in diesen Punkten? Also die Kritik gab es ja, dass man glaubte, dass hier nichts zustande gebracht werden würde. Ein paar schöne Worte gewechselt werden. Und dass es das dann ist. Dieser Summit der drei Amigos, wie er auch genannt wird. 2021 hatte man sich ja schon einmal getroffen. Da ging es vor allen Dingen darum, die Ära Trump sozusagen zu den Akten zu legen und wieder ein bisschen näher zusammenzufinden. Und jetzt vielleicht dann auch etwas Konkreteres hier aus Mexiko City herauszusenden an Maßnahmen. Wie viel da zusammenkommen wird, wissen wir im Moment noch nicht. Der Sicherheitsberater von Joe Biden, der hatte durchschimmern lassen, dass da durchaus etwas passieren könnte, gerade in puncto Flüchtlinge, dass da vielleicht Maßnahmen ergriffen werden könnten, die man nun beschließt, womit man das Problem ein bisschen besser in den Griff bekommen könnte, zum Beispiel gemeinsam eine Seite nun betreiben, wo Flüchtlinge, das ist ja im Gespräch, wo Flüchtlinge sozusagen sich darüber informieren können und das auch intensiv bewerben, wie man legal vielleicht nach Kanada oder in die USA kommen könnte, damit man nicht in die Fänge der Schlepper kommt. Das ist ja ein Multimilliardengeschäft, das Schleppen von Migranten aus Lateinamerika über Mexiko dann in die USA. Also ein bisschen könnte vielleicht tatsächlich da zusammenkommen. Zu viel sollte man nicht erwarten. Aber das Thema Migration ist natürlich nicht das einzige. Fentanyl steht da ganz groß noch auf der Tagesordnung und dann auch vor allen Dingen die Wirtschaftspolitik. Michael, lass uns noch auf ein anderes Thema blicken, das den US-Präsidenten betrifft. Es wurden in seinem ehemaligen Büro zum Teil geheime Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident gefunden. Um was für Informationen handelt es sich und warum ist das jetzt für das öffentliche Interesse? Was hat es genau damit auf sich? Also die erste Frage zuerst. Wir wissen nicht genau, um was es für Informationen es sich handelt, welche Dokumente das so sind. Es sollen zehn Stück sein. Das hat sich inzwischen konkretisiert und es sollen auch Dokumente mit dabei sein, höchster Geheimhaltungsstufe. Das Ganze ist natürlich schon ein bisschen verwunderlich beim Aufräumen, Ausräumen gefunden. Ob es also von den Anwälten, das wirkt ja ein bisschen komisch, das muss man ganz klar sagen, hat man dann dem Nationalarchiv überreicht. Die haben dann sozusagen die Justizbehörden eingeschaltet. Natürlich ein gefundenes Fressen für die Opposition, für die Republikaner, für Donald Trump, der jetzt glaubt, dass vielleicht auch in anderen Wohnsätzen von Joe Biden oder Offices da vielleicht noch etwas zu finden sein könnte an Dokumenten. Also die Schlammschlag sicherlich hat diesbezüglich begonnen und Joe Biden kommt dadurch ein bisschen unter Druck, aber vielleicht nicht ganz so richtig wie Donald Trump, weil die beiden Fälle kann man im Moment zumindest nicht vergleichen. Bei Donald Trump ging es ja darum, dass da hunderte Akten offensichtlich bei ihm in Ma'a Lago gelagert waren und dass er versucht hatte, dies, das ist zumindest der Vorwurf, diese auch zu manipulieren, um Ermittlungen zu behindern. Und davon kann man im Fall von Joe Biden zumindest überhaupt nicht sprechen. Er wird ein bisschen unter Druck kommen, das wird ihm nicht zu Pass kommen. Vor allen Dingen, weil er ja ganz offensichtlich plant, seine erneute Präsidentschaftskandidatur schon bald offiziell anzukünden. Michael, vielen Dank für deine Informationen live aus Mexico City und auch etwas zumindest inhaltlich aus Washington. Danke dir. Und wir gehen direkt weiter zur Börse. Das heißt, wir schauen nach Frankfurt, wieder zu Mick Knauf. Mick und die Börse, der DAX, der hat etwas geschafft, was wir herbeisehen. Er hat den Feierabend schon gemacht. Wie hat er sich denn heute geschlagen? Heute Mittag hast du von Durchschnaufen gesprochen. Ja, es war ein Durchschnaufen, Markus, muss man sagen. 0,3, 0,4 Prozent lagen wir über Tag im Minus. Dieses Minus hat der DAX aber fast wettgemacht. Handelsschluss 0,12 Prozent. 18 Punkte verlieren wir heute in Frankfurt. Das ist nun wirklich keine Dramatik dabei. 14.774, somit der Schlusskurs. Ja, die Nachrichtenlage ist ja auch noch relativ dünn jetzt in dieser zweiten Handelswoche. Vor allen Dingen schauen natürlich auf der anderen Seite die Anleger diese Woche auf Konjunkturdaten und dann schon auf den Freitag, Beginn der Quartalsberichtssaison in den Vereinigten Staaten, traditionell dann dementsprechend mit den Banken. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Augenmerk wert. Schauen wir dementsprechend mal nach Amerika. Auch der Dow Jones tritt mehr oder minder auf der Stelle. Ist positiv in den Handel reingestartet mit 0,2 Prozent. Aktuell, wenn wir hinschauen, ja 0,02 Prozent. Gerade mal sechs Punkte, die der Dow da dementsprechend noch hinlegt. Klar, in Amerika, wie gesagt, Quartalsberichtssaison auf der einen Seite. Und das große Thema Zinsen auf der anderen Seite. Wie geht es da weiter mit Jerome Powell und der Federal Reserve? Man hofft in diesem Jahr ja auf mildere Zinsschnitte. Nur 25 Basispunkte anstatt 75 Basispunkte. Mick, danke dir für die abschließende Übersicht nach Frankfurt. So, und wir machen an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, verabschieden uns. Unsere Kollegin Nele Würzbach übernimmt jetzt gleich hier um 18 Uhr die Nachrichten und blickt dann noch mal mit Ihnen gemeinsam nach Lützerath. Denn dort, der Ort soll morgen geräumt werden. Die Ruhe vor dem Sturm möglicherweise. Bleiben Sie dran, wir haben Feierabend. So ist es. Schönen Abend. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue, erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in der bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskosten, Erhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und allgemeinen und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für E-Autos ab diesem Jahr stufenweise ausläuft. Dann bitte. Dann bitte. Die Welt am Abend. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns. Schön, dass Sie da sind. Herr Lützerath ist aktuell in aller Munde. Seit zwei Jahren ist das Ganze ja eigentlich ein Geisterdorf. Doch jetzt schaut ganz Deutschland genau dorthin. Denn morgen soll es losgehen mit der Räumung. Der Grund ist natürlich der Abbau von Braunkohle, der dort nun stattfinden soll. Aber wir sehen es hier auf den Live-Bildern. Auch am Abend bei Regen sind die Klimaaktivisten noch immer vor Ort. Denn Sie wollen das Ganze verhindern. Dafür wurden unter anderem Barrikaden aufgebaut. Und Sie sind jetzt eben genau dort, um die Polizisten von Ihrer Arbeit abzuhalten. Morgen soll es eigentlich losgehen. Wie es heute aber schon in Lützerath zu ging, das wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Die Demonstranten drängen das Auto der Polizei zurück, bewerfen ausgerechnet die Beamten mit Steinen und Erde, die zur Kommunikation eingesetzt werden. Die Stimmung in Lützerath immer angespannter. Natürlich versucht man es, die Leute auch mit Kommunikation dazu bewegen, sich dann auch zu entfernen. Aber wir haben eben auch in den letzten Tagen gemerkt und wir hören auch Aufrufe aus dem Inland und aus dem europäischen Ausland, dass hier sicherlich sich auch Extremisten runter mischen werden. Der Verfassungsschutz warnt vor gewaltbereiten Linksextremisten. Immer wieder versuchen sie innerhalb friedlicher Proteste aufzutreten und so ihre eigenen Deutungen um politischen Ziele einzubringen. Seit Tagen versuchen die Demonstranten, die Polizei daran zu hindern, in den Weiler Lützerath vorzudringen. Wollen so den Braunkohleabbau stoppen. Mittlerweile sollen sich über 500 Demonstranten an der Besetzung beteiligen. Sie sind fest davon überzeugt, dass sie ihr Ziel erreichen. Wir glauben, dass wir das mehrere Wochen, sechs Wochen halten können. Wir glauben auch, dass wir das auch noch verhindern können. Also dass, wenn viele Menschen sagen, hey, das kann hier nicht sein, hier 2023 noch ein Dorf für Braunkohle abzubaggern, dass wir das noch verhindern können. Auch die Polizei geht von einem mehrwöchigen Einsatz aus. Tausende Beamte aus dem ganzen Bundesgebiet wurden herbeigezogen. Die Polizei hat die Aktivisten fest im Blick hier in Lützerath. Noch immer ist völlig unklar, wie sie sich zusammensetzen, wie gewaltbereit sie sind. Die allermeisten haben sich heute friedlich wegtragen lassen. Doch vor allem die Vermummten in den Häusern könnten demnächst ein echtes Problem für die Polizei werden. Mit der Entfernung von Barrikaden hat die Polizei erste Vorbereitungen getroffen. In den nächsten Tagen könnte es dann zum endgültigen Showdown kommen, wenn mit der eigentlichen Räumung begonnen wird. Und dann wird sich zeigen, ob die Polizeikräfte auf friedliche oder doch gewaltbereite Besetzer treffen werden. Sprechen möchte ich darüber mit meinem Kollegen Christian Beilfuß für uns bereits in Lützerath. Christian, sag mir, wie sieht es denn aktuell aus? Ist die Situation immer angesparter, desto näher man dem Moment kommt, wo die Räumung tatsächlich losgehen könnte? Ja, das würden wir eigentlich denken hier vor Ort. Aber so ist es tatsächlich nicht wirklich. Es gibt im Moment eigentlich eher so Aktivitäten, die Nacht irgendwie zu sichern. Also die einen, die in ihrem Dorf sind, hinter uns oder besonders von euch aus gesehen vor uns, um dort das zu befestigen. Sie haben dort kleinere Barrikaden errichtet, aber nichts, was jetzt schon wirklich auf größere Aktivitäten hinweist. Die Polizei dagegen ist hinter uns auf diese Freifläche gefahren. Wir sehen hier Polizisten und Demonstranten gemischt mit Liedern und Sprechgesängen, die wir gerade hören. Versuchen die, sich hier jetzt weiter wach zu halten und auch sich Mut zu machen. Dahinter befindet sich ein großer, großer Parkplatz, eine Freifläche. Dort sind eine ganze Menge Polizeifahrzeuge aufgelaufen. Die sind, das haben wir in der Schalte vorhin schon mal gezeigt, von dort drüben gekommen und scheinen da doch jetzt Position zu nehmen, um, so denken wir jedenfalls, für morgen entsprechende Vorbereitungen getroffen zu haben. Wir sehen es jetzt auch bei dir. Das Wetter ist mehr als ungemütlich. Spielt das gerade der Polizei etwas in die Karten oder halten die Aktivisten trotzdem wirklich alle wacker durch? Dieses Wetter ist, glaube ich, für beide Seiten keine gute Sache. Die Demonstranten harren aus, haben sich, das haben wir gerade ja schon gesehen, so Aluminiumpapierumhänge gebastelt und verweilen dort drunter und trotzen dem Regen und auch dem kalten Wind. Und die Polizei hat das gleiche Schicksal, eben nur genau mit der Blickrichtung gegenüber. Für die ist es auch überhaupt gar kein Spaß, hier so zu stehen. Also beide Seiten halten durch und beide Seiten halten im Moment auch noch die Friedfertigkeit durch. Und wir glauben auch, dass das für den Moment noch so bleiben wird. Christian, auch ihr werdet weiter durchhalten in dem Regen und das Ganze für uns beobachten. Danke dir. Nach der Festnahme eines geflohenen Mörders aus dem Amtsgericht Regensburg hat die Polizei nun nähere Details zu seiner Flucht bekannt gegeben. Der Mann war bis nach Frankreich geflüchtet und wurde gestern Abend nördlich von Straßburg festgenommen. Vergangenen Donnerstag war er durch das unvergitterte Fenster eines Besprechungsraumes im Amtsgericht Regensburg entkommen. Trotz zwei zu seiner Bewachung abgestellten Polizeibeamten konnte der Algerier flüchten und lief laut Zeugen mit extremer Geschwindigkeit davon. Er trug weder Hand noch Fußfesseln. Der 40-Jährige hatte 2011 mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin umgebracht. 2013 wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Außenministerin Annalena Baerbock hat die ostukrainische Stadt Charkiv besucht. Im langen umkämpften Charkiv nahe der russischen Grenze machte sich Baerbock ein Bild von der Lage der Menschen. Dabei sprach die grünen Politikerin von einem Sinnbild für den absoluten Irrsinn des russischen Anguskrieges. Baerbocks Besuch war aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehalten worden. Charkiv liegt fast täglich unter russischem Beschuss. Sie besuchte unter anderem ein zerstörtes Umspannwerk und ein Kinderkrankenhaus. Zurück hier nach Deutschland. Nach den Silvesterkrawallen sollen die Randalierer schnell zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür sprach sich heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Neujahresempfang im Schloss Bellevue aus. Er wünsche sich eine rasche und konsequente Strafverfolgung der Täter. Polizisten und Feuerwehrleute seien keine Prügelknaben für Frustritte. In der Silvesternacht kam es vor allem hier in Berlin zu massiven Ausschreitungen. Einsatzkräfte wurden von überwiegend jungen Männern mit Feuerwerkskörpern und Schreckschusspistolen angegriffen, unter anderem im Berliner Bezirk Neukölln. Laut einem Bericht wurden insgesamt 47 Polizisten verletzt. Eine gescheiterte Weltraummission, die Kosten des Klimawandels und weitere wichtige Themen des Tages haben wir nun in 80 Sekunden um die Welt für Sie zusammengefasst. Bundeskanzler Scholz hat zum Mobilitätsgipfel eingeladen. Es soll dabei vor allem um die Verkehrswende und den Klimaschutz gehen. Umweltverbände wie Greenpeace hatten das Treffen bereits im Vorfeld kritisiert. Es gehe in derartigen Gesprächen seit Jahren nur um Autos. Bei Protesten in der peruanischen Stadt Juliaca sind mindestens 17 Menschen gestorben. Die Demonstranten sollen versucht haben, den dortigen Flughafen zu besetzen. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen gehen auf die Verhaftung des Präsidenten Castillo im Dezember zurück. Naturkatastrophen haben im letzten Jahr für Schäden in Höhe von über 250 Milliarden Euro gesorgt, so die Münchner Rückversicherungsgesellschaft. Davon geht ein Drittel auf den Hurricane Ian zurück, der im September über die USA gezogen war. In Europa sorgten vor allem extreme Hitze und Dürre für Probleme. Es hätten die ersten Weltraumsatelliten sein können, die von Europa aus gestartet wären. Doch Großbritanniens Versuch, das Cosmic Girl in die Umlaufbahn zu schicken, ist gescheitert. Wegen einer Anomalie musste das Projekt gerade einmal zwei Stunden nach dem Start der Rakete abgebrochen werden. Und wir kommen zu unserer guten Nachricht des Tages und die ist ausnahmsweise mal in eigener Sache. Das Jahr 2022 war für unsere Nachrichtensender Welt das stärkste Jahr der Sendergeschichte. Wie zuvor war unsere Einschaltquote so hoch. Wir bei Welt freuen uns über den großen Zuspruch und danken Ihnen, unserem Publikum, für so viel Vertrauen. Und hier geht es jetzt weiter mit der Börse am Abend und meinem Kollegen Dietmar Deffner mit den Einschätzungen zum heutigen Börsengeschehen. Danach sehen wir uns hier wieder mit den aktuellsten Nachrichten und dem Blick nach Lützerath. Bleiben Sie also dran. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbarriktierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen. Und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um diese Westerkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue, erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung. Das sind alles Einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in der bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsreden. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskosten, Erhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und allgemeinen und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für E-Autos ab diesem Jahr stufenweise ausläuft. Damit wird die künftige Anschaffung deutlich teurer. Wie trotzdem eine Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte heute Bundeskanzler Scholz beraten. Und lädt Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu einem Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Dabei werde sich zu sehr aufs Auto konzentriert. Kritisiert unter anderem das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. Ja, Mobilität ist eben mehr als Automobilität. Und beim Kanzler sind vorwiegend Vertreter und Vertreterinnen der Automobilwirtschaft und die Zulieferer. Und das ist ein völlig veralteter Mobilitätsbegriff. So kann man die Verkehrswende nicht gestalten, wenn man jeden Verkehrsträger isoliert betrachtet. Hier im Autohaus hofft man trotzdem auf Lösungen. Damit der Verkauf der E-Autos bei Wolf-Warnke auch in diesem Jahr so erfolgreich weitergeht wie in den vorigen. In einem privaten Büro von US-Büro. Herzlich willkommen zur Börse am Abend. Die Preise für den Bau neuer Wohnhäuser steigen wieder stärker. Der Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude verteuerte sich im vergangenen November um 16,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das teilte das Statistische Bundesamt zu seiner vierteljährlichen Statistik mit. Allein von August auf November erhöhten sich die Baupreise um 2,5 Prozent. Die enorme Kostensteigerung droht dazu zu führen, dass viele Häusle, Bauer und Investoren Abstand von geplanten Projekten nehmen. Zumal nicht nur für Materialien mehr bezahlt werden muss, sondern auch die Zinsen zuletzt merklich gestiegen sind. Die Bau- und Immobilienbranche war deshalb vor einem Kollaps im deutschen Wohnungsbau. Und jetzt der Blick zum Miknauf an die Börse Frankfurt. Der DAX hat gestern ja auch wieder einen starken Tag gehabt, eine starke Vorwoche. Wer hat er sich heute geschlagen? Ja, heute muss man sagen, haben wir mal Gewinnmitnahmen gesehen. Dietmar heute Mittag sah es noch ein bisschen schlimmer aus. 0,4 Prozent lag der DAX da im Minus. Jetzt zu Handelsschluss nur noch 0,12 Prozent. Gerade mal 18 Pünktchen, die wir da abgeben auf 14.774. Aber wir müssen sagen, seit Anbeginn des Jahres hat der DAX starke 6,5 Prozent gemacht. Schauen wir ganz kurz mal in die USA auf den Dow Jones. Ja, der bewegt sich langsam, aber sicher gerade in den grünen Bereich hinein. Aber auch nicht exorbitant liegt vielleicht auch daran, die Nachrichtenlage ist aktuell noch äußerst, äußerst dünn. Und im DAX heute der größte Gewinner, Bayer. Mit Abstand kann man sagen, woran lag es? Ja, muss man fairerweise sagen, hebt sich hervor die Bayer-Aktie heute. Ja, man hat neue Medikamente. Man muss halt eben klar für die wegbrechenden Erlöse von Xarelto und Elea neue Wachstumstreiber schaffen. Und die hat man geschaffen mit vier neuen Wettbewerbstreibern. Und die sollen in den nächsten Jahren an die 12 Milliarden Euro erlösen. Das gibt natürlich heute klar der Bayer-Aktie Kraft. Ansonsten oben noch gefragt bei den Gewinnern eine Fresenius Medical Care, eine Porsche Sartorius und die deutsche Börse AG. Allerdings weitgehend nachrichtenlos im unteren Bereich unter den Topfverlierern heute. Eine Heidelberger Zement, eine Covestro mit dabei, aber auch eine Zalando. Liegt allerdings nicht an ihr selber, sondern an About You. Und die haben zuerst mal ihren Jahresausblick zusammengestrichen. About You übrigens gerade mit 17 Prozent im Minus. Darunter leidet letztlich natürlich auch Zalando. Dankeschön, Mick Nauf. Im Kanzleramt tagt derzeit der Autogipfel. Neben mehreren Minister nehmen daran auch Vertreter von Wirtschaft, Arbeitnehmern, Wissenschaft, Ländern und Kommunen teil. Anlässlich des Spitzentreffens gab es im Vorfeld Kritik am Tempo der Umstellung auf Elektroautos. Wir sind in allen wesentlichen Zielgrößen, die sich die Bundesregierung selber gesetzt hat. Deutlich im Verzug, sagte zum Beispiel IG Metall-Chef Jörg Hofmann. In den Punkten, die für eine gelingende Mobilitätswende wesentlich seien, liege man weit hinter der nötigen Ausbaugeschwindigkeit. Kritik an der Politik kommt auch vom Autorexperten Dudenhöfer. Wir gehen davon aus, dass die Ladeinfrastruktur nicht weiter ausgebaut wird. Denn das, was die Ampel gemacht hat, ist, den Rückgang der Elektromobilität einzuleiten. Die Plug-in-Hybride werden überhaupt nicht mehr gefördert. Die Verbrenner werden wieder attraktiver. Und bei den reinen Elektroautos werden die Subventionen deutlich zurückgefahren. Bei den hohen Strompreisen, die wir haben, fast 100% teurer als vor einem Jahr, bei den teuren Batterien, die wir haben und bei den teuren Autos im Elektrobereich, die wir haben, werden sich die Konsumenten umorientieren. Übrigens das Gegenteil wird in Amerika gemacht und in China gemacht. Dort erhöht man jetzt gerade die Subvention, weil man es zum Laufen bringen will. Und wenn keine Autos verkauft werden, welcher Infrastrukturanbieter sollte denn dann Ladesäugen aufstellen für Autos, die es nicht gibt. Und wie die Hersteller in Sachen E-Mobilität aufgestellt sind, dazu begrüße ich den Autoanalysten Jürgen Pieper. Herr Pieper, VW war lange Vorreiter bei der Elektromobilität in Deutschland. Wird das auch unter dem neuen Chef Oliver Blume so bleiben? Ja, zum einen werden wir das sehen. Herr Blume hat ja bisher als Chef von VW noch nicht allzu viel gesagt. Ich glaube, die großen Antrittspräsentationen, die stehen noch aus. Und da wird er seine Strategie ausführlicher darlegen. Aber ich denke, bei Porsche hat man ja gesehen, Porsche war sogar der Vorreiter bei E-Mobilität. Und die Probleme, die wir letztes Jahr gesehen haben, das waren ganz überwiegend Softwareprobleme beim VW-Konzern. Das wird zwar nicht schnell gelöst, aber es wird zumindest jetzt angegangen. Also ich denke, man lässt da den Fuß eher auf dem Gaspedal und wird vielleicht auch in diesem Jahr endlich mal die Produkte rausbringen. Das erwarte ich jedenfalls, wie den ID.Bus, der ja seinen Siegeszug dann auf dem Markt vermutlich antreten wird, die dann auch wesentlich spannender sein werden als das, was man bisher gesehen hat. Denn VW hat auch darunter gelitten, dass die ersten Projekte, die ersten Prototypen und auch die ersten Dinge, die auf dem Markt waren, der ID.3 und der ID.4, halt vom Kunden als nicht so besonders interessant angesehen worden sind. Aber ich glaube, das wird sich eher ändern. Zwar nicht innerhalb von drei, vier, fünf Wochen, sondern vielleicht innerhalb von ein paar Quartalen. Aber ich glaube, der Anfang ist zumindest mal, was die Person Blume betrifft und was seine Pläne betrifft, ist gemacht. Kurz zu den Aussichten für die VW-Aktie. Wie sehen Sie die? Ja, die ist dazu noch extrem billig. Also wir haben ja, wir treten ja im Prinzip jetzt seit, wenn ich das richtig sehe, anderthalb Jahren auf der Stelle. Auch das Porsche IPO, was ja eigentlich hätte was bringen sollen, hat für den VW-Kurs kaum wahrnehmbar was bewirkt. Vielleicht mal für ein paar Tage, aber nicht länger. VW ist, glaube ich, der fast einer der billigsten großen Industriewerte in Europa überhaupt. Und wenn es überhaupt noch ein paar Zeichen dafür gibt, dass wir dieses Jahr gut über die Runden kommen, in dieser kurzen, rezessiven Phase, und dann, dass es dann ab spätestens nächstem Jahr wieder deutlich aufwärts geht, dann wird VW einfach ein sehr starker Performer sein müssen. Die VW-Tochter Porsche haben Sie eben auch schon kurz angesprochen. Mit dem E-Modell Taycan hat man ja Zeichen gesetzt. Wie ist man da insgesamt im Bereich E-Mobilität aufgestellt? Ja, der Taycan war einer der Ersten und hat auch zunächst mal zwei ziemlich erfolgreiche Jahre gehabt. Jetzt 2022 ist er wohl ein bisschen auf der Stelle getreten. Nach neun Monaten waren die Absatzzahlen sogar etwas überraschenderweise rückläufig. Das liegt, glaube ich, in allererster Linie an dem chinesischen Markt, wo man beim Taycan auch bisher Probleme hat, die Preise hochzuhalten, weil Tesla dort sehr aggressiv auf die Preise drückt. Ich denke, für Porsche war 2022, das ist wahrscheinlich auch die erste Jahreshälfte, 2023 kein so tolles E-Mobilitätsjahr. Das kommt dann erst mit Verspätung, weil sich auch die Produkte wegen der angesprochenen Software-Problematik bei Volkswagen etwas verzögern. Ich glaube, Porsche E-Mobilität ist 2023, das passt in dem Sinne nicht zusammen, dass es also nicht die E-Mobilitätsaktie des Jahres sein wird. Aber die Aktie ist kräftig angestiegen seit dem IPO. Ist da noch viel Luft nach oben? Ja, die Aktie an sich, also alles oder vieles andere, fast alles andere bei Porsche, sieht sehr gut aus. Ich denke, sie werden auch ihre Erwartungen eher übertreffen als das Gegenteil. Die klassischen Produkte bei Porsche laufen größtenteils sehr gut. Der 911er ist noch sehr jung. Das ist das größte Zugpferd nach wie vor des Konzerns, des Porsche-Konzerns. Und ich denke, das ist allemal Grund genug, die Auftragsbücher sind voll, Grund genug, dass es auch 2023 aufwärts gehen wird, aber eben nicht stürmisch und auch nicht unbedingt, was den Taycan betrifft. Wir müssen noch ein bisschen Gas geben. Wie sieht es bei Mercedes aus im E-Mobilitäts-Check und was heißt das für die Aktie? Ja, ich fand, Mercedes hat ein sehr, sehr starkes E-Jahr gehabt. Letzten Jahres mit dem EQS und dem EQE, zwei großen neuen Produkten. Da wird, glaube ich, nicht ganz so viel kommen dieses Jahr. Was man jetzt in Las Vegas vorgestellt hat, ist eher ein Zukunftsprojekt. Also Mercedes läuft auf diesem Gleis weiter, ohne dass es jetzt die spektakulären Neuigkeiten gibt. Und BMW tanzt ja auf vielen alternativen Antriebshochzeiten, könnte man sagen. Setzt auch wieder auf die Brennstoffzelle. Verzettelt man sich da? Im Moment sieht es noch so aus, als wenn man sich verzettelt, weil auch die Ergebnisse nicht ganz so stark aussehen wie bei Mercedes oder wie bei Porsche. Man macht eben sehr viel gleichzeitig absolut und die Ergebnisse wird man dann auch erst so ab 24 und eher sogar 25 sehen. Das heißt, es wird eher noch, wenn man die Zahlen nimmt, wird das eher noch wahrscheinlich eine Verhaltenentwicklung geben. Deswegen ist BMW wahrscheinlich die Entdeckung dann für, ja spätestens für 25, aber das ist halt noch ein bisschen hin. Das sagt Jürgen Pieper. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Und dann noch der Hinweis auf die neue Ausgabe unseres Podcasts Deffner & Schäpitz. Wir sprechen diesmal zum Beginn des Jahres darüber, wie Sie sich aufmachen können Richtung finanzielle Freiheit, wie man das einfach mit ETF-Sparplänen anpacken kann. Das erklären wir Schritt für Schritt. Hören Sie also rein überall, wo es Podcasts gibt. Es lohnt sich. Und hier im TV geht es weiter mit den neuen Nachrichten. Tschüss. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbaggierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um die Silvesterkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue, erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen Sinn, nicht aber bei kleinen, beweglichen Gruppen. Unterdessen konkretisiert Bundesinnenministerin Faeser ihre angekündigte Verschärfung des Waffenrechts. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nur noch mit Waffenschein zu haben sein. Gleichzeitig wird Faeser bei der Benennung der Silvester-Straftäter überraschend deutlich. Wir haben in Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Mehr Bildungs- und Integrationsprogramme, genau die hatte Berlins regierende Bürgermeisterin, ebenfalls SPD, gerade erst angekündigt. Und Franziska Giffey passt die Debatte um den Migrationshintergrund offenbar so gar nicht. Wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund hier in Berlin. Ja, will ich denen allen sagen, dein Vorname ist aber falsch, jetzt bist du quasi in der bösen Schublade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Programm, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das funktioniert nicht. Der Konflikt kommt für die SPD zur Unzeit, genau zum Wahlkampfauftakt für die Berliner Senatswahlen. Auch Kanzler Scholz hatte sich für seinen Unterstützerauftritt am Abend wohl eine bessere Stimmung gewünscht. Bis zum Jahre 2030 soll die Mobilitätswende geschafft werden, auch um den Klimawandel zu stoppen. Ein wesentlicher Bestandteil weg vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. So sollen dann bis zu 15 Millionen elektrische Fahrzeuge unterwegs sein. Bisher gibt es gerade mal knapp über eine Million. Das Hauptproblem der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt einfach nicht voran. Von der Politik kommen hauptsächlich Sonntagsregen. Bei einem Autogipfel heute im Kanzleramt sollen nun die Positionen zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden. Doch Bahn- und Fahrradverbände, die sind nicht einmal eingeladen worden. Autohändler Wolf Warnke ist Fan der Elektromobilität. Und die Begeisterung scheint sich auch auf seine Kunden hier im Nordosten von Bremen zu übertragen. Die Hälfte aller Autos, die er verkauft, sind elektrisch angetrieben. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die allgemeine Konjunkturkrise und die Energiekrise, Heizungskosten, Erhöhungen, das führt nicht dazu, dass die Nachfrage nach Autos und allgemeinen und Elektroautos steigt. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung für E-Autos ab diesem Jahr stufenweise ausläuft. Damit wird die künftige Anschaffung deutlich teurer. Wie trotzdem eine Verkehrswende gelingen soll, darüber möchte heute Bundeskanzler Scholz beraten. Und lädt Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu einem Mobilitätsgipfel ins Kanzleramt. Dabei werde sich... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist 18.30 Uhr. Hallo und herzlich willkommen hier bei Die Welt am Abend. Wirklich bei Wind und Wetter sitzen die Aktivisten aktuell noch immer in Lütze. Und blockieren dort die Wege für die Polizei. Wir sehen hier die Live-Bilder. Es regnet in Strömen und trotzdem wollen sie verhindern, dass ab morgen Lütze-Rat geräumt wird, damit dann dort Braunkohle abgebaut werden kann. Heute haben wir schon einige Szenen gesehen. Immer wieder war die Stimmung ziemlich angespannt. Und wie es jetzt aktuell aussieht, das möchte ich wissen von meinem Kollegen, mir zugeschaltet. Von vor Ort Christian Beilfuß für uns also dort. Christian, sag mir, was erlebst du jetzt am Abend in Lütze-Rat? Ja, es ist eine ziemliche Ruhe eingekehrt. Hier konntet ihr, glaube ich, gerade sehen in den Live-Bildern. Hinter uns wird hier Frisbee gespielt. Das ist so eine Mischung aus sich warmhalten und eigentlich auch gerade nicht so wahnsinnig viel zu tun zu haben. Weil die Polizei gerade so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt ist. Die fahren Fahrzeuge hinten auf eine Freifläche direkt hinter uns. Das dürfte eine Positionierung für morgen dann wohl sein. Gleichzeitig gab es hier relativ entspannte Gespräche gerade zwischen der Polizei und den Demonstranten, die hier um uns herumstehen. Die Polizei wies darauf hin, dass diese Straße, auf der auch wir jetzt gerade noch stehen, in Kürze frei sein muss, weil die Polizei hier eben mit Fahrzeugen ran will. Weil von dort aus, wenn man dort dann um die Ecke fährt, befindet sich das Dorf, das eben von den Demonstranten besetzt bzw. auch bewohnt ist im Moment. Ja, das ist die Situation hier gerade. Also keine große Anspannung, aber sicherlich Befürchtungen schon noch auf beiden Seiten, was denn da vielleicht morgen dann so kommen mag. Gerade nicht sonderlich viel zu tun haben, sagst du. Das Ganze kann ja jetzt tatsächlich Wochen so weitergehen. Das hören wir sowohl von den Aktivisten als auch von der Polizei. Wie hat man sich denn dort tatsächlich eingerichtet, wenn man das so sagen kann, um so eine lange Zeit vor allem bei den Temperaturen und bei den Bedingungen dort zu überstehen? Ja. Ja, also die Aktivisten hier haben diese alten Gebäude zum Teil in Beschlag genommen, die hier ja leer stehen in Lützerath. Drumherum sind jetzt Lagerfeuer errichtet worden. Es gibt Verpflegung, die dort zubereitet wird. Es gibt ein Zeltlager ein Stück weiter hinten im Lager. Das ist aber alles sehr ruhig und sehr friedlich heute auch den ganzen Tag über. Und ich kann mir das nicht so recht vorstellen, dass das eine Angelegenheit von Wochen hier wird, weil die Anzahl der Polizisten, der Kräfte der Polizei, die hier ist im Vergleich zur zumindest sichtbaren Anzahl der Demonstranten, ist doch für meinen Geschmack recht eindeutig auf Seiten der Polizei stärker ausgebildet. Und ich weiß auch nicht, wenn die Polizei wirklich ernst macht, inwieweit dann der Widerstand der Demonstranten hier funktionieren kann. Wir hoffen aber das Beste für beide Seiten, ehrlich gesagt. Wenn man hier ist, hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich keiner der Beteiligten richtigen Krawall haben möchte. Es mag sein, dass irgendwo noch Kräfte am Werk sind, die wir nicht gesehen, nicht wahrgenommen haben. Aber im Moment habe ich den Eindruck, möchte eigentlich niemand, dass es hier extrem eskaliert. Aber die Botschaft, die wollen die Demonstranten auf jeden Fall rüberbringen und das gelingt ihnen bisher sicherlich auch. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn es so friedlich bleibt. Christian, vielen Dank für den Moment, für diese Einblicke. Und damit wollen wir auch noch einmal auf diesen Tag blicken. Denn morgen könnte oder soll es ja losgehen. Heute sind trotzdem die Aktivisten schon auf die Polizisten getroffen. Wie das Ganze dann aussah, wir zeigen es Ihnen noch einmal. Die Demonstranten drängen das Auto der Polizei zurück, bewerfen ausgerechnet die Beamten mit Steinen und Erde, die zur Kommunikation eingesetzt werden. Die Stimmung in Lüzerath immer angespannter. Natürlich versucht man es, die Leute auch mit Kommunikation dazu bewegen, sich dann auch zu entfernen. Aber wir haben eben auch in den letzten Tagen gemerkt und wir hören auch Aufrufe aus dem Inland und aus dem europäischen Ausland, dass hier sicherlich sich auch Extremisten runter mischen werden. Der Verfassungsschutz warnen vor gewaltbereiten Linksextremisten. Immer wieder versuchen sie innerhalb friedlicher Proteste aufzutreten und so ihre eigenen Deutungen um politischen Ziele einzubringen. Seit Tagen versuchen die Demonstranten, die Polizei daran zu hindern, in den Weiler Lüzerath vorzudringen. Wollen so den Braunkohleabbau stoppen. Mittlerweile sollen sich über 500 Demonstranten an der Besetzung beteiligen. Sie sind fest davon überzeugt, dass sie ihr Ziel erreichen. Wir glauben, dass wir das mehrere Wochen, sechs Wochen halten können. Wir glauben auch, dass wir das auch noch verhindern können. Also dass, wenn viele Menschen sagen, hey, das kann hier nicht sein, hier 2023 noch ein Dorf für Braunkohle abzubaggern, dass wir das noch verhindern können. Auch die Polizei geht von einem mehrwöchigen Einsatz aus. Tausende Beamte aus dem ganzen Bundesgebiet wurden herbeigezogen. Die Polizei hat die Aktivisten fest im Blick hier in Lützerath. Noch immer ist völlig unklar, wie sie sich zusammensetzen, wie gewaltbereit sie sind. Die allermeisten haben sich heute friedlich wegtragen lassen. Doch vor allem die Vermummten in den Häusern könnten demnächst ein echtes Problem für die Polizei werden. Mit der Entfernung von Barrikaden hat die Polizei erste Vorbereitungen getroffen. In den nächsten Tagen könnte es dann zum endgültigen Showdown kommen, wenn mit der eigentlichen Räumung begonnen wird. Und dann wird sich zeigen, ob die Polizeikräfte auf friedliche oder doch gewaltbereite Besetzer treffen werden. Wir betonen es immer wieder, aktuell sieht es alles friedlich aus in Lützerath. Das berichtet auch mein Kollege Christian Beilfuß, der für uns vor Ort ist. Und die Frage ist natürlich auch, welche Rolle spielt die Politik aktuell? Wir haben es gesehen, Fridays for Future hat noch einmal versucht, mit der Politik zu sprechen. Janine Wissler von den Linken ist sogar vor Ort. Gibt es da noch einmal wirklich Gespräche, Christian, oder beobachtet man das Ganze tatsächlich jetzt gerade erst mal? ...hoffen werden. Dazu ist auch keine große Politik hier anwesend. Du hast gerade aufgezählt, was passiert ist im Umfeld. Und Janine Wissler war heute hier, aber alle anderen Parteien haben sich jetzt hier direkt hier heute nicht bemerkbar gemacht. Also da glaube ich nicht, dass da noch politische Verhandlungen hier vor Ort stattfinden werden. Dass im Hintergrund noch agiert wird, kann ich mir auch nur begrenzt vorstellen. Die Rechtslage ist eindeutig. Das zweifelt auch niemand an. Auch die Demonstranten zweifeln ja nicht an, dass RWE einen gültigen Rechtsspruch hat hier für die Räumung hier in Lützerath. Es geht da ja mehr um eine moralische Argumentation, um eine zukunftsgerichtete Argumentation der Demonstranten, die sagen, wir wissen, dass der Klimawandel stattfindet und wir wissen, dass der CO2-Ausstoß nicht gut ist, dass er auf Dauer extrem schädlich ist. Daran zweifelt ja auch RWE nicht. RWE ist ja auch ein Unternehmen, das durchaus anerkannt hat, dass es sich verändern muss, dass Kohle nicht die Zukunft der Energieversorgung ist. Dementsprechend haben sie ja auch diesen Kohlekompromiss gemacht. Dann kann man diskutieren, ist das jetzt irgendwie auch finanziell begründet, was auch immer. Ihr kennt diese Diskussion alle. Aber es werden keine politischen Diskussionen hier mehr geführt im Sinne von, wir verhandeln noch. Die Positionen sind ganz klar und es gibt nur das eine oder das andere. Klare Position auch von Janine Wissler. Wir haben es gerade gesagt, die selbst vor Ort war. Wir wollen uns noch einmal anhören, was genau sie zu Lützerath und den Aktionen dort zu sagen hatte. Ja, ich bin hier, um die Solidarität zu zeigen mit den Menschen, die sich hier für Klimaschutz engagieren. Hier kämpfen Menschen für die Demokratie, dafür, dass es wichtiger ist, einen lebenswerten Planeten zu haben, als die Profitinteressen von RWE durchzusetzen. Ich finde es ein Wahnsinn, dass im Jahr 2023 noch ein Dorf abgebaggert wird, um die Braunkohle darunter zu gewinnen. Dass hier sogar Windräder weichen müssen, um Kohle abzubaggern. Und deswegen bin ich hier und halte das für sehr, sehr notwendig, dass wir deutlich machen, wenn man die Klimaziele einhalten will, dann darf man nicht immer noch weiter auf Kohle setzen. Das Minister, also Unterstützung für die Aktivisten, auf die möchte ich noch einmal mit dir blicken. Christian, jetzt bricht der Abend ein, die Nacht dann auch. Bleibt es dabei, dass es ruhig ist? Merkt man, dass aber doch noch Aktionen für die nächsten Tage geplant sind? Wie unruhig ist es denn trotzdem noch in den Lagern? Also der Kameramann Robert Sanders und ich sind gerade eben mal so ein bisschen noch durch die Gebäude und die Zeltecke da hinten gelaufen und haben geguckt, was da so stattfindet. Ja, es wird, ich nenne es mal trainiert, nichts, was jetzt auf Gewalt hindeutet, aber eben auf Blockade hindeutet. Wir haben vorhin häufiger gezeigt, diese Demonstranten, die sich auf diese drei Beine aufseilen und sich dort festbinden. Wir haben das gerade gesehen, dass auch das wohl eine weitere Taktik für morgen, heute Abend wohl nicht mehr, aber für morgen sein wird. Ja, aufgegeben wurde hier noch nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass in irgendeiner Form eine aggressive Stimmung uns dort entgegengeschlagen wäre. Ganz im Gegenteil, es ist auch ein sehr freundlicher Umgang auch mit uns als Medienvertretern. Das ist ja auch nicht zwangsläufig immer so in solchen Momenten. Und so gesehen, ja, ich glaube, der Wille zum Widerstand ist ungebrochen. Wie weit der Widerstand die Demonstranten trägt, werden wir abwarten. Und die Polizei wird darauf vorbereitet sein. Und bisher ist sie nach unseren Eindrücken auch ganz gut vorbereitet. Es hält sich ja alles immer noch ganz gut in der Waage. Christian, Dankeschön für diese Eindrücke und Einschätzungen direkt vor Ort. Danke. Sprechen möchte ich darüber mit Weltherausgeber und Autor Stefan Aust. Wie siehst du das, was gerade in Lützerath passiert? Ist das ein Verständnis von dir dafür, dass die jungen Menschen dort vor allem jetzt für dieses 1,5 Grad zielend einstehen, wie sie selber sagen? Oder hast du kein Verständnis dafür, dass sie dort noch einmal versuchen, das Ganze zu blockieren? Ach, ich habe natürlich Verständnis dafür, wenn junge Leute auf die Straße gehen und versuchen, irgendetwas durchzusetzen. Ob das nun tatsächlich auf irgendeine Weise zum Klimawandel stoppen beiträgt, da habe ich erhebliche Zweifel. Es ist natürlich eine Aktion, mit der sie noch einmal deutlich machen wollen, dass sie gegen das Verbrennen von fossilen Brennstoffen sind, dass sie dagegen sind, diese fossilen Brennstoffe aus dem Boden rauszuholen. Aber welche Alternativen es dafür im Endeffekt gibt, das wissen sie auch nicht. Das Neue an dieser ganzen Aktion ist natürlich, dass es in einer Zeit stattfindet, in der eben diejenigen, die eigentlich diese Proteste mal erfunden haben und über Jahre durchgezogen haben, dass die jetzt plötzlich in der Regierung sitzen und dafür verantwortlich sind, dass die Bevölkerung mit Energie ausgestattet wird. Und wenn man glaubt und annimmt, dass man nur mit Wind, der vom Himmel kommt und Sonne, die vom Himmel fällt, den Energiebedarf eines Industrielandes decken kann, dann hat man sich schwerstens getäuscht. Und auch die ganzen Überlegungen, ja, Wasserstoff, was ja in Zukunft auch alles kommen soll. Wir haben ja Seen und Flüsse, die sind voll von Wasser, aber das Wasser ist die Asche vom Wasserstoff. Man braucht, glaube ich, so ungefähr viermal so viel Energie, um den Wasserstoff daraus zu holen. Es führt im Augenblick realistischerweise kein einziger Weg an fossilen Brennstoffen vorbei, vor allen Dingen dann, wenn man die Atomkraft sowieso abschalten will. Du hast es gerade ja schon angesprochen, also dieser Drahtseilakt, den die Grünen jetzt hinlegen müssen. Denn auf der einen Seite ist natürlich das 1,5 Grad Ziel generell der Klimaschutz ihr größtes Thema. Trotzdem müssen sie Realpolitik jetzt also bewältigen und dafür sorgen, dass wir eben Energie haben. Wie kann das Ganze funktionieren? Wie können sie ihre Wähler abholen, vor allem die jungen Aktivisten abholen und trotzdem noch immer als Partei überleben, vor allem als Partei, die in der Bundesregierung Verantwortung für uns alle hat? Naja, wenn sie das versuchen, ist es eine Art von politischer Schizophrenie, dass sie das eine predigen und das andere gleichzeitig auch predigen, was damit nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Eine Regierung hat als allererstes mal die Funktion, die Wirtschaft, das Leben der Bevölkerung, die sozialen Ruhen, alles Mögliche aufrechtzuerhalten, die Ruhe aufrechtzuerhalten und nicht irgendwelchen Wunschträumen hinterherzulaufen. Aber im Augenblick sieht es ja so aus, als wenn die Grünen sich bewegen, aber nur also diejenigen, die an der Regierung sind, aber natürlich sehr langsam bewegen, aber ihre Wähler machen das offenbar ja auch mit, sowohl die einen wie auch die anderen. Die Lage ist außerordentlich kompliziert, aber es ist eben eine unerfreuliche Begegnung mit der Realität, die die Grünen, die in der Regierung sitzen und zwar ja nicht nur in der Bundesregierung, sondern in fast allen anderen Landesregierungen ja auch, dass sie das irgendwie akzeptieren müssen. Das wirkliche Problem ist, dass man den Leuten natürlich so viele Jahre gesagt hat, dass CO2 allein dafür verantwortlich ist, dass die Temperaturen hochgehen und andere Faktoren gar keine Rolle spielen. Und dass man jetzt glaubt, dass man sozusagen die Brücke überspringen kann, eben sagt, wir bauen jetzt keine fossilen Brennstoffe mehr ab, wir verbrennen auch keine mehr und dadurch produzieren wir kein CO2 mehr. Man kann auch CO2 abschalten. Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, aber das, soweit sind die alle im Denken noch nicht gekommen. Das wirkliche Problem ist, sie haben mit der Realität ein gewisses Problem. Wir wollen einmal auf einen O-Ton belegen, auf die Worte von Stefan Pusch, dem Landrat Heinsberg, denn auch er hat sich heute noch einmal an die Menschen gewendet, in der Hoffnung, dass das Ganze tatsächlich friedlich ablaufen kann, um zu deeskalieren. Das wollen wir uns noch einmal zusammen anhören. Mit Lützerath, mit dem Kampf gegen den Tagebau, das Ziel, das große Ziel ist aus meiner Sicht erreicht. Was jetzt auch in der Grundpolitik gemacht worden ist, die Aufmerksamkeit, die man insgesamt für das Thema Klimaschutz erreichen wollte, ist auch erreicht. Die Medienaufmerksamkeit ist da, so viel Medienaufmerksamkeit haben zurzeit nicht viele Themen in Deutschland. Damit ist eigentlich aus meiner Sicht das Ziel erreicht. Man braucht jetzt nicht noch für einen Kampf, der aus meiner Sicht rechtlich außerhalb des Gesetzes ist, der durch unabhängige Gerichte als rechtswidrig eingestuft worden ist, auch noch Menschenleben, Polizistenleben oder Demonstrantenleben zu riskieren. Deswegen mein Appell, Ziel ist erreicht, gehen Sie auf unser Feld, es verlieren Sie das nicht. Wir hören da Buhrufe, wenn gesagt wird, dass die Aktivisten sich zurückziehen sollten. Trotzdem muss man ja noch einmal sagen, sowohl politisch als auch juristisch ist die Sache geklärt. Kannst du dir trotzdem vorstellen, dass das Ganze jetzt noch wochenlang dort so dann stattfinden wird? Denn wir haben das sowohl von den Aktivisten gehört, die dafür vorbereitet sind, als auch von der Polizei, die sich auch darauf eingestellt hat. Na gut, vorstellen kann ich mir alles. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Aktivisten, die da jetzt sind, weil sie ja dadurch natürlich auch Aufmerksamkeit für ihre Ziele erreichen, dort sitzen wollen. Am besten ist es natürlich für die Berichterstattung, wenn da auch so richtig was los ist. Und dadurch kommen sie natürlich auch jeden Tag weiter in die Medien. Das gab es ja früher auch schon, das kenne ich ja auch von früher. Das ist nichts Besonderes. Da ist natürlich dann die Frage, wie energisch der Staat in der Angelegenheit tatsächlich vorgehen will. Oder ob er sich im Grunde, auch wenn die Rechtslage eindeutig klar ist, von Aktivisten diktieren lässt, was er zu tun hat. Das muss dann der Innenminister entscheiden. Dafür bin ich als Beobachter nicht zuständig. Du hast gerade gesagt, wie sehr man sich das diktieren lässt. In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir vor allem über Klimaaktivisten der letzten Generation gesprochen, die tatsächlich den Alltag vieler Menschen gestört hat. Es war auf Straßen, auf Autobahnen, sogar in Flughäfen haben wir das Ganze gesehen. Jetzt also ein Protest, der weitestgehend friedlich bisher ist und vor allem an einen Ort gebunden. Denkst du, das ist ein Ort, an dem man also eher noch zeigen kann, dass man Protest zulässt und Klimaaktivisten auch ernst nimmt? Oder müsste man trotzdem jetzt hart durchgreifen, um zu zeigen, dass man Recht hier in Deutschland schnellstmöglich auch umsetzen will? Ich glaube, das ist die Frage des Innenministers, die entscheiden muss, mit welchen, sagen wir mal, gewaltsamen Polizeimaßnahmen er bereit ist, vorzugehen. Das müssen die entscheiden. Das kann man als Journalist sich nur angucken und kann darüber berichten. Das ist der eine Punkt. Dieses ist natürlich in der Tat eine, sagen wir mal, große, wichtige, aber dennoch lokale Angelegenheit. Und wenn sich die Polizei über die nächsten Wochen mit den Aktivisten hier, sagen wir mal, einen gegenseitigen Belagerungszustand liefern will, dann müssen sie das eben tun. Es ist nicht so, wie bei den Aktivisten, die mitten in der Stadtsicht irgendwo festkleben und die Leute daran hindern, zu ihrer Arbeit zu gehen oder nach Hause zu fahren von der Arbeit. Das greift natürlich in das persönliche, aktuelle Leben der Menschen noch ein ganzes Stück mehr ein. Also das ist ziemlich fies, was sie da zum Teil machen. Dies ist eine Auseinandersetzung zwischen Aktivisten und Staat. Und da muss der Staat, dafür ist er da, dafür wird er hoch bezahlt, dafür werden die Polizisten ordentlich ausgebildet. Da müssen sie sehen, dass sie das hinkriegen und den Rechtsstaat durchsetzen. Das ist ihre Aufgabe. Und zwar möglich so, dass es nicht zu wirklich schweren Schäden kommt. Stefan Aust, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung. Wir sind also gespannt, wie lange wir tatsächlich noch über Lützerath sprechen werden. Danke erstmal für heute Abend. Ist ja kalt. Das stimmt. Deswegen gucken wir auch einmal dort in die Kälte und in die Nässe vor allem, denn trotzdem geht es natürlich mit der Besetzung und Belagerung von Lützerath weiter. Wir haben es gerade schon von unserem Kollegen gehört. Man bereitet sich etwas auf die Nacht vor. Wir sehen aber weiterhin natürlich die Beamten, so wie es aktuell scheint, mehr Beamte als Aktivisten vor Ort. Heute wird vor allem von einem friedlichen Protest gesprochen. Kleinere Auseinandersetzungen haben wir dennoch gesehen. Und über die Situation in Lützerath und vor allem das, was noch kommen kann. Darüber möchte ich sprechen mit Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, bei mir im Studio. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Morgen soll es wahrscheinlich soweit sein, oder ab morgen könnte es losgehen, die tatsächliche Räumung von Lützerath. Was erwarten Sie dann vor allem von Seiten der Protestierenden, der Aktivisten? Was kann da auf die Beamten zukommen? Also heute haben ja die sogenannten vorbereitenden Arbeitenden stattgefunden. Das ist auch alles reibungslos verlaufen. Die Polizei hat da ihr Ziel erreicht. Morgen wird es mit der Räumung losgehen. Und da sind viele Szenarien vorstellbar. Die Polizei wünscht sich natürlich, dass es so friedlich, aber auch so rasch wie möglich geht. Das heißt, die Polizei wird ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen. Und teilweise ist ja aus diesen Gruppierungen heraus harter Widerstand angekündigt worden. Dann wird Polizei notfalls auch zu polizeilichen Zwangsmitteln greifen. Das machen wir nie gerne. Produziert übrigens auch nie schöne Bilder. Ist aber im Einzelfall notwendig. Können Sie uns sagen, wie viele Beamte dort im Einsatz sind? Ja, es sind viele tausend Beamte vor Ort. Aber Sie wissen, das ist wie bei vielen anderen Dingen auch. Kräfte werden glücklicherweise auch unterliegen der strengen Geheimhaltung. Aber so viel kann man sagen. Nicht nur aus Nordrhein-Westfalen ist die komplette Bereitschaftspolizei dort zugange. Aus anderen Bundesländern, aus Bayern, aus anderen Ländern sind Kräfte. Und vor allen Dingen, es sind starke Kräfte der Bundespolizei auch vor Ort, die jetzt auch nachts das Gelände dort sichern werden. Und Sie können sicher sein, dass die Kräfte sehr stark sein werden. Und das hat aber auch etwas mit der Strategie der Polizei zu tun. Die ist ja in drei Worten schnell zusammengefasst. Nämlich Transparenz, Kommunikation und Deeskalation. Die Polizei macht alle ihre Maßnahmen klar. Sie kündigt sie vorher immer wieder an. Sie erklärt auch ganz genau, was sie tut. Das heißt, sie kommuniziert mit den Beteiligten auch. Letztlich aber setzt sie auch mit ihrer Stärke auf Deeskalation. Niemand auf unserer Seite, auf der Seite der Polizei, wenn man das so nennt, übt gerne Polizeigewalt aus. Aber wenn die rechtmäßige Anwendung unmittelbaren Zwangs erforderlich ist, dann wird sie leider erfolgen müssen. Was werden die größten Herausforderungen bei der Räumung sein? Denn das Gelände ist groß. Und vor allem haben wir schon darüber gesprochen, Häuser, die besetzt sind. Aber es gibt auch Hochsitze, die gebaut worden sind, Baumhäuser. Wie komplex ist morgen diese Arbeit also? Also genau das sind die verschiedenen Handlungsfelder. Das eine sind diese Hochbauten, mit denen die Polizei ja aus dem Hambacher Forst schon genügend Erfahrung gesammelt hat. Da gibt es polizeiliche Spezialeinheiten, die das mittlerweile sehr gut können. Auch in den Häusern und auf den Straßen wird es wenig Probleme geben, die Räumung dort vorzunehmen. Was man nicht so richtig weiß, ist, was ist in den Häusern und was erwartet die Polizeikräfte in den Häusern. Und deshalb dauert es auch sehr lange. Das heißt, man wird sehr behutsam vorgehen müssen, auch vorsichtig vorgehen müssen zum Schutz der Einsatzkräfte. Denn wir wissen aus anderen Einsätzen, dass manche Aktivisten zumindest nicht davor zurückschrecken, böse Fallen für die Polizei aufzubauen, die mitunter auch lebensgefährlich sein können. Und wenn es etwas am Herzen liegt, dann ist es auch der Schutz der Einsatzkräfte. Das ist auch richtig so. Sie sagen gerade, das kann einige Zeit dauern. Sprechen wir da wohl möglich sogar von Wochen? Ja, der Einsatz ist ja auch vier Wochen angelegt. Ob er so lange dauern wird, weiß man nicht. Aber die Polizei hält auch noch länger durch. Also die Polizei ist auch noch länger da. Aber uns geht es natürlich darum, das so schnell, aber auch wie effektiv wie möglich und auch so friedlich wie möglich zu machen. Da haben wir nur leider nicht das Heft des Handelns in der Hand. Wenn es nach uns ginge, würden die Menschen einfach den polizeilichen Anordnungen Folge leisten und das Gelände verlassen. Leider ist das wenig vorstellbar. Rainer Wendt, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Und soeben hat uns diese Einmeldung erreicht. Eine unfassbare Tat in einem Berufskolleg in Ebenbüren in Nordrhein-Westfalen. Mit dem Berichten soll ein Schüler eine Lehrerin umgebracht haben. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Münster soll der Jugendliche die Frau bisherigen Ermittlungen zufolge am Nachmittag im Schulgebäude aufgesucht haben. Der Beschuldigte soll seine Lehrerin mit einem Messer angegriffen und getötet haben. Anschließend habe er den Polizeinotruf gewählt und sich widerstandslos festnehmen lassen. Eine Mordkommission der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen. Über ein mögliches Tatmotiv ist bislang noch nichts bekannt. Und mit dieser Meldung verabschieden wir uns ganz kurz in die Werbung. Die Werbung sind aber in wenigen Momenten wieder für Sie da. Blicken nach Lützerath werden Sie aber weiterhin natürlich auch über diesen Fall auf dem Laufenden halten. Bleiben Sie also bei uns. Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz vor Ausschreitungen durch gewaltbereite Linksextremisten. In den verbaggierten Häusern, Baumhäusern und im Camp formiert sich weiterhin Widerstand. Nach Einschätzung der Polizei halten sich dort rund 300 zum Teil gewaltbereite Klimaaktivisten auf. Der Einsatzleiter rechnet mit Blockaden, Fallen sowie besetzten Dächern und dem Sturm auf die Kohle-Großbagger. Die Räumung könnte schon morgen beginnen. Die Polizei plant dazu einen Großeinsatz, der bis zu vier Wochen andauern könnte. Heute wird es weitere Informationen der Einsatzkräfte geben. Aufatmen in Regensburg. Die spektakuläre Flucht eines Schwerverbrechers ist beendet. Der 40-jährige Rashid C. wurde in Frankreich nahe der deutschen Grenze gefasst, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Mann war vor fünf Tagen aus einem Fenster aus dem Amtsgericht Regensburg entwitscht. Dort hätte er sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in der JVA verantworten sollen. Rashid C. saß eine lebenslange Haftstrafe ab. 2011 hatte der Algerier mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin getötet. Die Diskussion um diese Westerkrawalle in Berlin beschäftigt heute die Landesregierung. Der rot-grün-rote Senat will über eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte diskutieren. Doch während die regierende Bürgermeisterin Giffey und ihre Innensenatoren, beide von der SPD, eine bessere Ausstattung und mehr Bodycams und Dashcams fordern, sperren sich Grüne und die Linkspartei. Und damit zeigt sich, statt zu handeln, befindet sich Berlin mitten im Wahlkampf. Neue erschreckende Zahlen zur Berliner Silvesternacht. 47 Polizisten wurden laut einem Bericht verletzt, 22 davon durch Pyrotechnik, 12 durch tätliche Angriffe. Und es waren offenbar weniger Polizisten im Einsatz, als vorab angefordert wurden. Berlins Polizeichefin muss sich daher fragen lassen, ob sie die Lage unterschätzt hat. Wir erstellen als Polizei eine Gefährdungsbewertung, lassen alles einfließen aus Social Media, aus Behördenkenntnissen, auch aus anderen Behörden. Und all das, was wir auch dazu natürlich zusammengetragen haben, hat sowas nicht vorhersehbar gemacht. Auch, dass bereitstehende Wasserwerfer, wie sie etwa beim G20-Gipfel in Hamburg genutzt wurden, in Berlin nicht zum Einsatz kamen, verteidigt die Polizeipräsidentin. Wasserwerfer machten nur bei großen Menschenmengen.